Ujojojo. Der erste 20er ist schon mal für ein Knacki reserviert. Mahlzeit, Jippie, Jippie, Schweinebacke. Ich bin noch in einer geheimen Mission unterwegs. Ich muss vielleicht alle... So, da sind wir schon. Ich bin noch in einer geheimen Mission. So, und zwar hab ich ja die große Christoph Holzhöfer Singt und springt und lacht und tanzt Woche. Und zwar ist ja bald wahr. Deswegen müsst ihr heute mal auf Time verzichten. Ich hab ja sozusagen ein Kulturstudio für einen kleinen Mann. Geht los. Und wichtig ist, schön laut machen und zuhören. Sie haben wahrlich keinen blassen Schimmer vom Leben, das die meisten Menschen führen. Sie wissen nicht, was die denken und fühlen. Es tut sie ja auch gar nicht interessieren. Die leben in einer anderen Welt, in ihrer Wichtig gearbeitet haben, die noch nie Abitur und danach ein Studium. Das war's und dann nur Politik. Gibt's auch welche, die nie einen Beruf erlernt haben. Die meisten kommen aus wohlhabenden Familien. Wir haben an Elite-Unis studiert. Ja, da muss der Papa schon ganz viel Geld verdienen. Sie wissen nicht, wie schrecklich sich das anfühlt, wenn man am 25. schon pleite ist. Obwohl der Papa arbeitet und Mama noch Teilzeit. So dass man dann das Essen von der Tafel frisst. Politiker, 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 Politiker. Ihre Freunde, das sind nicht die kleinen Leute. Der Geldall ist's, mit dem sie gern verkehren. So reiche Millionäre, Milliardäre. Das ist das Pakt, den sie so gern zuhören. Doch melden sich da mal die kleinen Leute Und lassen ihre Sorgen und Ängste raus. Dann schimpfen sie diese gleich frech Idioten Und lachen die armen Menschen auch noch aus. Sie müssten alle langen Nasen haben So verlogen, wie die meisten sind Sie reden so, dann so, dann wieder anders Hängen ihr Fernchen stetig nach dem Wind Sie sind nicht für die Menschen da, wie's sein soll Die Menschen haben für sie da zu sein Sie fühlen sich halbwissend und erarm Halten die Menschen für so dumm und klein Politiker, 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 Politiker Sie wollen alle an die fetten Tröge Da, wo's sich so prächtig leben lässt Dafür müssen sie stets auch fleißig dienen Dem großen Geld, dass es auch weiter wächst Und haben sie gute Arbeit geliefert Dann wird's mit schönem Pestchen fett entlohnt Dann sind sie da, wo sie meinen wollten Im Gelbadel, der über alle thront So, Bier steht kalt Yo, 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 yo Jetzt rockt er aber hier nochmal richtig einen runter So ist das, ne? Jibiajib, Schweinebacke, Mahlzeit Ich bin noch total verpinnt, aber gut gelaunt, aber verpinnt So muss es sein Ja, so, Bier ist da Link geht raus, mal gucken, was heute Abend noch hier auf dem Schlachtfeld der guten Laune passiert Ich bin gerade aus dem Bett gesprungen Also, wie gesagt, müsst ihr halt jetzt, keine Ahnung, gucken, was wir jetzt hier anstellen Ich verteidige den Link zwangsweise Irgendwas passieren, ne? Wichtig ist, mal gucken, ob wir Auch von Mozart aktiviert kriegen So, warte mal Dann Mark Mark Tjo Tjo Nani Na, na Das ist auch schon so So, Kandidat, schwupp, in der Gruppe, in der Ghetto. Hi. Hi Süße. Was ist gut? Ja, gut, es ist heute nicht mein Tag, ne? Ist halt so. Brauchst du einen Langzeitvortrag oder geht's so? Nee, ich brauche einfach einen Tag, um es zu verdauen. Ja. Das ist halt so. Es war richtig, ich weiß das. Es ist alles gut und trotzdem fehlt er mir halt. Ja. Kollektive, komm, lass uns zusammen holen eine Runde. Ach. Hast du Bier dann? Nee. Hast du ein Kiosk in der Nähe? Nee, ich will keinen Alkohol. Soll ich vorbeikommen? Ich bringe andere Drogen mit. Auch nicht. Auch nicht. Nee, alles gut. Ich habe noch Timmelin davon, Willi, nimm sie zwei. Das war komplett aus Vollgas-Wochenende. Nee, nee, geht schon. Wie gesagt, ich weiß, dass es richtig war. Und es ging auch so schnell, dass einfach klar war, da war schon kaum noch Leben drin. Also der ist zwar noch auf mir rumgeklettert und so, also es war jetzt nicht so, als wenn ich da mit einem halbtoten Tier über die Schulter reinmarschiert wäre, aber du siehst ja, was kommt. Ja. Ja, und die Spritze war noch nicht mal halb drin, da hatte der schon keinen Puls und keine Atmung mehr, also. War genau richtig dann. Ja. Ich habe ja auch mit der Ärztin noch gesprochen, wo sie gesagt hat, was machen wir jetzt? Ich sage, wir machen jetzt hier nochmal eine Riesenshow und ich stehe in zehn Tagen wieder hier mit dem armen Kerl. Ja, sehr gut. Tag zusammen. Na, hallo. Bleib alleine. Und geht es dir einigermaßen? Ja, gut, das ist halt, so an dem Tag, an dem es passiert, ist natürlich alles scheiße, ne? Das ist halt so. Klar. Ich habe den jetzt auch noch nicht vergraben, das mache ich morgen, weil das konnte ich jetzt nicht, also mich jetzt in den Garten stellen und Löcher graben, war jetzt nicht so meins. Nö, ist auch verständlich. Ja, aber gute Erinnerungen behalten und nochmal. Sowieso. Bei der normalen Gang, alles gut. Das war auch. Wenn die Viecher sich quälen, also ich habe einmal eine Katze verrecken gehabt, in meinen Armen ist sie nicht gut. Ne, das ist abartig und ich habe ja im Grunde genommen, das ging vorgestern los, dass der super schlecht fraß, der mich ja gestern schon die ganze Zeit mit allem hinter dem hergerannt und habe ja gestern Abend den schon quasi zwangsweise, ne? kommt und habe dann gesagt, das geht nicht, das geht gar nicht. Und es ist halt einfach so, das weiß man eigentlich auch, wenn Katzen das Fressen einstellen, hast du verloren, da machst du nichts mehr. Und da warte ich jetzt nicht das Wochenende ab, bis der verhungert ist oder dehydriert. Das ist einfach Bullshit. Das war schon klar, dass das jetzt passieren musste, aber ja, auch der Ärztlinge sagt die Sache, also ich sehe jetzt hier nichts mehr, was wir noch tun können. Wir können jetzt zum 30. Mal die Infusionen hängen, können den lustig zwangsernähren, wovon er nichts hat, wo es ihm trotzdem dreckig geht und in 10 bis 14 Tagen stehe ich hier wieder, weil er das nächste hat und das sehe ich einfach nicht, dass das Sinn macht. Wenn der fünf Jahre alt wäre, würde ich sagen, lass uns noch ein Kämpfchen starten, aber er war 13 und hatte die Nieren kaputt, also da machst du nichts. Dann muss er gehen. Ja. Alles gut. Das war auch so richtig und alles gut und die haben ihn ja jetzt im letzten halben Jahr mindestens einmal, meistens öfter im Monat auf den Tisch gehabt und die sagte halt auch, jetzt werden wir eigentlich alles gemacht, was ging. Und irgendwann hat es halt Grenzen. Ja, und da jetzt irgendwie noch, wie gesagt, tagelang abzuwarten, bis das richtig dramatisch wird, das tue ich nicht. Also das hat kein Tier verdient. Nee, das schläft mir auch ein bisschen schlecht. Wie gut, ich habe eine Katze, die hat Wasser in der Lunge gehabt und im Herz, die ist auf dem Weg zum Tier, jetzt ist die verreckt. Ist abartig. Abartig, ist nicht gut. Ja. Naja, wie gesagt, ich werde das überleben. Ich bin nur so an dem Tag, an dem man es dann so halt hat, geht es mir halt da nicht so gut mit. So, das bedeutet, heute Abend müssen wir Pauline hart rannehmen, ein bisschen ablenken, also hier keine Schonzeit hier. Das kannst du schön vergessen. Wie wir unseren Hund damals eingeschlefert haben, habe ich auch geheult. Ja. Ja, aber wirklich auch nicht für. Dass jetzt aber mal die ganzen dramatischen Tierszenen alle weg ist, hilft uns nicht weiter. Mein Hamster damals hat, na komm. Hi, Marc. Einen wunderschönen guten Abend. Hast du mir aber immer nachgedacht, deine Frau einzuschläfern? Ist es soweit? Kann man sich noch brauchen? Aber er sieht heute auch angeschlagen aus, Marc. Er sieht auch so aus, als wenn er schlechte Laune hat. Marc war gestern Abend bei Seven und hat geweint. Ja, war ganz toll. Patriotische Zeilen, Lyrik vorgelesen und war selbst so ergriffen von seinen Worten. Nee, von den beschriebenen, nicht von meinen eigenen Worten. Ja. Glaube ich, weiß ich nicht. Ich war ja besoffen gewesen. Ja, irgendwas ist mir nicht gekommen. Ich habe 39 Fieber. Ich werde heute auch nicht alt, sage ich gleich. Oh, oh. Viel trinken. Viel trinken, ja. Wasser übrigens, Wasser. Ja, Cola geht auch. Wo sind denn hier die Inhaltsstoffe, Mann? Das ist Wasser. Auf der Wodkaflasche steht, das ist das falsche Wasser. Also ich würde sagen, wir warten noch. Das ist Wasser, Gersten, Malz, Hopfenextrakt. Das ist für den großen Mann kein Problem. 40 ist die normale Betriebs-Temperatur. Ich bin auch frisches Eifelwasser am Trinken. Ja, ich muss mich wirklich so bedanken. Wir hatten ein unbekannter Zuschauer eine neue Ration geschickt. Na ja, dann ist das Wochenende ja gerettet, was? Ja, ich trinke jetzt langsam. Langsam. Frius erschießen. Sind hier schon mal... Warte, ich muss auch einmal eine Hunde schießen, weil Horror. So viel Öl gab es gar nicht. Mein erster Hund ist im Wald weggelaufen. Echt? Ja, die wollten eigentlich gerade jagen gehen. Der Jäger war ja mit. Ach so. Und dann ist sie weggelaufen. Alle zwei Wochen war ich bei meinem Vater und habe immer wieder nachgefragt, wann Ondra dann wiederkommt. Ich glaube, das war Jahre später, als er mir gesagt hat, du, mit dem Hund in den Wald fahren und der läuft dann weg. Merkst du selber, ne? War der Hund denn krank? Ja, Hüftlein. Die ist auch... Für den Schlieferhund ist die uralt geworden. Ich glaube, die ist 14 geworden oder so. Ja, dann war das gut. Die hatte schon nur noch einen halben Schwanz. Da ist ein Auto drüber gefahren. Ja. Aber sowas Treues. Ja, aber wenn der so ein bisschen Macken hat, dann erkennt man den ja auch gut wieder, ne? So individuelle Merkmale. Ach, komm. Und Marc, sind die Waffeln gerade geworden? Weiß ich nicht, ich muss Christine ja noch machen. Die sind ja für Sonntag, wenn Familie kommt. Die Lüde ist so eins geworden. Wenn sie die heute macht, dann schmecken die Sonntag nicht mehr. So, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir den Maiko ranbekommen. Also ich würde eher sagen, die sind am Sonntag nicht mehr da, dann. Ich würde mal wissen, ob der schon zwei Hälscher in den Umlauf gebracht hat. Ach ja, wegen den geraden Nummern, ne? Ja. Ich glaube, jetzt friert die Hölle zu. Ich mache das Bier nicht trinken. Oh Gott. Oh. Ja, jetzt wird es ernst, ey. Hast du irgendwas anderes im Haus? Ja klar, Wasser, Kaffee, Tee, alles dann. Eine Frau. Ja, der Freitag fängt ja schon gut an, ehrlich. Marc ist eine Bildungsbitch, die vom Straßen, habe ich auch nicht. Das siehst du vollkommen richtig. Habe ich bestimmt wieder irgendeinen Schwachsein erzählt gestern, ne? Wird mir jetzt wochenlang vorgehalten. Naja, habe ich ja so verdient. Ja, aber der hat auch einen passenden deutschen Namen, ne? Der sieht aus wie so eine totgefahrene Ente, Sir Bertie Miles, ne? Typisch deutscher Name, ganz klar, logisch. So, guck ich auf dem Kanal, nix. Ne, das ist hier so einer, der mit dem Hirn immer vor die Wand schießt, irgendwie, Sir Bertie Miles. Normalerweise ist das schon ein Patient, den müssen wir eigentlich schon wieder löschen. Noch leider nix gesagt, oder? Ach, ja, eben. Ja, die mit der größten Schnauze machen, die man am allerwindest, ne? Guten Abend. Yes, we are. Und, was ist sonst so heute noch passiert? Auch gute Sachen? Ich habe geschlafen, wie immer. So. Ich hatte dich ja mal angeschrieben, aber... Habe ich nicht gesehen. Das war mir klar. Nö, ja, auch bei Facebook habe ich nichts gesehen. Doch, muss aber. Nein. Ach, heute Morgen hast du mich angeschrieben. Nein, eben. Nein, das ist nix. Zehn nach neun. Ach so, da war wohl nix, doch. Alles gut. Tom ist wieder da, Markus und Frau auch gegrüßt. Alles gut, außer Klima. Ich habe auch irgendwie keine Ahnung. Ja, das war eine Begrüßung, ja. Allmächtig. Kannst du mal mein Mitleid in Ruhe lassen? Ich bin hier das Opfer. Armer Mark. Ja, danke. Oh, Männergrippe, richtig. Ich vergaß. Mhm. Na, zeig mal. Was ist denn da für eine Medizin? Wasser. Wasser, ja. Aus der Dose. Ist klar. Was steht drauf? 0,5. Da bin ich noch weiß, wie viel drin ist oder was. Aber ich gebe mich wenigstens mit den kleinen Dosen zufrieden, ne? Ja, für dich müsste man aber Bitchburger draus machen. Was soll das denn wieder heißen? Bellendorf, Vorsicht, bin es Eis. Bitchburger ist doch gut. Habe ich aber schon mal erzählt mit den Mengenangaben auf Dosen und so. Bei uns gab es auch immer nur 0,3er in jeglicher Variante. Aber dann war ich halt einmal zu oft im Osten und man gewöhnt sich doch an die 0,5er. Und dann kommst du dir bei den 0,3ern irgendwann verarscht vor. Weil da einfach nichts drin ist. So, man gewöhnt sich da irgendwie dran. Ja, und nach einer sechsten Dose denkst du schon selber, du wirst ein Alkoholiker, ne? Ja, ja, genau. Ich war gestern beim Aldi einkaufen und da standen die gerade da und lachten mich an. Und da dachte ich, nimmst du mal direkt fünf Stück mit und dann ist gut. Ja, du kommst damit ja bestimmt ein halbes Jahr hin, ne? Ja, da ich ja wenig Bier trinke, ich trinke ja mehr Wein. Ja, haben wir denn irgendwie ein schickes Thema? Hatte ich ganz viele, habe ich alle vergessen. Ach genau, du wolltest doch hier den großen Aufräumer machen. Ja? Herr Marc, was habe ich jetzt erzählt? Der hat mich heute Morgen auf jeden Fall noch angerufen und hat gesagt, oh, ich kann nicht mehr machen, die ich mir dachte, ehrlich. Ja, sag ich ja. Ja, da hatte ich die ja auch noch, ich muss mir das notieren oder so. Ja, wäre eine Idee. Hast du nur da planen? Da kommt er. Wer? Jetzt ist vorbei mit der Ruhe. Das Thema. Ach du Scheiße. Hallo, Mozart. Moin, moin. Hi, Mozart. Ah, moin, moin. Die Quantenmechanik ist da, jetzt wird es spannend. Ja, ich bin da mal weg. Ruf mich an, wenn ihr fertig seid, dass ich streamen kann. Ja, warte, ich komme mit. Was hast du denn gegen mich? Was läuft denn bei dir da schräg? Halt mal die Fresse, erst mal sag mal guten Tag, ihr Penner, und dann kannst du auch beleidigen, ja. Ich mach doch nicht, ich mach doch, was da schräg läuft. Du hast ein bisschen viel Bass drin, ne? Echt? Zu viel Bass? Ja. Boah, raus. So besser? Nee. Immer noch nicht, jetzt aber, ne? Ja, jetzt, das ist unser Mozart, Mozart, ja. Alter, Mozart. Der Marc hat sich total gut vorbereitet, der wollte mit der flachen Erde mit dir diskutieren. Oh Gott. Ja, also ich glaube, da ist er auch dran, ist das einfach so. Doch, ne, Marc, dann erklär du mir, wie dick die ist. Muss er das gesehen, ich hab den Hutton-Plan erklärt. Hutton-Plan, ja, ne, hab ich nicht gesehen. Ah, gut. Aber der ist nicht schlecht, mit Doppel-O, der ist gut. Ja, da komme ich heute noch mal gut weg. Wenn du morgen eine Video geguckt hast, ab morgen haben wir einen Streit. Ab morgen haben wir einen Streit, nein. Alles gut. Klare Ansage. Was ist mit dir, Mozart? Das ist auch krank, du hörst dich auch irgendwie ein bisschen gedrückt an. Nö, Quatsch. Nö, der hat mich dann wieder gekillt. Da ist nichts damit, ne, da huste ich immer so viel von. Ne, ich mach so einen Scheiß nicht. Bin ich zu leise, zu laut, ich weiß jetzt nicht, ich hab keine Ahnung, mit dem Mikro konnte ich... Alles gut. Genauso Streit haben wir immer, alles super. Ja, mich genauso Streit haben wir immer. Gut, dann kann ja nichts passieren. Der Abend ist gerettet. Also bis jetzt hat sich wegen der flachen Erde ja noch keiner bei mir gemeldet, aber wir haben ja morgen, übermorgen haben wir noch. Ja. Ja, wie gesagt, da bin ich relativ flott durch. Naja, wäre mal interessant gewesen. Da wird aber nichts passieren. Wenn man endlich da vom Tisch kommt, wie gesagt, es gibt ja ganz andere Probleme in der Welt als dieses blöde Flachding da. Zum Beispiel? Zum Beispiel, schau doch raus. Wetter ist scheiße, wird zu schnell wieder dunkel. Nein, die Temperatur ist nicht so richtig. Und ab und zu hat man noch schwitzende Füße. Was willst du machen? Kann ich jetzt aufhören, raus? Ach, ihr habt eine falsche Zelle. Das ist noch so ein Grund, an die flache Erde zu glauben. Ach, falsche Zelle. Das ist noch so ein Grund, an die flache Erde zu glauben. Dann rast wenigstens kein großer Planet auf uns zu. Du, das hat er halt mich nicht gesagt, sondern der brasilianische Minister, der hat das verkündet. Wie heißt der Gummi denn, der kommt? Aldebaran? Bitte? Nibiru. Mozart, ich habe mal eine Frage an dich, wie in den Pyramiden. Könnte das auch sein, oder würdest du das für so abwegig halten, dass die Dinger von Außerirdischen gebaut worden sind? Nö, das ist nicht abwegig. Das könnte genauso gut sein, wie jetzt, dass die von, was weiß ich, auf einmal dastanden. Auf jeden Fall haben die Menschen nicht gebaut. Wir haben die Dinger nicht gebaut. Wer die da hingestellt hat, ich weiß es nicht. So genau wie die Evolution. Keine Evolution. Also man ist nicht aus einer Biene entstanden. Oder was weiß ich, aus einem Quastenflosse, wo irgendwann mal... Das ist auch nicht so. Ne, wenn man nämlich guckt in den Pyramiden in Südamerika, da werden ja auch praktisch so wie Raumfahrer abgebildet, ne? Mit Helmen. Ja gut, dann macht der Däniken diese Interpretation dazu. Da hast du schon recht, wenn man diese Glyphen da sieht, das sieht schon so aus, wie heutige Raumfahrtechnik. Ja, ja, da könnte man schon dazu machen. Hat der Däniken ein Riesenthema zugemacht. Aber du bist ja geschichtlich auch fest, ne? David Goliath, richtig oder falsch? Gab's oder nicht? David gegen Goliath? Ja. Wahrscheinlich gab's das, ne? Ne, klar. Gulliver... Auf jeden Fall. Gulliver... Peterchen zum Mondfahrt auch. Ja, aber was wäre, wenn Gulliver... Ja, aber könnte ja sein, dass Gulliver ja auch von Aldebaran kam und hat im Prinzip, dass der Urlaub in der Güte gemacht hat und hat für den nur eine Lego-Burg war. Ne, ist klar. Und beim Dennis übernachtet, ne? Richtig. Oh. Deshalb kommen die nicht wieder. Das hast jetzt du gesagt. Ganz geile Doku habe ich irgendwie die Tage gesehen. Da ist irgendwie auf die Idee gekommen, das könnte ja so ähnlich sein wie Teslas Turm. Die Dinger waren vielleicht zur Stromgewinnung gut. Und... Wie soll das denn mit dem Strom funktioniert haben, du Schlauberger? Musst du die Leute fragen, die diese Doku gemacht haben. Irgendwie das unterirdische Wasser anzapfen durch den Strom, der sowieso da ist. Ach, was weiß denn ich. Mit einem Supraleiter. Und zwar sagen sie, in der oberen Königskammer. Da war genau eine Kiste drin. Aber es war wohl kein Sarkophag, sondern irgendwas war da drin. Und das Ganze würde dann wohl, keine Ahnung, ob es stimmt, würde quasi Sinn ergeben, wenn da quasi durch die Schächte Kabel gelegt worden sind oder was, wie auch immer die Energie übertragen haben. Vielleicht auch einfach durch den Schacht selber. Angetrieben von einem Superleiter. Und das würde dann nämlich auch erklären, warum der Pharao, wenn sie jetzt diese Technik entdeckt haben, weil wer auch immer das dahingestellt hat. Sie merken, sie haben freie Energie. Ja. Die ganze Zeit über. Und dann ist Moses hingegangen und hat den Superleiter geklaut. Dem würde ich auch 40 Jahre durch die Wüste nachrennen. Verstehst du, das würde Sinn ergeben. Das wäre dann quasi die Bundeslade, weißt du? Quasi eine Technik, die so hoch ist, dass sie es nicht verstehen. Wenn man zu nahe kommt, stirbt man etc. pp. weiß der Himmel, was das für ein Antrieb war. Aber ich fand das so abstrus, dass es schon wieder geil war. Und solche Sachen sind ja auch immer vorstellbar. Die machen so eine Doku ja so, dass du eben sagst, es könnte flach so sein. Finde ich geil. Ja, ich sag mal so, diese Pyramiden, die sahen natürlich, als die erstellt wurden, nicht so aus wie heute, wie sie dastehen. Die haben zwar diese Form und die Größe, aber... Spitze auf den Dings und die waren komplett flach, ne? Also eine Spitze aus komplettem Gold soll wo oben drauf gewesen sein. Und sie waren komplett flach, um das so ein Licht besser zu reflektieren. Ich schäme mich für dich, Schild, hier. Also das stimmt schon. Das habe ich auch so mal quer gelesen, dass diese Pyramidenspitze wohl aus Gold gewesen sein soll. Und die Pyramiden sind einfach nur energetische Systeme. Das heißt also, diese Ley Lines, also wenn man jetzt diesen Planeten Erde nimmt, dann sind die an bestimmten Positionen wohl auch aufgebaut, in bestimmten Positionen. Und das hat auch mit anderen Himmelskörpern zu tun. Also die korrespondieren auch mit zum Beispiel diesen Mars-Pyramiden. Ja. Auch im Verhältnis, also von der Größe, im Verhältnis, im Verhältnis Durchmesser Erde, im Verhältnis zur Höhe der Pyramide, Durchmesser Mars, Höhen der Pyramiden auf dem Mars. Die sind wohl im gleichen Verhältnis entstanden. Aber da wird ja die Theorie dazu stimmen, dass die von Außerirdischen gebaut sind. Das ist ja egal, ob es jetzt eine Vorgängerzivilisation war, eine Außerirdische Zivilisation oder sonst irgendwer. Aber ich finde es halt geil, es würde so gut passen, weil sie stehen ja halt wirklich überall auf der Welt. Und wer sagt denn, dass die Menschen, die vor uns hier gelebt haben, nicht weltweit freien Strom hatten? Strom brauchten, sagen wir mal so. Ich meine, wir brauchen jetzt den Strom, um etwas anzutreiben, so einen Drehmotor. Da brauchen wir den sogenannten Strom, also Elektronenfluss. Wer weiß, vielleicht brauchen wir das ja überhaupt gar nicht. Keine Ahnung. Ja, eine Frage an den Chat. Wie nah ist Mozart heute Abend an der Zwangseinweisung? Warte, da muss ich nochmal nachladen. Das ist doch mal ein bisschen rumspinnen hier. Lass denn Mozart doch mal in Ruhe. Ach. Echt mal. Immer diese Bobber, Fortschmer. Entschuldigung. Mann, Mann, Knacki. Reiß ich mal zu sagen. So. Nein, der Knacki ist immer derjenige, der immer sagt, weißt du was, ich mag das nicht, wenn man den Chat fragt und da so Positionen bezieht. Er selber ist derjenige, der den Chat fragt, ob man mich einweisen muss. Ey. Ich habe hier übrigens noch den Verwarnzettel von letzter Woche. Wir können da gerne weitermachen morgen. Da war doch nichts. Ich habe doch nur zwei Striche gekriegt. Ja, aber das ist so wichtig, das hat mein Freund. Ja, mit der Zeit. Andere machen halt in zehn Minuten. Haben die den Galgen da voll. Mann, ich fächle echt. Das muss ich ja sagen. Pyramiden. Aber was mich auch sehr interessieren würde, ist, was auf den tiefsten Stellen im Meer passiert. Oder überhaupt im Meer. Weil das ist ja zum ganz minimalen Prozentsatz nur erforscht. Liegt da dran, dass es auch viel Wasser ist. Weniger als der Mond. Ja, ja. Das stimmt. Das ist schon richtig. Das Tiefen guckt man ja auch nicht runter. Da sind ja auch Tiefen. Ja. In Mariannengraben mit zehn, elf Kilometer. Da sind ja solche Drücke, die da vorherrschen. Wir haben ja nur noch so eine dicke Eisenkugel könnte da rein. Aber mal im Verhältnis gesehen, diese kleine Kugel auf diese Fläche gesehen, die kann ja gar nichts. Gucken, da ist ja nichts. Man kann ja, das wäre das Gleiche. Ja, man sieht halt nichts. Man kann ja nicht erforschen. Man hat ja nichts. Außer so nah und so etwas. Aber runter kommt da ja keiner. Aber ich glaube, wenn... Das Wasser einfach mal ablassen. Auf dem Mars brauchen wir doch eh immer so viel davon. Das war nicht witzig, Entschuldigung. Dadurch wird ja auch die Landmasse erhöht. Also von daher muss man es so sehen. Da ändert sich ja nichts. Endlich mehr Platz für Häuser. Aber ich glaube, man wäre sehr überrascht, was für Leben da noch ist. Und vor allen Dingen, wie das aussieht. Ja, das ist schon interessant da unten. Ja, klar. Aber vor allen Dingen jetzt, es gibt ja UFOs, wenn man die so beschreibt. UFO, also unbekannte fliegende Objekte. Und es gibt ja auch diese USOs. Also diese Untersee. Die kenne ich. Die sind gut. Und die bewegen sich ja auch mit Geschwindigkeiten extern von 600, 800 Kilometer pro Stunde. Und noch höher. Ich dachte immer, bis zu drei Promille pro Stunde. Drei Promille pro Stunde. Ja, ja. Die USOs. Die USOs. Ja, ja. Das sind ja auch gesichtet worden. Also es werden ja immer wieder gesichtet, auch in bestimmten pazifischen Gruppeninseln. Da wird häufig diese Lichterscheinungen also von berichtet. Ja, wenn man schon mal so bedenkt, diese Kraken, die sie gefunden haben, die bis jetzt nur tot einen gefunden haben, was für Ausmaßen die Viecher hatten, das ist ja schon heftig. Ja, ja, das ist der Pottwal. Der geht ja da runter auf zweieinhalb Tausend. Ja, ja. Das musst du dir mal vorstellen. Und dann holt er sich einen Riesenviecher. Das ist ja seine Hauptnahrungsquelle. Das ist schon interessant. Der Pottwal? Ich dachte, die fressen nur Plankton. Nein. Der nicht. Nein, der ist ein Fleischfresser. Die anderen Wale, also die Bartwale, sagt man ja, sie haben einen Riesenmaul, aber der Schlund ist klein, da gehst du gar nicht durch. Die fressen eben den Plankton. Aber der Pottwal ist ein Fleischfresser, genau wie eben dieser Orca. Das ist ein Fleischfresser. Und der geht runter auf zwei, dreitausend Kilometer und dann holt er sich da unten diese Riesenkraken. Deswegen hat er auch diese Spuren an der Seite. Der kämpft. Ah, wieder was gelernt. Aber der Typ, der sieht da unten alles, der Pottwal über seinen Sonar. Das ist für den, wie wenn wir durch einen hellen Raum laufen. Das ist schon faszinierend, weil der alles gesehen hat. Also ich kann mir eigentlich vorstellen, dass da schon Mordkämpfe da unten sind, wenn so zwei Giganten aufeinander treffen. Ja, wie gesagt, ich denke mal schon, das wird ein Kampf sein. Aber der Pottwal, das wäre so, wie wenn ich jetzt in den Kindergarten gehe und ich hole den Stärksten aus der Gruppe verschisse und ich schieße den mal hin über den Platz. So denke ich mir, der Pottwal mit der Riesenkrake. Ja klar, der geht sehr lang. Aber pass auf, der Kleine hat einen gefährlichen linken Haken. Ja, einen ganz gefährlichen linken Haken. Deswegen macht der Pottwal in den Augen zu. Nee, der ist schon richtig. Ich denke mal, das ist kein Riesenkampf. Das glaube ich nicht. Problem ist eben halt, wenn Pottwale geboren sind, dann haben die natürlich noch nicht die Fähigkeit, in solchen Tiefen zu tauchen. Also die Ernährungskette, die Nahrungskette, die müssen ja trainieren, bis sie erst mal auf diese Tiefen gehen. Das sind ja Abnötaucher. Und der Druck ist ja, man muss sich ja vorstellen, bei zehn Meter verdoppelt sich ja schon die Drucksituation. Bei hundert Meter hast du den zehnfachen Druck, tausend Meter hundertfachen Druck. Wie viele Tonnen da auf dem Körper wirken? Das ist ja schon irre. Irre. Ja, das ist ja bei denen alles erlernt. Das ist ja genauso wie bei den Orcas, die sich die Seehunde oder so vom Strand wegholen. Das bringen die Jungen ja bei, wie das funktioniert. Ja, und faszinierend ist auch, wenn die dann ihren Kindern beibringen. Also den Jungen bringen die bei, wie man mit den Robben umgeht. Die schmeißen die ja in der Luft und was denn nicht alle machen. Aber wenn dann die Kleinen genug gelernt haben und die haben jetzt noch eine Robbe sozusagen über, da gibt es auch Berichte drüber, dann nimmt er die auf die Schnauze und fährt die Robbe quasi an Land und lässt die frei. Und dann geht die wieder an Land. Habe ich auch gesehen. Irre. Oh, die machen so nicht extra was kaputt. Die töten nicht jetzt, weil sie da ist, sondern die nehmen dies wirklich jetzt, damit die Junge lernt. Der Junge muss lernen, eben sich zu ernähren. Und deswegen zeigen die Alten denen das. Wenn jetzt aber gelernt ist und die ziehen weiter und alle sind satt und ist noch ein oder zwei übrig, wird die an Land gebracht. Zack, wird nicht angefasst. Sorry, Robbe, war eine Unterrichtsstunde. Tut mir leid, mein Leben. Das ist aber interessant. Das wusste ich auch noch nicht. Ja, zum Beispiel auch der weiße Hai. Da ist zum Beispiel der Orca, der frisst den gerne. Der haut sich gerne mal den weißen Hai so als Häppchen rein. Gibt es da noch welche von? Ich dachte, die wären ausgestorben oder fast ausgestorben. Die kannst du da am besten für Südafrika beobachten. Ja, wie gesagt, die Orcas holen sie sich weg. Und die Orcas, wie gesagt, auch der weiße Hai selber, wenn der solche Opfer nimmt, der frisst ausschließlich die Zunge von einem Wal. Wenn die Orcas einen Wal töten, die töten ja auch andere Wale, so Buckelwale oder so, nicht die Alten, aber die Jungtiere. Und dann wird ausschließlich die Zunge gefressen. Mehr fressen die davon. Nur die Zunge. Vielleicht hat er einfach was Verkehrtes gesagt beim letzten Meeting, weißt du? Nein, nein, nur die Zunge, weil das ist ein Proteinreichste oder so etwas. Und der Rest bleibt dann eben liegen. Dann holen sich die anderen Teile da. Aber jetzt frisst die Zunge. Aber es ist schon richtig interessant, was sich da in den Weltmeeren abspielt. Ja, klar, auf jeden Fall. Ich denke mal, da geht ja mehr ab als auf Land. Weil man hat ja eben mehr Wasserfläche auf diesen Flacherdrundplaneten als auf Landmasse. Kann man ja auch so sehen. Wow. Deswegen wundere ich mich also, dass wir keine Themen haben. Also interessanter wäre es schon, im Wasser zu leben als auf Land. Und die Wahrscheinlichkeit, da zu überleben, ist relativ groß und auf Land relativ klein. Das kommt aber drauf an, was da ein Feinden im Wasser ist. Und wir als Menschen im Wasser haben schlechte Karten. Ja gut, jetzt so wie du jetzt bist, so wie man jetzt aussieht. Nicht nur du, sondern wir alle. Natürlich so, jetzt hättest du keine Chance. Nur die Areine, die Kieme, die wird nichts bringen, ist schon klar. Also so wie ich, ich würde ja immer oben treiben. Du bist der Karten. Deshalb gehe ich ja auch nicht an den Strand. Die versuchen mich dann immer, ins Wasser zu schubsen. Rettet die Wale. Aber ich denke mal schon, dass der Mensch sich irgendwann auch diesen Wasserraum zunutze machen wird. Und wird dort unterirdische, also unter Wasserstädte anlegen. Warum nicht? Ja, ich denke mal, dass die Meere auch jetzt außer vom Fisch abgesehen, mehr und mehr als Nahrungsquelle erobert werden. Nein, nein, das glaube ich nicht. Wir machen nicht. Erst Arbeitsplätze, erst machen wir das Meer dreckig, dann hinterher machen wir es wieder sauber. Also ich denke eher, die Nahrungsquelle für die Zukunft wird Protein sein. Das heißt also Insekten. Da gehe ich von aus, dass man sich jetzt weggeht von dem Proteintier, weil dann ist einfach Kosten-Nutzen-Faktor, ist einfach nicht gegeben. Wenn ich überlege, wie viel ich reinstecken muss in einen Rind oder in einen Schwein und den Nutzen nachher rechne, was ich daraus wieder erhalte für mich als Nahrung, dann sind effektiver Würmer und Kackelaken und alles an Insekten. Das ist wirklich effektiver. Die vermehren sich innere Häufigkeit, die sind von der Masse her, alleine die Ameisen, die haben die gleiche Masse oder sogar mehr als der Mensch auf diesem Planeten. Und die siehst du kaum, obwohl die da sind. Also da ist ein anderes Potenzial, ich denke schon, so auf Insektenbasis zu gehen. Ja, wenn du mal guckst, in den asiatischen Ländern ist das ja sowieso mit einer Nahrungsquelle. Ja, die nutzen die ja eigentlich ganz gut. Ich gucke mal, die Asiaten werden ja auch komischerweise gesünder älter als der Europäer. Irgendwie einen Sinn muss das schon haben. Ich glaube, in Japan gibt es ein Dorf, wo nur über 100-Jährige leben. Ich glaube, das war in Japan. Ja gut, es gibt auch so ein Phänomen in Italien. Also nicht jetzt Italien so als Landfläche, sondern abgeschlossen von Bergen, wo wirklich die Zivilisation keinen Austausch hatte. Da haben die sich, sag ich mal, in ihrem Dorf miteinander gepaart, also jetzt ohne Inzucht zu erzeugen. Aber die hatten eine Auffälligkeit in einem Protein, welches vierfach höhere Fettabwicklung hat. Die konnten also sich mit Öl zuschütten ohne Ende, also beim Kochen. Die konnten sehr fettreiche Nahrung nehmen, weil ölhaltige Speisen zu sich nehmen. Und der Cholesterin war bei denen immer exakt gleich, also supergeil. Dann hat man festgestellt, dass durch diese Mutation, das heißt also durch diese Vermehrung innerhalb der gleichen Gruppe, sich über die Generationen diese Genetik vererbt hat. Und dadurch konnten die einen hohen Cholesterinanteil aufnehmen, ohne dass das eine Schädigung für die verursacht hat. Wenn du die Mengen genommen hättest, du würdest nach ein paar Tagen umgehen, wäre sofort fertig. Und da gibt es auch hier in Italien, also das ist nicht jetzt nur asiatisch im Raum zu sehen. Also diese, wie sagt man, komischen Sachen, die gibt es eigentlich überall. Aber der asiatische Raum in der Regel ist älter, also der wird älter oder gesund älter. Hier bei uns kriegen die mit 60 irgendwelche Ausfälle schon, 70 Knubbel im Kopf, was weiß ich. Da kommen Beule am Körper und dann rennst du zum Arzt und lässt dich dann noch behandeln. Und dann kriegst du noch die Chemos und den ganzen Dreck und dann bist du eh am Arsch. Ja, wenn du das siehst, hat da so 60, 70-Jährige noch auf den Reißhaltern rumtonen, als wenn es normal zu der Welt wäre. Und ja, ich meine, man muss auch dazu sagen, die sind ja auch ein bisschen anders konditioniert. Wenn die morgens zum Beispiel in einer Firma antreten, der erste Job ist erstmal gemeinschaftlicher Sport. Die setzen sich da hin, machen ihren Tai-Chi oder wie auch immer an der Bewegungsgymnastik und so weiter. Das ist bei denen völlig normal. Wenn du da hier mit anfangen würdest, dann würden die Leute sagen, soll ich mich bewegen? Bist du verrückt? Das ist auch so. Ich glaube nicht mal, dass das nur ist, weil wir zu faul sind. Ich glaube, wir sind auch zu finanziert, wenn du da in so einer Gruppe bist, wo du dann, was weiß ich, Tai-Chi oder so machen sollst. Ja, ich weiß nicht, aber ich meine, organische Firmen, die hier ansässig sind und die haben also uns beschäftigt, wir machen das auch mit. Die machen das ja alle, dann machst du halt ja auch mit, aber wir sind einfach zu faul. Wir bewegen uns doch gar nicht mehr, schau doch mal raus. Du fährst mit dem Fahrrad, wenn du noch Fahrrad fährst, aber du fährst mit dem Roller, also wie der Knacki, der direkt sagt, der bewegt sich da auch nicht. Der setzt sich mit dem Licken Arsch auf dem Roller und fährt von da nach da, fünf Meter. Ich fahre auch Roller. Ich fahre auch Roller. Aber ehrlich gesagt, wenn ich das so sehe in Berichten und so, wie so alte Herrschaften in Japan da Tai-Chi im Park machen, ich weiß nicht, ich kenne mir da blöd vor, obwohl ich Tai-Chi sehr toll finde. Ja gut, in unserem Raum, wenn du dich jetzt alleine auf die Wiese stellst und machst da solche Bewegungen, klar, dann gucken die Leute erstmal, was macht er denn da? In den asiatischen Räumen ist das völlig normal, das ist so wie hier, wenn du shoppen gehst oder was weiß ich, so wie hier, wenn du ein Bier auf der Straße trinkst, völlig normal. Da stehst du an der Haltestelle und kippst dir da eine Kanne da rein, stört ja auch keinen mehr, macht das mal woanders. Ja, ja, schon richtig. Da liegt mehr an uns, wie gesagt, liegt ja auch an dem selber. Mir geht immer schön zu sagen, ja, man müsste mal eine Medizin mehr machen, damit wir fitter werden, das stimmt ja gar nicht. Eigentlich muss man an sich selbst arbeiten, um fit zu werden oder um sich gesund zu halten. Genau, das wollte ich gerade sagen. Da gebe ich dir vollkommen recht, auch wenn ich eine faule Sau in der Hinsicht bin, das gebe ich also hundertprozentig. Wenn ich mehr für mich selber tun würde und mehr Sport oder sonst was machen, ging es mir wahrscheinlich auch was besser. Willi, hat deine Tochter sich mittlerweile wieder eingekriegt? Ich bin gerade am gucken, ob sie schreibt, aber ich habe sie noch nicht gesehen. Ich habe eben mit ihr telefoniert und sie hatte richtig Spaß. Sie sagt, wir hätten ihr den Tag gerettet, wie sie mit dem Bus da auf dem Weg war. Wäre sie eigentlich sehr mies drauf gewesen, aber danach hätte sie Spaß gehabt. Okay, gut. Und übrigens, Pauline, sie findet deine Stimme sehr nett und sehr schön. Sie würde so beruhigend wirken. Ich bin ganz passungslos. Nee, es war. Ich habe eben noch mit ihr telefoniert, hat sie mir das noch gesagt. Wahnsinn. Wie gesagt, ich finde immer, ich klinge wie Mickey Maus. Nee, nee, sie sagte ehrlich, wortwörtlich, du hättest eine sehr beruhigende Stimme und sie fände die sehr schön. Hui, danke schön. Richte immer einen Dank aus. Du kannst, wenn sie hier, musst du mal drauf gucken. Ich sagte, ich schreibe dir dann hier im internen Chat, wer das ist und dann kannst du das ja nochmal wiederholen. Ich stelle mir so immer vor, die beiden hier, Mozart und Pauline als Pärchen und die beiden in der Fachdiskussion über Zwergenheilkunde oder sowas. Naja, da musst du das aber vorher durchsuchen, ob sie keine Waffen dabei haben. Ja, wollte gerade sagen. Du sitzt hier mit deinem Wikipedia-Eintrag und denkst du, wo das will man rüber. Nee, also ich finde, der Mozart ist eigentlich, also ist sehr intelligent und weiß sehr viel. Das Einzige, was mich an dem stört und das macht mich auch manchmal echt buschig, also sehr nervös, ist, dass der Mann keinen ausreden lässt und wenn er was weiß, dass er wie so eine Furie dazwischen schießt. Jetzt hast du Mozart, jetzt bist du im Arsch. Ja, das soll keine Beleidigung sein, das ist meine Meinung. Wenn Willi einmal Maß genommen hat, bist du normalerweise verloren. Nein. Aber ich habe mich doch in den letzten Hänger, also muss man wirklich sagen, zurückgenommen. Ja, wie zum Beispiel heute Abend, also ganz toll, ehrlich. Also ich würde sagen, den Markt schicken wir, glaube ich, jetzt langsam ins Bett. Du musst jetzt nur noch dein Mikro anmachen, dann klappt es auch. Ja, aber du hattest wirklich, oder hast ab und zu Zeiten, da könnte man dich ja schlagen, wirklich. Ohne Quatsch. Ja gut, man muss jetzt mal ein bisschen. Lass mich mal ein bisschen ausdrinken, dann hau ich ab. Ja. Vielleicht muss man dabei auch ein bisschen berücksichtigen, ich bin ja nun mal in einer anderen Jobtätigkeit unterwegs und da kriegst du manchmal Sachen mit und die kompensiert man gar nicht, wenn man zu Hause ist, ja. Da kriegst du Sachen mit und wenn dann der Knacki oder auch andere hier Thematik haben und die bringen das alles so über den gleichen Kamm und sagen, ja wie ist dir das schon mal passiert, ist doch gar nicht so schlimm und da, 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 da. Moment, da habe ich dir gleich was zu sagen. Dann kommt richtig, dann kocht er den Eim und sich dann ruhig zu halten ist erst mal schwierig und der zweite ist, wenn man nicht Redezeit bekommt, wenn man nur zehn Sekunden oder acht Sekunden und dann geht schon wieder einer dazwischen und man kommt eigentlich gar nicht den Satz zu Ende zu bringen. Das bringt einen hoch. Das hat mich immer hochgebracht. Das versuche ich einfach jetzt, indem ich einfach ruhig bin, dann fertig. Aber das machst du ja genauso. Das ist das Problem, verstehst du? Dass du dann deinen Frust, den du über den Tag vielleicht hast und lernst, wo ablassen, schon hier ablässt, ist ja vollkommen okay und ist auch voll in Ordnung. Aber dass du dann da manchmal echt, da hatte einer den Satz noch nicht halb gesprochen, da bist du schon dazwischen und... Naja, man weiß auch manchmal, was kommt, ne? Was heißt ja, was kommt. Wie gesagt, man weiß schon, was kommt. Aber die Leute sind heute nicht mehr in der Lage, dieses auszusprechen, weil durch dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist ja schon vieles gehandelt worden. Die Situation in der Politik hat sich ja so gewandelt, du darfst ja dich schon gar nicht mehr richtig äußern, dann stehst du ja schon mit einem Bein im Knast. Die Leute kriegen mal mehr Angst und so weiter. Und das ist eine Situation, die sich hier entwickelt. Jetzt gibt es so eine identitäre Bewegung, die mal ins Mittelmeer fährt und jetzt anfängt aufzudecken. Plötzlich wenden sich alle Wenderhälse, auch die Zeitungen, die Nachrichtensender. Plötzlich wird auch darüber berichtet, dass das doch nicht so richtig ist, was da unten gemacht wird mit dieser Schlepperei und so. Aber den Kahn haben die gerade in Italien festgesetzt. Eben, das hat man festgesetzt. Aber wodurch wurde das im Publikum? Das hätte man uns doch nie erzählt. Wenn die vor Ort wären und hätten berichtet, was jetzt tatsächlich in Lampedusa passiert, wo die Leute hin verschifft werden, obwohl die ja immer noch täglich da genauso ankommen wie vorher auch. Das ist ja immer noch das Gleiche. Das wird nur in den Öffentlich-Rechtlichen nicht publiziert, weil die Leute mittlerweile Angst haben, welche Wortwahl nehme ich jetzt? Darf ich jetzt überhaupt noch so etwas sagen wie Wirtschaftsmigrant? Das ist zum Beispiel, da komme ich in die Kahane-Stiftung. Jetzt bin ich schon auf dem Index. Nur durch dieses Wort Wirtschaftsmigrant, ja? Ja, die hat die Stasi irgendwie nicht abgelegt. Ja, ist in der Tat. Und da muss man sich langsam anisieren. Ist das Deutschland? Sie hat genau das gemacht, was ich immer prophezeit habe. Ich weiß nicht, wie lange das her ist. Ich habe den Artikel irgendwann jetzt die Tage mitgekriegt, dass sie quasi alle Verschwörungstheoretiker mit Flacherdlang gleichsetzt. So, guck mal, das sind Verschwörungstheoretiker. Das heißt also, alles andere ist auch nur Spinner. Ja, es gibt ja auch die sogenannten Selbstverwalter. Es gibt die Reichsbürger. Das sind ja auch diese Gruppen, die jetzt beobachtet werden. Ja, wenn du jetzt hingehst und im Internet dich nur informierst und du gehst auf Seiten von Joe Conrad und der hat da seiner Spezies sitzen und die erzählen ja etwas von diesem sogenannten gelben Schein. Wer? Und du guckst dann irgendwo andere Seiten und da wird auch von diesem gelben Schein erzählt. Dann kommen manche Leute wirklich auf die Idee und beantragen ihre Abstammung über diesen gelben Schein. Machen die dieses? Sind die schon auf der Liste? Sind die jetzt im öffentlichen Dienst zum Beispiel beschäftigt als Polizist? Dann kriegen die ein Dienstenthebungsverfahren an die FUT. Dann wird sofort die Waffe entzogen und die werden entlassen. Fertig. Nur weil die den gelben Schein beantragt haben aufgrund einer Internet-Aussage, weil da jemand saß, wo sie meinen, das stimmt jetzt, was er da erzählt. So, Gabi, ich habe dir nicht für mal geschickt. Das kann doch nicht verboten sein, einen Staatsangehörigkeitsausweis anzufordern oder was? Ja, du musst nur deine Geburt nachweisen, also mit dem gelben Schein, Rustag. Und hast du gesehen, ich weiß nicht, ich habe mit so einem Scheiß ja nichts zu tun. Aber wenn Leute sich damit auseinandersetzen und wirklich dahinter kommen, was ja wohl in der Tat so ist, dass in dem Moment echt scheiße läuft. Und die fangen jetzt an, sich damit auseinanderzusetzen und auch noch zu öffnen, indem die etwas beantragen. Dann wird die da an der Stelle gemeldet und dann hast du irgendwelche Probleme. Aber ich finde aber auch diese Radikalisierung, diese geistig Amputierte und auch dieses Verbale ist im Internet schon sehr auffällig, muss man wirklich sagen im Moment. Ja, sicher. Ja, es geht ja, ich rede jetzt nicht von Beleidigungen oder von wirklich extremsten Dingen, sondern es geht nur über Diskussionsebenen. Wenn man jetzt sagt, was jetzt hier gerade passiert, finde ich nicht gut, weil, zack, und du kommst in eine Diskussion rein. Dann gibt ein Wort das andere und plötzlich stehst du schon irgendwo auf einer Liste. Das ist nicht genehm, verstehst du? Das ist einfach nicht genehm und ich weiß nicht. Ja, aber ich denke mal, wenn du... Das wird in eine ganz, ganz, ganz gefährliche Richtung, finde ich. Aber wenn du so weit bist, dass du so einen Scheinbeantrag hast und auch mit dem System an sich sowieso abgeschlossen hast und wenn die Leute recht haben, dann ist es tatsächlich so, wenn du diesen Nachweis hast und das ist eben nicht der aus Nazi-Deutschland, sondern noch eine so früher oder so, dann sind wohl die deutschen Gerichte überhaupt nicht mehr für dich zuständig, weil du dann eben keine zu verwaltende Person bist, sondern weil du ein Mensch bist. Und deutsch, also BRD-Gerichte können wohl angeblich nicht über Menschen urteilen, weil sie kein Staat sind, bla bla, keine Ahnung. Ich glaube, so habe ich das richtig verstanden damals. Ja, aber darum geht es dabei bei diesem Schein. Erstmal gar nicht. Es geht einfach darum, für eine Behörde geht es einfach darum, wir haben jemanden bei uns beschäftigt, der die BRID oder die BRD nicht anerkennt. Darum geht es. Wenn ich einen gelben Schein beantrage, ist das die gleiche Aussage, wenn ich sage, die Bundesrepublik Deutschland ist für mich nicht existent. Wir haben hier keine Grundgesetzlage, wir haben hier keine Rechtmäßigkeit, weil wir kein Hoheitsgebiet haben, beziehungsweise wir haben hier kein Gebiet, wo etwas so passieren darf, wie jetzt eben die Polizei macht. Und das ist alleine schon die Aussage, wenn ich mich melde und ich hole mir diesen gelben Schein, dann bin ich kein Reichsbürger, sondern ich bin Selbstverwalter. Dann bin ich eingeschickt. Und dann habe ich einfach mit der Aussage, dass die BRD für mich nicht gültig ist. Also kann ich natürlich auch nicht in der BRD-Gerichte arbeiten als Polizist. Das ist eben nicht die Aussage. Also sagt man sich, wenn du jetzt eben nicht glaubst, dass die Bundesrepublik existent ist, dann kannst du auch für uns nicht arbeiten und dann kannst du nach Hause gehen. Ja, gibt Sinn, ne? Aber das wird beim Joe Conrad nicht so vermittelt, weil der erzählt nämlich, wenn man den gelben Schein nicht hat, dann wäre nämlich jetzt in diesem Jahr, würden die Gesetze so fallen. Die sind ja 1917 so gegründet worden, die sind 99 Jahre oder 100 Jahre gültig und jeder Besitzstand wird jetzt fallen in diesem Jahr. Das heißt also, alle Häuslebesitzer, die haben jetzt auch, wenn sie einen Grundbucheintrag haben über ein Katasteramt, das ist nicht mehr deren Eigentum. Das wird jetzt wieder auf dem Markt offengelegt, also Ende dieses Jahres. 2018 ist dein Grundstück jetzt wieder offen. Dann kann jetzt der Amerikaner, der Chinese, was weiß ich, der kann jetzt dein Grund kaufen, dein Haus steht drauf und jetzt musst du halt nochmal bezahlen. So ein Blödsinn wird da erzählt. Aber der Amerikaner und der Chinese brauchen das doch nicht kaufen. Die haben Flugzeugträger, die nehmen sich das einfach. Nein, das darf ich jetzt meinen. Du kaufst dir ein Haus, das ist ein Frank-Lasch und plötzlich sagt man dir, das gehört hier gar nicht mehr. Die Probleme sind ausgelaufen und jetzt ist halt wieder offen auf dem Markt und da können andere sich wieder erwerben. Oder du selber. Dann zahlst du nochmal dafür. Und scheiß glauben die. Und da fallen viele drauf rein und die lassen sich damit täuschen. Und was haben sie dadurch? Riesenprobleme. Und das finde ich schon, muss man sagen, ist sehr bedenklich, die ganze Situation. Ich habe mich mal mit dem gelben Schein beschäftigt. Ich wollte den mir eigentlich auch mal holen. Aber ich habe mich da mal genau erkundet und andere Seiten gehört und habe es dann gelassen. Also du musst nachweisen, dass deine Familie seit 1930 in Deutschland ansässig war oder ist. Ja, wieso musst du das nachweisen? Ja, keine Ahnung. Ja, eben, keine Ahnung. Das wissen die meisten nicht. Warum soll ich das nachweisen müssen? Ich bin ja hier ansässig. Warum soll ich jetzt meine Eltern schon 50 Jahre oder 100 Jahre in Deutschland leben? Gabi, magst du da irgendwie eine Leisterbeschwürung nehmen? Das ist ja das Problem. Die vermischen immer, sie sagen immer, dass die aktuellen Gesetze alle gar nicht gültig sind, weil die BRD ja überhaupt kein Staat ist. Verweisen dann aber auf diese Gesetzestexte, quasi wie man sich verhalten müsste, um nach den aktuellen Gesetzestexten dann die alte Staatsbürgerschaft zu kriegen. Das ist total unlogisch irgendwie. Also finde ich so. Ja, da ist ja nicht so. Auch wenn die sagen, die BRD ist kein Staat, haben sie ja vollkommen recht. Deswegen heißt das ja BRD, Bundesrepublik Deutschland. Ist ja auch kein Staat. Ist ein Verbund von Ländern und das ist eine Republik. So. Aber worauf die mal ausgehen, ist auf 1989. Das war also die DDR. Wir hatten also eine Spaltung in diesem Land und wir hatten ja keine Verfassung mehr nach eben diesem Zweiten Weltkrieg. Nach dem wasser Waffenstillstand wurde ja keine Verfassung ausgerufen. Da wurden ja so Behelfsgesetze gemacht, dieses sogenannte Grundgesetz. Und wenn jetzt eben die Friedervereinigung stattfindet, Ost und West kommt zusammen, dann hat das deutsche Volk eben die Möglichkeit, eine Verfassung auszurufen. So. Und diesen Term hat man einfach lediglich übergangen. Und darauf reiten die jetzt alle da im Netz rum seit 1990. Weil eben, das ist natürlich passiert, aber das ist nicht jetzt so ausgerufen worden, wie die Leute sich das eben vorstellen, dass jetzt jeder Bürger befragt wird. Alle 80 Millionen mit Pass werden jetzt gefragt. Emma, wie sieht das aus? Ich habe mir mal vorgeschrieben, die 500 Seiten, lest jemand durch, bist du dafür oder nicht? Das macht man natürlich so nicht. Natürlich nicht. Da wird schon gehandelt. Und deswegen redet man ja auch immer von Verfassung. Das ist aber das Grundgesetz. Aber diese komische Reichsbürgerdebatte und dieser ganze Scheiß, der hier gerade läuft, der geht ja auch bis zum kleinen Polizisten. Die haben ja, glaube ich, gestern so einen 23-Jährigen erschossen, der mit seiner Mama da ein bisschen Kravagel-Rude hatte. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, wir kriegen so amerikanische Zustände. Hier wird erst geballert, dann gefragt. Ja, gut, die Polizei ist aber die Letzte, die sofort schießt. Also unsere Polizei. In Amerika sieht es ja nur anders aus. Wenn ich da auf Nachtschicht gehe, verabschieden die Jungs sich immer von ihren Frauen, wie wenn sie morgen nicht wiederkommen. Da weiß man nicht. Bei einer kleinen Verkehrskontrolle kann ja passieren, dass die Pumpgun ins Gesicht gerührt. Gibt es eigentlich einen Terroristen, der überlebt hätte? Bitte? Gibt es eigentlich einen Terroristen, der überlebt hätte? Die sind doch alle niedergestreckt worden. Da ist keiner gefragt worden. Oder befragt worden. Wer ist niedergestreckt worden? Aber da ist ein anderer Typ. Die Terroristen, die sind doch alle eigentlich niedergestreckt worden. Also zu einer Befragung wird da nie was kommen. Ja, also ich finde eigentlich das Interessante bei diesen Reichsbürgern ist, dass der Stachel scheinbar wirklich sitzt. So wenig Leute und so viel Gegenwehr, schon gut. Ja, aber das kann man ja dann auf die eigenen Bürger auch anwenden. Das ist dann ein Staatsgefährder und zack, ist man weggeschossen. Machen Sie ja. War ein Gefährder. In Bayern haben sie gerade die unendliche Haft eingeführt. Da können sie sich von der Straße wegpicken. Oder bist du erstmal auf der Weg? Ich glaube, das ist in Österreich jetzt auch. Polizei und das macht nicht die Polizei, sondern die Gesetzeslage. Und das machen diese Minister, das machen halt diese Politiker, die im politischen Amt sitzen. Die stilpen uns dieses über. Die Polizei ist eigentlich nur eine ausführende Gewalt. Die muss das tun, was die Spacken da oben bestimmen. Nee, der Polizist hat doch, du bist doch auch moralgebunden als Polizist. Nein, du bist weisungsgebunden. Ja, Moment, aber das ist doch wie bei der Bundeswehr. Da sagen sie dir auch, wenn du den Befehl nicht akzeptierst und der moralisch verwerflich ist, dann schiebst du halt nicht. Dann wirst du ja schon so. Du kommst aber trotzdem erstmal in den Kaffee Viereck. Nein, man muss das jetzt auch wieder differenzieren. Wir reden hier von der deutschen Bundeswehr. Wir haben ja keinen Kriegsfall, keinen Ernstfall. Wenn du natürlich im Kriegsfall, im Ernstfall unterwegs bist mit deiner Gruppe und dein Unteroffizier sagt dir, ich gebe dir Befehl, mach mal. Du tust das nicht, dann erschießt er dich. Das ist eine Befehlsverweigerung, die du durchführst und dann hat er auch die Aufgabe, beziehungsweise auch das Recht, dich zu erschießen. Das ist in jedem Land so. Das ist in jedem Land so. Das ist in jedem Land so, ja eben. Deswegen wird auch keiner hingehen und verweigern. Der Soldat verweigert natürlich nicht, wenn er den Befehl kriegt, jetzt etwas zu stürmen. Dann wäre er ja kein Soldat. Das ist ja die Abwehr. Das ist ja kein Angriff, sondern eine Abwehr. Naja, wenn ich was stürme, ist es ein Angriff. Dann ist es ja keine Abwehr. Naja, ja, aber wenn ich jemand jetzt... Auch bei einem Verteidigungskrieg musst du manchmal irgendwas stürmen. Also eine dumme Diskussion. Wie gesagt, ein Kriegsfall ist eine ganz andere Situation wie der Regelpolizist, der im Regelstreifendienst jetzt unterwegs ist. Wenn der jetzt eine normale Verkehrskontrolle macht und der hält dich an und fragt nach deinen Papieren, der hat jetzt einen sogenannten Reichsbürger vor sich, der das Fenster auch nur noch ganz spalt nur aufmacht, dann wissen die schon, ach du Scheiße, wieder einer von den Vögeln. Und dann fangen sie an. Legitimieren sie sich bitte, zeigen sie mir bitte ihren Ausweis, ihren Dienstausweis. Den haben die natürlich, aber die haben ja keinen Beamtenausweis mehr, weil es das auch nicht mehr gibt. Und dann reiten die da drauf, sehen sie, sie sind kein Beamter, also haben sie auch kein Hoheitsrecht, deswegen muss ich mich auch nicht bei ihnen ausweisen. Und dann geht er in eine Diskussion und da hat er da draußen seine Nachtschicht, seine acht Stunden, man hat keinen Bock mehr drauf. Er sagt sich, was, weil ich unterhalte mich mit dir jetzt gar nicht, ich setze das Ding an jetzt hier fest, du fährst jetzt immer weiter und Arschlecken, jetzt bleibst du einfach hier stehen und fertig. So ist das. Den nimmt er jetzt in die Knarre raus und erschießt dich jetzt, nur weil du jetzt deinem Auto deinen Ausweis nicht zeigen willst. Das ist ein Ammenmärchen, was hier erzählt wird, das stimmt doch alle nicht. Nein, aber die Angst wird so schwer. Die schießen, also unglaublich, die schießen gar nicht. Da hat doch jeder Schacko Angst vor, der mal seine Knarre da benutzen will, weil der weiß ganz genau, wenn ich das Ding in die Hand nehme und ich bin nicht näher als einen Meter dran, dann bin ich sowieso am Arsch. Ja, da glaube ich auch, dass nicht jeder Polizist oder kaum ein Polizist gerne schießen würde. Ja, und selbst wenn, er traut sich ja gar nicht, weil dann kommt nachher die Kühnast um die Kurve und sagt, ja, hätten sie nicht besser ein Knie schießen können. Das waren allerdings die, die auch die Munition der Polizisten runtergebrochen haben. Und das heißt, die haben gar nicht mehr so eine hohe Treibleinung, die Wucht ist gar nicht mehr da. Das heißt, selbst wenn du in den Körper schießt, der stoppt gar nicht, der Typ, der läuft nach zwei Minuten weiter. Das sind ja bessere Luftgewehre, die die da haben. Das messert ja schon nicht mehr. Und deswegen, da geht hier keiner hin. Also das sind alles Ammenmärchen, die da im Internet kursieren, dass der Polizist jetzt schießfreudig ist und er hält dich an und er schießt dich sofort. Also so ein Blödsinn. Nein, das nicht. Aber sag mal, die Berichterstattung, so reichsbürgertechnisch und Gegenwehr und Verbindung ist nicht gern gesehen. Ja, aber die haben sie doch wirklich nicht mehr alle. Pass auf, es gibt doch bestimmte Auflagen, die muss man doch einhalten. Das heißt also, wenn du jetzt in deinem Privatbereich bist und du verbindest jetzt das, dass das dein Privatbereich ist, und du verbietest jetzt jemandem eine Filmaufnahme zu machen, dann hast du doch da recht dazu, oder? Das ist doch dein Raum. Und wenn der jetzt aber eine Brille aufzieht und da ist eine kleine Kamera drin, der setzt sich jetzt mit dir in den Raum und nimmt die Aufzeichnung jetzt auf, also der unterhält sich mit dir und zeichnet dieses Gespräch auf, geht anschließend raus und veröffentlicht dieses im Netz. Fändest du das gut? Nein, natürlich nicht. Super, und das machen die aber. Die gehen also in die Gerichte rein, die stören also diese Amtsordnung, indem die auch diese heimlichen Aufnahmen fabrizieren und dann wird dieses mit dem Palawa dann im Internet veröffentlicht. Und dann wundern sie sich, wenn dann Staatsorgane kommen und sagen, pass mal auf, wir haben eine Gerichtsbarkeit, das heißt also, im Gericht darfst du nicht filmen. Das geht nicht. Und du hast dich also gegen geltendes Recht, hast du dich verhalten und da wirst du jetzt für abgekanzelt. Da regen sie sich auch wieder auf. Verstehst du? Und das meine ich, die meinen, die dürfen alles tun. Nur weil sie jetzt diesen komischen, kruden Gedanken besitzen, dass wir keine Gesetzmäßigkeit mehr nehmen. Aber mal jetzt eine blöde Frage. Warum darf im Gericht nicht gefilmt werden? Weil das ist eine Krankheitsrechte. Das ist doch klar, du willst ja auch nicht gefilmt werden, wenn du als Angeklagter da sitzt, hast du ja auch keinen Bock. Du kannst ja nachher freigesprochen werden und das wird nachher so dargestellt, als wenn du doch gewesen bist. Und dann stehst du voll am Arsch in der Öffentlichkeit. Das will man natürlich nicht. Ja gut, aber den könnt ihr ja zum Beispiel als... Jetzt nicht hätte, wenn und aber. So, was ist mit dem... Zeichnen, das darfst du. Du darfst keine Fotos machen, du kannst ein Bild malen und du kannst einen schriftlichen Protokoll führen. Das darfst du tun. Kein Problem. Was ist mit dem Herrn Wallraff? Der macht doch nichts anderes. Gunter Wallraff? Ja. Wenn er das vor Gericht macht, wird der genauso auch angeklagt und dann hat er auch gegen die Gerichte... Aber der macht zwar Unternehmen, der schleicht sich ein, der veröffentlicht Betriebsgeheimnisse. Also selbst die Arbeitsbedingungen sind ja ein Betriebsgeheimnis einer Firma. Ja, und deswegen hat er ja auch Gerichtsverfahren laufen. Er macht natürlich seine Kohle durch den Verkauf seiner Bücher ganz unten und so weiter, weil er das alle hatte und so weiter. Natürlich macht er sein Geld damit, aber natürlich kriegt er auch mit Rechtsanwälten zu tun und hat da eine riesen Rechtsabteilung, die er bedienen muss. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Ja, denn jetzt... Guten Morgen. Nacht. Ich bin auch Wachhaus. Ich habe mir auch ganz wie Auerrücken. Ja, alles gut. Machen wir eine kleine Runde, alles gut. Ja, wünsche euch noch viel Spaß. Schönen Abend noch, ne? Tschö. Schönen Abend. Sind die Arschlöcher mal weg, da haben wir endlich mal Redezeit hier so. Ja. Kommen wir einmal zu Wort. Ja, man muss ja zwei Augen sehen. Wie gesagt, eine wird immer so berichtet, es ist alles ganz böse hier, was hier in Deutschland läuft, alle sind dagegen. Ja, okay. Ich meine, was wirklich böse ist, ist wirklich unsere Politik. Und zwar CDU, CSU in Verbindung mit SPD und Linke und Grüne. Das ist wirklich ganz böse. Da bin ich auf jeder Seite auf jeden Fall dabei. Also so weit, wie wir das jetzt in den letzten zehn, acht, acht bis zehn Jahren hatten, so weit kennt Deutschland eigentlich gar nicht. Da braucht man keinen Krieg mehr führen. Bei der Parteienlandschaft, dann, also schneller sich zu vernichten, geht ja schon gar nicht mehr. Unglaublich. Und die Leute machen das alle noch mit. Ja, noch. Wie gesagt, die Betonung liegt beim noch. Jetzt guck mal, die OSZE, die kommt jetzt als Wahlbeobachter nach Deutschland für die Bundestagswahl. Sind also eine andere Republik. Ja. Ja, die kommen. Das steht fest, die kommen jetzt zur Bundestagswahl, wird OSZE eingesetzt und die schicken Wahlbeobachter. Ja, aber glaube ich, nur drei Stück oder so, mehr ist es nicht. Nur drei, ja, ist klar. Ja. Natürlich nicht. Ja, dann bringt das auch wieder nichts. Das ist ja Quatsch, das ist ja Blödsinn. Du kannst doch nicht drei Menschen schicken für eine Bundestagswahl, was soll denn der Scheiß? Nein, die Leute, die die AfD wählen, die sind jetzt mittlerweile auch so clever geworden und gesagt, ich bin jetzt bei der Auszählung erstmal dabei, ich schaue mir das erstmal vor Ort an. Welches nachher dem Wahlleiter da über Telefon übermittelt wird, welche Zahl sind die natürlich nicht wieder vor Ort. Aber dadurch, dass jetzt so ein Aufwind gemacht war durch die Landtagswahl in NRW, muss man wirklich sagen, ich denke, die Wahlhelfer überlegen sich jetzt zweimal, ob die nochmal diese Scheiße da durchziehen, wie sie es bei der Landtagswahl gemacht haben. Und das ist auch nicht richtig, sagen wir mal so, das ist eine demokratische Partei. Man kann zur AfD stehen, wie man möchte, aber das geht nicht. Man kann nicht als Bürger hingehen und Recht in seine Hand nehmen und sagen, ich bin der Oberdemokrat und ich entscheide jetzt hier, die anderen haben nichts zu sagen. Was die da wählen, ist mir scheißegal, ich entscheide. Dafür leben wir in einer Demokratie. Da müssen sie in der Diktatur ziehen. Da wird von oben bestimmt und dann machen sie es halt. Ja, aber in der Demokratie läuft das nicht. Da muss man sich auch mit dem Wahlergebnis, wenn AfD gewählt wird in der Mehrheit oder mit hohen Prozentzahlen, auch damit abfinden. Wir finden uns auch damit an, dass die Grünen immer noch im Bundestag sitzen mit ein paar Prozent, aber haben so viel zu sagen, dass die Millionen Menschen knechten dadurch. Guck dir den Dieselskandal an. Wir gucken mir auch zu, dass die Gesetze einfach gebrochen werden. Ja, beim Dieselskandal ist ja... Wir können da eben zugucken und das aufzeigen. Also beim Dieselskandal ist ja im Grunde eigentlich, wenn du dir überlegst, so ein... Also das ist Dieselschwachsinn, sage ich. Da kann ich eben ausreden, dass eben so viele Tanker auf dem Meer rumschippern und die verballern so 150 Tonnen Diesel am Tag. Die knallen viel mehr von diesem Scheiß hier bei uns rein und die Luft, kannst du mir nicht erzählen, dass die auf dem Meer bleibt? Nein, da geht ja um ganz andere Dinge. Es geht ja erstmal um die Produktion. Das heißt also, wenn ich in Erdöl... Das ist ja die Leute, die setzen immer so hoch an. Bei der Produktion eines Kraftstoffs braucht man zwingend voraussetzen, ist Erdöl. Ja, dieses hat man und dieses wird in der Raffinerie umgeklappt, das heißt umgesetzt. Dann gibt es also diesen Prozess und da gewinnt man im gleichen Verhältnis Benzin zu Diesel. Das kann man gar nicht verhindern. Abschaffen sollte, das heißt also keine Motoren mehr mit diesem Kraftstoff Diesel funktionieren. Wird die Raffinerie immer noch weiter genauso laufen wie vorher auch und die gleiche Menge Diesel produzieren, die sie heute schon produziert. Wohin denn jetzt damit? Rückst du das jetzt wieder in die Erde oder was? Da musst du riesen Tanks bauen, um das Zeug irgendwo zu lagern. Das ist der erste Schwachsinn. Der zweite Schwachsinn kommt, wenn ich jetzt hingehe und ich mache jetzt meine Motorleistung, ich verändere jetzt etwas am Motor, dass ich hinten nicht mehr NOx hinten rausblase. Dann verändere ich die Kraftstoffzugabe, beziehungsweise ich setze Zusatzstoffe hinzu. Dadurch entstehen wieder andere Giftstoffe durch den höheren Verbrauch. Dadurch produziere ich wieder ein bisschen mehr Feinstaub. Ich produziere vielleicht sogar, ja, in Schwefeld ist es ja nun mal schon, aber andere Giftstoffe, die sich dann daraus bilden. Das heißt, NOx ist zwar runtergefahren, was dir überhaupt nichts tut, dafür hast du wieder andere Stoffe gebildet, die dich richtig am Arsch bringen. Aber alle klatschen sie jetzt, weil sie sagen, oh, wir haben jetzt eine saubere Luft. Und dieses wird auch nicht passieren, weil die Messstellen sind so in Stuttgart auch angebracht, dass die an den Hauptverkehrswegen stehen und zwar an den ungünstigsten Stellen. Die sind immer über den Grenzwerten. Selbst wenn kein Diesel mehr da reinfahren würde, würden sich die Werte dort nicht verändern. Eine Straße weiter, 50 Meter nur weiter in der Nebenstraße sind die Grenzwerte unterschritten. Das ist ein Irrsinn, der da gerade läuft und die Leute laufen dem hinterher. Das ist eine Nebelkerze, die da gezündet wurde. Das ist alles im Vernichtungsmodus im Moment. Alles, was deutsch ist, muss vernichtet werden. Ob das die Autoindustrie ist, die Ingenieurstechnik, ob das die Politik ist, ob das die Menschen sind und die Wirtschaftsbezahlung, ist alles im Vernichtungsmodus. Und es wird noch geflutet mit Migration, mit Menschen, die hier nichts zu suchen haben und die sich hier noch nicht mal so verhalten, wie man eigentlich erwartet, wie Gäste miteinander umgehen. Das ist auch noch. Also im Moment steht alles auf Vernichtung. Und wenn du dieses äußerst, kommst du auf die Liste. Du darfst es einfach nicht mehr sagen. Du stehst schon mit einem Bein im Knast. Und das ist doch krass, oder nicht? Da müssen die Leute, das sehen ja auch die meisten, ja sehen das nicht, aber viele sehen das schon. Und ich habe eigentlich noch die leise Hoffnung, dass es sich jetzt zur Wahl ein bisschen verändern wird. Ich denke schon, ja. Unser Problem sind nicht die Bürger, unser Problem sind die Politiker. Das ist das Problem, genau. Die Bürger sind nicht das Problem, natürlich nicht. Die sind viel zu beschäftigt. Also die Leute, die beschäftigt sind im Job, die sind sowieso zu beschäftigt. Die Leute, die keinen mehr haben, haben eh schon resigniert. Das heißt also, du hast ja nichts mehr dazwischen. Der, der nichts mehr hat, sagt, mir ist doch scheißegal. Ich kriege da meinen Regelsatz Hartz IV. Die bezahlen mir meine Miete, meinen Strom. Mir ist doch egal. Macht doch, weil ihr wollt. Fickt euch. Der Typ, der da für seine Familie noch ein bisschen schaffen geht, der muss immer mehr ranholen, weil immer höhere Abgaben gestaffelt werden. Und so weiter. Jetzt kriegt er noch ein Dieselfahrverbot. Der hat sich mal so eine Kiste gekauft, vielleicht vor drei, vier Jahren. Einen Dieselmotor, Euro 5 und muss jetzt mit einem Fahrverbot rechnen. Also fängt er an zu versuchen, sein Auto zu verkaufen. Kriegt natürlich nichts mehr dafür, weil der Dieselmarkt eingebrochen ist. Dann wird der Anreiz gegeben, du kriegst jetzt 2.000 Euro, wenn du deine alte Karre abgibst. Der ist erst vier Jahre alt. Ist ja nicht alt. Man steht jetzt mitten in der Luft. Verstehst du? Die Minister haben jetzt mit den Kraftfahrzeugfirmen da einen Deal gemacht. Ja, dann machen wir einen Software-Update. Totaler Schwachsinn, ja. Totaler Schwachsinn. Dann kriegt man vielleicht maximal 25 bis 30 Prozent vom NOx runtergefahren. Dadurch ändert sich in den Städten gar nichts. Null ändert sich dadurch. Die Elektrotechnik ist hier in Deutschland gar nicht weit fortgeschritten. Im asiatischen Raum sind die wesentlich weiter. Man hat aber einen Einführstopp in Deutschland für asiatische Kraftfahrzeuge, die auf Elektrobasis laufen. Ich habe einen Freund, der ist Importeur. Der kriegt keine Genehmigung, weil die Leute, die Autos, die laufen da wesentlich effektiver im asiatischen Raum als in Deutschland. Der darf die aber nicht einführen. Darf er nicht. Er wird einfach geblockt. Was da erzählt wird draußen, ist das eine, was ihr glauben sollt. Die Realität draußen ist etwas ganz anderes und die sieht ganz anders aus. Ich glaube, der Inder, der hat auch irgendein Auto gebaut, irgendwie unter 2.000 Euro oder so. Das kriegst du auch nicht nach Deutschland. Nee, da kriegst du natürlich alles nicht herein. Wie gesagt, das ist eine Vernichtungswelle, die jetzt gerade läuft. Und die Leute laufen einfach jedem Schwein natürlich dorfgetrieben hinterher. Und das ist das Verrückte. Dann sucht man wieder die Schuld bei dem Autohersteller. Dann ist der wieder der böse Mann und so weiter. Ja, aber was wäre denn jetzt die Lösung zu so einer Geschichte? Der große Generalstreik oder was? Nein, die Parteien weg da. CDU, CDU, FDP, Linke, die dürfen nichts mehr zu sagen haben. Das wäre erst mal schon mal ein Anfang. Du musst keinen Generalstreik machen. Das ist ja Quatsch. Aber du musst solche Schwachsinsmaten da rausnehmen, die wirklich Schulabbrecher sind. Die haben noch nicht mal etwas gelernt. Die sind noch nicht mal richtig ausgebildet. Und die sitzen da im Parlament, ziehen sich eine Riesenkohle rein. Und jedes Jahr mehr. Jedes Jahr mehr. Und wollen uns maßregeln, wie wir uns zu verhalten haben. Und stellen bei uns die Schrauben immer fester, dass wir immer, immer kürzer treten müssen. Und wir wissen gar nicht mehr, wie wir uns zu bewegen haben. Wie lange soll denn so... Aber denen fällt das noch nicht auf? Bitte? Den wenigsten fällt es auf, dass die Wände immer mehr einen zu benutzen. Genau, die Karre hieß Tata Nano, genau. War, glaube ich, so ein Zweisitzer. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Elefantenrollschuh. Wie so ein Smart. Ganz günstiges Auto. Tata Nano. Ja, wie gesagt, wenn Sie mal die Schubladen richtig aufmachen würden. Die haben da ganz andere Techniken schon. Wir brauchen keine Verbrennungsmotoren mehr. Wir brauchen noch nicht mehr diesen Diesel und den Benzinscheiß. Wir brauchen noch keine Ölraffinerien mehr. Das ist alles alte Scheiße. Scheiße, das ist... Eigentlich braucht man Atom auch nicht, ne? Auch das nicht mehr. Ja. Und Atom. Das läuft eine ganz andere Technik auch. Aber es wird uns nicht an die Hand gegeben. Vielleicht haben Sie auch recht. Mittlerweile, also manchmal überlege ich mir die Sache auch und sage mir, weißt du was? Die Welt ist leider so verblödet, wenn man den Leuten solche Techniken an die Hand geben würde. Die würden nur echt Blödsinn damit machen. Vielleicht muss das wirklich so sein, dass so 75 Prozent, 80 Prozent von der Lebendmasse, die hier sind, einfach mal nicht mehr da sein müssen. Und dass sich das regenerieren kann hier. Dass wieder Verstand durchkommt. Vielleicht ist das das. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber es laufen immer mehr Idioten durch die Welt. Ja, blockiert. Blockiert sind die Leute. Durch was auch immer. Die gucken nur auf sich. Ja. Die gucken nur auf sich. Auf ihre Smartphones. Überleg doch mal. Alleine der Deal. Die müssen schon in den Straßen Lichter einbauen, dass Kiddies nicht überfahren werden, weil sie auf ihrem Smartphone gucken. Sie sehen gar nicht, dass sie eine Straße überqueren. Wie bekloppt ist denn das mittlerweile? Es ist traurig. Natürlich ist das traurig. Aber ja gut, traurig ist ein angenehmeres Wort als bekloppt. Da hast du vollkommen recht. Nur das ist erschreckend. Das finde ich erschreckend. Und das sind nicht die Generationen, die 60, 70 geboren sind, sondern das sind die Generationen, die 2000 geboren sind. Ja, das sind die. Die sind so weit von nicht mehr so wie wir. Das ist Existenz. Aber ich sage mal so, den Reset können wir ja jeder für sich selber trotzdem alleine machen. Dafür brauchst du den Staat ja nicht. Nein, kannst du natürlich nicht alleine machen. Da knacki, erzählt doch nicht immer so. Boah, klar. Nein, wer will das denn machen? Was denn? Willst du jetzt in eine Wiese setzen, die dir nicht gehört? Was willst du denn machen? Mach mal, du Reset. Mach mal. Als Beispiel, wie machst du das denn ab morgen? Gehst du aus deiner Wohnung raus und setzt dich irgendwo hin, was dir nicht gehört? Dann schmeißt dich jeder mal weg von seinem Grundschul. Wo willst du denn hingehen? Nee, habe ich da nicht. Aber vielleicht fängst du einfach mal an, mit dem Schädel wieder vernünftig zu denken. Das ist ja vielleicht mal ein Anfang. Denken tun wir ja schon vernünftig. Nur das ist Gedankenwelt. Aber die Praxis draußen, die sieht doch anders aus. Es werden immer mehr Gesetze beschlossen. Die Wahlen, die jetzt stattfinden, es wird immer mehr gegen eine Partei gewettert, die eben auch demokratisch ist, aber die noch einen vernünftigen Vorschlag zu bieten hat. Die zum Beispiel die Mehrwertsteuer von 19 auf 12 Prozent reduzieren möchte. Ist doch mal schon mal ein vernünftiger Vorschlag, oder? Ja, meinst du, die werden es denn tun? Snacki. Das ist ein Vorschlag. Es geht nicht darum, was die nachher im Endeffekt tun. Da muss man abwarten. Dann geht hin und wählt zu 51 Prozent die AfD. Und dann können die nachher ans Kreuznageln, wenn sie das nicht tun. Im Vorfeld zu sagen, meinst du, die würden das tun? Das wäre das Gleiche, wie wenn man sagen würde, warum würde ich die denn wählen? Dann mache ich lieber SPD, CDU, da weiß ich, dass die nichts tun. Das ist das Gleiche. Aber die haben vernünftige Vorschläge. Zum Beispiel die Mehrwertsteuer. Das ist nämlich, du zahlst mit deinen kleinen 380 Euro oder genauso 19 Prozent wie ich mit meinen 100.000 Euro. Ja. Wenn ich einkaufen gehe, du zahlst den gleichen Preis in der Mehrwertsteuer wie ich. Wieso? Ja, Sammelkragen. Und warum zahlst du dann noch Sozialabgaben? Warum zahle ich noch in die Kasse ein? Warum? Da gibt es schwedische Modelle, die laufen da viel besser. Da hat man eine höhere Mehrwertsteuer, aber man hat keine Sozialabgabe. Ja, in Deutschland gibt es... Da reicht ja genauso rein wie der Arm. Und das ist gerecht. Deutschland hat mit Schweden ja auch eine Menge gemeinsam. Wenn du hier nämlich deine Steuern nicht zahlst, kriegst du schwedische Gardinen. Das ist auch gut. Ja, gut doch. Da wird wieder lächerlicher gezogen. Ja, aber es ist doch doch eins so. Nein, das ist nicht so. Wie gesagt, die haben also sehr vernünftige Vorschläge, wenn man sich mit der Partei mal auseinandersetzt. Alleine die Mehrwertsteuerung. Ich glaube, ich glaube, die Systematik mit den Grenzen, das geht natürlich auch nicht so. Ja, Grenze, bla, wir müssen jetzt mal über den normalen Scheiß anfangen. Und da gibt es das, ich habe das schon tausendmal erklärt oder mindestens hundertmal, 10, 10, 10 nennt sich das. Die Lösung aller sozialen Ungerechtigkeit ist 10, 10, 10. 10 Prozent Abgabe von dem, was du verdienst als Sozialabgaben, 10 Prozent in die Rente, 10 Prozent in die Arbeitslosenversicherung oder Kranken. Und damit bist du durch. Bedeutet, der, der Hunderttausender zahlt, hat mehr und der, der Tausender zahlt, hat weniger. Ende, wie ich sage. So einfach Steuer. Und so gerecht kann das sein. Und nicht andersrum. Das heißt, hier unten, die, die am wenigsten haben, zahlen die meisten Steuern oder die, die am meisten wohl haben, zahlen die meisten Steuern. Da läuft doch was falsch. Das ist falsch, Nagi, das tun sie ja nicht. Das ist ja auch das Verrückte. Die Lohnsteuer ist nicht das, was uns jetzt den Lohn mindert. Das ist wirklich nicht viel. Die Lohnsteuer ist gar nicht groß. Also, die Koreaner haben gerade einen Fürth hier aus Berlin, glaube ich, oder so. Da gibt es einen riesen Ramazan. Ich würde, wenn ich an der Macht wäre, ich würde erst mal die Geisens zurückgehen nach Deutschland, damit die ihre Steuern hier bezahlen. Das steht schon mal fest, wie das Name in der Kirche. Und danach würde ich mich den nächsten vornehmen. Wie gesagt, das ist auch immer so. Das setze ich auch mal gerne an. Entweder mal auf die Leute gezeigt, die jetzt da mal in Monaco leben oder jetzt wie die Geisens in anderen Ländern gemeldet sind. Die haben natürlich 100, 200 Millionen Euro da liegen. Aber mal andersrum. Wir haben wirklich, wirklich, wirklich Rieseneinnahmen in diesem Land. Und die werden auf der anderen Seite für Schwachsinn sowas von riesig ausgegeben. Da sollte man mal ansetzen. Es geht nicht darum, dass Leute, die super reich sind, hier wenig bezahlen. Darum geht es nicht. Es geht einfach darum, dass diese Riesenmenge, die da ist, falsch angewendet wird. Absolut falsch verwendet wird. Da kann man nicht immer auf die paar Reichen schieben und sagen, ihr Drecksacke, ihr habt so viel, das gibt mal ab. Nein, weil selbst wenn die abgeben würden, würde das noch mehr in Schwachsinn investiert werden. Guck mal, Joschka Fischer, was er gesagt hat. Dem Deutschen muss man das Geld entziehen. Und egal, in welchem Schwachsinn man das investiert. Hauptsache, er hat das nicht zur Verfügung. Das hat er gesagt. Und das ist schon 15, 20 Jahre her. Ja, wir. Und da gibt es auch Strategen, die solche komischen Vorstellungen haben. Wie die Katrin Göring-Eckardt, die gesagt hat, die Leute, die jetzt in Deutschland kommen, die sollen sich nicht nur hier wohlfühlen, sondern auch in unseren Sozialsystemen. Die sagen es uns doch offen ins Gesicht. Die sagen uns wirklich offen ins Gesicht, was die mit uns vorhaben und die Leute klatschen. Und da werde ich irre mit. Gute Nacht, meine lieben Politik, ihr seht ihr bitte? Heute alle haben Schwächeln, was ist denn los hier, Kinder? Ja, Politik ist schon, die sind schon so raus. Ja, ich habe auch eine Harte, aber ist egal. Ab im Bett, wir machen uns. Ja, ich habe ein bisschen noch zu. Alles klar. Ja gut, dann mache ich jetzt mal die flache Erde. Ich habe mir heute Spaß gemacht, ein bisschen rumgerechnet. Das ist die flache Erde, oh Gott. Ja, ich habe mal rumgerechnet. Da geht eben um das Thema, die Erde dreht sich mit 1670 Kilometer in einer Stunde am Äquator um sich selber. Die große Geschwindigkeit. Weil der hat so um die 40.000, also 40.000, 75 Kilometer im Umfang hat dieser Ball und man dreht sich mit 1670 Kilometer pro Stunde. Da müsste man ja wegfliegen oder da müssten ja Riesenwinde hier sein. Oder man kann mit dem Flugzeug ja gar nicht gegen die Drehrichtung fliegen, weil da fliegt ja nur 1000 kmh. Dann habe ich mir ja den Spaß mal gemacht und habe ich mir gedacht, kann ich mir vorstellen, wie groß so ein Ball ist, der 40.000 Kilometer im Umfang hat. 12.000 Kilometer im Durchmesser, kann ich nicht. Also mache ich im Maßstab, ich breche das runter. Ich baue mir jetzt eine Kugel, die 40 Meter im Umfang hat, das heißt also 12 Meter im Durchmesser. So einen Ball kann ich mir vorstellen. Kann man sich vorstellen als Mensch, oder? Ja, ja, ich komme da mit. Er hat einen Umfang von 40 Meter und wenn ich jetzt im Maßstab diesen Ball um sich selbst drehen lasse, in 24 Stunden einmal um sich selbst, dann bewegt er sich genau pro Sekunde 0,6 Zentimeter. Ist das schnell? Nee. Würdest du davon runterfallen, wenn du jetzt da draufstehen würdest? Also wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht, ich auch nicht. Und so ist er mit dieser Erde und das ist das, was die nie berücksichtigen. Die berücksichtigen nie die immense Größe. Jetzt geht es um die Schwerkraft, Gravitation. Erzählt man ja, die flache Erde ist ja Gravitation, dadurch, dass sie einen Auftrieb besitzt, sie bewegt sich nach oben und wir werden quasi nach unten gedrückt. Das ist die sogenannte Anziehungskraft. Jetzt habe ich überlegt, okay, die Erde hat so um die, ich lege mich hier auf die genaue Zahl fest, 5, hast du ja nicht gesehen, mal 10 hoch 24 Kilogramm. Das ist die Masse dieses Planeten Erde. Ich wiege 80 Kilo, 90, ja gut, 87, 90 Kilo, okay. Ich wiege 90 Kilo. Gravitation sagt Massenanziehung. Die größere Masse zieht die kleinere Masse an. Ich mit meinen 90 Kilo auf diesem komischen Ball mit 5, hast du ja nicht gesehen, mal 10 hoch 24 Kilogramm. Wer zieht jetzt wen an? Ich werde angezogen von dieser Masse und zwar mit einer Beschleunigung von 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat. Das ist die Beschleunigung, die wirkt auf mich. Und das ist das, was die Flacherder sagen, das ist nicht die Beschleunigung, sondern weil die Erde nach oben beschleunigt. Okay, jetzt gehe ich in 100 Meter Turm hoch und springe jetzt von oben runter. Komischerweise werde ich nach unten beschleunigt mit 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat. Dieses könnte auf diesem Flacherdprinzip gar nicht funktionieren, weil die mir ja entgegen fliegt. Eigentlich müsste ich wegfliegen. Das ist der Zweite, das berücksichtigen die auch nicht. Dann geht es um die Krümmung. Die sehen ja keine Krümmung, dann nehmen sie einen Salzsee, wo sie auf dem Salzsee stehen. Die können jetzt Kilometer weit gucken, 50, 100 Kilometer können die weit gucken. Und das ist alles ganz eben. Die berücksichtigen immer nicht die Fläche, die Optik, die sie da haben. Selbst mit dem Fernglas kannst du da gucken, aber die haben da hinten kein Stehen. Selbst wenn sie einen da hinten hinstellen, sehen sie ihn nicht. Und selbst wenn sie ihn sehen, hast du noch Luftspielung, die Luftdichte, die da drüber steht, die Luftdichte, die an gleicher Stelle überall dicht. Nächster Punkt. Das sind alle Punkte, die die da haben. Die kann man so zerlegen. Das ist so ein Schwachsinn. Aber ich glaube, die haben bei Physik, sind die mal auf den Schulhof gegangen zum Rauchen. Wir gucken jetzt erst mal, ob der Tom da ist. Ja, jetzt. Hört man mich? Ja, jetzt bist du da. Ja, ey. Fünfmal rein und raus. Ich denke, das gibt's doch gar nicht. Ja, früher... Jo, ich lebe wieder. Ich bin wieder da. Früher hättest du gesagt, fünfmal rein und raus ist geil. Ja, ja, gut. Wie war OP? Alles gut? Ja, ja, alles gut. Du spritzt dir ins Auge und den ganzen Tag nichts sehen. Und jetzt kann ich wieder was sehen. Ja, top. Ja, das ist immer so eine Sache. Halbvormittag da in Münster verbringen, in der Augenklinik. Scheiße ist das. Die Operation dauert fünf Minuten, aber das Ganze drumherum, ey. Zwei, drei Stunden. Ich glaube, ich sende demnächst nur noch im Liegen, du. Warum? Ach, ich bin auch platt. Echt? Da ist ja nichts los heute. Ja, ich habe eine ganze schräge Woche weg, jetzt so. Nur pennen. Nur nur pennen? Ja, ich weiß, was du da... Ja, ja. Alles klar. Billy Boy. Ja, alles klar. Ja, ist egal. Nie Sommer. Nee, das sage ich jetzt hier nicht im offenen. Da, hier waren wir da, wenn wir offener sind, dann... Ah, ja, da kommen wir einfach... Meine Theorie, warum du so müde bist. Wegen die doofen Pillen. Ich mache hier sonst nichts. Nee. Hast du dich erst daran gewöhnt, oder? An schlafen, ja, bin dabei. Das liegt am Wetter. Ja, ich habe mich irgendwie, keine Ahnung, damit habe ich mal kurz eine Stunde hingelegt. Kurz nach neun hat mich einer angerufen, ob ich nicht senden will. Aber heute war gut. Hast du gesehen, dieser Torch, dieser Torch-Tower da in Arabien, in der jetzt gebrannt hat, ne? Ja. Der ist nicht eingestürzt. Die haben bessere Löschfeuer werden als die Amerikaner. Auf jeden Fall. Sie müssen bessere Löschmittel haben. Ach, da schreibt dann einer. Meinst du, ich bin auf Entzug, Alkoholentzug? Weil ich ja weniger saue. Ach, da kann sich drauf eingehen. Er hat auch eben einer reingeschrieben, das Parteiprogramm der AfD. Punkt 10.1 muss man lesen. Das ist nicht ganz dicht. Ich meine, ich weiß nicht, ob er lesen kann. Vielleicht versteht er ja auch nicht, was da steht. Kann ja auch sein. Aber das sind immer wieder die gleichen Vögel. Das sind immer die Leute, die noch das, was ich eben versucht habe zu erklären, dass alle Parteien, die gerade gewählt sind, im Bundestag sind, gegen uns gerichtet sind. Und trotzdem wollen die Leute immer noch die weiter wählen. Das ist so, wie soll ich das sagen? Stockholm-Syndrom, sage ich einfach dazu. Hast du das mitgekriegt, in Osnabrück, der Säge Menga ist da aufgetreten. Den haben sie mit ausgefiffen, den haben sie gar nicht zu Wort kommen lassen, also die Demonstranten. Der ist überhaupt nicht zu Wort gekommen. Der hat nun schon ein lautes Organ. Oh, warte, der war doch bei einer AfD-Kundgebung, glaube ich. Ja, ja, in Osnabrück. Den haben sie nicht zu Wort kommen lassen, die Demonstranten. Der ist nicht zu Wort gekommen. Ja, ich sage, alle, die da stehen, weiß ich nicht. Das ist doch wohl so eine zugelassene Partei. Ich weiß jetzt nicht, was das soll. Die Linke ist ja auch zugelassen. Und was haben die in der DDR fabriziert? Gerade die, die da stehen mit der Triller-Pfeife, sind ja noch nicht mal die schaffenden Menschen, die etwas in den Topf einzahlen. Und das ist ein Schwarzer, den beschimpften als Nazi, musst du dir mal vorstellen. Ja, du bist noch das bescheuert. Nur weil er die Wahrheit sagt. Wird hier mal beknackt, habe ich gesagt. Aber andersrum, wir haben ja irgendwann diese Bundestagswahl am 24.09. Und die Leute, die jetzt alle so vehement gegen die AfD, weil die ja so böse rechts sind, und da sind ja die Rechtsradikalen von dem Herrn, die werden sich ab dem 24. so was von umdrehen. Ab Oktober, da werden solche Sachen da rauskommen. Selbst ich kann mir das noch niemals ausdenken, was dann kommt. Aber es geht nicht anders, weil 6,6 Millionen Menschen warten jetzt. Und bis dahin sind es vielleicht 6,8 oder 7 Millionen, die dann reinkommen. In Italien lauern sie ja auch schon dazu rüberkommen. In Spanien liegen sie in den Wäldern und warten, dass sie reinkommen. In Griechenland sind sie stehen. Weil wir bestehen in Griechenland. Deutschland wird so geflutet. Wir haben jetzt schon einen Anteil von, ich glaube, 21 Prozent. Hallo. Dann geht es los. Hallo, Maiko. Im nächsten Jahr geht es los, wie gesagt. Und dann hast du hier nochmal 10, 12 Millionen drin. Und dann kommt noch der Nachzug. Dann wird dann über Flugzeuge geregelt. Am Arsch, kann ich dazu nur sagen. Fertig. Und dann werden die ganzen Buhrrufer und die ganzen Pfeifenträger, dann werden die auch davon betroffen werden. Weil die, die da reinkommen, die haben mit den Leuten, die jetzt mit der Pfeife hier stehen und für das alle sind, nichts zu tun. Völlig egal. Wenn die ganz mit denen mal runterfallen, dann geht hier richtig die Post ab. Der Einzelne, der hier echt dagegen arbeitet, ist Maiko mit seiner Falschgeldpresse. Ja, Mozart, wie sieht es aus? Hast du vielleicht Interesse, einen 20-Mikro-Schein zu tauschen gegen einen 20-Euro-Schein? Ja, wo muss ich den 20-Euro-Schein denn hinterlegen? Habe ich da einen Treuhänder? Nö, den schickst du mir einfach zu. Warum hier? Ich gehe davon irgendwie, ja, schön in den Imbiss. Ja. Du, du gehst einen Fettred. Der könnte Politiker werden, der sagt sogar die Wahrheit. Ja, guck mal, du kannst dann das Gleiche ja mal versuchen mit dem 20-Mikro-Schein. Ja, das lasse ich lieber, weil wenn du Falschgeld in den Umlauf bringst und selbst wenn er nur benutzt, da stehen zwei Jahre Knast. Das ist ja kein Falschgeld, das ist ja ein 20-Mikro-Schein. Das ist ja ein trotzdem Falschgeld. Das ist Falschgeld. Du benutzt das ja als Zahlungsmittel. Du gibst das ja offiziell raus und sagst jetzt zum Beispiel hier in dem offenen Chat. Ich habe mir da so Dinge gebaut, das ist mein Daumenabdruck. Erstens ist das ja in der heutigen Zeit, Maiko, dein Ding, das fälsche ich innerhalb von einer Minute zu hundertfach. Ja. Mit meinem Daumen? Den müssen wir da auch vorabschneiden. Ich brauche den nur kopieren. Jeder Drucker hat doch eine Kompierfunktion. Ich habe so einen Billigen von Epson hier stehen, so eine Maschine. Da lege ich deinen Scheinraufdrucker am Knopf, 20 Auszüge, dann kommen die genauso raus und ich gebe dir die vor Ort. Da wirst du nicht mehr unterscheiden können, ob das jetzt dein Echter ist oder nicht. Das funktioniert nicht. Das geht gar nicht. Die Biometrie, was meinst du, warum man die eingeführt hat? Maiko, ich glaube, dein Geschäftssystem ist irgendwie, da musst du noch nachbessern. Da muss man was dran haben. Da ist doch der Form drin. Da muss ich mir wohl doch den Haar nicht drücken. Du kannst dann höchstens hingehen und DNA dotieren. Das ist eine andere Nummer. Wenn du hingehen würdest und du gibst deine DNA auf dein Papier, was man auch heute schon so macht, damit kannst du dich eindeutig in deinen Schein verewigen. Aber mit deinem Daumenabdruck kannst du es total vergessen. Na gut, ich kann ja vom Prinzip deinen Gen-Schein einmal anlecken. Zum Beispiel, ja. Dann ist deine DNA auf dem Schein. Die hinterlegst du auch im Safe. Deine DNA als Sequenz, also Allele. Da macht man eben einen 20er Allelenwert davon. Und dann bist du definiert als Maiko, als Besitzer dieses Scheines. Und den kannst du dann nicht kopieren. Das funktioniert dann nicht. Aber wenn ich dir diesen angeleckten Schein dann zukommen lasse, ja, im Austausch gegen den 20-Euro-Schein, dann weiß ich ja nicht, ob du diesen angeleckten Lappen überhaupt noch anfassen möchtest. Na, da geht ja nicht um Anlecken. Da geht ja heute anders. Wie gesagt, deine DNA ist ja nicht nur in der Spucke. Die ist ja auch alleine schon, wenn du das Ding berührst, Schuppen dir aus der Haare fallen. Verstehst du? Also DNA, da will ich gar nicht drüber mich auslassen. Aber DNA ist überall dran. Das ist ja das Irre. Man hat ja auch Fangmittel, die mit... Ach, ist egal. Aber DNA, das wäre jetzt eindeutig. Damit könntest du den Schein klar machen. Dass der eben in deinem Besitz ist und du hast einen Wert über diesen Schein als Nennwert rausgegeben. Wie eine Bank. Jetzt verstehe ich eben nicht, wenn ich dir jetzt 20 Euro schicken sollte, damit ich jetzt von dir da so einen DIN-A6-Zettel kriege, lass ihn angeleckt sein mit einem Daumen abdrucken, vielleicht noch ein Foto von dir und da steht eine Nummer drauf, Registrier-Nummer sechsstellig oder achtstellig. Ich habe die Nummer zwei gekriegt, 20, da steht ja drauf, 20 Maiko. Was soll ich jetzt damit? Ganz einfach. Also wenn du alle geraden Nummern dürfen, einmal umsonst mit mir schlafen. Weißt du ja. Mir ging es ja in dem Video eigentlich darum, zu verdeutlichen, dass inzwischen ja wirklich die Regierungen ihr Geld einfach so selber drucken, ja, pressen, wie sie es brauchen, ja. So und, ja. Das ist ja verkehrt. Das muss man nicht mehr pressen. Man schreibt einfach, man macht eine Überweisung, die machen einfach eine Null hinten dran, weil das hat ja keinen Wert mehr, das Geld. Es ist ja digital, du hast ja das Geld nicht mehr in der Hand. Nein, Tom, es geht jetzt ja erstmal darum, dass sie ja wirklich ihr Geld pressen, so wie sie es brauchen, ja, und dadurch natürlich auch wirklich eben, ja, die Inflation fördern mit dieser ganzen Geschichte. So und deswegen war meine Idee einfach mal darauf hinzuweisen, ja, so einen schönen Maiko-Schein ins Leben zu rufen, wo wirklich jeder Geldwert auch limitiert ist, wie ich ja schon sagte, so auf eine Million zum Beispiel, ja, weil das würde dann natürlich auch gegen eine Inflation wirken, weil es gibt dann halt nur von jedem Geldwert eine Million Scheine. So und in dem Moment, wo der Umtauschwert 20 Euro für 20 Maiko ist, ist das ja noch okay. Wenn aber dann der Umtauschwert um 25 Euro beträgt, um einen 20 Euro, 20 Maiko-Schein zu bekommen, so, dann kann doch jeder daran erkennen, ja, dass die Politik wieder oder der Staat, ja, wieder Misswirtschaft betrieben hat. Ganz einfach. Also ich kann mich zum Beispiel, was mir gerade durch den Kopf geht, ich kann mich noch erinnern, 25 Jahre ist das ja, da ist Koop-Pleite gegangen, die erste große Kette. Und die sind damals pleite gegangen an 25.000 Euro, 50.000 Mark. Deckung nicht mehr da, war eine ganze Kette kaputt. Wenn du dir heute anguckst, Schlecker, wie viel verbrannte Erde die hinterlassen haben, in welcher Größenordnung oder Uli Hoeneß mit seiner Steuerhinterziehungsnummer. Ey, das ist doch, das ist doch irre. Und wie gesagt, da kommt im Prinzip am Geld, an der Inflation hinten einfach bei den Banken immer eine Null dran, pro Runde eine Null mehr hinten dran. Die Summen, die, also, gibt da keinen Gegenwert mehr, sondern die drucken ja einfach nur noch Papier, endlos Papier. Drucken hat ja noch nicht mal, da ist ja der Witz, habt ihr euch mal mit dem Geldsystem tatsächlich auseinandergesetzt, Maiko? Das ist ja digital und die machen einfach bloß Null, die sind doch mehr nicht. Das ist funktioniert. Hast du dich da mal richtig auseinandergesetzt? Ja, wenn du zur Bank gehst und dir einen Kredit nimmst, mir ist schon klar, dass ein Zehntel von dem Geld wirklich existiert und neun einfach wirklich nur, ja, Buchgeld ist, also virtuelles Geld. Wir erzeugen das in dem Moment, wenn du es brauchst. Also, Maiko, da liegst du verkehrt. Das ist jetzt eine Vorgabe. Eine Bank kann, wenn die, sagen wir mal, 10.000 einnimmt, 100.000 wieder ausgeben. Die muss nur ein Zehntel als Geldgegenwert in der Kasse haben. Da hast du recht. Dieses stimmt. Aber Geld wird nicht erzeugt, wie er meint, wird dann gedruckt in viele Werten. Da müssen Bäume gefehlt werden und so, sondern dieses wird nur generiert im Computer. Wenn du hingehst zu einer Bank und erschafft er Geld in dem Moment, wenn du es beantragst, erschafft er dieses Geld. Ja, nee. Ja, warte denn jetzt, ja oder nee? Natürlich nicht. Wenn du zu einer Bank gehst und du forderst einen Kredit an für ein Auto, für deine Möbel, für deine Wohnung, ich habe keine Ahnung, du gehst hier und willst einen Kredit haben, dann geht die Bank hin und generiert in dem Moment frisches Geld. Ja, habe ich doch gerade gesagt. Das ist generiert. Aber der Unterschied dabei ist, dass die Bank von dir echte Werte verlangt. Die möchte einen Gegenwert dafür haben. Du musst zum Beispiel einen Bürgen bringen oder du musst einen Gegenwert bringen. Wenn ich jetzt zum Beispiel mein Haus belaste, weil ich jetzt, ich muss meinen neuen Wagen kaufen. Ich will jetzt einen neuen Wagen haben. Ich habe die Kohle nicht flüssig. Da muss ich zu einer Bank. Dann sagen die, was haben Sie denn als Gegenwert? Da muss ich mein Reelles, was ich besitze als Gegenwert, gegen etwas, was nicht existent ist, geben. Das haben wir hier mit den Daten ja als Sendung schon gehabt. Habt ihr schon gehabt? Ja, super. Ist ja in Ordnung. Habt ihr alles verstanden? Und das ist eben diese Blase, die jetzt platzen, eigentlich schon hätte platzen müssen. Früher war das Geld ja ein Goldstandard. Du hast also als Regierung nur so viel Geld ausgeben können, wie du tatsächlich Goldbarren im Keller liegen hattest. Genau. Mehr konntest du nicht ausgeben. Und dann ist es im Umlauf gekommen. Was das Geld eigentlich vernichtet hat, ist der Zins und der Zinseszins. Das hat das Ganze zum Knacken gebracht. Sonst ist das Geld eine tolle Erfindung als Tauschware. Mozart, dann könnte man doch aber vom Prinzip her sagen, es handelt sich doch eigentlich um Betrug. Weil das wäre ja nichts anderes als, ich sage mal so, ich habe einen Ford Focus. Wenn ich den jetzt bei Ebay verkaufe, aber zehnmal einstelle, obwohl ich nur einmal habe, ist ja vom Prinzip das Gleiche. Nein. Warum nicht? Weil die Grundidee das Falsche ist. Das heißt, du würdest zwei Posten haben, nämlich einmal bedruckte Scheine. Und diese bedruckten Scheine haben aber im Gegenwert Null. Egal wie viel du hast, egal welche Summe draufsteht, im Grunde ist das Zeug nichts wert. Sondern das Geld wird erst in dem Moment was wert, wenn du damit einen Wert schaffst. Also du gehst hin und sagst, ich will ein Auto kaufen, kriegst 20.000 Kredit. Und mit diesen 20.000 ist der Gegenwert das Auto. In dem Moment ist das Geld etwas wert geworden. Mehr nicht. Ja gut, aber das ist ja das eine Zehnte, was die Bank ja auch real vorliegen hat. Ja, sag mal, die Schweinerei ist ja diese Nummer, dass die Bank, die dir das Geld verleiht, selber sich dieses Geld leiht für 0,5 Prozent und dir aber 16, 17, 18, 19 Jahreszins drauf drückt. Das ist das Nächste. Wie gesagt, aber es geht jetzt, was der Maiko meint, das habe ich schon verstanden. In Wirklichkeit müsste das tatsächlich so sein. Eine Bank dürfte nur so viel Geld ausgeben, wie sie auch tatsächlich in der Kasse hat. Im Kursor liegen, ganz genau. Ja, weil das funktioniert nämlich jetzt heute so, wie der Knacki schon sagt, ich gehe jetzt zu einer Bank, ich hole mir jetzt 20.000 Euro, um einen Kredit für ein Auto aufzunehmen, gehe dann zu dem Händler, zahle ihm 20.000 Euro. Der geht wieder hin zu der Bank und zahlt die 20.000 Euro ein. Der liegt jetzt wieder auf sein Konto, weil er 20.000 Minus hatte. Jetzt hat die Bank also das Geld, was sie dir gut geschrieben hat über Kontosysteme, dir gut geschrieben, du bist zum Händler gegangen, der hat das übernommen und die Zahlen kommen jetzt wieder zur Bank zurück und dann löschen die sich in der Buchführung wieder aus. In Wirklichkeit hat die Bank gar nichts rausgegeben. Richtig. Aber du hast mit einer Unterschrift, hast du dich verpfändet, weil dir der Bank gesagt hat, diese 20, die ich gekriegt habe, die habe ich als Gegenwert mit meinem Haus, als Eintrag in meinem Grundbuch gegeben. Der Händler hatte das Gleiche vorher bei der Bank mit seinem Geschäftsvolumen gemacht und so weiter. Die Bank ist immer der Nutznieße dafür. Immer. Immer. Aber nicht nur 1 zu 1, sondern in dem Fall heute schon 1 zu 100, nicht 1 zu 10. Das ist schon wesentlich weiter drüber über diesen Faktor. Ja, deswegen muss das Geldsystem eigentlich schon geplatzt sein. Wir hatten schon mal den Anfang 2008, als die Blase geplatzt ist. Das war schon mal so, eigentlich hätte das schon knacken müssen. Aber da lebten noch, glaube ich, zu viele aus der Krise in den 30er Jahren. Da waren noch nicht alle tot. Wir sind mittlerweile, wir haben eine, solch eine Steigung erfahren, wenn es jetzt zu einer Krise kommen wird, wird auch jetzt kurz oder lang kommen, das muss katastrophal werden. Da ist das in den 30er Jahren ein Witz gegen. Wirklich, eigentlich nur ein Kino-Vorprogramm. So knallhart muss das jetzt kommen. Alle Blasen werden platziert. Das ist nicht nur eine Immobilienblase, das ist die Bankblase, das ist die Kreditblase, das sind die Eigenheimblasen. Wenn, knallt alles. Absolut. Es geht ja gar nicht anders, weil die müssen runtergehen vom Bargeld, deswegen wollen sie ja forcieren, dieses Bargeldlose Zahlsystem. Es wird ja immer enger werden. In Italien kannst du nur noch bis, ich glaube, 1.000 Euro bar bezahlen. Alles, was drüber, wird bestraft. In Deutschland bis 5.000 Euro und so weiter. Alle europäischen Länder haben sich angeschlossen, weil es gibt gar nicht so viele Bäume auf der Welt, wie Schulden vorhanden sind, um Papiergeld zu drucken. So viel gibt es ja schon gar nicht mehr. Die Uschi fragt gerade, und wie sieht so eine Krise dann aus? Krieg. Das ist Wahres gegen Wahres. Krieg. Das gibt einfach ein Tauschgeschäft. Du hast ein Ei, ich will einen Silberleppel von dir. Also wie fängt erst wieder neu an, wenn du alle Sachen, die du erschaffen hast, kaputt gemacht hast, damit sie neu erschaffen werden müssen? Wenn du die Eier isst, hast du noch Fibrillin da drin und dann fertig. Das ist ja jetzt noch, ich meine aber nur als Vergleich. Du warst ja nach dem Krieg, der Schwarzhandel. Du hast was zum Lebensmittel gehabt und hast dafür Besteck gekriegt, Silberbesteck oder goldene Uhren oder irgendwas. Du hast ja was eingetauscht dagegen. Das Geld war ja nichts mehr. Aber noch ein bisschen, das wird nicht mehr passieren. Also wegen der Meinung von der Uschi Springer. Und wie sieht so eine Krise dann aus? Ganz einfach, Krieg. Mord und Totschlag, ja klar. Mord und Totschlag. Ja, nachdem wir da rausgehen, Silber und Gold, weil vorher gehen die hin und die Privathaushalte, weil viele haben... Was ja hier gerade auch übrigens passiert, also Syrien ist ja für uns ein Glücksfall. Jugoslawien war für uns ein Glücksfall. Das waren immer Glücksfälle. Wenn andere sich auf die Schnauze kloppen und wir da Waffen hinverkaufen und auf dem Rückweg nachher Beton, um wieder alles aufzubauen, ist für uns immer ein Glücksfall. Das heißt, hat woanders gescheppert. Aber wir haben trotzdem was dran verdient. Das ist halt so. Ja, wie gesagt, wenn die Krise kommt, geht die Welt weit. Weltweit. Das ist jetzt nicht deutschlandbedingt. Also nicht nur Deutschland wird jetzt Bargeld abschaffen, sondern weltweit. Dann wird es einmal Weltweit Rezession geben, ja. Die haben ja schon vorgesorgt. Wie gesagt, die sorgen schon seit Jahren vor. Und was du meinst, Tom, dieser Tauschhandel, der wird vorher schon abgenommen werden. Die Leute, die jetzt glauben, die haben sich Gold und Silber angeschafft über irgendwelche Händler, wo sie gekauft haben, wo sie sich registrieren mussten. Egal wie, durch einen Namen oder so. Das wird vorher aus der Bude geholt. Das ist schon registriert. Du kannst also, wenn du dir solche Werte anlegen willst für eine Krisenzeit, um nachher ein bisschen über die Runden zu kommen, kleine Stückelungen, aber die kann man sich nur beim Edelmetallhändler so kaufen, ohne Ausweisung, dass keiner weiß, dass du so etwas zu Hause hast. Wenn aber jemand weiß, dass du so etwas zu Hause hast, bist du registriert. Und dann wird man dieses rausholen zu dir. Da kannst du hundertmal sagen, ich habe es nicht. Ja, dann nimmt man die einfach mit und steckt dich so lange in so ein dunkles Loch ohne Fressen trinken, bis du das sagst, wo du das hast. Und irgendwann sagst du, oder du verreckst. Und dann hast du auch nichts davon, dass du den hast. Also so einfach ist es nicht mehr, dass man sagt, ich tausche jetzt mein Silberbesteck jetzt gegen Essen und Trinken. Ich kann ja nur sagen, wie es nach dem, zum Beispiel jetzt nach 45 war, Geld war ja auch nichts mehr wert. Die Reichsmark war ja nichts wert. Die Leute haben nur noch getauscht. Wer was zu fressen hatte und wollte, der musste halt was, was Werte haben, irgendwas haben und was tauschen, was sie nehmen. Und was du dafür kriegst. Kartoffeln oder Eier oder irgendwas. Ich wollte jetzt nicht dagegen reden, aber wenn ich einen Tipp geben darf, schafft euch nicht Gold an, sondern Silber. Silber ist im Moment so weit von günstig zu kriegen und dann holt euch kleine Stöckelungen. Weil Silber, mit dem kannst du nochmal anfangen. Und das wird auch für die Zukunft immens wertvoll werden. Du hast ein bestimmtes Kontingent an Silber und das wird überall in der Elektronik benutzt. Überall. Weniger als Gold, aber mehr als Gold. Gold gibt dir 20, also einen Würfel von 20 mal 20 Meter. Ein riesen, ist kein großer Würfel. Und dann ist schon alles in Händen. Und das kann man nur ein bisschen holen. Das ist eigentlich im Verhältnis zum Silber viel zu teuer. Aber du schreibst es selber mit deiner Krise. Also die Inflation haben wir ja im Grunde schon. Deswegen kommen wir immer hinten an den Beträgen immer eine Null dran pro Runde. Überleg mal am Finanzmarkt, wie viele Billiarden da bewegt werden. Und das war früher, früher waren wir mal auf Milliarden, jetzt sind wir Billiarden, dann kommt irgendwann Trilliarden. Also das wird ja immer bescheuert. Alleine jetzt mit diesem Nehmer, der jetzt da abgelöst wird, der Fußballspieler. Da bewegt es sich um Summen um die 800 Millionen Euro. Eritrea, das ist das Bruttosozialprodukt von diesem Land in einem Jahr, was dieser eine Typ nur ableiert. 220 Millionen kriegt er übrigens. Der Vater kriegt 100 Millionen, die Steuer kriegt 45 Millionen. Und da sind noch dann 300, 400 Millionen, die noch so mitfließen. Das sind insgesamt 800 Millionen Euro, die dieser Typ einsackt. Nicht für sich, sondern die, der kostet. Diesem Verein, den ganzen Leuten, die da zugucken, den Zuschauern, die dafür bezahlen und so weiter. 800 Millionen Euro für einen Menschen. Da müsst ihr doch mal langsam dran sehen, wie krank diese Welt ist. Jeden Tag könnt ihr im Fernsehen auf N24 den kleinen Kayembe sehen. Dem tut der Körper so weh, weil er nichts zu essen und zu trinken hat. Oder würden Sie Ihrem Kind dieses Wasser zu trinken geben? Da blutet einem doch das Geherz. Danach kommt die Meldung, der Nimmer, der kriegt 222 Millionen, der Vater kriegt 100 Millionen, weil er ihn beraten hat. Wie krank ist das denn mittlerweile? Da stimmt die Verhältnismäßigkeit in keinster Weise mehr. Ja, da stimmt die Verhältnismäßigkeit einfach. Natürlich stimmt das alles nicht mehr. Geld ist nichts mehr wert. Da zeigen die uns doch den ganzen Tag. Die lachen sich doch tot. Guckt ihr doch die Superreichen an, die Scheichs. Die wissen doch schon gar nicht mehr. Nicht nur die Scheichs. Ich sage jetzt Scheichs. Mittlerweile sind ja auch die Internetgeschäfte, die sind ja so immens. Junge Burschen 2022, die wissen vor Langeweile nichts zu tun, als Autorennen zu fahren. Die kaufen sich die dicksten Karren und fahren sie an einem Abend Schrott. So ein Ding kostet man eben 150.000. Die sind so warm-up, so Start-up-Systeme, wie hier LeFloid als Beispiel oder andere Internetfritzen, die da rumeiern und noch ganz andere, die im Internet gar nichts zu tun haben, sondern nur Geschäfte machen. Da fließen Summen, die sind irre. Und der Pütti und unser einer, der geht da mal hoch für einen vierstelligen Betrag und muss da jeden Tag seine acht bis zehn, zwölf Stunden da abrappeln. Und was bleibt ihm davon? 48 Prozent eventuell vom Brutto. Irre. Irre. Oder die Landtagsabgeordneten. Nach fünf Jahren im Landtag haben die eine Rente erwirtschaftet von 2.000 Euro. Nach fünf Jahren Landtag. Wie doof ist denn das? Du gehst da 46, 48 Jahre arbeiten, darfst mit 67 erst in Rente gehen und kriegst dann 1.100 Euro raus, wenn du die Zeit durchgearbeitet hast im normalen Vordienst. Das heißt also größer 2.000 Euro brutto. Sonst kommst du gar nicht auf die 1.100. Die Jungs sitzen dann mal eben acht Jahre oder was weiß ich, ihren Arsch da platt und sind dann auf 2.000 und dürfen auch mit 57 Jahren schon in Rente gehen. Ist das nicht irre? Und das sind unsere Volksvertreter. Und dann erhöhen die sich jedes Jahr die Diäten automatisch. Also immer wieder automatisch wird erhöht. Immer weiter. Irre. Und die Leute glauben das und die wählen und die rennen dahin und das sind für die, die, ich habe keine Ahnung, ob das die Götter sind, ob das wirklich am floridierten Wassersinn ist, wird die Leute trinken oder ob das verstrahltes Essen ist, was sie da essen. Ich habe keine Ahnung, wie blöd das mittlerweile ist. Wenn sie da nichts mehr sind, dann geht es in das Europaparlament, da verdienen sie nochmal das Zehnfache. Das hat nur nebenbei. Dann sitzt es auch in Ausschüsse, verstehst du? Da sitzt es auch im Aufsichtsrat. Das kommt da noch hinzu. Das ist ja Taschengeld nebenher. Die sind sowas von satt. Also ich sage immer, je schlechter die Szene von den Politikern im Fernsehen sind, desto mehr Kohle macht er nebenbei. Ja, heute, ich habe das leider nur nebenbei mitgekriegt, aber das beste Beispiel ist doch, dass, ich will ja nicht alle, aber ich denke mal, der größte Teil der Leute, die in der Politik sitzen, wirklich nur an einer gewissen Machtstellung, Machtposition interessiert sind. Wenn ich mir jetzt angucke, dass da hier diese grüne Tante hier da jetzt zur CDU rüber marschiert, also ich weiß jetzt nicht genau, aus welchem Grund. Ich habe das, wie gesagt, nur so nebenbei mitgekriegt, aber daran sieht man doch, dass die eigentlich nur alle... Alles Verräter, alle, alle durch die Bank, Maiko, alle. Das ist nicht einer, nicht einer von den 630 Abgeordneten, der Koscher ist. Nicht einer. Nicht einer. Alleine jetzt siehst du doch, als hier die Entscheidung war, Ehe für alle. Da war das Plenum voll. Die waren alle da. Weil das ja so eine weltbewegende, wichtige Entscheidung für Deutschland war, dass jetzt Mann und Frau und Mann und Mann und Mann und hast du nicht gesehen, Mann und Mann und Nicht-Mann-Frau. Ich weiß nicht, welche Kombinationen die da auswählen, die dürfen jetzt auch alle die Ehe eingehen. Ist ja eine super Nummer. Da waren sie alle da, haben abgestimmt. Danach war die Abstimmung für dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Da waren noch 60 Mann da. 60 waren nur da. Oder 60. Normal darf man das gar nicht beschließen, weil noch nicht mal eine Mehrheit da ist. Da sind sie natürlich hingegangen, haben sich da vorher in einer Ausgewählung gesagt, wir müssen keine Mehrheit an Stimmen haben, an Personen, sondern es muss einfach die Parteienlandschaft in der Mehrheit vorhanden sein. Das heißt, einer von der Linken hätte gereicht, einer von der Grünen, fünf von der SPD und acht von den Schwarzen hätte auch gereicht für die Mehrheit. Ja. Solch ein wichtiges Gesetz. Und da sind die alle nach Hause um zehn, halb elf, weil die waren ja so wichtig unterwegs. Dafür hat dann keiner mehr Zeit. Aber vorher diese Ehe für alle, da haben sie alle einen riesen Rabutsch gemacht. Wie bekloppt ist denn das geworden hier? Die wichtigen Gesetze werden sowieso immer in der Sommerpause beschlossen. Wenn keiner was mitkriegt, richtig davon, das wird auch nicht öffentlich gemacht. Da kommt doch das Nächste. Warte ab jetzt, Tom. Warte ab, das wird kommen. Genau wie die AfD vorprovoziert hat. Demnächst ist das so, dann heiratet nicht Mann und Frau und Mann und Mann, sondern ich heirate zwei Frauen und ein Esel. Du heiratest dann deinen Toaster und dann machst du... Du heiratest meinen Toaster noch und meinen Kühlschrank, den habe ich auch noch so gerne. Das ist jetzt meine Ehe. Den setze ich auch noch steuerlich ab. Verstehe, mein Ehesplitting. Da gibt es dann auch noch den Staubsauger-Ehegatten-Kühlschrank-Splitting. Da kommt dann auch noch... Und der Staubsauger und der Toaster, die haben dann einen anspruch und einen rechtlichen Strom. Ja. Und noch Fremde noch. Stecker, verstehst du? Dann muss auch die Steckdosen werden demnächst auch umgeändert, weil das ist ja eine Diskriminierung der Frau. Wir haben ja nur viermalen Stecker. Da sind ja nur Löcher in der Wand. Demnächst ist der Stecker umgebaut. Dann hast du einen Stecker mit Löcher und aus der Wand kommen Pinne, damit er gleichberechtigt ist. Das wird hochkommen. Ihr lacht jetzt darüber. Nein, nein. Ja, ich verstehe. Ich weiß nicht, was du meinst. Aber ja, ist ja auch so. Ist wirklich. Oder wie gesagt, weißt du, wenn du dann hörst, dass die darüber diskutieren... Aber ob die dann eine andere Sache Nein, wenn die darüber diskutieren, wenn die darüber diskutieren, ob wirklich auf einem Verkehrsschild für einen Fahrradwegs ein Damen- oder ein Herrenfahrrad abgebildet sei. Also da kann ich nicht nur noch mal den Kopf fassen und fragen. Guck mal, jetzt in Berlin, da wird jetzt die Straße, glaube ich, unbenannt Luise-Schröder-Straße oder was. Da wird jetzt dann Luise, da ist ja ein Mädchenname, da wird dann Luise-Lesbisch-Schröder-Straße oder so was. Keine Ahnung. Da muss man dann auch noch reinschreiben. Also das wird immer, weil kloppt da hier in Deutschland. Und die Leute checken das nicht. Und dann lassen sich davon so eine Antifas mit den Steinen bewerfen. Alleine die Nummer da. Da hat der Heiko Maas im Fernsehen, der saß in einer Runde und beim Publikum in einer Runde und da saß auch ein Mensch neben ihm und hat ihm da zwei Fragen stellen dürfen. Die erste Frage war, wieso denn jetzt bei diesem Gipfel G20 Leute nachweislich auf dem Gerüst stehen, bewaffnet mit schweren Steinen, in der Annahme, dass gleich, wenn Polizei kommt, mit den Steinen die Leute zu bewerfen und auch davon ausgehen können, dann hat die Leute sterben, wenn ich die da mit so einem Backsteiner treffe aus fünf Meter Höhe. Warum die jetzt keinen Haftbefehl gekriegt haben? Ja, hat er gesagt, das müssen sie so sehen. Die waren ja 24 oder 48 Stunden in Haft, aber die Polizei hatte ja nach dem Gipfel so viel zu tun, dass es eben nicht zu einer Festsetzung kam, weil man hatte keine Beweislage. Deswegen, nach 48 Stunden müssen sie die Leute wieder auf freiem Fuß setzen. Die haben sie ja danach gleich wieder freigelassen. Die haben sie ja nicht mal festgesetzt. Die haben Personalien aufgenommen und wieder laufen lassen. Wie gesagt, wenn du oben auf dem Gerüst stehst oder auf dem Fenster aufpasst und schmeißt mit GB-Platten die Passanten, die buchten sie sofort ein, du gehst weg. Das ist ja versuchter Mord. Delikt, das wird das genannt. Und das meine ich damit. Und da sitzt der ganz offen und erzählt und die Leute gucken doof. Normalerweise hätte das Publikum jetzt aufstehen müssen und sagen, wisst ihr was, dafür habe ich nicht bezahlt. Wer ist denn das? Was erzählt denn der Typ da? Das ist doch irre, was hier läuft. Die hätten alle gehen müssen. Nein, die Leute sitzen und klatschen noch. Versteht das sowieso nicht. Die haben früher die Leute eingekesselt. Ganze tausend Leute haben die Kessel gemacht. Zack, waren die drin. Die konnten 10 Stunden, 12 Stunden nicht pissen, nicht scheißen, gar nichts. Das wird heute gar nicht mehr gemacht. Kessel, ey, zack, die Böder eingeknastet, fertig. Ja, die Knäste sind ja voll, Tom. Ja, aber Knast, die hätten sie ja nur zwei Tage im Kessel lassen müssen. Ja, das hätte ja jetzt gar nicht passieren dürfen. Wie gesagt, das wüssten sie doch vorher. Internet, die sind doch so schlau mittlerweile heute. Du wirst, du kriegst einen Bundestrojaner auf deinem Rechner gesetzt. Die wissen, wann du eine Bankbewegung gemacht hast. Alles wissen sie mittlerweile. So von Netz ist das. Aber da haben sie nicht gesehen, wie die Antifa sich abgesprochen hat im Netz. Wo die sich positionieren. Ey, die GSG 9 ist unterwegs. Das kriegen die natürlich nicht mit. Ey, das glaubt doch keiner. Ja doch, da draußen die glauben das mittlerweile. Also ich glaub das nicht. Ich glaub das nicht. Für mich hat das Methode, und das ist auch gewollt, ist einfach, ja, wir schlittern da auf etwas zu und jetzt kommt die Dieselablenkung. Das ist einfach nur eine Ablenkung. Das ist doch mal noch. Ja, das ist eine Ablenkung zu dem, was jetzt die nächsten. Da werden andere Sachen kommen. Das ist verrückt, was hier gerade läuft. Entweder es irgendetwas ist Fußball oder irgendwas, wo wir mit abgelenkt werden oder eine Sportveranstaltung, eine andere hier, Olympische Spiele oder sowas. Da werden ja immer Sachen ruckzuck beschlossen. Ja, guck dir mal, die Oma, die ist 80 Jahre alt, die hatte, ich weiß nicht, so 200 Euro im Monat zum Leben. Also hat sie auch was geklaut zum Essen, damit sie mal was zwischen den Kiemen kriegt. Dann ist sie vor Gericht gewesen, dann wurde sie verurteilt zu drei Monate Knast. Mit der Begründung, ja, man muss ja davon ausgehen, da die so wenig Geld hat, dass sie natürlich zum Wiederholungstäter wird. Deswegen hat man die eingesperrt. Eine alte Frau von 80, die keine Kohle hat, die hat man eingesperrt. Solche Antifa-Fritzen, die da auf dem Gerüst stehen, bewusst mit dem Tod eines Menschen umgehen, indem sie da so eine Pflasterplatte runterschmeißen, die werden freigelassen. Einer, der den Opara hier in Düsseldorf jetzt passiert, in den Rücken tritt und in das Gleisbett reinschießt. Der Mann, wenn jetzt der aus Münster nicht gewesen wäre, hätte ihn da rausgezogen, wäre er überfahren worden vom Zug, fertig. Das ist völlig scheißegal. Interessiert doch keiner. Da wird noch drauf, er hätte eine schwere Jugend gehabt, da wird noch drauf Rücksicht genommen. Wenn sie noch. Ey, ey, ich verstehe das gar nicht. Hat doch gar nicht. Die Opfer denkt überhaupt, keine Sau, da wird gar nicht mehr drüber geredet, nichts. Nichts. Der muss um seine Rechten noch kämpfen. Ja, und dann kommt so eine Probe noch, in der Welt wird dann geschrieben, jetzt über dieses Schiff, dass sie beschlagnahmt haben von der, von, wie heißen die, die jungen, wilden, keine Ahnung, oder keine Ahnung, Jugend rettet oder so was. Keine Ahnung. Haben sie das Schiff jetzt festgesetzt? In dem Bericht, der erste Satz, der dann gleich kommt, ja, wie die AfD ja so gegen Ausländerhass ist, ist ja auch, das war so die Einleitung in dem Text. Das hat mit der AfD ja gar nichts zu tun. Da wird erstmal reingeschrieben, AfD ist ja Ausländerhasser. Da ist ja schon eine glatte Lüge. Ich wollte erst reinschreiben, ist das jetzt der gesamte Artikel Fake News? Muss man den jetzt vom Netz nehmen in der Welt oder ist nur die Passage zu löschen, weil die falsch ist? Weil die AfD ist nachweislich ein Bremdenhasser. Ausländerhasser ist er natürlich nicht. Überhaupt gar nicht. Die AfD steht einfach dafür, dass wir ein Einwanderungsgesetz benötigen, weil welches, was wir besitzen über Asylrecht, das wurde geschaffen für einen Albert Einstein oder für irgendwelche anderen Leute, für einzelne Personen, die Schutz suchen, weil sie verfolgt sind durch irgendwelche Nazi-Systeme und so weiter. Danach hat sich dieses Grundgesetz gegründet, also nach dem Zweiten Weltkrieg und da hat man solche Gesetze geschaffen, um eben diesem vorzuwirken. Aber wie jetzt hier gerade in dem asiatischen, europäischen Raum stattfindet, für so etwas ist dieses Gesetz gar nicht geschaffen. Also muss man natürlich eine Grenze zumachen. Man muss natürlich sagen, hey Moment mal, so läuft das hier nicht. Und genau dieses muss geschaffen werden. Und wenn man dieses heutzutage hier in der Republik äußert, ist man ein Ausländer oder ein Fremdenhasser. Hatten wir noch alles. Wir hatten ja Bundesgrenzschutz, ganze Truppen, die alles überwacht haben. Aber durch die offenen Grenzen ist es halt, du kannst fahren, machen, tun. Das ist das Nächste. Wir haben Schengen und wir haben Dublin. Das funktioniert, das beißt sich doch in den Schwanz. Schengen ist doch 50 Kilometer innerhalb der Grenze. Ja, du hast ein Schengen-Abkommen, das heißt innerhalb der Europäischen Union kannst du grenzfrei reisen. Du brauchst deinen Pass nicht mehr zeigen, wenn ich nach Holland fahre. Ich komme aus Deutschland, als Deutscher will nach Holland an der See. Ich brauche meinen Pass nicht mehr zeigen. Ich habe keine Grenzkontrolle. Das ist Schengen. Das können Sie kontrollieren innerhalb von 50 Kilometern. Ja, das ist was anderes. Das ist jetzt die Zoll. Du hast ja früher den Zoll gehabt und heute ist ja die Bundespolizei. Das ist ja nicht mehr. Den Zoll hast du ja nicht mehr. Das ist ja kein Zoll mehr. Und die haben natürlich 50 Kilometer im Umkreis. Können Sie jetzt nicht nur kontrollieren. Aber das ist was anderes. Es geht rein um die Kontrolle. Das kann man machen, weil die Außengrenzen der Europäischen Union ja definiert sind. Deswegen hat man Dublin 3. Dublin 3 beschreibt also, wenn jemand in Europa, also in diese Europäische Union will, und ihr rein möchtet, zum Beispiel um Asylantrag zu stellen, dann muss der in dem ersten Land, in dem er in Europa aufschlägt, dort den Antrag stellen. Drin ist, dann kommt Schengen zum Tragen. Dann kann er sich natürlich wahlfrei bewegen. Der kann von Italien über Österreich nach Deutschland und von Deutschland nach Schweden, von da aus zurück, was weiß ich, nach Holland, nach Belgien. Der kann sich wahlfrei bewegen. Man kann den gar nicht restriktiv halten. Also hätte man, wenn man Dublin schon aussetzt und die Leute reinlässt, da muss man auch Schengen aussetzen. Das geht nicht anders. Und dann hat jedes Land wieder Rechte, seine Grenzen zu kontrollieren, sonst nicht. Und da hat die Merkel zum Beispiel recht. Das geht gar nicht, weil solange Schengen läuft, kann sie die Leute nicht kontrollieren, die in Europa sind. Weil wenn sie drin sind, können sie bald frei rumfahren. Das hat man extra gemacht. Also das ist wirklich auch so ein trojanisches Pferd. Und das checken die meisten Leute gar nicht. Die reden was vom Dublin, die wissen nicht, was das ist. und Schengen wissen nicht, was das ist. Das beißt sich miteinander. Dublin wusste ich auch nicht, aber Schengen wusste ich. Ja, Dublin 3 ist eben halt, wenn ich in Europäischen, also in der Europäischen Union irgendwo aufschlage, egal ob Italien, ob Griechenland, Holland, keine Ahnung, da muss ich dort, wenn ich Asylantrag stelle, den Antrag stellen. Das heißt aber nicht, dass ich da bleiben muss. Ich muss nur da den Antrag stellen. Sobald ich den gestellt habe, kann ich mich auch von dort fortbewegen. Und dann muss der Antrag dort weiter fortgeführt werden, wo ich mich dann auch aufhalte. Und das machen sie ja. Die kommen alle nach Deutschland, sitzen jetzt hier und hier müssen die Verfahren geführt werden. Und mittlerweile werden die Gerichte bei uns belegt mit Verfahren als Klage. Für jeden, der abgewiesen wird, steht wieder ein Rechtsanwalt, Spalier, der macht wieder eine Klage für den Menschen. Das müssen wir alle bezahlen. Ja, die Leute, die dann alles finanzieren. Und dann werden die Gerichte mittlerweile so beladen, dass die die Kapazität nicht mehr besitzen. Die müssen jetzt Richter einstellen, damit die überhaupt diese Sache noch Herr werden bei den Parmenekes, die jetzt hier drin sind. Und jetzt rechnet man auch sechs Millionen da drauf. Wie, was? Da muss man kein Prophet für sein, um zu sehen, was danach passiert. Das ist ja nicht nur in Deutschland. Die kommen ja nicht nur nach Deutschland, die kommen ja nach ganz Europa. Die wollen aber alle nach Deutschland, weil wir hier die beste Sozialleistung haben. Sozialleistung haben. Die, die hier reinkommt, kriegt sofort den Hartz-IV-Regel. Nein, die kriegen sogar Sozialhilfe. Die sind noch nicht mal in der Verpflichtung. Der Knacki und die anderen, die Hartz-IV kriegen. Ihr, wenn ihr könntet, müsstet sogar noch mal lochen gehen, sonst streicht man euch die Show. So sieht es aus. Eine Sozialhilfe ist das nicht. Da musst du nichts. Das hat man jetzt in Duisburg gemacht. Da ist sogar die Bürgermeisterin hingegangen. Die hat jetzt eine Klage angestrebt, weil die gesagt hat, unsere Stadt geht jetzt pleite. Die ganzen Roma und Sintis, oder die Rumänen, die hier drin sind, die sind nicht in Hartz-IV, sondern in der Sozialhilfe. Und die Sätze müssen bezahlt werden. Und es kommen immer mehr. Duisburg ist sogar zu sagen, pleite. Kannst du zumachen. Fertig. Jetzt schon. Und wir hatten noch keine Wahl. Ich denke aber, mit Wahl, da wird sich nichts ändern. Merkel wird sich schön dranbleiben. Also meiner Meinung nach würde es schon etwas ändern. Je mehr die AfD in den Bundestag kommt, desto mehr müssen ihren Sitz räumen. Dass sie die Mehrheit kriegen wird, kann ich mir nicht vorstellen. Aber jetzt rechnet mal, 630 Plätze im Bundestag. Wenn 20 Prozent AfD reinkommen, da müssen 126 Plätze freigemacht werden. Werden Sie das genau hin und her rechnen, wie das in Österreich war, oder auch hier in Holland. So wird das gerechnet. Das wird hin und her geschoben. Das wird so lange gerechnet, bis es passt. Das ist schon recht. Aber ich sage nur, wenn jetzt hier höher die AfD reinschafft ins Parlament, es geht nicht um das, was die jetzt da betreiben, sondern es geht um die Sitze, die verloren gehen für die Dickparteien. Normal, wenn er jetzt Austausch der Sitze ist, sind immer die Hinterbänkler, die rausfliegen. Weißt du, die Kappesköppe, die die sowieso nicht kennen, sie fliegen wieder raus. Je mehr aber jetzt von der AfD in den Bundestag kommen, umso mehr müssen auch von den Dicken gehen. Nicht nur die Hinterbänkler. Und da sind auch Pöstchen weg, zum Beispiel, wenn die Grünen gar nicht mehr reinkommen, dann hat man so einen Volker Beck, der da gar nicht mehr sitzen. Fertig. Das wäre doch schlecht. FDP sollte erstmal gar nicht reinkommen, wenn du jetzt noch die Linke drin hast, CDU, SPD und die AfD. Und die müssen da 120 oder 126 Plätze räumen. Dann trifft es auch Funktionäre der CDU und der SPD. Auf jeden Fall, ja. Das wäre interessant. Ich muss ganz ehrlich sagen, das habe ich bis heute nicht verstanden, hier bei euch, bei NRW-Wahl, dass die FDP überhaupt, also ich sage mal so, von null... Sie auch nicht. Wir auch nicht. Da hast du ja kein Wahlplakat, hast du vergeben, hast du gar nicht gesehen. Keine Fernsehwerbung, überhaupt nichts. Sie waren auf einmal da, wie die Fönix aus Sarge. Hier in NRW war ja ein absoluter Wahlbetrug. Ja, absolut. Überleg doch mal, wir haben 15.000 Wahlkreise. In 50 Wahlkreisen von 62 überprüften ist eine Differenz von der AfD von 2.200 Stimmen aufgekommen. Das wäre das Gleiche, wenn man einen Versuch macht, du nimmst eine Euromünze und du wirfst sie 100 Mal hoch, machst Kopf oder Zahl und die würde jetzt 88 Mal Kopf bringen. Glaubst du das? Kann nicht passieren. Und so war das mit der Wahl, mit der AfD. 2.200 Stimmen in 50 Wahlkreisen. Wenn man das extrapoliert auf 15.000 Wahlkreise, dann sind denen 600.000 Stimmen unterschlagen worden. Das ist eine glatte Verdopplung der Anzahl. Das heißt also, die sind auf 14 Prozent in NRW mit der Stimmanzahl. Und das sind die Stimmen, die die FDP gekriegt hat. So sieht es aus. Die ADD wurde nicht gezählt, also die Türkenpartei. Man hat die jetzt gerne darunter geschrieben, weil es war schon ein komischer Wahlzell. Ich habe mir den auch angeguckt. Der war schon sehr, sehr, ist schon eine krude Nummer gewesen. Im Knick war die AfD genau mit der ADD. Man sagt ja alphabetisch, ist egal, was sie da erzählt. Und man hat der ADD-Stimmen zugeschlagen und ich denke, der Rest ging zur FDP. Ich habe keine Stimmen gekriegt. Glaube ich nie, dass die über 5 Prozent gekommen sind hier in NRW. Also nicht ohne Werbung. Auch dann nicht. Wer glaubt denn den Pfeifen noch? Guck doch an. Das FDP, du weißt, was die wollen. Der Lindner, der will nur in den Bundestag. Der nimmt da das Sprungbrett. Mehr nimmt er doch nicht. Das ist doch ein ganz glatt rasierter, verstehst du? Ein glatter Typ. Der scheißt doch auf NRW. Das Gute war ja bei der Waage. Die Waage war ganz, ganz unten. Die hast du gar nicht gefunden auf der allerletzten Position. Wer? Die AfD. Nee, die war in dem Knick. Die war relativ unten, aber in dem Knick, wo der gefaltet wurde. Und es waren ja auch komische Stifte ausgelegt. Also bei uns hier auch. Da lagen da so Filzschreiber, nee, so, wie hießen die Textmarker? Also diese Buntstifte da, weißt du? Faberstifte. Und da bin ich noch raus und habe gesagt, habt ihr einen Kugelschreiber da für mich? Wieso? Wir haben doch Stifte da liegen. Ja, sag ich, das stimmt schon, aber da ist irgendwie so ein Bleistift, da habe ich keinen Bock drauf. Da mit so einem Bleistift, das schockt mich. Da habe ich dann Kuli gekriegt. So, der Frios, der Frios sagt hier, nach dem Wahlbetrug Neuwahlen? Nö, natürlich nicht. Das müsste ich als Wahlbetrug hingestellt werden. Nein, nein, die Auszählung. Also die AfD hat dagegen geklagt und jetzt liegt es natürlich am Landtag in Düsseldorf. Und der setzt sich ja zusammen eben aus dem Landtag. CDU, FDP, Linke, Grüne und AfD. Aber da sind ja nur ein paar Männekes. Und die müssen jetzt entscheiden, ob eine Neuauszählung stattfinden wird und wenn, wann. Jetzt ist aber erst mal Sommerloch, das sind erst mal Ferien. Da müssen wir mal hinterher raus. Das wird dann zum Bundestagswahl rauskommen. Ja, vielleicht kommt das danach dazu. Aber die werden sich mit Hände und Füßen dagegen wehren, nach einer Neuauszählung zu machen. Weil da kommt ein ganz anderes Ergebnis raus. Von einem Sitz mit dem Laschet, FDP, CDU, gar nicht mehr gewährleistet. Die ist ja schon total weg. Ich habe mal einen Link hier in den Chat, hier in den internen Chat gepostet. Guck dir das Video mal an und dann siehst du, wie zum Beispiel auf kommunaler Ebene mit der AfD hier verfahren wird in Deutschland. Ja, das ist mir schon klar. Ich sage ja, das ist ja das Dumme da dran. Wie gesagt, man kann jetzt zu AfD stehen, wie man will, aber dieses so runterzumachen mit Unwahrheiten, einfach etwas zu behaupten, was wirklich nicht ist, das ist natürlich das Verrückte. Das kann man doch nicht machen. Man kann doch jetzt nicht sagen, die wollen uns wieder, was weiß ich, ins Dritte Reich bomben oder die wollen jetzt zurück, dass die Frau am Herd steht. Das stimmt doch alles gar nicht. Also wer lesen kann, sollte sich mal einfach die Zeit nehmen und dieses Parteiprogramm durchlesen. Und wenn er das nicht versteht, dann lest er das noch das zweite Mal und dann frag mal jemanden, der das nochmal querliest und dann unterhaltet euch darüber. Weil es ist manchmal schon clever geschrieben, weil das sind nicht nur Idioten in der AfD. Das sind schon gebildete Menschen, die sich das ausgedacht haben. Das sind ja auch etablierte Parteien. Viele, die ausgetreten sind. Auch die von Stammer, die sehr gebildete Frau und das, was sie da erzählt hat, hat er einen Fuß. Genau wie Alice Weidel oder Meuthen oder Brandner auch. Auch ein super Redner, auch ein Rechtsanwalt. Der ist nicht dumm, der Mensch. Und schaut einfach mal Thüringer Landtag. Gebt mal hin, AfD, Thüringer Landtag. Guckt euch mal ein paar Videos an mit dem Brandner. Letztens war noch eine Nummer, die SPD hat dazu den AfD-Laggen gesagt, die hat die verglichen mit dem Ping-Pong-Un, verstehst du, in Nordkorea. Mehrere Male in ihrer Rede. Da hat keiner etwas gesagt. Der Brandner wollte sich da als Stellungnahme etwas dagegen sagen. Der wurde des Saales verwiesen. Der hat nichts gemacht. Der wollte nur anfangen zu reden. Da fing die Präsidentin sofort an, ihn über den Mund zu fahren. Da hat er gesagt, ja, Entschuldigung, ich wollte ja nur, zack, zweite Mal. Wenn sie jetzt nicht, ja, sagt er, okay, mache ich weiter. Obwohl, dritte, raus. Schaut euch das einfach an. Hab ich gesehen. Und wenn dann hier einer ist, der dann sagt, ja, das ist gerechtfertigt, dann würde ich sagen, es gibt gute Doktoren, geht dorthin und da gibt es auch gute Pillen. Die bringen euch auch wieder irgendwo in die Ruhe. Schaut euch das einfach nur an, wie das heute zur Zeit läuft. Ja, wie gesagt, also bei uns hier in der Kommune ja, allem Bahnstädt, Darmstadt war es ja sogar so, dass die AfD einen Flyer rausgebracht hat und sich für entschuldigt hat, dass sie eben die letzten Bürgersprechstunden nicht wahrnehmen konnten, weil die Gemeinde nicht in der Lage war, den entsprechenden Raum dafür aufzuschließen. Ja, oder die müssen die Sicherung, wie weißt du, wenn das kaputt gehauen wird, wenn du da hingehst, kriegst du Schläge von irgendwelchen Leuten, kriegst du einen Steinaumkorb gehauen und so etwas. Oder Peter Beistron, wo ich das gerade lese, jetzt haben sie eine Hausdurchsuchung bei ihm gemacht. Warum? Er war im Facebook und hat jetzt die Antifa verglichen mit der SA. So ist es, ja. Er hat aber nur einen Vergleich aufgestellt und gesagt, da sind ja solche Methoden wie und so weiter. Zack, Hausdurchsuchung war angesagt. Ja, da geht es aber um das Symbol, das er da benutzt hat, ne? Ja, aber er hat doch nur die Symbole verglichen miteinander. Andere machen das ja auch. Aber da ist jetzt AfD, verstehst du? Da wird sofort dann Hausdurchsuchung und so. Da ist natürlich auch in Bayern ein Dorn im Auge, der Typ. Hatte ich übrigens... In allen Bundesländern, wo sie Auftritt schlagen, guck doch, der Wirt, der ist jetzt, der hat zugemacht, der hat seine Kneipe zugemacht, nur weil er mal eine Veranstaltung der AfD zugelassen hat. Im Parteitag in Köln, da rennt die Kirche, die katholische wie evangelische, die laufen rum, unser Kreuz hat keine Haken. Das ist doch wohl, also mehr als fies, geht doch schon gar nicht, oder? Von Partei hier, wo war das hier bei dem Fest der Evangelien, auf diesem Kirchenfest? Wie hieß die Frau da? Was sie da erzählt hat? Wenn eine deutsche Großeltern hat, dann weiß man ja, wo die gesehen haben. Ja, genau. Was ist denn da los? Was soll denn das? Das ist doch alles, das läuft doch hier alles aus dem Ruder. Das ist doch nicht richtig. Wie gesagt, man kann zur AfD stehen, wenn man will. Nur wenn man dieses aus der Ferne beobachtet, dann sieht man, Moment mal, ja, welcher Haken, Heinzelmann, hast du da nicht mitbekommen? Die Kirche hat ein Kreuz, oder? Das kennst du ja. Du kennst ja das Kreuz, wo Jesus dran genagelt wurde. Das ist ein Kreuz, das sind zwei Latten, die sind im Winkel von 90 Grad aufeinander genagelt, oder? Das kennst du doch. Und du kennst auch ein Kreuz mit Haken, oder? So doof kannst du ja auch nicht sein. Und dann weißt du doch, wie der Spruch zu sehen ist. Unser Kreuz hat keine Haken. Ja. Ja, Worauf beziehe ich das wohl? Und dann eine Demo, Gegendemo in Köln, auf dem AfD-Parteitag. Ja, wie soll ich das jetzt deuten? Ja. Ja, wie gesagt, wir sind da von Haken. Also ich finde diese Ungleichbehandlung, ich meine, wie du schon sagst, Mozart, man kann zur AfD stehen, wie man will. Man darf einzig vergessen, das ist eine zugelassene Partei und die hat die gleichen Rechte und Pflichten, wie jede andere zugelassene Partei auch. Punkt. Ist so. Also hat sie auch gleichbehandelt zu werden, auch von den anderen Parteien. So meine ich das. Was ist jetzt los? Nichts, alles gut. Mozart. Der Volker hängt. Mozart sprachlos, das kenne ich gar nicht. Ich habe die Befürchtung, egal was, was gewählt wird, kommt immer die gleiche Scheiße bei raus. Das wird alles so bleiben, wie es war. Die einen werden ein bisschen mehr Stimmen haben, die anderen ein bisschen weniger und gut ist. Aber vom System her, die Merkel wird dranbleiben und die SPD wird dann wieder zusammengegeben mit der CDU, damit sie an der Wacht bleiben mit, damit sie was zu sagen haben. Und ansonsten werden die sich an die einen und andere aufgeteilt und gut ist. Und ob die AfD da drin ist oder nicht. Die werden die eh nicht für vollnehmen und die werden so niedergemacht. Tom, ich könnte mir auch vorstellen, dass eventuell vielleicht beim nächsten Mal das auf Schwarz-Gelb hinausläuft. Ja, das ist auch gut möglich, ja. Ja, weil die SPD steht ja nun doch mehr oder weniger doch ganz schön unter Beschuss. Die haben sich auch offiziell noch zu den Linken bekannt, oder nicht? Darum geht es nicht. Wenn du dir die SPD anguckst, wo sie herkommen, was sie gemacht haben, was haben sie getan, als sie an der Regierung waren? Die sind auf ihrer Linie gar nicht mehr voll. Dann ist das für mich nach wie vor der letzte kommunistische Dreckswichshaufen. Diese Drecksschweine von der SPD gehören weg. Ich verstehe nicht, dass ein Deutscher diesen Müllhaufen-Mensch wählt. Ich verstehe es nicht, ganz im Ernst. Also die anderen Parteien, ich habe auch mit der CDU meine Probleme, aber die SPD ist so eine Heuchlertruppe. Das ist unglaublich. Alle, Knacki, alle, die da sitzen. Wah, unglaublich, echt. Alle, die da sitzen. SPD, CSU, CDU, Linke, Grüne. Alles derselbe Sumpf. In einen Sack, Knüppel drauf, triffst du keinen Verkehr. Mit der SPD habe ich meine besonderen Schwierigkeiten. Also ganz im Ernst. Da hast du schon 30 Jahre gewählt. Ja, und die haben bei mir verschissen, bei der letzten Bundestagswahl, wo der Dicke ran sollte. Und die haben dann anschließend die Nachwahl gemacht unter dem Genossen. Da habe ich gesagt, ey, ihr geht hin mit dem Argument, wir wollen regieren. Und dann kneift der Dicke den Arsch ein. Da habe ich gesagt, Alter, jetzt hört es aber auf hier. Das kann doch nicht wahr sein. Der wollte sich den Arsch nicht verbrennen. Nee, der wollte seinen Arsch einfach nur in Sicherheit haben. Nach dem Motto, lass mich einfach dabei sein. Einfach Kohle mit dem Arschlecken fertig. Ich sage jetzt mal so, Knacki, wir sind ja nun wirklich ein bisschen anderes Semester. Wir kommen zum 60er. Ey, in den 70er Jahren, da war die Politik im Fernsehen so spannend wie der Wetterbericht. Da war nichts los. Da saßen alte Säcke, die hatten einen schwarzen Anzug, eine Krawatte und dann saßen die da. Und dann hast du mal diese Pappköpfe da irgendwann mal eine Woche gesehen. Da hast du mal so einen Weltspiegel gehabt oder irgendwann. Du saßt von dem doch gar nichts. Die Welt war in Ordnung. Die Leute sind ihren Jobs nachgegangen. Die konnten ihre Eigenheime bauen. Die haben sich aufgebaut. Es wurde hier etwas geschaffen. Die haben die Politik doch nebensächlich. Danach sind die Alten gestorben. Der Helmut Schmidt, Kohle, alle sind raus. Sonntags Frühschoppen. Dann ab 89 ging die Post. Ja, da kamen ja sechs Journalisten aus acht Ländern. Ja, das kenne ich auch noch. Den internationalen Frühschoppen. Aber dann hat sich doch keiner von uns für interessiert für die Scheiße. Doch, ich schon. Doch, ich habe es geguckt. Ich auch, jeden Sonntag. Weil das auch gar nicht wichtig war. Weil das Leben draußen funktionierte auch ohne die Pfeifen da. Man konnte da mal hinhören. Aber das war überhaupt egal, was die erzählten. Da haben sie mal gesagt, wir haben autofreie Sonntage wegen dem Oil Peak. Da haben die Leute gesagt, okay, dann können wir auch Rollstuhl fahren auf der offenen Straße. Okay, da war Politik. Heute, im Jahre 2000, hat sich das alles gewandelt. Das ist ein neues Jahrhundert jetzt auf einmal. Jetzt ist Politik immens wichtig. Und diese Schädel, die jetzt da oben drin sitzen, die Entscheidungen für uns treffen, die treffen genau die Falschen. Und das trifft wirklich jeden explizit hier in dem Land. Jetzt darf man sich davon nicht interessieren, weil dann kommt die Antifaumekurve, wenn man dann sagt, was die da jetzt machen, das ist nicht gut für mich. Überhaupt für mein ganzes Umfeld ist das nicht gut. Besser wäre, was die anderen da sagen, die Opposition. Darf sie nicht. Dann hast du irgendwelche Steine auf dem Schädel, dann hauen sie dir den Knüppel auf den Kopf oder jagen dich zum Teufel. Und das ist das Schlimme, was hier gerade passiert. DDR war wesentlich besser. Also das, was wir jetzt schon je besitzen. Das ist auch teilweise eine Politik der Reform-Unum, die inzwischen stattfindet. Noch nicht mal. Ja, da sind wir schon weit drüber weg. Hast du doch gesehen, die Heiko-Maas-Gesetze, die jetzt da raus sind. Die haben eine Erweiterung gemacht zu einem anderen Gesetz. Jetzt können sie den Führerschein entziehen. Das hat mit dem Straßenrecht ja gar nichts zu tun, wenn er jetzt, was weiß ich, keine Ahnung, was er da gemacht hat. Nehmen wir den mal eben vier Wochen den Führerschein ab. Damit nagelt man nicht. Das heißt also, wenn du berufstätig bist und du bist auf dein Fahrzeug angewiesen, dann Fresse halten ist angesagt. Werd bloß nicht auffällig. Dann kann man dir den Führerschein entziehen. Dann kannst du deine Familie die nächsten drei Monate dann nicht entnehmen. Dann bist du am Arsch. So wird die Maulschraube hier angesetzt und das müssen die Leute doch mal langsam sehen. Deswegen gehen die ja bei Bestrafung auch einen Führerschein jetzt allerdings auch für andere Delikte. Für alles möglich. kann man dir den Führerschein jetzt entziehen. Wenn du Reichsbürger bist, wenn du Selbstverwalter bist, können sie auch den Führerschein entziehen. Wenn du gegen diese Flüchtlingspolitik bist und du machst nicht mal publik, du gehst auf eine AfD-Demo. Reicht. Je nachdem, in welchem Job du stehst. Reicht schon. Du brauchst da nur hingehen. Hier Pegida oder so weiter, diese Dinge, die da immer ablaufen. Das ist irre geworden hier. Die Leute checken. Ich denke schon, dass die Leute da checken. Ich will ja gar nichts unterstellen. Aber traut sich hier keiner mehr, das Maul aufzumachen. Nur in der Anonymität. Und anonym ist ja heute schon so eine Sache. Das kommt noch dahin zu, das Denunziantentum, welches auch noch wieder aufgebaut wurde. Der Deutsche ist doch nicht geiler, als sich gegenseitig anzuscheißen. Er hat doch nichts anderes mehr zu tun, als den anderen anzuscheißen. Obwohl er selbst, wenn er mal im Spiegel guckt, guckt er mal in so einem Gesicht und sagt sich, bin ich 100% echt? Nein, bin ich auch nicht. Ich habe auch Scheiße am Stecken. Aber dem schieße ich ihn auf den Arsch. Da freue ich mich jetzt, dass sie ihn am Arsch kriegen. Irgendwann kommt, die können dir heute ein Telefon abzapfen, wenn dein Nachbar die Steuer hinterzieht. Wusstet ihr das? Wenn ihr irgendwo wohnt, so wie ich in der Siedlung und mein Nachbar hat Steuer hinterzogen, das weiß ich doch nicht, dann können die auch mein Telefon abhören. Dürfen die? Wieso? Telefon abhören? Wieso dürfen die denn? Ja. Ja, da fragt man sich, aber wusstet ihr das? Ja. Ich weiß es nicht. Es gibt doch noch ganz andere Dinge. Ach, hör auf. Wie gesagt, da könnte man echt ein ganzes, stundenlang könnte man darüber quatschen, da wird sowieso der Kanal dazu gemacht. Das ist das Nächste. Siehst du auf Facebook, welche, der eine, was hat er gekriegt? Ein Monat Sperre, weil er den Vergleich gemacht hat, die Weiße Rose, die hatten Fake News veröffentlicht und sind erschossen worden dafür. Bupp, 30 Tage gesperrt. Da hängt das noch. Super. Ja, nur was gesagt von Is. Schau fertig. Ja, die Welt wird halt schön gemacht, Opfer wollen oder nicht. Ja, siehst du alleine schon hier. Wie gesagt, diesmal ein interessantes, also für mich jetzt wirklich ein sehr interessantes Thema. Man hört auch, ist auch eine Gesprächskultur da. Trotzdem hast du hier 60 Daumen runter. So. Ja, das muss man vielleicht mal so sehen. Die Wahrheit mag nicht jeder. Nee, die hast du ja immer. Die hast du ja immer Minus. Du kannst jetzt auch über Ficken, Pocken, Blasen hier oder du kannst über Drachen steigen, kannst du erzählen. Hast du das? Das sind Qualitäts. Wenn man ein interessantes Thema kommt, dann wechselt die Position gar nicht. Es wird immer mehr Minus, verstehst du? Also weißt du doch, welches Publikum den Daumen da drückt. Verstehst du das? Ja, das sind ja Geschickte. Ja, sicher. Dafür lohnt es sich eigentlich gar nicht. Auf die Dinger braucht man auch gar nicht gucken. Eigentlich sollte das uninteressant sein. Vielleicht ist das viel wichtiger, dass dieses in die Welt kommt und die Leute, die jetzt hier nicht online sind, dass die dieses Mal vielleicht zu hören kriegen. Darum geht es ja auch nicht um die ein paar Mannekes, die jetzt hier zuhören oder so. Das ist ja in dem Moment okay, wenn man gegen die Wand läuft, aber wird ja interessanter in den nächsten Wochen. Nee, das sind keine persönlichen Hater. Ich denke mal, die Hälfte davon ist SSL, Teil vielleicht Kahane Stiftung. Ein paar Hände haben wir noch dabei. Dieses Kahane Stiftung, selbst Annette Kahane oder Agnette oder wie die heißt. Überleg mal, was hat die gemacht, die Nastasi? Und die ist jetzt da in der Stiftung. Dann hat sie noch da die Propagandaministerin da, wie heißt die Typin da, die Bomber, Herr ist Feuer frei? Für Hate Speech. Die Beauftragte für Hate Speech. Die bringt solche Sprüche da auf den Weg. Da müssen doch die Leute mal langsam wach werden. Oder wie letztens in Berlin diese beiden Busse dort aufgestellt wurden. Das ist ein IS-Symbol. In Dresden. Ja, in Dresden. Das ist ein IS-Symbol. Das hatte man da hingestellt. Da war sogar noch eine IS-Frage drauf, als er noch in Syrien stand. Das stellt man da hin. In Dresden. Das ist eine Verhöhnung. Wirklich eine Verhöhnung der Menschen, die hier leben. Absolut eine Verhöhnung. Und die Einzelnen, die da drangegangen sind, das waren die Identitären mit dem Bachmann übrigens. Die hatten ja noch ein Plakat dran gebastelt. Ja, ja, sicher. Die haben das clever gemacht. Das sage ich ja. Der Martin Sellner. War gut, was er da gemacht hat. Wie gesagt, eine super Nummer. Ich meine, der Junge hat wirklich Arsch und eine Buchse, muss man ja sagen. Der da veranstaltet, er ist ja jetzt unterwegs da mit dem Schiff. Die wollen ja die Riesennummern da machen, dass er überhaupt an Bord geht. Aber so weit ist das mittlerweile. Die Helga hat miteinander gesagt, die bringen gute Aktionen. Wie gesagt, besser wäre, wenn die noch mehr Unterstützer hätten. Ja, und da musst du natürlich auch wieder vorsichtig sein. Okay, da ist das Nächste. Wenn du Unterstützer bist, das ist eine Stiftung und du überweist deine Kohle, dann bist du offengelegt. Dann stehst du auch auf der Liste. Und wenn du siehst da dann irgendwann mal auf den Schirm kommen und sagst, das ist jetzt so was ganz, ganz Schlimmes und du hast da Geld hingespendet, bist du auch was ganz Schlimmes. Das ist das Nächste. Die verbieten die und dann bist du Mitglied einer terroristischen Vereinigung und da gehst du vielleicht auch im Bau. Den Guantanamo, was weiß ich. Dann ist das Schlimmer daran. Die Gesetze wurden gerade so geschaffen und die sind so was vom Verschachtelt. Und da blickt auch keine Sau mehr richtig durch. Also haben die Leute gelernt, besser ist Fresse halten. Aber je länger du die Fresse hältst, eigentlich ist es eigentlich gut, weil je schneller funktioniert er dann und desto eher knallt er auch. Dann platzt die ganze Blase hier. Wird ja auch mal Zeit, weil so kann das wirklich nie weitergehen. Ist ja irre. Absolut irre. Da ist ja ein Thema irre als das andere. Da ist ja die flache Erde sogar noch, was soll man sagen, so Freizeitausgleich. Als Hobby. Als Hobby, ja genau. Ja, wir hatten die Paragraphen, die geändert wurden, ja alle mal hier vorgelesen. Also, man kommt sich ja chancenlos vor mittlerweile. Willkommen in der DDR 2.0. Ja, da sind wir schon drüber, glaube ich, Marco. 129 Bildung einer kriminellen Vereinigung, jo. Ja, das kommt demnächst. Wie gesagt, wenn du dann die Spenden dahin gibst und du unterstützt jetzt damit die Sprit kaufen können, hast du Unterstützung einer kriminellen Vereinigung. Wie soll ich? Die ist ja doch von Cardi oder ist gut? Ja, sicher. Ja, das ist das Nächste. Wie gesagt, du kannst dich hier schon fast gar nicht mehr bewegen. Aber viele scheinen das anscheinend gut zu finden. Wenn man die Umfragen in der Vorsaar sieht und so weiter, Infatest, 40 Prozent, die CDU hat Zulauf. SPD kommt da um die 25, 22 raus. AfD fällt natürlich wieder um ein Prozent ab. Also, ich persönlich in meinem Umfeld, und ich kenne wirklich eine Menge Menschen, ich kenne keinen, der die nicht wählt. Ich kenne keinen der CDU oder SPD oder Linke und Grüne wählt. Kenne ich keinen. Nicht einen Menschen in meinem Umfeld oder auch in meinem ganzen Kreis, den ich so kenne, an Menschen. Nicht einen. Selbst von den Kiddies, die ich hin mittlerweile über den Sohn. Nicht einer. Die verstehen das alle nicht mehr, was da läuft. Aber wie ist denn das Wahlergebnis, was kommt unter ferner Lieben und kann ich mich gar nicht mehr so unterhalten? Das machen wir auf jeden Fall als Stammwähler schon. Sieben Prozent kommen die garantiert raus. Eigentlich müssten die zweistellig sein an die 20 Prozent, 17 Prozent, vielleicht 21 Prozent. Eigentlich sollten die da liegen, die AfD. Eigentlich ja. Ich bin auch gespannt jetzt bei der Wahl, welche Zahlen da rauskommen. Ich bin echt gespannt. Also ich habe eine Flasche Sekt auf jeden Fall, wenn die Grünen rausfliegen. Dann haue ich mir auf jeden Fall erstmal einen rein. Das wird so hin und her gerechnet, die werden nicht rausfliegen. Wenn die rausfliegen, dann wäre das Beste für mich, was passieren kann. Zeit zu gehen, mein Gute. Knacki, Paulinchen und Christian Jakob sind wohl nicht zuletzt lieber beim Raten, da du so rechtes Gesocks wie Tina und Helga hier duldest. Ja, der Marc ist krank und Paulinchen hat heute ihre Katze einschläfern lassen und die Leute sind auch einfach manchmal platt, aber ist nett. Ja, auch dieses da mit den rechten Leuten, was soll denn das? Was ist denn rechts, was ist denn links, was ist denn Mitte? Was ist denn das überhaupt? Also ich sehe hier gar keine rechten im Moment. Ich auch nicht. Ich wirklich auch nicht. Also wirklich nicht. Also hier schon gar nicht. Also bei dir überhaupt gar nicht. Das war ja mal eine Zeit lang, da ging er ja ein bisschen drunter und drüber, aber selbst da hat man das ja gefiltert. Weißt du, da warst du ja auch immer da wirklich immer straight und gesagt hast, du willst diese Scheiße hier nicht. Und Paulinchen ist noch da, siehst du. Grußzeichen 8,8. Außerdem, das waren keine echten. Das waren alles. Ja, weil man will es doch nicht. Das ist doch kontraproduktiv in heutigen Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist doch Schwachsinn. Wir haben ganz andere Probleme hier. Also so ein Blödsinn. Diese Schubladendenken ist ja immer da. Wenn du lieber eins sagst, bist du rechts. Der Flischdenkster sagt, manchmal denke ich mehr, die sollen einfach den roten Knopf drücken und dann haben wir es hinter uns. Das Problem ist, wir sind an einer ganz komischen Situation für jeden Einzelnen angekommen. Diese Positionierung für dich und dein Leben kannst du gar nicht mehr vornehmen. Einfach noch einmal, das kann doch nicht sein, dass ich sage, um meine eigenen Vorbehalte gegenüber Dritten abzubauen, stelle ich mich bei einer AfD mal hin und höre mal nur zu, was die sagen. Einfach um festzustellen, stimmt das, was das Fernsehen mir sagt. Und in dem Moment, in dem ich dabei stehe, bin ich schon im Arsch. Das ist doch, das kann doch nicht sein. Und noch einmal, diese ganzen Drecksvereine, ich muss mich da echt gerade für hinsetzen, diese ganzen Drecksvereine, SPD, CDU, die Gewerkschaften, die Katholische Kirche, der Kölner Dom, Leute, ihr seid die größten Dreckschweine, die hier rumlaufen. Noch einmal, die schreiben sich Demokratie auf die Fahne und bei einer AfD-Kundgebung einer legal in Deutschland existierenden Partei müssen die Abgeordneten Spießruten laufen durch den Pöbel machen. Das unter Polizeischutz, das kann es doch nicht sein. Auch die Zuschauer, auch die da hinwollten. da wurde ein alter Mann noch geschlagen und so weiter. Das ist das. Noch einmal, das ist Adolf Hitler 2.0, was hier abläuft unter Regie von Diktatorin Merkel. Leute, ich weiß nicht, ganz im Ernst, also mein ganzes Wertesystem kommt ins Rutschen, weil ich immer davon ausgegangen bin, die Kirche, das sind Schweine, die sich die Tasche füllen und mal hier und da so ein bisschen pädophil spielen. Aber ich bin immer davon ausgegangen, dass die Kirche versucht, allen Menschen irgendwo auch ein bisschen zu helfen. Und nein, tun sie nicht. Das ist ein Dreckschweinladen, ganz im Ernst. Steuerunterzieher, Drogensüchtige, was weiß ich, das ist nur noch Abschrauben. Leute, ganz im Ernst, ich komme mit dieser Nummer überhaupt nicht mehr klar. Ich komme jetzt auch aus der Kirche raus. Ich war jetzt seit meinem ganzen Leben immer drin, ich gehe jetzt, ich trete aus. Dieses Jahr ist für mich das letzte Jahr gewesen, Ende des Jahres bin ich da raus. Ich kann mein Geld wirklich besser spenden an Leute, die bedürftig sind. Ich muss ja nicht der Kirche geben. Ja, weil noch einmal, also für mich ist das unvorstellbar, dass du als Abgeordneter, der zu seinem Wahlbüro will oder so, dass du einen Spießrutenlauf machst. Also ich verstehe nicht, wo das noch hinfallen soll. Das ist aber so. Das stimmt, das ist krank geworden in letzter Zeit. Das ist wirklich krank geworden. Du weißt ja, früher stand, wir bedienen keine Juden, heute bestehen, wir bedienen keine AfD-Mitglieder. Steht doch. Ja, ist so. Ja, aber kann doch nicht sein. AfD und Köter mussten draußen bleiben. Leute, das ist, ey, das ist gelebter Rassismus hier. Das geht gar nicht. Sorry. Das ist aber so. Ja, vor allen Dingen jetzt noch, da muss man noch mal so sehen, wer dieses vorschlägt, das sind genau die Parteien, die unser Leben immer schwerer und schwerer und schwerer machen. Müsst du doch mal überlegen. Die Gewerkschaft Verdi ruft dazu auf, die katholische Kirche ruft dazu auf. Und nochmal, ich rede jetzt nicht über irgendeine kleine Kleckersdorferkiste aus Paderborn, sondern die Jungs vom Kölner Dom haben das getan. Ey, ticken die noch ganz sauber. Die haben sich gefällig, sich aus der Politik rauszuhalten. Die können genauso, wie andere wählen gehen. Aber die können doch nicht hier im Prinzip, wie gesagt, die Weimarer Republik hier spielen. Die kicken doch wohl nicht ganz sauber. Die Kirche hat sich da absolut auszuhalten. Absolut. Die sollen ihrem Auftrag nachkommen. Die sollen eben diesem Auftrag der Kirche nachkommen. Das heißt, für Bedürftige da sein. So sieht es aus, ja. Für Bedürftige da sein. Die sollen eben Bedürftige auffangen. In welcher Form auch immer. Die können eben bei der Caritas sich involvieren. Die haben Kohle ohne Ende. Wenn ich mir überlege, wie reich die katholische Kirche ist, ja? Ja. Wie viel noch Milliarden? Größter Grundbesitzer in Deutschland. Ja, Ette hier. Der ist ja auch mein spezieller Freund. Wieder ein Sozi. Ich kann den ja auch im Tod nicht ab. Also ich kann den Lindner und den hier, den kann ich ja auch im Tod nicht ab. Das ist der scheppigste, den wir überhaupt wählen konnten. Der macht hier gerade einen Spendenaufruf für UNICEF und zwar für Hilfe im Sudan. Diese Dreckschweine hier haben alle mit an der Krise verdient. Diese Dreckschweine haben alle diese Krise forciert und statt dass also hier die mal in die Tasche packen, soll es wieder der Steuerzahler wuppen. Das ist ein Oberhaller. Das ist ein echter Oberhammer. Ehrlich. Die hier, die sehen zu, dass da unten knallt, verstoßen gegen jedes Recht. Also aus meiner Sicht gegen jedes Recht und die rufen uns hier noch zu spenden auf. Das ist ein Oberknaller, ganz im Ernst. Ja und das Geld kommt doch auch gar nicht da an. Das ist das Nächste. Man muss ja mal so sehen, wirklich in Afrika, je nachdem wo du da bist, da ist ein Jahreseinkommen so hoch wie dein Begrüßungsgeld, wenn du hier aufstehst in Europa. Na, aber das Geile ist, die haben ja alle zusammen, SPD, CDU und diese ganzen anderen Drecksvereine, die haben ja alle vorher noch Sanktionen gegen den Jemen hier verabschiedet. Die haben diese Sanktionen verabschiedet und heute rufen sie dann zu spenden auf. Ja, ja, das ist das Nächste. Die sind ja schon eine Heuchelei. Also wirklich, das muss man wirklich so sehen. Also ich möchte an deren Stelle auch nicht sein, wenn die Augen mal zugehen, weil ich glaube an der Gerechtigkeit, die dahinter herrscht. Ja. Ich möchte nicht in deren Position sein, ganz ehrlich nicht. Ganz ehrlich nicht. Und den zweiten, also hier den anderen, den ich auch so super finde, das ist ja hier Mopsi, wie ich immer sage. Mopsi finde ich auch sehr sympathisch. Ja, Mopsi, als ich zehn Jahre alt war, wollte mich eine Lehrerin zur Sonderschule schicken, weil ich angeblich so dumm war. Okay. Vielleicht wäre das ein guter Plan gewesen. Wieso hat er gesagt, angeblich? Er schreibt ja angeblich auf seiner eigenen Homepage. Ja, das angeblich können wir doch streichen. Das hast du gesagt. Aber, nee, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, das ist dieses Verlogene. Ich komme mit diesem Verlogenen nicht klar. Ja, der Typ hat sich den Magen abbinden lassen, damit er mal ein bisschen abnimmt. Hast du gesehen? Wollte ich gerade sagen, der nimmt ja rapide ab. Ja. Aber wie gesagt, der Typ, Mann, das ist auch die Spielerei, die sie jetzt gemacht haben, dieses komische Spiel. Der ist dann zurückgetreten als Vize, verstehst du, haben sich jetzt den Martin Schulz da geholt. Unglaublich. Und der macht einen auch sozial. Ja, du weißt, weil er da alle betrieben hat in Brüssel, wo er sich die Sitzungsgelder da in 365 Tagen in die Tasche gesteckt hat. Der Typ, ey, der erzählt was aus sozialer Gerechtigkeit von den kleinen Mann. Ja, der steht da hin und jetzt müsst ihr mal alle Martin rufen und so was. Von Saulus zu Paulus. Ja, ich hatte mal durchgerechnet. Der hatte ja sogar geschrieben, ich glaube, der wollte 5 Milliarden, wollte der dem Bürger als Steuerpräsident zurückgeben. Da habe ich mal durchgerechnet. Das waren irgendwie, glaube ich, 8 Euro im Monat pro Nase. Also ein Witz für Dove, das funktioniert ja alles. Er hat in seiner Partei durchrechnen lassen. Ich weiß ja nicht, welchen Taschenrechner die benutzen, aber meiner funktioniert anders. Vielleicht hat die die polnische Nation nicht berücksichtigt. Ich weiß es nicht. Ja, vor allem verteilen die ja geldfremde Leute. Das haben sie auch nicht vertreten. Vor allem haben die noch nicht berücksichtigt, was jetzt im nächsten Jahr noch an Gelder locker gemacht werden muss für die 6 Millionen, die demnächst noch kommen. Weil die wollen auch finanziert werden. Die Krankenkassen müssen das finanzieren. Da hat die Krankenkassen eine Meldung rausgegeben, durch diese Flüchtlingskrise wird die Krankenkasse entlastet. Weil immer mehr frische Leute ja auch da reinkommen. Totaler Schwachsinn. Die Regierung muss für jeden Menschen, der hier reinkommt, 96 Euro monatlich in die Kasse abführen. Und er deckt den Bedarf, den die da rausziehen, in keinster Weise. In keinster Weise. Irre. Aber das wird den Leuten einfach erzählt. Da kommt so eine Meldung dann in den Nachrichten und die Leute sind zufrieden. Ja, jetzt sind ja Leute reinkommen, die sind ja jung, die sind ja nicht krank, die sind ja gesund. Aber wenn was passiert, sind sie jedes Mal psychisch krank. Jedes Mal. Schlimme Kinder hat gehabt und psychisch krank. Ja, wie gesagt, das stimmt alles vorne und hinten nicht. Die Krankenhäuser sind immens belastet auch jetzt durch diese Situation. Mittlerweile muss man ja schon Arabisch sprechen in den Krankenhäusern. Die verstehen kein Französisch, kein Englisch, kein Deutsch. Die meisten, die jetzt mittlerweile reinkommen, die verstehen nicht erst gar nicht. Die brauchen Dolmetscher in den Krankenhäusern werden Dolmetscher oder eben Personal, welches eben der arabischen Sprache mächtig ist. Die werden dann geholt für die Erstgespräche. Weil dann ist kein Gespräch mehr möglich. Und dann, wenn noch Männer eingeliefert werden, die diesen islamischen Glauben verfallen sind, die gucken die Schwestern auch nicht mehr an. Meine Frau ist im Einzelhandel. Da sind Männer dabei, die lassen sich von Frauen nicht bedienen oder abkassieren. Im Krankenhaus ist das gleiche. Das funktioniert genauso. Mit meiner Frau ist das gleiche. Was die mir hier manchmal für Storys erzählt, sagt mir mal vorher Bescheid, komm mal vorbei. Ich unterhalte mich mal mit dem. Der versteht mich da schon. Dieser Toni Gallo, der geht mir langsam auf den Sack. Den Rettel rausschmeißen, den Vogel. Fahr mal ein bisschen runter mit deiner komischen Verteilerei da. Wer an wen vollnimmt und solche Sachen. Ja, wie gesagt, das sind Situationen, die sind nun mal existent. Ich rede es ja nicht schlecht oder schön. Das sind einfach echte Situationen. Ihr seid ja nie vor Ort. Macht doch einfach mal den Spaß. Letztens die Nummer, die da war, wo von Roma oder Sinti-Familie jemand eingeliefert wurde in die Intensivstation. Da wollten die mit 100 Leuten in die Intensivstation. War eine Meldung in der Presse. Da mussten sie Polizeischutz da beantragen und dann haben sie die dann reingelassen. Meine wurde schon bedroht. Er hat gesagt, weißt du, wenn meine Mutter stirbt, bist du tot. Ja super, dann macht das richtig Spaß, da zu arbeiten, oder? Ganz kurz an den Toni. Zufibier ist ja auch in Ordnung. Das Problem ist, wenn Leute hier anfangen, rauf, runter und der mit dem und der hat mehr Recht und so, das ist wieder Teile, herrsche, Spalte. Das macht hier keinen Sinn, sich an einzelnen Personen abzuarbeiten. Das geht nicht darum, dass einer hier mehr Recht hat oder der andere ein bisschen weniger. Wir haben alle Recht, wir sitzen alle in einer Kiste, das haben wir ja schon mal irgendwann. Wir sitzen alle in einem Boot. Der eine mag ein bisschen besser rhetorisch geschult sein mit der Aussprache und so weiter, der andere hat eben mehr Fakten und wie auch immer. Aber wir sitzen alle in einer Kiste. Ihr, die da schreibt, ihr, die da zuhört und ihr, die demnächst diesen Stream euch anhört. Wir sitzen alle in einer Kiste, außer ihr seid Bill Gates oder Soros oder was weiß ich. Dann hast du eine eigene Kiste. Dann hast du eine eigene Kiste. Aber dann sitzt ihr auch mit den Jungs, auch in eure Kiste. Aber unsere Kiste ist halt dieser Hangout, diese Chats, diese kleinen Internetgeschichten, dieses Facebook und diese Twitter-Scheiße und diese ganze Kacke, die hier läuft. Wir sitzen alle in einer Kiste. Und wenn du da vorne ein Loch reinhaust in das Boot, dann gehe ich hinten auch mit unter. Genauso sieht das aus. Und da müsst ihr euch mal langsam klar werden drüber. Wir müssen jetzt mal langsam so eine Solidarität aufbauen, dass wir in ein und dieselbe Richtung zumindest anfangen zu denken und nicht anfangen, uns hier gegeneinander runterzumachen oder gegeneinander gegenzuschreiben. Solidarität fängt ja schon an, dass man überhaupt miteinander klarkommen will. Nicht muss, sondern will. Ja eben, man muss es wollen. Ja, das stimmt schon. Aber wie gesagt, wichtig ist zu erkennen, dass wir alle gleich sind. Uns betrifft das halt nun mal alle. Wir sind nicht im Sudan, wir sind auch nicht in Australien oder der nächste Sitz in Neuseeland. Wir sitzen alle in Deutschland irgendwo hier. Die meisten zumindest. Manche, okay, aber wenn du im europäischen Unionsraum bist, bist du genauso am Arsch. Du musst schon aus Europa raus. Aber warum... Die Deutschen haben keine Mentalität dafür, auf die Straße zu gehen. Ja, aber die waren ja die Griechen, die... Die haben ganz andere Mentalitäten, die kennen das auch ganz anders. Also ich hatte gestern so Revue passiert. Es gibt wieder mal Wahl und welche Themen gibt es nicht mehr? Also die Krim gibt es nicht mehr, Aufstände in Frankreich gibt es nicht mehr. Asylanten kommen jeden Tag, gibt es gar schon lange nicht mehr. Genau, wie viele Asylanten kommen, gibt es nicht mehr. Jetzt gibt es nur noch diese Asylantenberichte, wo Asylanten Gold finden oder Geld zurückgeben oder irgendeinem Bus geholfen haben. Was gibt es sonst nicht mehr? Russlandkrieg gibt es nicht mehr. Über die Russlandsanktionen wird nicht groß erzählt. Syrien wird jetzt alles viel besser. Trump ist ja auch mittlerweile lieb und nett. Ja, genau. Irgendwie sind alle wieder auf Schönpolieren hier irgendwie. Weichgespült alle. Ja, wie gesagt, was diese Trump-Politik da angeht, das ist nicht, was der Typ da macht, sondern was die Presse uns hier berichtet, glaubt es einfach nicht, was da so geschieht. Das ist der Typ, der macht da was ganz anderes. Das wird er uns auch nicht berichten, so wie das da alles ist. Das ist auch nicht er, der das alles blockiert, sondern der hat ja auch nicht so die Welle zu sagen. Er hat ja noch ein Parlament da um sich. Er hat die Konservativen noch da. Und da wird ja auch vieles umgekippt und blockiert. Der Jan Winterseid, was bringt es denn einfach nur für irgendwas auf die Straße zu gehen? Kann ich dir sagen, ganz viel. Also wenn genug Leute da wären, ich brauche 100 Mann, morgen 14 Uhr in Hamm, Treffpunkt am Bahnhof. Und wir gehen einfach mal durch die Stadt, aber auf den Straßen spazieren eine Stunde. Und das machen wir jeden Tag. Was meinst du, was hier los ist? Und wenn das überall in Deutschland passiert, was meinst du, was hier los ist? Wobei 100 Leute noch ein bisschen, wobei 100 Leute noch zum Bundestag gehen. Das ist das Einzige, über die Straße laufen. Ja. Das klingt jetzt auch so. Man sollte sich wirklich in Berlin verabreden. Also das ist ja wieder eine ganz gefährliche Nummer, wenn man jetzt so etwas aufruft. Ich sage aber mal, ich postuliere mal eine Idee, was ich mir jetzt gerade so denke. Ich habe jetzt im Gedanken, ich habe gedacht, wenn man sich doch in Berlin treffen würde mit 10.000, 20.000 Menschen und man geht einfach in den Bundestag und man will sich mal so eine Rede anhören. Da muss man sich natürlich vorher anmelden, aber wer will denn 20.000 aufhalten? Wer denn? Der eine Mann, der da vor dem Häuschen steht unten in dem Park? Ja, der Schakko, der sich noch niemals mit dir unterhält, wo du mal eine Frage stellst und sagst, wie komme ich denn da rein? Ja, da muss man zu dem Bus gehen. Nee, da sind ja, da stehen ja mal zwei, drei Polizisten hoch und dann haben die ja... Zwei, drei, 20.000. Jetzt, ich sag mal Knacki, wir gehen jetzt mit 50.000 zum Bundestag und wir wollen jetzt einfach mal eine Sitzung besuchen. Da kommen ja nicht die 50.000 rein. Aber ist doch mein Reden. Normalerweise klettern die alle über den Zaun, die können nicht alle aufhalten. Kann nicht alle aufhalten, nein. Ja. Alle weiß gekleidet, einfach, weißt du, so einen Kaff da an, ohne dass man sehen kann, der ist nicht bewaffnet, nix, der hat keinen Stein in der Buchse, der ist da ganz friedlich. Alle wollen einfach nur in das Parlament in den Plenumsaal, fertig. Und dann ist die Presse da, das kann es aber für. So sieht es aus. So, wenn die dich wegholen, warum wollen sie da rein? Da sagst du, ich möchte mir den Quatsch einfach mal anhören, weil das, was da erzählt wird, ist nicht das, was hier gerade passiert. Das stimmt alles. Und dann kann man mal diskutieren. Und so funktioniert das. Durch Dresden zu laufen oder durch Hamm oder was weiß ich hier in Düsseldorf, da mit 100, 200 Mann am Bahnhof stehen mit einem Plakat, da lachen die uns aus. Das ist Blödsinn. Du musst genau vor den Ort gehen. Bundeskanzleramt, weißt du ja, Parlament hast du vor dir, links davon Bundeskanzleramt, dann setzt du dich an eine Spree und besetzt mal einfach die ganzen Passagen. Der Erdenbewohner, der Erdenbewohner nutzen gleich null. Nein, falsch. Was hier passiert, das ist so, ich habe ja immer diese NRW-Sprache, jetzt kommt wieder einer, also geh mal schön in Deckung. Hier so Flachköppel wie du, die mittlerweile kapituliert haben, denen jedes Argument einfällt, um eine Sache kaputt zu reden, aber kein Argument einfällt, um eine Sache nach vorne zu treiben. So Leute wie du sind hier gerade das Problem. Die, die zu jeder Scheiße was zu sagen haben, sich als Erdenbewohner titulieren, nicht mit ihrem Namen für ihre Meinung stehen, das ist das Problem, was wir hier in Deutschland haben. Feige, dumme, Dreckschweine, die eine große Fresse im Internet haben, aber die zu dämlich sind, auf dem Laken Pies zu malen. Ja, das ist unser Problem. So, jetzt husch die. Und auch die Diskussion, die immer geführt wird, uns geht es doch hier noch gut oder uns geht es besser als vielen Ländern, das stimmt gar nicht. Das ist eine absolut glatte Lüge, Toni. Lest mal nach, Galo, lest einfach mal Statisten nach. Wir sind an Nummer, wirklich vorletzter Stelle in Europa, mit dem Wohlstand. Wir haben nur für eine einzige Sache die Angst, dass das Volk, dass das Volk sich mal einig ist und an diese Einigkeit, die herzustellen, das ist hier gerade das Problem. Und das Problem sind die Leute, die an jeder Scheiße irgendwas zu debattieren haben, aber noch einmal in die falsche Richtung denken. Das ist das Problem, was hier in Deutschland besteht. Ja, siehst du knacke, jetzt die Meldung mit den Eiern. Das ist jetzt der Skandal. Die Eier, die haben jetzt dieses, was weiß ich, Fibronil da drin. Seit wann haben die das denn? Wisst ihr das? 20 Jahre bestimmt schon. Seit Juni. Was? Nein, nein, schon dieses Jahr, aber seit Juni wissen die das. Was haben wir denn jetzt, August? Wann habt ihr denn die Meldung gelesen mit den Eiern? Progestern. Eben. Und dieses Zeug, dieses Fibronil, das ist, wenn du jetzt so, wenn du Tiere besitzt, du hast jetzt Hund, Katze, die haben ab und zu mal schon Flöhe und dann holst du so was wie Frontline. Da ist genau dieses Fibronil drin. Das ist der Wirkstoff. Giftig wird er eigentlich nur, wenn man den in den Körper bekommt, diesen Wirkstoff, weil so wird er auf die Haut aufgetragen, dann geht er in die obere Hautschicht rein, der geht gar nicht in den Blutkreislauf. Der will über das Hautfett, über die Schuppung nachher, über das Talg im Körper des Tieres ist ausgeschieden. Und jeder Floh, der jetzt da rein sticht, da wird eben ein Stoffwechsel unterbrochen beziehungsweise der wird in Stress versetzt und der gibt einen Ausfall. Also eigentlich wird diese Gabba nicht mehr gebildet. Das heißt also, diese Gamma-Hydroxybutasäure. Und da ist es für den Menschen, wird es jetzt langsam mal interessant. Warum ist das für den Menschen so giftig, wenn ich das aufnehme? Eigentlich würde ich mal ein bisschen hingucken, die Diabetiker. Die sind sehr, sehr gefährdet, wenn die diese scheiß Eier da fressen. Weil die haben eh schon ein Problem mit ihrer Bauchspeicheldrüse, mit dem Insulin. Also mit der Produktion. Und diese Gamma-Hydroxybutasäure, die unterbricht nämlich auch noch diesen Indoslinikreislauf. Da wird nachher noch weniger gebildet und nochmal ein Problem. Aber da treibt man jetzt wieder die nächste Sau durchs Dorf, durch diese scheiß Eier. Wie viele Eier musst du denn täglich essen? Sieben Stück, damit du überhaupt eine Auswirkung hast. Wer frisst denn von euch sieben Eier jeden Tag? Wer macht denn das? Wir haben doch jedes Jahr zusammen... Letztes Jahr war es das Hühnerfleisch, das Jahr davor war es Schweinefleisch, das Jahr davor war es Rindfleisch. Das ist doch immer was. Im Sommer finden Sie doch immer was. Das ist nicht mehr da drin. Aber wenn man mal alle jetzt die Lebensmittel mal wirklich auf den Prüfstand geht, mal richtig auf den Prüfstand setzt. Und das Nächste ist, wenn du jetzt zum Tierarzt gehst und du hast jetzt so einen Flohbefall bei deinen Viechern, dann gibt dir den Mittel. Ich habe gestaunt. Ich hatte das nämlich letztens. Da gucke ich den an und sage, ey Kollege, du gibst mir hier ein Zeug, das ist bei uns auf der MAK-Liste. Da muss ich mit Vollschutz, mit Atemschutz mit rangehen. Und ich kann das bei dir hier im Regal kaufen. Das soll ich mir jetzt auf den Sofa schüssen? Ja, sagt er. Dann gehen aber die Eier ja nicht, aber die Flöhe, und dann geht es dann kaputt. Dann haben sie wieder ins Ruhe. Ja, sage ich, das ist super. Und das war jetzt vor diesem Skandal mit den Eiern. Ich habe also in meiner Wohnung, wenn ich dieses angewandt hätte, hätte ich mir eine hundertfach höhere Belastung in mein eigenes Haus gelastet durch dieses Spray mit 400 Milliliter, als ich je an Eiern fressen könnte. Von Heldnismäßigkeit sehen, ja? Wenn ihr wisst, in den Eiern ist was drin, ihr wisst das jetzt. Ihr wusstet aber vorher nicht, dass auch in dem Fleisch der Hühner, normal darf man ja so ein Zeug bei Mastvieh, also welches in dem Verzerrkum, gar nicht anwenden. Da gibt es noch ganz andere Mittel, die man da gar nicht anwenden dann. Das ist jetzt mal wieder etwas, was mal einer durch die Selbstkontrolle mal entdeckt hat, und dann wird das jetzt publik. Und jetzt ist da ein Riesenskandal raus entstanden. Wenn es danach ginge, wird es ja gar nichts mehr essen. Also wenn man sich über so etwas schon so echauffiert und die Presse dadurch bewegt, und das sind wirklich kleine Probleme, wirklich kleine Probleme. Die richtig großen werden überhaupt gar nicht erst diskutiert. Und dann ist das, was mich hier langsam so in die Situation bringen und sagt, was ist hier passiert? Wie ist die Bestrahlung überhaupt hier stattgefunden, dass die Leute so was von... Denken aber allein das Thema Vogelgrippe. Was haben sie in den Alarm gemacht? Wie viele Hunderttausende von Sedervieh haben die geschlachtet? Und was war? Ist einer umgekommen? Nicht einer. Doch, durch die Impfung. Ja, durch die Impfung, ja. Ja, durch die Impfung sind natürlich viele in die Narkolepsie gefallen, ja. Das stimmt. Ist in Schweden sogar eine Krankheit, glaube ich, geworden. Wir finden immer wieder was Neues, wo sich Leute mit beschäftigen wollen, dass man an wichtige Sachen gar nicht denken muss. Ja, ja. Und wie gesagt, wenn es danach geht, dann wenn du überlegst, wie Obst und Gemüse und alles belastet ist, dann dürftest du ja gar nichts mehr essen. Wollte ich gerade sagen. Auch hier, wie er schon richtig schreibt, Chris, hast vollkommen recht, die ganzen Weichmacher, die in den Produkten drin sind, ja. Das, was man zu sich nimmt an Stoffen, die man auf der Haut trägt alleine schon. Der, warte mal, der, warte mal, Flashdänzer und der Kurt Hafter, äh, Hafter, Haftner, genau. Nochmal, ich persönlich, wenn ich wütend wäre, also wenn ich jetzt böse und wütend wäre, würde ich sagen, aus Protest, die AfD wählen. Habe ich auch lange gesagt. Also alle, die wütend und nicht zufrieden mit den Parteien sind, AfD wählen. Alle, die aber einen Schritt weiter sind, die müssten eigentlich das System komplett ablehnen. Bleibt eigentlich noch nicht Wahl. Das ist das Problem, da haben sie vorgesorgt. Da kann es nicht bringen. Ja. Selbst wenn nur fünf Mann, wenn nur der Bundestag wählen geht, ist die Wahl akzeptiert und die haben zu 100 Prozent ihre Stimmen. Ich weiß, aber trotzdem, aber ich sehe das, wie gesagt, aus einer moralischen Ebene wieder und für mich ist dann, wie gesagt, wenn ich wütend wäre und ich bin über die Wut, aber hinaus, das ist mein Problem. Ach Jan Winter, du hast sowas von keine Ahnung und davon jede Menge. Wähl deine weiterhin, deine Parteien, die du da meinst. Wähl bloß nicht die AfD, tu mir den Gefallen, mach das nicht. Wähl deinen eigenen Untergang, weil dann kannst du dich als einziger nachher nicht beschweren. Ja, einen schönen guten Abend zusammen. Guten Abend zusammen. Moin. Die Herren alle, ihr Gedeck vor sich stehen. Oh, wir haben das getrunken. Nö, noch nicht, aber ich habe mir mal ein Bier schon aufgemacht jetzt. Also der Tony Gallo sagt jetzt was Schönes. Die Frage, was können wir machen, dass es besser für uns wird? Oh, und warte mal eine Sekunde. Bim, 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 bim. Auf die Straße gehen oder einer von uns in die Politik rein gehen. Quatsch. Kann ich dir sagen, ich kann dir das nochmal sagen, alle macht den Volk. Verstehst du, das Problem ist, du bist das Volk. Das heißt, du musst anfangen, deinen Maul aufzumachen. Auch, wenn es dafür erstmal Schelten gibt. Das ist das Problem. Das heißt, diese Leute, die müssen im Grunde, also mal salopp gesagt, von morgens bis abends beleidigt werden, wo man sie auch nur antrifft. Man muss denen immer wieder sagen, wir haben dich hier nicht gewählt, damit du hier schicken mit dem Anzug durch den Gegensturz siehst, sondern ich erwarte von dir, dass du hier deinen Arsch bewegst. Und jetzt sieh zu, dass du in deinen scheiß Wahlkreis kommst und irgendwas Geiles für die Menschen machst. Normalerweise müssten wir die Rathäuser stürmen, wir müssten auf der Straße stehen, rund um die Uhr Politiker anrufen, wir müssten sämtliche Medien aktivieren, also wir müssten ganz, ganz viele geile Sachen machen. Aber das Problem ist, ihr Folterer da draußen traut euch ja nicht mal zum Telefonhörer in Hand zu nehmen. Das ist das Problem, was wir hier haben. Ja, und wie gesagt, noch einmal, der Hagen Schütte, der Hagen Schütte wird ja immer wieder massiv angegangen, weil der für Frieden ist. Wie bescheuert seid ihr da draußen? Noch einmal, das ist ja die Grundidee, Frieden, dass wir uns hier nicht vor die Schnauze kloppen. Das ist die Grundidee. Und selbst mit einer guten, einfachen Grundidee, also du könntest auch fordern, mehr Geld für alles. Und trotzdem wäre die Hälfte von euch Spinnern dagegen, weil irgendwelche Psychopathen wieder sagen, ja, wer soll denn das bezahlen? Ja, ist mir doch scheiß, egal, wer das bezahlt. Ganz einfach, mal fünf Panzer weniger produzieren oder irgendeine Scheiße kaufen. Verstehst du? So einfach ist das. Noch einmal, hier, also bei uns, aus unserer Sicht, steht der Mensch im Vordergrund, aber bei denen steht die Wirtschaft im Vordergrund. Das ist das, was uns hier teilt. Und man muss diesen Leuten einfach nochmal ganz kurz sagen, was ihre Mission hier ist. Ich habe die nicht gewählt, damit sie ihr eigenes Portemonnaie voll machen oder zu ihrer Partei halten, was in vielen Fällen gut ist. Ich verstehe, wir hatten ein einziges Mal eine Situation in der Politik. Ich meine, das war in den 90ern, wo es die große Koalition ging um die CDU und SPD. Da haben die einmal am selben Ende gezogen. Ansonsten noch einmal, ihr müsst euch diesen Schwachsinn einfach mal vor Augen halten. Die CDU ist an der Macht und wird abgewählt. Abgewählt und ab morgen ist die gegen alles, was die fünf oder zehn Jahre wollte. Das heißt, die sind einfach, weil sie jetzt Opposition sind, gegen ihren eigenen Scheiß, den sie bis gestern noch wollten. So bescheuert. Das kann nicht sein. Es geht nur noch um die Macht selber. Es geht nur um den Fordergrund. Wie gesagt, am Trog mitzusaugen. Und diese Grundeinkommen-Idee ist auch Schwachsinn. Das heißt, du kannst auch dieses Grundeinkommen mit 5.000 Euro definieren. Du gibst den Leuten 5.000 Euro jeden Monat. Die werden aber nicht zufriedener sein, weil die soziale und weil die menschliche Ungerechtigkeit mittlerweile bei jedem angekommen ist. Nochmal, das kannst du mit Geld nicht aufbinden. Also nur dadurch, dass du mehr Kaufkraft hast und dir jetzt noch ein geiles Handy kaufen kannst, wirst du nicht zufriedener innerlich. Du merkst einfach, dass das jetzt eine Zweiklassengesellschaft ist. Also ich werde hier von einer Diktatur beherrscht, die aus 700 Leuten besteht. Wo gibt es denn sowas? Ich sage ja, du hast also in diesem Land, in der Tat, aus meiner Sichtweise, hast du wirklich nur noch eine Chance, den Ruder ein bisschen rumzureißen. Wenn es überhaupt noch funktioniert. Ich denke, wir sind so auf dem Wasserfallweg, wir sind schon so weit in der Strömung, das wird auf jeden Fall zum Fall kommen. Wir können das nur verzögern. Und das kannst du allein nur schaffen, wenn du diese AfD wählst. Alleine sonst hast du keine Chance. Egal, was du da machst, da kannst du der Tierpartei deine Stimme gehen oder nicht wählen gehen oder was auch immer. Das funktioniert nicht, weil dann wird wieder die GroKo gebildet, die CDU und CSU ist drin und dann werden die Tore geöffnet, das wird geflutet. Die einzige Chance sehe ich jetzt für dieses Land Deutschland nur noch, dass die AfD über die 50 Prozent kommt. Dann würde ich noch eventuell sagen, okay, ich würde noch, ja, eine kleine Chance eventuell noch. Wenn die über 50 Prozent kommt, weil bei 20 oder bei 10 Prozent ist Deutschland... AfD, NSDAP, ey, tickst du noch ganz sauber. Der Dieter, der hat ja schon mal von seinem bedingungslosen Grundakommen erzählt und eben war dann noch Adolf-Hitler-Partei und ich weiß nicht... Noch mal, geh noch mal in die Schule. Du hast ja... Nein, man muss ja die Leute da haben. Du hast mich richtig verstanden. Vielleicht sei er erst 14 Jahre alt oder so, ich weiß es ja nicht. Ja, und dann kam auch gerade der, warte mal, der Saubert, sagt der, die einzige Partei wäre AfD, das oder eben den Hüller machen und den Kopf in den Sand stecken. Nein, der Hüller, noch einmal, du musst den dummen Leuten vorwerfen, dass sie nichts tun, aber die schlauen Leute, die für sich selber eine Lösung gefunden haben, denen darfst du das wieder nicht vorwerfen. Das heißt, wenn sich einer wirklich mit dem Thema beschäftigt und am Ende sagt, für mich kommt das nicht mehr in Frage, hier bei dem Scheiß mitzumachen, dann muss man das respektieren. Aber man darf aber nicht respektieren, dass die große Masse einfach wählen geht, obwohl sie gar nicht versteht, was sie da machen. Ganz spannend ist das natürlich auch, wenn man so Leuten wie dem Hans-Werner Sinn zuhört oder dem Mr. Dax, die dieses Platzen der Blase schon vor zwei Jahren vorausgesagt haben. Das ist ja noch brandaktuell. Das ist ja nicht so, dass sie jetzt auf einmal alle doof sind und alle nicht mehr rechnen können. Die haben von vornherein gesagt, das kann heute, das kann morgen, das kann aber auch erst in zwei Jahren passieren. Aber das ist passiert, dieser finanzielle Crash, wo die EU noch diese Grundstruktur begibt, damit die Armen wieder in den Arsch gekniffen wird und die Reichen ihr Federn schon schön in die Luft blasen können, wo sie jahrelang das Geld aus dem System rausgezogen haben. Die sind nur noch die Fallhöhe am definieren. Auch der Jan... So, ich gehe mal ins Bett. Alles klar, Tom. Ich habe einen harten Tag. Leg ihn lieber hinter mir. Ich habe es besucht schon. Mit dem Bett bringt nichts. Leg dich mal da rein. Bis nach oben. Ich wünsche dir noch viel Spaß. Bis morgen. Tschö. Ja, machen wir noch so. Der Jan Winter sagt, ich wähle doch keine Partei, wo Leute drin sind, die aus der gleichen Lobby kommen, auch bei der AfD. Nimm mal ein Grundsystem, ein Grundmuster. Das Grundmuster ist, ein Mensch macht einen Fehler. Ab wann ist dieser Fehler verjährt, deiner Meinung nach? Das heißt, ab wann ist aus deiner Sicht das Fehlverhalten eines Menschen revidiert? Also wenn ein Mensch einen Fehler macht und danach zehnmal was Gutes macht, ist die Konsequenz aus der Gesellschaft, dass immer wieder auf den Fehler gezeigt wird, aber nie auf die guten Sachen, die er getan hat. Aber ab wann wäre für dich ein Gleichstand? Das heißt, wie viel Gutes muss ich tun, um einen Fehler zu revidieren? Und genau das Gleiche musst du auch bei diesen Leuten sehen. Das heißt, ein Politiker, der sein Leben lang verarscht wurde, er wurde ja als Teil des Systems dumm gehalten, genauso wie wir. Mitmachen aus Tradition. Wann würdest du denn akzeptieren, dass ein Politiker jetzt loyal den Menschen gegenüber ist und nicht mehr der Politik? Also was müsste er denn tun, damit du so einen Unsinn hier nicht schreibst? Tja, dann gute Frage für ihn. Dann lass uns noch ein bisschen überlegen. Aber wenn ich hier so die Kommentare in der Zeit jetzt, wo du gesprochen hast, lese. Wie gesagt, was ihr da über die AfD denkt, ist ja eure Sache, mag ja alles sein. Aber was man wirklich nie sagen kann, dass die anti-deutsch ist. Absolut nicht. Da kann man sich Reden anhören, wenn man sich sogar manchmal zu viel Deutsch, wenn man das so will, wenn man den Höcker jetzt mal nimmt mit seiner Rede von dem Denkmal der Schande, obwohl man muss halt auch ein bisschen anders interpretieren. Der Typ ist natürlich schon, muss ich auch zugeben, der ist schon sehr lastig. Bin ich auch dafür. Aber trotzdem hat der Typ komischerweise recht. Das, was er da erzählt, ist nicht die Unwahrheit. Der bringt da natürlich ein bisschen komisch rüber, wo jetzt andere Leute sofort wieder an das Dritte Reich erinnert werden und die tausendjährige Reich und so etwas. Blonde Mädels in Deutschland und so. Das ist natürlich eine andere Nummer. Nur wenn ich jetzt in Schweden, auch so wie in Deutschland lebe, das ist komischerweise hier so, wir haben hier viele blonde Frauen. Ich würde gerne den... Ich rede nicht von dem Migrationshintergrund mit den Dunkeln an. Ich würde jetzt gerne den Dieter Schmidt mal hier ans Telefon zitieren. Rufst mich mal bitte eben an, weil wenn du hier mit solchen Sachen kommst, hat der Höcke Nazis und solche Geschichten. Du hörst dich wie ein interessanter Gesprächspartner an. Wir sollten dringend mal telefonieren. Das ist geil. Du brauchst dann weniger schreiben und wir brauchen uns hier weniger aufregen. Was ist das denn eigentlich für eine Max-und-Moritz-Nummer mit der Tante, die da jetzt aus den Grünen ausgetreten ist und zu der CDU wechseln ist? Das ist doch völlig egal, aber die dann mit den anderen machen. Völlig egal. Nee, aber jetzt schaut mal... Was wollen die uns denn da zeigen? Moment, 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 Moment. Warte mal, ich habe hier gerade... Wir hatten ja gerade hier diesen einen, habe ich ja gesagt, der soll mal nachdenken. Und jetzt sagt der Haganer, doch, der Höcke ist Nazi, sein Vater ein Holocaust-Leugner. Okay, noch einmal. Das heißt, was hatten der Höcke Junior und der Senior, was haben die denn miteinander? Das heißt, was ihr hier gerade macht, ist sippenhaft. Das hier ist gerade sippenhaft, wie es hier diskutiert wird. Das heißt, wenn ich für die Scheiße meines Vaters hier gerade stehen muss, dann läuft hier gerade bei euch im Schädelort falsch. Das ist Adolf Hitler. Das, was ihr schreibt, das ist Original-Faschismus. Noch einmal, das ist sippenhaft. Jetzt muss es auch weitergehen. Wie gesagt, das ist ja, was die jetzt da reinschreiben, knackig, wie gesagt, blöd sind die, triggern einen ja mit solchen Aussagen. Ich versuche ja mal, ein bisschen Realität reinzubringen. Das heißt, jeder kann darüber nachdenken. Schaut euch einfach mal die Parteikollegen an. Jetzt gehen wir mal zu den Grünen. welches Kapital dort vorhanden ist. So eine Katrin Göring-Eckardt und Volker Beck. Guckt ihr die alle an, welche Bildung die besitzen, was sie im Leben auf der Reihe gebracht haben. Was haben die je geleistet? Wie nah waren die eigentlich am Arbeitertum? Was haben die überhaupt gebracht? Macht das einfach mal. Auch so ein Öztes, den wir. Schaut euch einfach mal diese Vita von den Menschen an. Und dann geht da mal durch die ganzen Parteienlandschaften durch, die in der Regierung sind. Jetzt komme ich ja zum Schluss. Ich bin auch gleich durch. Und dann guckt euch mal die Vita der AfD-Spitzen an, die jetzt gerade da sitzen. Schaut euch die einfach mal an, was die hinter sich haben. Schaut einfach mal. Also bei allen, die die Grünen wählen, noch einmal, mein rotes Tuch ist und bleibt Kohnenbendit. Es ist so geil, wenn ein kleines Kind meinen Schwanz aus meiner Hose holt und mich stimuliert. Noch einmal, der Typ ist im Grunde hier geflüchtet. Den haben die jetzt zwangsversetzt nach Brüssel. Der hat im französischen Fernsehen ein Interview gegeben. Leute, noch einmal, das ist pervers. Ihr toleriert, also die fordern jetzt gerade Sex unter Geschwistern oder der Vater darf mit seiner Tochter ficken. Die wollen gerade Sex mit Leichen, Sex mit toten Tieren. Also noch einmal, wie pervers wollt ihr es denn? Was ich halt wirklich schlimm bei den Grünen finde, ist halt, ich habe halt noch miterlebt, wie die aufgekommen sind. Ja, also wie ich 18 war, gab es die ja gerade mal. Da sind die ja, ja, Bündnis 90 und die Grünen. Das sind Leute gewesen, die sind mit dem Fahrrad in den Bundestag gefahren. Die haben ein Statement damit setzen wollen. Und was ist davon übrig geblieben? Weißt du, das ist so, wo ich so ein richtiges, so ein widerwärtiges Gefühl kriege, wenn ich an die Grünen denke. Der hat gequimt wie eine Sau, wenn du dir hinter so einem Grünen hergefahren bist, der hat so mit seinem Diesel da gequimt, da konntest du noch die Straße gar nicht mehr erkennen. Was waren die? Dann sind sie mit dem Fahrrad gekommen, dann haben sie sich da in den Bundestag gesetzt mit der Rollsocke und haben da angefangen zu häkeln und zu stricken. Ja, jetzt hat sie... Später war das Ganze erledigt. Dann sind sie mit den Pullmanns vorgefahren, verstehst du? So ein Joschka Fischer ist von den Turnschuhen weggegangen, der wurde dann Außenminister. Dann wurde er immer fetter, da hast du das Gesicht gesehen, der hat sich ja so was von voll gefressen. Und dann kamen Kommentare von diesem Steinewerfer, da ist ja unglaublich. Joschka Fischer, die waren in einer Kommune, da war Kommune 1, 2. Jetzt hat sie übrigens den Mittag mitgerissen. Tschüss, schönen Abend noch. Irre, da müsst ihr mal wirklich sehen, welche Leute, guck mal der Volker Beck, wenn du dieses getan hättest, ich spreche jetzt mit du euch alle hier an, wenn ihr dieses getan hättet in eurem Job, was er sich da geleistet hat, dann sind wir heute nicht mehr auf eurem Sessel, so wie er da war. Und zum Reden werdet ihr schon gar nicht mehr eingeladen. Aber Mozart, da musst du doch verstehen, was ich für ein Feeling habe, wenn ich an die Grünen denke. Weil du bist ja noch mal zehn Jahre älter als ich oder knapp zehn Jahre älter als ich. Ja, ich gehe noch bis zu 90. Ja, nee, ich sage, also du hast ja auch noch deine erste Wahl, da gab es die Grünen noch gar nicht. Und dann kam so eine Partei wie die Grünen, Atomkraft nein und tolle gelbe Blumen in ihrem grünen Logo. Die haben ja auch gute Sachen zwischen den Ringen gehabt. Da hat der Abgeordnete von den Grünen gesagt, sagt er, wir haben gute Ideen, wir dürfen nur nicht Regierungsmacht bekommen, weil wenn wir Regierungsmacht kriegen, geht Deutschland unter. Das war 1989. Hat hat mir jemand gesagt, der sitzt im Stadtrat, der saß da schon im Stadtrat von den Bündnissen 90. Weil die Ideen waren gut, da war auch eine tolle Idee, Pershing abschaffen, die ganze Scheiß, Kriegskacke da, die hatten gute Ansätze. Nur als die, als die Mütze gerettet bekommen, wo die Schachsbildung und so. Guckst du doch den Krieg an, der da passiert ist, was mit Jugoslawien passiert ist. Das war doch die Partei, die das wollte. Uschi Springer sagt, was ist da so schlimm, wenn Flüchtlinge auch bedingungsloses Grundeinkommen bekommen. Der Witz ist doch, die bekommen das schon länger, endlich auch für alle Deutschen. Darum geht es nicht. Also du musst die Einzel, also aus meiner Sicht die Einzelbetrachtung. Das heißt, wenn du also einfach sagst, es sind viele Menschen da, sollen die BGE bekommen, ja oder nein, muss man sagen, okay, ja. Und dann heißt das, es bekommen auch alle so Ende. Wenn du dann aber die kausale Kette aufbaust, das heißt, wie sind die hier hingekommen und aufgrund welcher Parameter werden wir die wieder los und dann das BGE dazwischen packst. Dann sagen, nee, das geht eben so nicht. Weil ich bin nach wie vor dafür, jetzt auch wenn das jetzt unmenschlich klingt, diese Leute sind geflüchtet vor dem Krieg und diese Leute gehören in Deutschland in ein Auffanglager. Von mir aus können da 100.000 Mann in der Halle wohnen, das ist mir egal. Ich garantiere, dass du nach Hause telefonieren kannst, dass du was zu fressen hast und das nicht auf dich geschossen wird. Ende der Durchsage, mehr gibt es hier nicht. Du hast ein Dach über dem Kopf, Wärme und so weiter, anzieh Sachen und wirst versorgt. Das ist jetzt... Genau, sobald ich mehr geschossen bin, zu Hause geht es wieder zurück. Geht es wieder nach Hause, ja klar. Da wäre so mancher Rentner froh drum. Ja, oder ein Penner, der draußen rumhockt, ja sicher. Nein, das ist ein Wahnsinn, der hier gerade läuft, verstehst du? Und ich weiß nicht, ob das... Weißt du, was mir die meiste Angst macht? Ist die Jugend eigentlich, die zwischen 20 und 25-Jährigen, die von den Schulen gerade runter oder noch gerade im Studium stecken, die sind sowas von ultra links, versift grün, ja. Die wissen gar nicht, was sie tun. Die haben noch nie einen Cent eingezahlt, ja. Die merken aber jetzt, dass sie eine Wohnungsknappheit haben, weil das immer teurer wird, weil die Flüchtlinge unterstützt werden von den Städten und die können ihre Wohn-WGs gar nicht mehr bezahlen an den Unis. Die müssen gucken, wie das klarkommt. Jetzt kriegen sie mal so langsam ein bisschen Wind, was auf die zukommt. Aber dieses links, versift grün ist doch klar. Ey, was ist denn los? Was sollen die denn machen? Äh, 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 äh. Die Alternativen sind laut den Medien ja Nazis, ja. Noch weiter rechts wären sie ja sowieso nie gegangen, ja. Was bleibt denn noch? CDU? Ja, nee, geht ja gar nicht. Also, was bleibt dann noch? Am besten die Schnauze halten. Wenn ich noch nie etwas bezahlt habe für das Land, ich habe noch nie etwas für das Witz. Wenn ich doch hingehe und ich habe noch nie etwas einbezahlt, dann kann ich auch nicht über das Geld, welches vorhanden ist, bestimmen. Und darum geht es doch. Die jungen Leute, die bis zum 25. Lebensjahr da in den Studien da irgendwo hocken, die zahlen doch gar nichts ein. Aber da sind genau die, die darüber entscheiden wollen, was ich mit meiner Kohle hier finanziere. Und das ist falsch. Das ist total falsch. Das ist alles auf den Kopf gestellt mittlerweile in Deutschland. Hier ist alles andersrum. Gut ist schlecht, schlecht ist gut. Irre ist das hier. Ich blicke hier langsam selbst nicht mehr durch. Ja, aber ist die Diskussion noch hier mit diesem Essen? Oh, die machen bliblablub, die Leute, die lehnen das ab. Diese Ablehnung kommt durch den Überfluss und dieser Überfluss kommt durch die Merkel. Merkel hat gesagt, komm, du bist Gast in meinem Land, du kriegst hier alles im Prinzip gratis hinterhergeworfen. Und da liegt der Fehler. Das heißt, wir müssten von diesen Leuten etwas fordern, damit das, was sie hier bekommen, überhaupt einen Wert für sie hat. Dadurch, dass wir diesen Leuten im Prinzip ihr Geld, ihr Fressen, ihre Rechte nachtragen, dadurch entstehen die Probleme. Diese Leute müssen, um hier akzeptiert zu werden, nichts tun. Das ist das Problem, was wir mit diesen Leuten haben. Knacki, dasselbe ist doch gewesen hier im September 2015, Oktober, September, als es losging mit dieser komischen Grenzöffnung, weil 15.000 Menschen an einem Bahnhof in Ungarn saßen. Richtig? Da war doch der Fall. Ja. Da hat doch die Merkel dann kurzerhand gesagt, okay, wir können dieses Elend, wir müssen einfach reinlassen. Die 15.000 lassen wir jetzt mal eben kurzerhand rein. Warum saßen diese Menschen an diesem Bahnhof fest? Warum saßen die da? Ich weiß gar nicht, ob das dem Chat und auch den Leuten so unbedingt bewusst ist. Die saßen ausschließlich da, weil die sich nicht registrieren lassen wollten. Die haben sich geweigert, sich dort vor Ort registrieren zu lassen und dort in so ein Lager zu schicken. Also Lager hört sich jetzt ein bisschen doof an, also in eine Unterkunft untergebracht zu werden vor Ort. Da haben die sich geweigert, die wollten das nicht. Das war der Grund. Dann hat er so mit der Grenzeröffnung Merkel und die Leute, die sich jetzt verweigert haben, ihre Personalität aufzugeben oder sich registrieren zu lassen, da hat sie jetzt die Grenze geöffnet und die reingeholt und dadurch wurde alles losgetreten. Das ist doch ein Riesenplan. Der kommt doch, das ist jetzt eine Verschwörungstheorie. Ich bleibe bei dem Fakt, genau so ist es passiert. Die Leute wollten nicht, die haben sich verweigert und dann gehen wir hin und klatschen die am Bahnhof hier ab mit Bärchen weg. Ein Kollege von mir, also wie gesagt, der ist nicht deutscher Herkunft, der hat also diesen dunklen Turn. Der kam von der Arbeit, der wohnt schon 20 Jahre hier. Dem hat man auch die Bärchen und das alles in der Hand gedrückt. Der kam, sind die doof? Was machen die mit mir? Das ist ja unglaublich. Ich steige aus dem Zug aus, da schmeißen wir Bärchen entgegen. So blöde sind wir hier mittlerweile. Ich weiß nicht, weil da die Leute, werdet da mal langsam wach, die dieses tun, nicht jetzt die Leute zuhören. Es gibt bestimmte Leute, die da zuhören. Werdet wach. Das, was ihr da tut, ist nicht richtig. Das ist nicht richtig, was ihr da macht. Was unheimlich bemerkenswert ist, wir haben hier um die Ecke wirklich ein Flüchtlingsheim und da sind viele Syrer untergebracht. Und ich verstehe das nicht. Man sieht doch diese Bilder, selbst wenn man nur Fernsehen guckt, mit diesen Booten, wo ausschließlich nur Schwarze drauf sitzen. Die kommen ja nicht aus Syrien. Also die Syrer, die hier bei mir um die Ecke wohnen, das sieht anders aus wie die Bilder auf den Booten da. Weil die sind halt auch wirklich da irgendwo über die Balkanroute gekommen. Klar, die wollten nach Deutschland, wie irgendwo anders hin. Aber es geht doch gar nicht um diese Leute, es geht gar nicht um diese Leute, die bei mir hier im Flüchtlingsheim wohnen, die vielleicht in der Stadt mal ein Fahrrad klauen. Sondern diese Massen an Booten, mit diesen Schwarzafrikanern, und die jetzt auf einmal, also das war ja, warum ist das jetzt auf einmal so? Ich weiß, was traurig an der ganzen Sache ist. Weißt du, was wirklich traurig ist und was die Leute nicht einsehen wollen? Denen es wirklich schlecht geht durch diese Kriegssituation in diesen Kriegsländern wie Syrien. Die müssen vor Ort bleiben und die müssen dort vorrecken und die kriegen dort den Nagel in die Birne gehauen. Also die werden da echt malträtiert. Denen wird ein Scheiß geholfen. Diese verdammten Leute, die das einfach schaffen durch Schleppergelder und so weiter, hier hinzukommen, um sich hier diese Glücksrittertümer an Land zu ziehen, die werden hofiert. Denen wird Zucker in den Arsch geblasen. Und das ist dieses perfide, perfekte Scheiß, was da läuft. Die wirklich Bedürftigen, die lässt man vorrecken. Und die Leute, die uns noch auf das Brett und uns in das Ding da reintreten, die werden hofiert und noch gestreichelt. Und das ist das, was ich hier nicht mehr verstehe. Wie sich das ausgebreitet haben muss. Also diese Einladung von Merkel und dann ging das auf einmal auf dem gesamten afrikanischen Kontinent mit einer riesigen Bevölkerungswanderung los. Michael, die kriegen 40 Euro im Jahr. Wenn sie 200 Euro im Jahr verdienen in ihren Glücklichkeiten. Hier kommen sie hin, kriegen gleich 1000 Euro Begrüßungsgeld. Und wenn es nur Hartz-IV-Satz ist, das ist immer noch zehnmal mehr als da unten. Ja, aber das war doch vor fünf Jahren nicht so. Weißt du, wie ich meine? Ja, aber war das nicht. Da waren die Grenzen ja auch noch anders geregelt. Heute ist das ja aus dem Ruder gelaufen. Du siehst ja, die werden ja schon abgeholt. Und die NGOs, die da unten rumschippern. Man hat ja diese GPS-Daten von den Schiffen mal gezeigt, die identitäre Bewegung, wie die da diesen Transfer stattfinden lassen. Und die Leute kommen jetzt nicht nach Deutschland. Da braucht er keine Angst haben. Die warten genau bis nach der Bundestagswahl, bis Merkel bestätigt ist. Und dann wird sich genau diese Frau hinstellen und sagen, Shuttle-Dienste einrichten. So kann es nicht weitergehen. Da werden die NGOs genauso in den Arsch gefickt, wie jetzt alle anderen auch. Die werden weggeblasen und dann werden Shuttle-Dienste eingerichtet. Mit Flugzeug zu Wasser und zu Land. Da werden die Leute hier reingekarrt und genau nach hier. Und das ist das Erschreckende. Ich kenne doch nicht der Einzige sein, der das sieht. Ich meine, bin ich auch nicht. Es gibt ja noch genügend Leute, die das auch so sehen. Nur die haben keine Stimme, weil sie dann kaputt gehauen werden oder angesteckt oder denunziert oder als rechtsradikal beschimpft. Ich habe mich jetzt mit einem Holländer unterhalten, die haben das gleiche Problem. Vielleicht nicht in den Massen, aber die haben auch unheimlich Zuwachs an Immigranten. Ja, natürlich. Das ist ganz in der Europäischen Union überall. Die Ungarn waren cleverer, die haben den Schnauze voll gehabt, die haben zugemacht. Also die ganze... Ja, zu den Ungarn will ja sowieso nie einer. Ja, natürlich. Die will da auch nichts. Ich habe noch mal eine Zwischenmeldung und die Uschi, die ist wieder dran mit ihrem Bedingungslosen. Also die Uschi Springer. Bedingungsloses Grundeinkommen gegen Hartz IV, gegen Zwangsarbeit und gegen menschenunwürdige Hartz-IV-Sanktionen. Bedingungsloses Grundeinkommen für Menschenwürde, BGE muss kommen. Ich will dir mal meine Meinung dazu sagen. Also ich würde heute, also wenn ich jung wäre, würde ich einen Job nehmen, der viel Geld macht. Also ich würde einen Job machen, der mir keinen Spaß macht, aber viel Geld bringt. Und ab einem gewissen Alter oder ab einer gewissen Lebenserfahrung hast du das genau andersrum. Ich würde heute einen Job machen, der wenig Geld bringt, aber wo ich auf einem Job eine Anerkennung bekomme. Also mir wäre das wichtig, etwas zu tun, wo ich Spaß dran habe und mein Chef sagt, das ist eine gute Leistung, die du dir bringst, auch für weniger Geld, statt nur der Kohle hinterher zu rennen. Ganz im Ernst. Ja, Volker, dann denkst du aber in dem Moment nicht an deine Rente. Nein, natürlich nicht. Also ich habe mich ja von der Rente verabschiedet, schon vor weit über 15 Jahren, weil ich einfach als Selbstständiger gar nicht so viel einzahlen konnte, wie die von mir haben wollten. Und ich bin heute eigentlich froh, dass es so gekommen ist, denn hätte ich denselben Vertrag erfüllt, den der Staat mit mir da abgeschlossen hat, der mal garantiert hat, dass ich irgendwie 50, 60 Prozent Rente bekomme, der mich aber hinterher fickt und sagt, wenn du mal so weit bist, kannst du froh sein, wenn du noch 32 Prozent kriegst. Heute bin ich im Grunde froh, dass ich früh genug aus der Nummer ausgestiegen bin und eigentlich Lebenszeit für mich viel wichtiger fand. Also ich fand viel wichtiger, selber zu bestimmen, wann ich arbeite, wie viel ich arbeite. Ich würde mal gerne hier auf den Haganer eingeben, was er geschrieben hat. Seit 30 Jahren kommen Menschen über das Mittelmoor aus Afrika und seit 30 Jahren sterben Menschen. Das ist eine glatte Lüge. Ja, ich bilde mir das doch nicht ein, dass in den letzten drei Jahren ich nichts anderes sehe, wie Schlauchboote mit schwarzen Menschen, die übers Mittelmeer geschiffert kommen. Das ist doch nicht seit 30 Jahren so. Ja, da will ich übrigens nochmal ganz kurz... Da sind bestimmt immer mal welche angekommen, aber doch nicht in dem hängen. Ich darf euch ganz kurz nochmal auf mein Video auf dem anderen Kanal hinweisen, der Routenplan. Und zwar, es sind immer Menschen gekommen. Also wenn ihr euch in Wikipedia nur anschaut, die Kriege, die geführt wurden von 1945 bis heute aktuell, es hat noch nie eine Völkerwanderung gegeben und ganz Schwarzafrika war mehrfach drin. Syrien war drin. Afghanistan war drin. Der Jemen war x-mal drin. Wir haben ganz, ganz viele Länder gehabt, die über den Kontinent erreichbar gewesen wären und es hat noch nie eine Völkerwanderung gegeben. In 70 Jahren. Ich würde sagen, wenn ich so ein Schwarzafrikaner wäre, ich wäre bestimmt auch einer von denen, die schon irgendwann in den 80ern irgendwie versucht hätten... Ich wäre einer von denen gewesen, die früher auch schon gekommen wären, weil es mir wirtschaftlich da scheiße geht und ich denke, hier hätte ich es irgendwie besser. Aber so viele... Ja, so viele... Ja, erstmal geh nicht drauf ein. Das stimmt ja nicht, was er erzählt. Der hatte keine Ahnung. Der Gaddafi hatte ja, bevor sie den da gekillt haben, die Amerikaner, bevor sie den da aufgeknüpft haben, dann hat er ja nochmal gesagt, das hängt ja unter. Ja, Leute, macht den Fehler nicht. Wenn ihr mich hier ausschaltet, dann habt ihr hier keinen Stopper mehr. Dann wird eine Völkerwanderung genau in dem Maß, was jetzt gerade passiert, stattfinden. Und da hat er vollkommen recht gehabt. Ja. Der Typ hat das abgewildert. Sonst wäre das passiert. Da hat er ja gar nicht recht. Es wäre so gewesen. Es ist aber nicht so gewesen. Was du da erzählst, ist eine Unwahrheit. Es ist nicht einer mit dem Schlauchboot über das Mittelmeer geschippert und ist da ersoffen. Das ist eine Unwahrheit, was du erzählst. Vor 30 Jahren war so etwas überhaupt gar nicht im Thema. Weil Afrika ist überhaupt nicht im Verbund mit Europa gewesen. Bis heute nicht. Die dürfen hier gar nicht rein. Absoluter Schwachsinn, den du da schreibst. Da war der Finger nicht wert auf deiner Tastatur, was du geschrieben hast. So ein Blödsinn hast du da geschrieben. Sekunde, 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 Sekunde. Der Bergische Jungen. Huden und Kallegri-Plan, das passiert hier. Nein, tut es nicht. Nein, er hat nicht. Obwohl, auf der anderen Seite würde ich aber schon sagen, die Leute, die damals Libyen da destabilisiert haben, die müssen da auch ein bisschen weiterdenken. Und das, was der da gesagt hat, der Gaddafi, das haben die ja bestimmt auch gehört. Also diese Theorie, Flüchtlingswellen als Kriegswaffen zu benutzen, hat nichts mit Hudenplan zu tun. Wenn du einen Krieg führen willst, musst du die Flüchtlingswellen im Griff haben. Nein, die Flüchtlingswellen geht ja einmal nur darum, wenn es knallen soll, die Zivilen da rauszuholen, damit die Militärischen sich auf die Schnauze kloppen können. Und zum Hutenplan noch einmal. Es gibt keinen Plan, der 70 Jahre braucht, um umgesetzt zu werden. Wir haben heute Mittag da schon kurz drüber gesprochen. Wenn die gewollt hätten, Deutschland hat in Schuhe und Asche gelegen. Es waren ganz wenige Deutsche da. Das wäre der optimale Zeitpunkt für die Erziehung gewesen. Der Ami und die Siegermächte hätten jederzeit hier in Deutschland so viele Ausländer etablieren können, wie sie gewollt hätten. und wir hätten uns dagegen nicht wehren können. Nee, dieser Hutenplan hat ja auch diese riesige jüdische oder israelische Verschwörung im Hintergrund. Aber wovon ich jetzt geredet habe, ist wirklich diese Flüchtlingswellen. Ganz kurz, da muss ich nochmal ganz kurz dazwischen. Der Münster, die UNO-Charta-Migration-Replacement. Ganz ehrlich, pass mal auf. Buchse runter, Schwanz raus, mach mal ein paar Kinder, dann hast du das Problem hier gerade nicht. Okay, das ist gerade das Problem. Das Problem ist nicht, dass Menschen hier kommen, sondern dass der Deutsche Fickfaul ist. Nein, nein. Doch. Aber wenn ihr mehr Deutsch haben wollt, produziert doch einfach mehr Deutsche. Da muss man weiter ausholen. Moment, der Türken wurde immer unterstellt. Ja, der Drücke. Moment, der... Nee, lass mich mal kurz in der Lage sein. Die Türken hieben die Polizei, so wie sie das in den Laden übernehmen. Stimmt aber. Nein, das stimmt. Aber warum kommt der Deutsche nicht immer mehr? Wir haben ein Verhältnis 1 zu 8, weil der Deutsche das nicht möchte, der möchte leben, der möchte Party machen. Ah, das will er machen. Es geht aber nicht darum, mit der Jugend ist was eines, aber es geht auch um die finanzielle Situation. Es gibt Leute, die kommen aus einer finanziellen Situation, da sind die mit 40 Euro zufrieden, hier kriegen sie 400. Weißt du, die Frau in... Da kommt man wieder auf die Religion zu sprechen. Ja. Wenn man jetzt in einem anderen Glauben unterwegs ist, so jetzt Islam, da hat die Frau nichts zu melden. Der Macker hat absolute Macht. Der geht nach Hause, bummst seine Alte da an, die ist schwanger. Und dann geht er in sein Teehaus und sitzt mit seinen Jungs. Sie hat den Scheiß am Arsch und muss die Bude da regeln. Er ist da unterwegs und macht da seine Geschäftchen und seine Dealchen, er juckt da einen ab. Alle 14 Monate kriegt meine Frau, die ist schon über 8 Jahre da in den Betrieb, alle 14 Monate hat die immer die gleichen Leute da liegen und die sprechen kein Wort Deutsch. Und die werfen. Die sagen schon gar nicht mehr, die gebären, sondern die werfen. Die kriegen alle 14 Monate, sind sie da mit der Schwangerschaft und so lange, bis ein Junge kommt. Ob das jetzt 5, 6, 7 Mädchen, völlig egal. Die Gebärmutter kann aussehen wie Scheiße, das wird nicht rausgenommen. Nichts, scheißegal. Der Macker sagt, nein, drin lassen, ich will Junge haben. Jedes Mal, wenn die Frau wieder kann, zack, ist er da drüber, ist die wieder schwanger. So läuft das bei denen. Das hat nichts mit dem Plan zu tun, das hat gar nichts damit zu tun. Das hat auch nichts mit denen zu tun, die uns übernehmen wollen. Nur der Fakt ist tatsächlich, dass die mehr Kinder auf die Welt bringen, als wir denken können. Mozart, so, ich will mal, du hast eine Rückkoppel mit der FK, die Mozart hat. Ja, die Rückkoppelung ist bei dir klar. Ja. Wo soll die denn herkommen? Warte. Vielleicht ist das immer, wenn man dazwischenreden will. Ja, ich weiß es auch nicht. Habe ich F5 gerügt. Einfach den Satz nicht bis zum Ende hören, dann geht nicht darum, dass der deutsche Fick faul ist, ist das totaler Schwachsinn. Mich würde aber trotzdem mal interessieren. Aber das bin jetzt nicht ich hier. Aber das bin jetzt nicht ich hier. Der Mozart hat die Rückkoppelung. Der Mozart hat die Rückkoppelung. Ja, ich habe mal der F5 da. Ja, weil bei dir kommt er. Mich würde mal interessieren, mich würde mal interessieren, wer natürlich an die Hütte an glauben, glaube ich, den Chat, plus, ich glaube den Chat. Da versteht kein Wort, Knacki, von dem, was du sagst. Weil der Mozart da am Rückkoppelung ist. Wer an den Hutenplan glaubt, drückt mal ein Plus. Und wer sagt, nee, ist Bullshit, weil, das ist eigentlich logisch, drückt mal ein Minus. Es gibt keinen Plan, der 70 Jahre braucht, um Umsetze zu werden. Das ist total bescheuert. Ich warte doch nicht erst, bis mein Feind groß wird, um ihn dann klein zu machen. Das ist total bescheuert. Ja, Heinz, Heinz, drei Sterne plus vier. Okay. Aber so die große Masse im Moment, würde ich sagen, viele haben noch nicht abgestimmt, aber eigentlich so, eher Minus. Noch einmal, so einen Plan gibt es nicht. Das ist eine dumme Fantasie von einem Faschisten damals gewesen. Dieser Typ, dieser Huten, ist nichts anderes, wie der Goebbels, oder Himmler. Weißt du was, ich glaube, was das für ein Plan hinter steckt? Das ist wieder dieser anglo-amerikanische Pakt da oben. Die sind ja schön weit weg. Die kriegen von ihren ganzen Scharmützeln, die die da im mittleren Osten und in Afrika und was weiß ich wo, überall haben, auf der ganzen Welt gar nichts mit. Denen ist das nämlich scheißegal. Die bomben da unten alles kaputt und sagen, ach, die Flüchtlinge, die ziehen doch eh nach Europa. Die ziehen nicht nach Amerika. Der sagt Zement. Da gebe ich dir wieder recht. Das heißt, ich glaube, also an den Hutenplan glaube ich nicht. Ich glaube aber, dass Flüchtlinge mittlerweile als politische Waffe eingesetzt werden. Das glaube ich schon. Also ich bin dann bescheuert. Ja, das hat aber nichts mit dem Hutenplan zu tun, aber gar nichts. Genau, richtig. Weil Hutenplan, Hutenplan, alle reden immer von Hutenplan, ich halte dann auch für ziemlich weit hergeholt. Genau wie mit dieser ganzen jüdischen Weltverschwörung und dass die Juden alle das Kapital beherrschen. Ich meine, wenn man sich mit dem Thema ein bisschen beschäftigt, dann sind die Juden schon gute Kaufmänner. Also die sind die besseren Obstverkäufer, aber das ist ja so eine riesige Weltverschwörung. Wir können ja mal ein Spiel machen, jetzt mit dem guten Plan. Ich mache mal ein paar Zitate und dann können wir ja mal sagen, woher die stammen. Ja, mach mal. Es geht nicht um Recht oder Unrecht in der Einwanderungsdebatte. Uns geht es zuerst um die Zurückdrängung des deutschen Bevölkerungsanteils in diesem Land. Das ist eine von den Grünen. Jürgen Trittin. Ich wollte sagen, die Grünen, ja. Deutschland verschwindet jeden Tag immer mehr und das finde ich einfach großartig. Joschka Fischer. Nee, der war auch der Trittin. Ah, okay. Aber der Fischer hat auch so etwas Ähnliches mal gesagt. Der Fischer hat gesagt zum Beispiel, deutsche Helden müsste die Welt tollwütigen Hunden gleich einfach totschlagen. Der Rainer Maurer ist doch Unsinn, Mozart. Definier mal. Ich lese es ja gerade vor, das sind Zitate. Deutschland muss von außen eingehegt und von innen durch Zustrom heterogenisiert quasi verdünnt werden. Das war Joschka Fischer. Ja. Minarette gehören künftig zum Alltag. Geile. Ja? Moment, Moment, Moment. Ich kann den Namen nicht mal lesen. Das war ein Sozi. Siktem Akkaya, stellvertretende Direktorin des Essener Zentrums für Türkei-Studien. Ja, wo liegt die denn politisch? Was wählt die denn? Tja, Frage. Also vom Namen her ist die auf jeden Fall urdeutsch, klar. Ganz klar, logisch. Die Leute werden endlich Abschied nehmen von der Illusion, Deutschland gehöre den Deutschen. Hat die auch gesagt. Ja. Oder ohne Zuwanderer hat dieses Land keine Zukunft. Gab. Und jetzt kommt unsere Uschi hier. Die Uschi kennen ja alle. Ah, knarren Uschi. Ja, Migrantenkinder sind unsere Zukunft. Das hört sich auch wieder grün an. Ja, das war die Uschi. Oh, die knarren Uschi. Der deutsche Nachwuchs heißt jetzt Mustafa, Giovanni und Ali. Na, wer war das? Auch eine Grüne. Grüne. Jim, hört's die mir. Deine Schwester wird ein Kopftuch tragen und dein Bruder wird ein Bärtiger sein. Oder wir wollen, dass Deutschland islamisch wird. Da sind eure Parteien, die ihr da wählt. Also bloß nicht AfD. Macht da bloß keinen Quatsch. Ja. Oder was unsere Urväter vor den Toren Wiens nicht geschafft haben, werden wir mit unserem Verstand schaffen. Auch Öztemir. Ei, da hätte so einen langen Satz sich dem gar nicht zugetraut. Ja, das ist nur so eine Aussage. Oder in 20 Jahren werden Migranten 75 Prozent der Bevölkerung ausmachen. Deutschland muss diese Realität sehen. Ja, die Grünen. Jim, dann Kohlert, Vorsitzender der türkischen Gemeinde in Deutschland. Ja. Nächste. Die Frage, ob die Deutschen aussterben, in Klammern. Das ist für mich eine, die ich an allerletzter Stelle stelle, weil dieses ist mir, also so wie sie hier gestellt wird, verhältnismäßig wurscht. Renate Schmidt, SPD. Ups. Upsa. Deutsche Nation, das ist für mich überhaupt nichts, worauf ich mich positiv beziehe. würde ich politisch sogar bekämpfen. Franziska Drosel, SPD. Ja, die Sozels. Ich sage ja, ich will die ja nicht umsonst nicht mehr. Es mag Sie vielleicht überraschen, aber ich bin eine Fox-Verräterin. Ich liebe und fördere den Volkstod. Beglückwünsche Polen für das erlangte Gebiet und die Tschechen, schräger innen, für die verdiente Ruhe vor den Sudetendeutschen. Ja, auch Grüne, ne? Vielleicht die Linke. Die Linke. Die Linke. Und jetzt kommt unser allerliebstes. Am Nationalfeiertag der Deutschen ertrinken die Straße in einem Meer aus roten Türkenflaggen und ein paar schwarz-rot-goldenen Fahnen. Er hat so eine Warze im Gesicht irgendwie. Ach, die Claudia. Die Dame ohne Gesprächskultur. Der Islam ist nicht bloß als Gastarbeit der Religion zu tolerieren, sondern als Bestandteil unserer eigenen Kultur anzuerkennen. So was kann die bringen? Solche Sätze. Irre, oder? Ja, wer seid denn weise von diesem Schwachsinn? Wenn ich da durch... Unglaublich. Ich weiß gar nicht, eine Stunde würde ich noch weitermachen können. Was das für Aussagen sind, ja? Und das sind die Leute. Genau die Leute, die ihr da gerade wählen wollt. Bloß nicht die AfD, ja? Solche Sachen. Welche Quelle? Soll ich euch die Quelle geben? Ja, ich gebe euch mal eine Quelle. Was ist das? Die Wordpress-Com, keine Ahnung. Unverfälschte Zitate von BRD-Politikern. Gib mal einfach ein Google. Gib mal einfach ein Zitate SPD-Politiker gegen Deutschland. Mach mal. Da kriegst du Seiten ohne Ende. Und das sind ja nun mal Zitate. Die haben ja irgendwann mal gesagt. Leute haben sich mal den Spaß gemacht und aufgeschrieben. Und dann kommen immer solche Sachen. Quelle, Quelle, will ich wissen. Mann, werdet wach, seht ihr nicht, was hier gerade passiert? Genau diese setzen die um. Da braucht man keine Quelle geben. Geh raus auf die Straße. Mach doch den Spaß. Wir haben jetzt 0,54. Geh zum Bahnhof Düsseldorf. Ich gebe dir einen Tipp. Ziehst dir einen kurzen Rock, wenn du eine Frau bist, kurzen Rock mit einem Minirock. Und dann gehst du jetzt, es ist ja warm draußen. Dann machst du mal ein bisschen topfrei. Und dann gehst du mal ein bisschen da flanierender auf die Meile. Mach mal. Da wirst du diese Aussagen dann zu spüren kriegen. Oder als Junge. Geh mal einfach da los. Verstehst du? Kannst du mal, Mann, geht mal ein bisschen Spaß. Nee, mach das lieber nicht. Ich will euch da nicht zu verleiten. Ich habe keinen Bock darauf, dass du morgen mit einer dicken Fresse da irgendwo im Krankenhaus wirst und nicht mehr weißt, wie du heißt. Mach das lieber nicht. Werdet wach. Die Realität da draußen sieht echt anders aus. Und das muss nicht jeder unbedingt erleben, damit er da sagen kann, jo, es stimmt. Das stimmt nicht. Das ist einfach so. Solche Zitate von Politikern, die von unseren Geldern bezahlt werden, ist doch nur Unverschämtheit. Hier Daniel Convendit, Freund vom Finanqui. Wir, die Grünen, müssen dafür sorgen, so viele Ausländer wie möglich nach Deutschland zu holen. Wenn sie in Deutschland sind, müssen wir für ihr Wahlrecht kämpfen. Wenn wir das erreicht haben, werden wir den Stimpenanteil haben, den wir brauchen, um diese Republik zu verändern. Okay. Weißt Bescheid? Dann habt ihr den Stimpenanteil. Was meinst du denn, was die Musels machen? Die wählen euch dann weiter. Sobald ihr hier die Mehrheit haben, werden die ihre Parteien gründen. ADD ist ja schon dabei. Sobald die mal die Mehrheit haben, kommt hier Scharia. Ja, fertig. Völlig normal. Die Statisten laufen, können da lesen. 2050 gibt es auf der Welt nur noch eine Religion. Islam. Naja, und wenn die wirklich die Mehrheit eines Tages hätten, könnten sie das auch im Sinne der Demokratie umsetzen. Wie gesagt, 2050 ist schon abgesteckt. Da hat ja auch der Staatspräsident der Türkei schon gesagt, das sind meine Soldaten, also die Moscheen sind meine Minarette und meine Sperrspitzen und so weiter. Das sagt er ganz öffentlich. Da stand noch die Merkel neben, damals, ich glaube, in Mannheim, wo dieses Haus gebrannt hat, wo noch die Rettungsaktion da war. Flughafen verwiesen. Und er hat gesagt, pass auf Kollege, jetzt fliehen wir nach Hause. Aber sowas erzählst du hier nicht. Ander macht die natürlich nicht. Der ist auch die einzige Staatschefin, die da vor einer türkischen Flagge sitzt. Der Russe macht das nicht. Da werde ich aber noch mal eine kleine Sonderseite machen. Das gefällt mir gut mit den Zitaten. Der Christian, ich schicke dir auch mal einen Link. Dann brauchst du ein bisschen weniger schreiben. Das ist die einzige Frau oder Mann, scheißegal, auf Deutschland, ich weiß ja, Frau Mann, ist ja auch egal. Bei dem Gender kam, weiß man ja nicht mehr, was da ist. Ist egal. Der, die, das, Merkel. Die sitzt da vor der türkischen Flagge. Da macht der Russe nicht, der Ami nicht. Da macht keiner. Wir müssen die gleiche Flagge im Programm akzeptieren. Man kann auch, man kann auch, man kann auch wirklich eigentlich nur mal an alle Leute und dessen noch vorhandenen Verstand oder mehr oder weniger Verstand wirklich appellieren. Mal anzufangen, zu differenzieren. Sicherlich gibt es mit Sicherheit in der AfD auch rechtslastige Personen, aber die hast du auch in der CDU, die hast du auch in allen anderen Parteien. Und deswegen immer gleich alle über einen Kamm zu scheren, finde ich, das geht überhaupt nicht. Michael, du gehst immer darauf ein, das ist doch das Wahnsinnig. Ihr seht doch, was diese Parteien, die gerade die Regierungsmacht haben, nicht tun. Nicht tun, ja. Erzählen, was sie demnächst tun werden, wenn sie wiedergewählt werden. Ey, werdet doch mal langsam wach. Die tun natürlich nicht. Aber jetzt zu postulieren, die AfD ist ja rechtslastig, die sind ja auch, was weiß ich, die würden... Das habe ich ja nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich habe gesagt, nee, Mozart, ich habe ja gesagt, es gibt mit Sicherheit in jeder Partei rechtslastige Personen. Und deswegen sollte man nicht gleich eine Partei als Nazi oder wie auch immer oder als Rechts abstempeln. Hörte auf damit, alleine dieses Wort zu benutzen bei der AfD, das ist eine demokratische Partei. Ich habe noch kein Parteiprogramm gelesen, welches so schlüssig ist wie das von der AfD. Ich kenne kein anderes. Ich kenne schon andere. Ich habe ja auch... Aber guck doch mal an, was die anderen da mit uns gerade machen. Da können wir doch nicht jetzt im Ernst wirklich dahinterstehen und sagen, ey, ich bleibe lieber bei dem Übel, welches ich da sehe. Da weiß ich, wo Programm steht. Ich wähle nicht die AfD, weil die sind ja rechtsradikal. Hör mal, das hat ja genau gesagt. Wir haben ja noch nicht mal eine Regierung gelassen, noch nicht wirklich mit dem etwas zu tun. Und jetzt seid ihr schon auf die am Knüppeln. So, ich habe noch eine Zwischenfrage. Und zwar der Karl Aschnikow, der sagt hier gerade wieder was. Spätestens mit der Vereidigung ist die AfD-System. Ich habe die Frage gerade schon mal jemand gestellt. Was muss jemand tun, wenn er etwas Falsches getan hat? Wie viel, wie oft und in welcher Menge muss jemand etwas tun, damit es als gut angesehen wird? Das heißt, die Fehler der Altparteien, der AfD schon zuzurechnen nach dem Motto, ja, die werden ja mal genauso wie die anderen. Noch einmal. Das heißt, wo nimmst du die Idee her, dass es so kommt? Und was müssten die tun, damit du anders denken würdest? Das wäre ja mal die Kernfrage. Und damit kommst du ja wieder in diese Moralgerechtigkeitsnummer. Das heißt, wenn ein Verbrecher gesühnt hat, wann ist die Sühne denn für dich erfüllt? Das heißt, was muss ein Verbrecher tun, damit er in deinen Augen wieder Pari ist? Mit deiner moralischen Wertvorstellung? Was ich interessant finde, unheimlich bemerkenswert ist, wie viele Leute in die AfD eintreten. Von allen Parteien. Weil der Karl argumentiert, dass dieses Drama eine Endlosschleife ist. Aber ich glaube, dass es doch Politiker gibt, die eben aus der Nummer auch raus wollen. Von der FDP treten die AfD ein. Von der CDU treten die AfD ein. Von den Grünen. Ich kann euch immer nur raten hier. Wählt mich, stellt mich auf. Ich werde sofort zusehen. Ich bin schlimmer wie Trump. Ich bin bestechlich, ich bin käuflich, ich bin vorbestraft, ich habe total das Weltwissen, ich kann das Wikipedia vorlesen. Ich gehe als erste Amtshandlung aus der NATO raus. Zweite Amtshandlung bedingungsloses Grundeinkommen. Dritte Amtshandlung am selben Tag werde ich Merkel verhaften lassen und hier nach den Hack den Dicknehmer auch noch direkt mit. Noch einmal. Also ich bin für viele gute Sachen. Kein Thema. Ach, hört auf. Wie gesagt, wir haben noch eine Frage. Ich habe vergessen seine Stimme. Einen guten Abend. Wir hatten eine neue Gründe. Das ist doch eine neue Gründe. Das ist doch die Zersplittung, die jetzt gerade gemacht werden soll. Das ist doch Blödsinn. Die AfD vertritt doch genau das, was jetzt der Knacki machen würde, was ich machen würde. Die vertreten doch genau diese Meinung. Genau. Das wird doch nicht verblenden mit dieser Aussage von Höcke oder so weiter. Schaut doch mal die anderen Kapazitäten an. Das sind doch nicht nur die fünf Köpfe. Die AfD besteht aus viel mehr Leuten. Da sind nicht nur Idioten drin. Aber schaut euch doch einfach mal an, welches Programm die aufgestellt haben, wofür die sind oder wogegen die auch sind und dann schaut euch mal die anderen alle an und dann werdet, glaube ich, ihr auch mal, ja, ich will hoffen, dass ihr da mal ein bisschen aufwacht. Der Flashdänzer, das Problem ist ja nicht die AfD, sondern das System, welches es unmöglich macht, frei zu regieren. Noch einmal, du bist nur nicht frei, weil du nicht frei sein willst. Das ist das Problem. Noch einmal, ihr habt das Recht auf eurer Seite. Jeder von uns hat das Recht auf seiner Seite und keiner tut was. Wir fordern das Recht immer ein, aber keiner tut etwas dafür. Das ist das Problem. Und eine Reaktion noch einmal, Fahrt nach Berlin, wie Mozart sagt, 20.000 Mann, die den Bundestag überlaufen. Ich habe mir hier diese Demo angeguckt in Hamburg und ich kann verstehen, wenn du da den schwarzen Block auf der einen Seite hast, auf der anderen Seite diese hochbewaffneten schwarzen Knüppeltypen, dass man Angst hat. Wenn du dir diese Nummer von oben anguckst, dann siehst du da hinten 5.000 Mann gegen 30, die ein bisschen breite Schulter machen. Wenn die 5.000 sich einig werden und einfach drauf losrennen, ist die Nummer durch. Das dauert 10 Sekunden, ist die Nummer durch. Der erste geht auf die Fresse, klar, sicher. Ja, aber das ist die Nummer durch. Noch einmal, ihr müsst nur laufen. Ihr dürft nicht stehen bleiben, ihr müsst laufen. Was hier gemacht wird, sind reine Positionsspiele. Und noch einmal, die können so viel sein, wie sie wollen, dann fällt die erste Reihe. Aber noch einmal, die zweite rennt alles platt. Ja, klar. Hast du ja gar nie gesehen. Hätte er auch das gemacht. Oder das Gleiche. Du kannst mich erschießen, du kannst 10 erschießen, du kannst 1.000 erschießen, du kannst auch 10.000 erschießen. Da sind eine Million, die da stehen. Keiner wird erschossen. Keiner hat er gar nicht. Ich würde sagen, kein einziger Schuss wird fallen. Die werden zur Seite gehen und froh sein, dass sie nicht erwischt werden. Das wird passieren. Ja, die sind doch auch wie wir. Verstehst du? Die erleben das doch genauso. Wann ist der Sicherheitsdienst, der da steht? Ist das anders, wenn er nach Hause kommt? Der hat auch seine Miete zu zahlen oder sein Eigenheim zu finanzieren. Der wird genauso gebeugt wie wir auch. Was meinst du, wie ungerne die da manchmal stehen und nicht ungerne gegen diese Steinewerfer da bei den Antifas, die da auf dem Gerüst stehen und mit Mauersteinen auf die Leute warten, um die jetzt auf den Kopf zu werfen. Da haben die natürlich richtig Spaß, wenn du so einmal erwischst und die Kamera ist nicht gerade um eine Kurve. Das ist aber auch mein Spaß. Das glaube ich mir. Das finde ich auch völlig in Ordnung, so Leute zu Recht. Völlig in Ordnung. So Dreckschweine, dann muss man auf das Brett hauen. Aber darum geht es nicht. Aber die Jungs sind auch nur normale Menschen. Muss ich auch sagen, was ich auch völlig ungernehm habe. Dieses Auto an Zwimmen geht gar nicht. Dass also hier mit Pflastersteinen auf Polizisten geschossen wird und geworfen wird, geht gar nicht. Dass hier mit Zwimmen und Stahlkugeln geschossen wird, geht gar nicht. Noch einmal. Nein, dass die schon vermummter auftreten, das geht gar nicht. Dass die überhaupt auftreten, geht gar nicht. Man hätte die erst gar nicht reinlassen müssen. Die Ersten hätten wir schon mal rauslassen müssen aus Europa, aus Deutschland. Die gar nicht reinlassen. Wer hat das noch nicht erzählt? Ach, der Dirk Müller. Das wäre gewesen, was bei mir gewesen wäre, wenn ich was zu melden gehabt hätte, ich hätte Presseverbot gegeben. Ich hätte die Presse gar nicht in diese Brandbezirke reingelassen. Ich hätte die Jungs ihren Job machen lassen. Die Chakos hätte ich ihren Job machen lassen ohne Presse. Der Dirk Müller hat neulich erzählt. Er ist gewohnt vom Staat. Wenn die Jungs da mal unterwegs sind und die Presse ist nicht mit der Kamera da, wo du dann festgenagelt wirst und nachher vor Gericht stehen musst und was weiß ich, deinen Job verlierst, dann hätte ich mal die ganzen Hosenscheißer von den Antis da gesehen. Da kam ja nachher auch, die SEK war ja da, die ist ja mal eben die Bude da rein. Da ruckzuck war das Ding ja erledigt, oder? Da war nichts mehr mit großer Fresse und Steine werfen und da war auch die Presse nicht dabei. Da wird dann zurückgehalten. Das ist ein Unding hier. Verstehst du, die Presse gehört sich da nicht hin, weil die Presse auch einseitig ist. Die berichtet nämlich genau für die andere Seite und das ist ja das Kranke, was hier mittlerweile so herrscht. Das sehen die Leute leider nicht. Die erkennen es nicht. Die erkennen einfach nicht. Die Menschen sind Vorjöre und wollen genau diese Bilder sehen. Die friedlichen Demos wollen sie nicht sehen. So Couch-Potatos, die hier rumspringen, wie die Fußballstars, die hier alle auf der Couch sitzen mit ihrer dicken Plauze. 120 Kilo, können sich kaum bewegen, aber reden bei jedem Spiel dazwischen, was die alle falsch machen, da unten die Fußballer. Wir lassen mal den Christian zu Wort kommen und dann kam eine Frage von Martin Kluge, die können wir da nachnehmen. Was sagt ihr zu Staatenlustrufen in den Grundgesetz 139er in der Artifizierungsvorschriften? Können wir da auch noch? Aber er ist der Christian. Moin Moin erst mal. Ja, Moin Moin an alle. Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass das mit diesen Bildern und den Krawallen gar nicht so ungewollt war, weil jetzt können sie ja noch mehr Sicherheit einbringen. War zumindest ein Argument von Dirk Müller, von dem haben wir es geklaut. Das ist dieser Börsenguru da, dieser Analyst. Ja, und des Weiteren, schon wieder vergessen. Aber jetzt können Sie den 139er erst mal in Ruhe machen. Davon habe ich nämlich gar keine Ahnung. Also ich habe davon ehrlich gesagt gar nichts. Also ich persönlich habe das Gefühl, der Hoffmann ist ein komplett Verpeilter. Mittlerweile, sag mal, seine Aufgabe erfüllt ihn aus, aber dass er andere Leute auffordert, das zu tun, finde ich ganz, ganz nicht gut. Und Dirk Müller, ja, also der Analyst von der Börse, der hat das gesagt, weil der Staat kann wunderbar jetzt die Sicherheit sozusagen noch weiter ausweiten, weil die Linken ja so viel dabei gemacht haben. Also können Sie jetzt noch mehr... Wir sind aber gerade nicht bei Müller jetzt, sondern wir sind jetzt gerade bei Staaten los. Ach so. Ja. Okay, ich übe noch. Weil der, weil der, nochmal, der Hoffmann, der hat natürlich in der Einzel... Also man muss wieder die Scheibe da rausschneiden und sagen, wenn man das, was der Hoffmann sagt, einfach mal als einzelnen Punkt sieht, hat er vollkommen recht, aber im Zusammenspiel mit dem ganzen Rest dazwischen hat er wieder Unrecht, weil es ist nicht umsetzbar. Und die Konsequenz ist in dem Moment, wo du beim Russen deine Staatsbürgerschaft beantragst, bist du in Deutschland schon wieder raus. und die Konsequenz ist in dem Moment, wo du beim Russen... Jemand hat eine Rückkopplung wieder. Wer hat noch ein Video an? Aber das geht ja bei vielen Sachen, die wir hier machen und von Leuten, die hier Aktionen machen. In der Einzelbetrachtung ist es immer richtig, aber im Zusammenspiel mit anderen Parametern geht es meistens unter. Das ist leider so. Ja, Hoffmann, Klaasen ist ja scheißegal. Alle keinen Ton? Okay. Doch, doch, doch. Ich finde es schwierig. Ich finde es auch einen falschen Weg, muss ich ganz ehrlich sagen. Also was nutzt mir so ein Stück Papier nachher? Im Ernstfall. Rüdiger soll mit Badeenten ja von mir aus kann das mal machen. Ist doch gut. Ja, ob du jetzt eine Entnazifizierung machst? Nochmal, ich habe mir dieser Nazi-Pissinix am Hut, weil ich bin kein Nazi. Mein Vater war kein Nazi. Also ich kenne keinen Nazi. Sorry. Also ich brauche mich auch nicht entnazifizieren. Also ich weiß nicht warum. Ah, Jan Winter. Zieh es dir mal rein. Ich habe mir das schon x-mal reingezogen. Bringt trotzdem nichts. So, irgendjemand schickt mir hier eine PN oder so. Warte mal. Ja, guck, seit wir startlos drauf haben, ist jetzt aber hier die Luft raus, ne? Ja, anscheinend habe ich ja den Chat hier geknackt irgendwie. Ich habe ja zu viel gequatscht, hat der Frius ja geschrieben, ich soll mal die Fresse halten. Habe ich mal gemacht. Hast ja gesehen, was da passiert ist. So zu dir, Frius, ne? Halt mal die Fresse, du lässt die anderen nicht ausreden. So ein Schwachsinn. Ich kann ja mal weiterhin die Fresse halten. Mache ich jetzt. Wie fühlen wir da weg? Nein. Ja, dann machen wir jetzt hier mal so eine kleine Pause, ist auch mal nicht schlecht. Der Mikrohilf beim Fresse halten. Ja, was soll ich sagen? Wie gesagt, um nochmal das Missverständnis von vorhin auszuräumen. Also, Mozart, ich wollte damit ja nicht die AfD diskretieren. Ich wollte ja einfach nur sagen, dass die Leute mal nachdenken sollen, dass in jeder Partei eben auch Leute sind, die rechts oder links oder wie auch immer gelagert sind und deswegen eine Partei ja nicht schlecht sein muss. Was ich immer wieder betonen möchte, ist, also es hat vorher keine Partei gegeben, weder bei den Grünen noch bei den Linken, wie die aufgekommen sind, noch bei den Piraten, dass so viele Politiker aus anderen, aus CDU, aus CSU, aus Grün, aus der FDP in eine Partei geströmt sind. Das ist also schon bemerkenswert. Ich soll mal wieder ein Spendenling raushauen, warte mal. Wenn du lösartig bist, könnte man ja behaupten, da haben sie wenigstens noch eine Chance auf den Posten. Naja, die hängen ja sowieso, letztendlich hängen sie ja alle an ihrem Stuhl. Das hast du ja auch schon gesehen und selbst bei den Gewerkschaften, wenn ich nur an dieses Ding denke, wie gesagt, mit der Dennard hier, 13 Monate, die Richterin da, 13 Monate im VW-Vorstand und wird dann mit fast 13 Millionen Euro abgesegnet und absegnet das die obersten von der Gewerkschaft, so bei seinem Stuhl hängen oder was weiß ich. Unfassbar so. Hat einer von euch heute diese Pressekonferenz von dieser Grünen und dem CDU-Minister Heini da gesehen? Das war die Härte. Also da hast du wirklich die Hilflosigkeit einer Frau gesehen. Die war sowas von unsicher. Also ich weiß nicht, wie sie die bezahlt haben oder womit oder mit welchem Job, den sie in Aussicht gestellt haben. Jedenfalls hat das in meinen Augen der Demokratie wirklich heute absolut den Fassboden ausgehauen. Wenn ich nicht gewählt werde, dann wechsle ich halt mal schnell die Partei, die gewonnen hat. Ey, echt. Ja, daran siehst du ja wie in einem Stuhl hängen. Wie in einem Stuhl hängen. Ich will ja nie andere Mannschaft. Oh, der Frius knallt den Arsch an. Du bleibst jetzt auch hier, Kehr, verdammt. Jetzt hat der Mozart den links kaputt gemacht. Den links kaputt gemacht. Wieso? Der hat ja gesagt, ich soll einfach mal die Fresse halten. Das mache ich ja. Das ist auch nicht gut. Man macht das nicht gut. Wenn ich zu einer Weise nicht gut, wenn ich die Fresse halte, ist das nicht gut. Du hältst dich doch sonst auch nicht dran. Wollte ich gerade sagen. Irgendwann muss ich mich ja mal dran halten. Außerdem habe ich ja konstruktive Kritik hier angewendet an diese Republik, die wir hier gerade. Ich weiß gar nicht, wo das Problem da lag. Ach, du wolltest das mal sacken lassen. Ja, da kann ich doch nicht einfach die Fresse halten. Der Mr. 1 sagt zum Beispiel auch was Gutes. Ja, ich sage ja nicht, du sollst die wählen, Rainer. Aber das Programm deckt sich mit dem, was Knacki und viele sagen halt trotzdem. Also noch einmal, die AfD erfüllt viele Dinge, die Leute denken. So, und wenn für jemanden der Begriff Abschiebung nicht akzeptabel ist, nochmal, dann darfst du aber auch nicht über Migranten dich aufregen. Wenn du sagst, genau wie Amerika, also ich fand Trump gut mit dem Spruch Amerika first, aber wenn der Deutsche sagt, Deutsche zuerst, dann sind wir wieder Nazis. Also noch einmal, dann bin ich lieber ein Nazi, aber trotzdem kriegt der deutsche Rentner erst von mir Kohle und dann kriegt der Rest meiner Gäste was. Du brauchst gar nicht so weit gehen, Knacki. Im Thüringer Landtag, da war genau, nee, noch nicht mal, im Sachsener Landtag, da war genau die Rede, da hatte einer von der AfD vorgeschlagen, Pausenbrote und so weiter für die Kinder in den Schulen kostenfrei auszugeben, damit alle Kinder, die in der Schule sind, ernährt werden, damit das nicht zu Lasten der Leute geht. Darunter hat er geschrieben und das kommt den deutschen Familien zugute, den deutschen Familien. Da haben sich die ganzen Parteien drüber aufgeregt, ja, über dieses Wort, den deutschen Familien. Nur deswegen, da ist der voll aus der Buchse, da hat er gesagt, wo lebe ich denn hier? Ich lebe doch hier in Deutschland, ich bin doch hier nicht in Frankreich oder in Belgien oder in Polen. Wenn ich hier reinschreibe, den deutschen Familien, ja, wen meine ich denn damit? Ich meine doch nicht den Italiener und was weiß ich, ich meine doch das Volk, was hier lebt. Verstehst du, wie weit das mittlerweile ist? Wenn du in irgendeinem Satz bringst, dem deutschen Volk, das steht sogar am Bundestag, dem deutschen Volke, das steht sogar da drauf, das wird demnächst auch weggemacht, weil da steht ja dem deutschen Volke, das darf nicht mehr, das darf nicht mehr sein, so weit sind wir mittlerweile hier. Alles, was damit zusammenhängt, Trump kann das sagen, ne, American first. Wie du schon sagst, sag mal Deutschland zuerst, am Arsch, bist du sofort rechtsradikal. So weit ist das hier gelandet. Das ist doch krank. Leute, werdet wach, das ist krank. Das ist nicht richtig, was da läuft. Das ist doch keine Nationalität, das hat doch mit dem Nazireich nichts zu tun, mit Hitler oder so etwas. Werdet mal langsam wieder wach. Die meisten, die hier sitzen, haben sogar so im Geschichtsunterricht gefehlt, weil sie auf dem Pausenhof rauchen waren oder sind da im Klo rauchen gegangen, weil sie keinen Bock auf Politik hatten. Und jetzt machen sie große Welle, wenn da kommt was mit deutschem Volk. Ey, werdet mal echt wach. Oh yes, I'm the great pretender. Wann hattest du denn einen Stream mit Kalli? Auf Twitch habe ich den mal erwischt. Ich habe ihn wegen dieser Löffel im Arschnummer mal gefragt und so. Aber der war wohl ein bisschen sehr aufgedreht. Pep Kalli war ordentlich drauf. Frio, so bist du. Ich finde das gut, Black Q. Black Q schon wieder. Ach du Köcke, jetzt geht das los. Ja, komm, wir sind dann Nai Bairu und so weiter. Oh, nö. Komm, reden wir. Das ist ja wieder mein Thema. Von Politik habe ich ja keine Ahnung. Von dem anderen ja auch nicht, aber da kann ich besser drüber quatschen. Ja, Kalli ist schon, Kopfloskalli ist schon eine Nummer. Ich habe echt gedacht, mit dem kann man reden, aber das macht keinen Sinn. Ja, Pipapo, da guckst du und so, ne? Pipapo, Finger im Po, oder wie war das? Finger im Po, lauf im Po. Läuf im Po. Ach, das Video, das war der Knaller. Nee. Also theoretisch kann ich praktisch alles. In dem Spruch habe ich auch gut. Den haben wir mal im Büro geklebt. Theoretisch kann ich praktisch alles. Theoretisch können die auch praktisch alles, aber das macht keiner praktisch. Aber theoretisch wissen die das alle. Voll den Plan her. Hopfloskalli ist durch, das stimmt wohl. Ja, keine Ahnung, sollen wir mal so halb zwei, Viertel vor zwei angreifen, so als Limit. Außer halt kommt ein geiles Thema. Ich meine, ne? Ja, ich habe auch kein Bock mehr. Geiles Thema hätten, so wie jetzt, wie schalte ich mein Handy ab, oder wie kann ich mein Display erweitern? Verstehst du, ich habe nur 60 Anzeigen hier, wie kriege ich die auf 70 hochgeschraubt? Nein, dieser Alu-Hut für Handys, den gibt es doch schon. Du musst eine leere Chips-Tüte nehmen. Nee, die gibt es für die Kreditkarten. Da gibt es Alu-Tüte. Ja, gibt es auch mit Potmanis. Ich meine, ich habe die auch. Abgeschirmte Potmanis, ne? Habe ich auch schon geschirmte Potmanis. Ich habe ja auch nur Karten da drin, weiß ich, ich bin ja ein Karten-Junkie. Ich trage Alu-Hut. Das habe ich auch mal gemacht, aber das wird so ein Fahrrad unter der Öl. Oh, das war so komisch, was? Resalu zum Anzug. Ich habe mal so Zippen oben drauf gemacht, weißt du, wie Männer im Wald allein da. Naja, im Ersten Weltkrieg, die vom Kaiser, die Truppen hier noch so eine Pickel oben. Ich weiß, ich erinnere mich noch an so eine Zeit, da hat so dieses Nokia 3210 diese Zeit angefangen. Also da waren die ganz modern. Und da habe ich so einen total paranoiden Trolldealer gekannt. Wenn man bei dem zu Hause war, da musste man seine Handys alle in so eine Chips-Tüte reinschmeißen und da hat er die zugemacht, damit die nicht abgehört wird. Da hast du immer nur was zu trinken vorbeigebracht oder so, natürlich nicht. Nokia 3210, also denk mal zurück, wie lange das schon her ist. Themachen, Zinfizierung ist nicht verkehrt, blablabla, weil mal vorsichtig sein und unterschieden haben, blablabla. Ich habe gestern ein Video gemacht über Beastie Bessie. Ich mag sie ja eigentlich gerne, aber sie ist eine komplett verpeilte, da muss man einfach mal dabei sagen. Und ganz viele von diesen Locken draußen, die sind komplett verpeilt. Sie hat also allen Ernstes, weil es passte ja wieder zum Thema Champ Trails, da hat sie wieder so ein Mega-Bild gefunden, hat das geliked, geteilt und wie schlimm, und jetzt geht die Welt wieder runter. So, Problem ist, da klickst du drauf, danach liest du den Müll durch, das hat also jemand geschrieben, der heißt karl. ne, w. etter. Ich denke, Wetter? Die verarschen mich doch. Guck's auf, Impressum ist eine Spaßseite. Und eins der Probleme, die wir haben, bleibe ich bei, im Internet ist 90% nur noch gefickter Müll unterwegs, der von irgendwelchen Leuten abgefallen und abgeklatscht wird, ohne nachzudenken. Und so dumm, doof ist der Deutsche. Mir geht das einfach auf, sagt, dass ich jetzt hier nur noch mit Blöden zu tun habe, die nichtmals mehr richtig lesen können. Das ist ein Problem. Und mit diesen Leuten soll man eine Revolution machen oder draußen Kriege führen oder die Politiker aus dem Land jagen. Nochmal, die Typen sind niemals in der Lage, auf einer Spaßseite das Impressum aufzurufen, wo dick drüber steht, wie ja, äh, wir haben mich gerade verarscht. Verstehen Sie? Und das ist ein riesengroßes Problem, was wir hier haben. Die gute Absicht will ich keinem absprechen, aber die Umsetzung, da können wir echt noch ein bisschen nacharbeiten. Info Weltgeschehen Radio, auch so eine völlig verpeilte Truppe, also nur noch aggro, egal, wenn der Postbote die Post bringt, dann wird das System angegriffen und ob es der Toni ist oder Ingo oder weiß der Geier, noch einmal, ich weiß nicht, ich habe im Moment, äh, Gott sei Dank, zum Schmusen die Pauline gefunden, endlich mal normale Leute, mit denen man einfach mal, hey, es gab doch früher auch mal so eine ganz normale mittlere Denkweise, nicht zu abgehoben, nicht zu tief gestapelt, aber so einfach normal, ein bisschen aggressiv dabei, aber, hey, mich umgeben hier nur noch bescheuert, hier habe ich das Gefühl. Die, die hier sind, die sind ja auch alle, alle super nett, die sind ja auch gar nicht gemeint, aber, ey, noch einmal, der eine ist ein Geisteskranker, der kriegt es demnächst schriftlich vom Gericht, die Nächsten haben alle so viele Probleme, dass die sich in Urwald da im Osten zurückgezogen haben und mittlerweile gegen alles und jeden kämpfen, die Nächsten sehen hinter jedem, hinter jedem Baum eine Verschwörung, ist unglaublich, also, weiß ich nicht, mich macht das total Kirsch im Schegel, da habe ich keinen Bock drauf. Das stimmt. Ich fand ja auch mal, die Comedys, früher immer gut, so Dieter Nuhr, Hagen, Räther oder Pispas, plötzlich ging das irgendwann nach 15 ab. Die haben sich sowas von gewandelt alle, ne? Absolut. In ihrem Programm eingebaut, wie doof doch der Deutsche ist, wenn er dagegen ist. War das ätzend. War das echt ätzend. Obwohl die Jungs nicht gut waren. Also hier gab es den Günther Jauch, der hat doch diesen Talk gemacht in Berlin, da in diesem komischen Wasserkuppel-Ding da. Wenn du recherchierst, der Typ, also diese Sendung wird produziert von der Firma vom Jauch. Jauch zahlt sich selber Geld, Jauch verkauft die Sendung samt Rechte wieder ans Fernsehen und Jauch bekommt für jede Folge, die sonntags da gelaufen ist, hat er 256.000 Euro bekommen. Eine halbe Million Mark. Für jeden. Und das, also zwei Millionen Mark, eine Million Euro jeden Monat, dafür, dass der Deutsche politisch eine Stunde bespaßt wird mit einem geskripteten Scheißdreck. Aber gegen den Jauch will ich gar nichts sagen. Wenn du überlegst, wie viel Geld er in Berlin investiert, mit dem Aufbau. Der hat also Summen da reingesteckt. Irre Summen. Wie der Aufbau der Ganoniskirchen und so weiter. Was der da alles reinsteckt. Der liebt dieses Berlin und der refinanziert das auch. Man muss auch mal mit zwei Augen bei dem Jauch hinschauen. Also Günther Jauch, da muss ich wirklich noch zusagen, eigentlich den finde ich noch wirklich von allen noch am besten. Trotzdem, wie gesagt, bei der Menge Kohle hört es bei mir eigentlich auf. Aber der refinanziert auch. Wie gesagt, der setzt dieses Geld auch wieder an. Also überleicht mal alleine eineinhalb Millionen Euro, weil du da gerade aufgezählt hast. Aber der haut ja mal eben da rein. Nicht nur da. Der hat also, wie gesagt, ich habe ja auch da, ich will mich nicht zu sehr outen, aber ich habe auch schon eine Beziehung zu Berlin. Also ursprünglich. Ja, das hat deine Frau mal nicht erfahren. Nein, nein, das ist schon in Ordnung. Aber irre, was der Typ da gemacht hat und was er auch noch tut. Berliner mal fragen, da wird keiner etwas auf den Jauch kommen lassen. Hört auf. Also der Jauch ist einer noch von denen, der wirklich seine Kohle noch reinsteckt. Gottschall ist eine ganz andere Nummer. Der lebt da in den Staaten. Der hat sich da so ein Palast gebaut, so ein Schloss hingestellt. Der kommt mal hier hin und macht ein bisschen Welle, kassiert hier Millionen und Millionen ab und verpisst sich wieder da in die Staaten und macht da seinen Feiermann. Bisschen als andere Nummer. Nein, im BDA, der die Talkshow hier, dieses Hart aber fair macht, der produziert selber, verkauft es ans Öffentlich-Rechtliche. Wir zahlen es mit unserem GEZ-Scheiß dafür, dass wir immer die gleichen Hackfressen sehen. Das Gleiche gilt, glaube ich, sogar für die Baybret Illner, die hat auch ihre eigene Produktionswürmer. Vera am Mittag Sat.1 hat es vorgemacht. Hans-Meiser-Produktion, damals noch Meiser am Mittag. Das ist schon so alt wie, boah, boah. Und die Sender kaufen das nur noch ab. Sie haben keine Kosten mehr mit der Produktion. Das ist doch wunderbar. Denn der nächste Schritt war dann dieses Trash-Talk 08 15 Köln 20 398 oder wie das jetzt heißt. Diese komischen Loft-Dinger, wo irgendwelche Jugendlichen, die irgendwelche Bars besitzen, in ein 20er-Loft zu wohnen. Das guckt mir so ein Scheiß. Ich gucke es nicht, aber es wird konsumiert, sonst würden sie es nicht produzieren. Ja, das muss man ja auch sehen, steuerrechtlich. Wie gesagt, die haben eine eigene Firma gegründet und so weiter und die stecken sich natürlich alles da hinten rein. Wie gesagt, die GEZ ist ja allein schon eine Nummer. Überleg doch mal, wie viel Kohle diese öffentlich-rechtliche Geschichte kassiert. Bei der GEZ-Gebühr, das geht ja in die dreistellige Milliardensumme. Da ist ja irre, was da abgeht. Wie viel Kohle da ist. Und dann haben die noch dieses Geschäftsmodell, das jeder seine eigene Produktionsfirma hat. Der ist also ausgegliedert, ausgesourced sozusagen, wenn man heute so schön benutzt. Und die sind selbstverantwortlich für sich, auch über die Steuerlasten und so weiter. Und die Sender können gegeneinander abschreiben. Also steuerlich abschreiben. Und dann ist der Beschiss, der gerade läuft. Deswegen meine ich ja, was die AfD da sagt, Mehrwertsteuer auf 12 Prozent runter. Wunderbare Sache. Weil der Beschiss ist mit dem kleinen Mann, weil du über auf alles 19 Prozent bezahlst. Holst du den Handwerker ins Haus 19 Prozent. Der macht den Kostenvoranschlag über 1.000 Euro über 1.190. Schatz, bist du schon wieder dabei mit deinen 19 Prozent? Der Staat, der lacht sich tot. Sobald du, also selbstständig bist, ist das nur ein durchlaufender Posten. Ja, aber nein, nein, nein. Ja, sicher ist es ein durchlaufender. Aber das sind die Abschreibungsmodelle, die du hast. Ja, klar. Das Irre ist halt. Außerdem bist du nicht verantwortlich. Ob du es ausstrahlst oder nicht, kannst du dann immer noch aussuchen. Wenn der dir, also wie der Böhmermann oder Neues aus der Anstalt, glaube ich, gab es auch so einen Streitfall. Das ist auch so ein Ding. Neues aus der Anstalt wird auch privat produziert. Da haben sie eine Folge nicht ausgestrahlt, weil dem Redakteur vom ZDF das nicht gefallen hat. Und dann haben sie dafür irgendeinen rosamunde Pilcherfilm ausgestrahlt, kurzfristig. Und dann brauchen die halt nicht dafür zahlen. Dann bleibst du als Produzent auf deinen Kosten sitzen. Ja, und das ist dann öffentlich-rechtliches Fernsehen? Ich meine, wo bleibt denn da der Qualitätsjournalismus? Weißt du denn, das ist ja wie ein Fotograf auf der Autobahn, der einen Unfall fotografiert hat. Hier, willst du haben, ein Foto? Chris, weißt du denn, um welches Thema es in der Folge von der Anstalt gehen sollte? Die verbotene Folge. Also bei Google ist es zu finden, die verbotene Folge. Alles gut. Musst du mal googeln. Neues aus der Anstalt, die verboten. Meine am 29.04. Okay, werde ich mal nachgoogeln. Also bei YouTube ist er auf jeden Fall noch drin. Was, nüchtern? Ich bin doch hier nicht nüchtern. Wer erzählt denn so einen Quatsch? Alter Schwede, wer glaubt denn hier, dass ich nüchtern bin? Nee, im Leben nicht. Um die Zeit? 1.25 Uhr, Wochenende? Nee. Das halte ich nicht aus. Ja, aber du kannst ja jetzt doch kein Alkohol trinken. Die Grünen sind doch noch nicht raus. Die sind doch noch nicht abgewählt. Ja, nee, das ist ja der Sekt. Den trinke ich ja nur, wenn die rausfliegen. So einen Scheiß trinke ich ja normalerweise nicht. Da muss ich mir von brechen. Aber ich mache mir den Spaß. Weißt du? Den haue ich mir dann rein und dann bringe ich mir den ganzen Abend rein ab. Aber ich freue mich darüber, verstehst du? Ja, obwohl das ja sogar zwei Klassen Sekt wert, glaube ich. Ja, ich mache auch zwei. Ja, gut. Wenn die AfD mit zweistellig reinkommt, trinke ich noch, nee, dann trinke ich mir eine Flasche Rotwein. Einen guten Rotwein würde ich mir da so kaufen. So einen richtig guten. Verstehst du? So 40, 50 Stutz, das Rohr. Hau ich mir dann da rein. Das verstaubt, ja? Ja, sicher. Am nächsten Tag ärgere ich mich wieder, was ich da gemacht habe. Aber egal. Aber, nee, hauptsache die Jungs sind da. Aber wenn die Grünen rausfliegen und die Roten nicht reinkommen, na, Roten werden wohl noch reinkommen. Jeder hat immer eine Grenze kratzt. Das wäre für mich hier der absolute Parteitag. Das mache ich im Kalender. Wir leben gerade Geschichte. Ist euch das überhaupt bewusst? Dass wir gerade Geschichte erleben? Das hatte ich heute noch, das Thema auch im Dienst. Wie gesagt, wir haben den Leuten da. Wir leben gerade Geschichte. Abgefahren. Ich hätte nie geglaubt, dass mir dieses noch passieren wird in meinem Leben, weil wir hatten ja schon Scheiße hinter uns. Aber, dass ich das nochmal erleben darf, dass wir echt Geschichte erleben. Das hat mein Vater damals auch gesagt, als die Mauer gefallen ist und die ganzen Sonntags-Demos da auf dem Alexanderplatz waren. Du, mein Junge, ich wollte immer wie eine Maja gucken. Ich war noch nicht in dem Alter, dass ich da so irgendwas verstehe. Und ich habe mich immer geärgert, dass der da auf DDR einschaltet. Und er liebt das Geschichte, mein Junge. Ja, 89. Jetzt weiß ich Bescheid, ja. Aber dieses wiederholt sich jetzt tatsächlich. Das ist jetzt keine schöne Geschichte, die wir da gerade erleben. Aber wir erleben gerade Geschichte. Irre. Dass sich das so schnell wiederholt, hätte ich auch wieder nicht gedacht. Ich habe gedacht, ich komme durch die Mauer irgendwie gut durch. Aber, habe ich mich doch verschätzt. Man muss ja auch mit seinen Mitbürgern denken, sozusagen. Die sind mir nicht so unbedingt wohlgesonnen. Muss man ja sagen. Irre. Nein, man kann nicht sagen, man war dabei, ne? Ja, wenn man das nur sagt. Aber wie gesagt, also meine Kinder werden irgendwann lesen und sagen, ey, was hat der Alte da immer erzählt? Der hatte voll recht gehabt. Die haben das nur nicht gesehen. Aber da bin ich ja schon weg, Gott sei Dank. Aschleck. Aschleck, Aschleck, wie gesagt. Ich glaube, wir machen das jetzt mal ein bisschen spannender. Ich habe mal einen langsamen Modus weggemacht. Seht das schon. Jetzt geht los hier. Jetzt geht los, ja. Wie gesagt, komm, mach mal, ab und zu lese ich ja auch wirklich das mit. Ich lese das eigentlich schon mit, aber manchmal gehe ich auch drauf ein. Was hat der eine da eben geschrieben? Was, 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 was hat? Ich habe keine Ahnung mehr, aber totaler Blödsinn. So bin ich ja überhaupt gar nicht. Dass ich so gesehen werde, unheimlich. Also die schätzen mich wirklich total verkehrt an. Ich habe ja auch gerne andere Themen. Wie gesagt, da drehe ich mich nur auf mit dieser scheiß Politik. Ich kann mich ja eh nicht ändern. Ich hätte auch gerne so ein Thema wie, was weiß ich, Planet X, wir fliegen zum Mars, wieso ist die Sonne überhaupt so weit weg? Wäre doch besser, wenn sie näher ran wäre, dann brauchst du nicht so heiß zu sein oder so. Warum man das nicht 8,5 Minuten braucht? Scheißegal. Wenn das näher ran wäre, wäre das auch schön. Ich hätte mal gerne als Thema so Patrioten, Patriotismus. Ich habe neulich versucht, dem Kumpel zu erklären, warum Wasser auf dem Himalaya schneller siedet als auf der Erde. Der hat es nicht verstanden. Es ist schon tragisch. Vor allen Dingen kriegst du das nicht so heiß. Bei 48 Grad ist das schon am Kochen, die Scheiße. Kriegst du die Eier, musst du länger drücken. Dann kann ich doch trotzdem, wenn die Nudel bei 100 Grad ist, verdammt nochmal, du kriegst das Wasser nicht auf 100 Grad. Das ist verdammt voll. Ich konnte es ihm nicht erklären. Doch, schnell koch drauf, wenn du den mit hochschleppst, aber da ging das drin. Das ist ja egal, ob er auf dem Mond sitzt oder auf dem Himalaya oder was weiß ich, auf Meeresgrund. Der Kochtopf, der funktioniert immer. Aber so, wenn du ein Typ hier da draufstehst, ist ja klar, da oben ist der Luft. Sollen wir mal für heute Abend ein bisschen spannendes Thema nehmen? So irgendwie der nationale Abend oder sowas? Nationaler Abend? Himalaya mit kochendem Wasser, ohne Himalaya. Das freibt sich sogar. Nationaler Abend, doch nö. Mit dem Fibronil. Lass uns lieber drüber reden, ob die Knopfeln auf der Zugspitze bei 48 Grad überhaupt noch weich werden. Komm drauf an, wie lange die da drin ist. Musst du wahrscheinlich lange genug da drin lassen. Bis du wieder der Schnee weg ist, dann bist du schon wieder unten, die Scherpas haben und wieder abgebaut. Und wenn du das nächste Mal da hochgehst, dann ist die Knopf weg. das Wasser nicht verdammt ist. Das wird das nächste Mal. ich für den Moment, wenn da will. Deswegen fressen die da oben auch alle nur Reiß. Wie Jonah Lee hat ja was geschrieben. Ne. Jonah Lee. Chat. Was? Jonah Lee? Auf jeden Fall müssen wir uns nachher von unseren Kindern recht frei. Mozart, warum hast du gegen was? Nix getan. Vati? Ich. Ich kann sagen, ich war im Widerstand. Verstehst du? Ich kann sagen, ich war beim Knacki im Chat. Ich habe mich hier geoutet. Verstehst du? Ich habe gesagt, ihr sollt ja... Ich war auf einer politischen Comedy. Ja, das hat der Pissball. Ich will den jetzt nicht so wiederholen. Aber ich war im Widerstand. Also da kann man mir jetzt nicht... Wenn irgendwann mal hier irgendwie Anarchie ausbricht und alles geht hier scheiße und ich melde mich irgendwo, ich bin der Mozart. Ich glaube, da sind welche, die sagen, ey, die kenne ich. Die habe ich da schon mal gehört. Drecksau. Du hast das schon vorher gesagt. Warum haben wir nicht auf dich gehört? Ich bin Widerstand. Absolut. Also ich muss vorwerfen und ich habe auch meinen Kindern gesagt. Also wie gesagt, die sind da absolut informiert. Ich halte da nichts hinterm Berg. Wir sind alt genug. Schissi? Ich mache das. So ist das. Ihr müsst mal mitmachen. Wie gesagt, ihr müsst nicht immer gegen mich reden. Ne, ich habe ja gesagt, sogar mein Opa hat schon gesagt, der wollte ja schon damals, wie ich Pans war, in die Schule gehen und erzählen, was die denn da für Lüge im Geschichtsunterricht erzählen. Ja, das Verrückte, ich bin mit Leuten groß geworden, die haben den Zweiten Weltkrieg erlebt. Die waren da Kämpfer. Die waren da unterwegs. Die wurden da beschossen und alles. Und mit solchen Leuten bin ich groß geworden. Und die haben mir jeden Abend, haben mir die mir die Schuster erzählt. Und als ich in der Schule saß und ich habe da mal wiedergegeben mit manchen Dingen, die da erzählt wurden, ey, ich wurde rausgeschmissen. Man hat mich vor die Tür gestellt. Ich habe gesagt, was ist denn da? Sofort raus hier. Mozart, zack, ab vor die Tür. Jo. Und ich wieder nach Hause. Sie sind am Heulen. Ich denke, was erzählt ihr mir denn hier für eine Scheiße? Ich habe da auf die Birne gekriegt. Dann habe ich da wieder auf die Fresse gekriegt. Ja, wie glaubst du mir? Das hat dich voll dazwischen gestanden. Aber es war halt so. Jetzt erlebe ich jetzt nochmal. Aus dir ist vorzimmer geworden. Wie konnte es dazu kommen? Du, das war genau wie jetzt. Also aus den Erzählungen von den Menschen, die sind in den 20, Anfang 10, 12 geboren, die haben das genauso erlebt, wie wir das jetzt hier erleben. Mein Opa ist auch 1910 geboren. Ah, nicht anders. War 2010. Genauso wie jetzt. Das sah nur anders aus. Da waren eben andere Entitäten, gegen die geschossen wurde. Das waren halt die mit dem Stern. Frage aus dem Chat. Kahuna Matata. Mozart, denkst du, die Welt wird in 10 Jahren gewaltsamer oder friedvoller sein? Boah, 10 Jahre will ich nicht, weiß ich nicht. Aber ich weiß in zwei Jahren, also in den nächsten zwei Jahren wird sie absolut gewaltvoll werden. Absolut. In meinen Augen wird die, das kann nicht gut enden. Das wird hier absolut ins Chaos enden. Ja. War sie vor 10 Jahren gewaltfrei? Das ist jetzt nicht das, was ich jetzt immer gelesen habe. Das ist meiner Ansicht nach, wenn das sich so weiterentwickelt, wie das sich in den letzten zwei Jahren entwickelt hat, kann das nur im Chaos enden. Aber Joanna Lee, wenn du Mozart da kritisierst und sagst, Labarababa, was tust du denn? Ja, lass sie anrufen da. Kannst du doch mal quatschen. Da hört man vielleicht mal eine Stimme. Vielleicht ist das ja ein Mann. Aber man weiß ja heute, bei der Genderkacke weiß man ja nicht. Heute kann es sich ja nennen, wie du willst. Aber jetzt mal im Ernst. Das heißt, wenn du ihm vorwirfst, er labert nur, was tust du denn? Erklär es mal. Hattest du geschrieben? Echt? Hattest du ja geschrieben? Ja. Das ist auch gesagt, ich labere nur, in normalen Sinti immer nett zu mir. Das muss ein Mann sein. War die Welt denn vor zehn Jahren friedlicher oder haben sich nur die Kriegsherde verändert oder sind näher gekommen und das subjektive Empfinden? Es war aber anders. Es war aber anders. Das heißt also, wir kennen oder die Berliner kennen, die Polen kommen abends rüber und klauen dir aus der Kleingartenanlage das Fahrrad oder bauen dir da ein Navi aus oder so ein Scheiß. Das ist eine ganz andere Nummer wie diese Gewalt, die die anderen hier gerade mitbringen. Das ist eine ganz andere Nummer. Ja, allein die Frage jetzt, die war doch jetzt wieder, die Frage allein habe ich schon verstanden. Die Welt war immer scheiße. Die Krieg gab es ja trotzdem. Darum geht es ja nicht. Man kann das nicht relativieren und jetzt schön reden, indem man sagt, war das denn vorher viel besser? Das stimmt nicht. Das, was jetzt auf uns zukommt, ist ein absolutes Chaos. Natürlich war es in den Weltländern scheiße. Das war auch immer scheiße. Aber das haben wir verursacht, weil wir die ausgebeutet haben und wir beuten die immer noch aus. Ich meinte es als Gegenfrage auf die, was ist in zehn Jahren These? Was war vor zehn Jahren? In zehn Jahren geht nicht. Vor zehn Jahren konntest du sagen, was ist in zehn Jahren? Heute kannst du das nicht mehr. Nein. Das ist so schnelllebig, dass du nicht weißt, in zwei Jahren kann das so einen Knall gegeben haben, dass wir in drei Jahren noch nicht mal mehr Feuer machen können, weil wir keine Streichhölzer mehr haben. Aber Christian, vor zehn Jahren kann ich nicht nach vorne. Das geht gar nicht. Vor zehn Jahren ist was ganz anderes. Noch einmal, diese Probleme, die wir mit diesen Leuten hatten, also mit den Integrationsunwilligen, waren eine ganz andere Kategorie wie das, was heute kommt. Also nochmal. Ich habe das jetzt auch global eher betrachtet. Also die Kriege waren ja trotzdem da. Die waren halt nur woanders. Aber der Albaner, der Pole, der Russe, der ging entweder ins Rotlichtmilieu, hat irgendwie einen Schraubplatz gemacht, hat den Finanzamt beschissen oder die haben halt Fahrräder geklaut oder hat Zigaretten geschmuggelt. Und die, die heute kommen, etablieren ein System, was wir nicht kennen. Das siehst du in den Ländern, wo die durchgezogen sind. Also du musst dir einfach vorstellen, du hast in der Bäckerei bestimmt 50 Mann rein, die reißen dir die Möbel von der Wand, nehmen die Kasse mit und du stehst mit dem offenen Mund da und du kriegst angesagt, wenn du jetzt so falsch atmest, bist du tot. Das ist das Problem. Ich akzeptiere es. Hier ist nicht mehr ein Rheinland. Ja, ja. Aber jetzt kriegst du... Oder guck dir halt solche Sachen wie Köln oder so an. Also du hast nicht mehr das Problem, dass jetzt ein Weißer gegen den Schwarzen steht, sondern du hast immer das Problem, dass irgendwie drei Mann doof rumstehen werden, die von 150 umringt werden. Und das ist das, was sich etablieren wird. Und das wird die Gewalt vorher vorrufen. Ich will mal versuchen, auf deine Frage einzugehen. Wie gesagt, es waren immer Kriege, da hast du vollkommen recht, die waren auch vor 50 Jahren existent, auch vor 40 Jahren. Die waren nur nicht in der Presse so vermittelt, wie das heutzutage immer noch funktioniert. Das war immer schon so. Das heißt aber nicht, dass man dieses rechtfertigen kann, dass das jetzt auch hier hinkommt, weil wir ja dieses auch mal so haben sollen. Besser wäre allerdings, wenn wir sagen würden, wir haben aus der Situation der letzten 30 Jahre so viel gelernt, dass wir überhaupt auf diesem Planeten Erde gar keinen Krieg mehr zulassen. Das wäre der richtige Weg. Das wäre Utopia, da hätten wir es geschafft. Du sagst, das ist Utopia. Komischerweise ist der Friede für viele Menschen immer Utopia. Das Chaos, das Zerstören ist aber Realität. Da können sich viele mit anfreunden. Was ich auch immer sehr schwierig finde, was auch immer sehr schwierig ist, ist, wenn man sagt, ja, wir beuten ja die Länder da unten aus. Wenn diese Kapitalabschöpfung nicht so wäre, wie das ist, also dieser Kapitalismus, dieser ewige Wachstum, da haben wir doch keinen Nutznieß von. Natürlich, wir haben auch einen Nutznieß. Wir haben vielleicht einen warmen Arsch im Gegensatz zu dem Schwarzafrikaner, der keinen warmen Arsch hat. Gut, der hat die Sonne. Aber ich wollte es nicht so sagen. Ich habe quasi darauf gewartet, dass du es sagst. Aber die wirkliche Armut, wenn diese Abschöpfung von diesen Superreichen, also dieses Kapital, was nach oben, einfach so, wo Leute so viel Geld haben, unermesslich viel Geld haben, was für uns gar nicht vorstellbar ist, da läuft doch das hin. Ja, Michael, ich würde das mal ein bisschen anders. Also nicht wir beuten diese Länder aus, sondern es ist wirklich die Politik und die Wirtschaft. Nur wir sind da durch mit die Leidtragenden. Nein, das ist ein Konsumverhalten. Das muss man ganz klar sagen. Das ist ein Konsumverhalten. Ja, das bin ich auch noch. Und dann ist der Akku nach zwei Jahren fratzer, dann schmeißt du den in eine Tonne, wird noch nicht mal richtig entsorgt, einfach weg. Wo soll ich damit hin? Scheißegal, dann schmeiße ich den Müll weg damit. Dann kaufe ich mich halt neu. Verstehst du? Das ist doch heute das Ding. Ich kaufe doch neu. Das ist doch diese Wegwerfgesellschaft. Früher ist man mit Dingen ganz anders umgegangen. Damals hat man Fahrzeuge gefahren, 15 Jahre lang. Da hast du dann rumgeschraubt. Wenn da was war, hast du halt wieder repariert. Heute kaufst du dir eine Karre, wie jetzt mit dem Diesel. Da kaufst du dir vor drei Jahren ein neues Auto, Euro 5 oder Euro 6. Heute kannst du schon wieder überlegen, in welche Schrottpresse fahre ich das Ding. Das ist das Nächste. Dieses total wahnsinnige Wegwerfen von Ressourcen, das ist ein Wahnsinn. Und wo kommen die alle her? Aus der dritten Welt. Da sind die seltenen Erden vorhanden. Würden die aber genauso viel Geld dafür kriegen, wie die Großkonzerne, die uns dieses an den Markt bringen und verkaufen, dann wären die in der ersten Welt und wir würden auf dem Baum leben und am Finger lutschen. Das muss man sich mal vorstellen. Und das ist diese Wegwerfgesellschaft, die hier entstanden ist. Und das tut jeder von uns. Es geht hier nicht um die Plastiktüte, die man mal beim Aldi zu früher geschenkt bekommen hat, die jeder weggeschmissen hat, wo jetzt Inseln in den Pazifischen Ozeanen entstehen. Es gibt, du merkst, es gibt. Wie viele Handys habt ihr denn schon in den letzten fünf Jahren gehabt? Hey, Hand aufs Herz, alle, die hier drin sind, wie viele Handys hattet ihr schon in den fünf Jahren? Ihr hattet nur garantiert ein Handy. Zwei. Ein Nokia 260C und ein 7-S2. Du hast zwei gehabt. Der nächste hat fünf, der andere hat drei. Der nächste muss immer dem Trend hinterherlaufen. Ich brauche wieder das neue iPhone. iPhone 3, 5, 7, 12, 48. Das Fünfer ist doch nicht schlechter jetzt, nur weil er zwei Jahre alt ist. Ja gut, aber teilweise wird natürlich sicherlich auf der einen Seite ist es einmal das Verbraucherverhalten, aber das wird natürlich auf der anderen Seite auch von der Industrie mit besteuert, durch die geplante Obsoleszenz. Nein, durch uns wird das gesteuert. Früher konntest du mit dem Handy telefonieren. Da hast du eine Karre gehabt, da hast du ein Handy, so ein Ding rausgezogen, auf eine Antenne, das kennen die meisten ja gar nicht mehr, da hast du so Nummern eingetippt und Display hat dir die Nummer angezeigt. Das war alles. Heute kannst du mit dem Handy auch telefonieren. Du kannst damit Fernsehen schauen, du kannst damit fotografieren, filmen, tauchen gehen, du kannst dir das rektal einführen und kannst eine Darmspielung damit machen und kannst auch den Lungenkreislauf womöglich filmen. Manche haben Spaß daran. Nächstes Jahr kannst du da, weil du ein anderes Handy brauchst. Du brauchst jetzt ein Handy. Das ist anders jetzt. Ich meine, die Lebenserwartung von Geräten, die ist ja auch nicht mehr die wie früher. Hör doch auf, alte Geräte hier liegen, die funktionieren immer noch. Die neuen Geräte, ja, ich weiß, was du meinst, da wird was eingebaut von der Industrie, so ein selbstzerstörender Effekt. Wenn ich 20.000 Mal benutzt habe, ist das Ding am Arsch, ja. Aber das ist doch alles, da müsst ihr doch mal langsam hingehen. Schaut doch mal wirklich auf euer Konsumverhalten. Warum müsst ihr immer wieder neu kaufen? Warum ist das so? Und das sind doch Ressourcen, die total verschwendet werden. Absolut Verschwendung. Genau wie Lebensmittel. Ja, stimmt. Es werden Tonnen, ja, Millionen Tonnen weggeschmissen. Irre. Irre. Nur damit der Mensch nicht kriegt, werden Container beim Aldi hingestellt, wo das abgelaufene Zeug reingestellt, und das wird zusammengestampft. Nee, das wird auch, hinter Gitter stehen die Dinger. Ja, das sind so Kisten, die pressen das richtig zusammen, da kommst du gar nicht mehr dran. Damit er bloß nicht in den Markt kommt, dann könnte das ja den Preis ändern oder was. Ey. Und dann beschwert man sich hier, dritte Welt, zweite, erste Welt, wir machen doch nichts Schlechtes, natürlich machen wir was Schlechtes. Wir sind alle daran beteiligt. Wir müssen uns alle mal im Spiegel betrachten, ja. Wenn du mit dem Finger auf jemanden zeigst, dann zeigen immer noch drei auf dich, ja. Ja, die zeigen immer noch auf dich. Wir sind dieses. Wir unterstützen dieses Marketing, diesen Konsum-Scheiß, den Wahnsinn, der da läuft. Wir unterstützen das. Und dann beschwert man sich darüber, da so Scheiße läuft. Nein, wir sind dieses. Und da stimme ich auch, mach mal dem Knacki zu, wenn ich sage, ich muss einfach eine Konsumverweigerung durchziehen. Ich muss einfach nur durchziehen, für ein Jahr. Ein Jahr lang straight bleiben. Nix, du kannst mich am Arsch steigen. Du kannst noch so viele iPhones auf den Markt bringen oder Samsungs. Ob die Akkus platzen, ist mir scheißegal. Ich habe mein Handy, das funktioniert. Ich kaufe mir nichts Neues. Das, was ich habe, funktioniert einwandfrei. Nix kaufen. Lass einfach den Konsum sein. Dann wirst du sehen, dann wird sich etwas verändern. Sonst nicht. Du schaffst das nur über den Markt. Aber das will ja keiner. Es will ja immer der Erste sein, ich habe das neue iPhone. Die stehen da zwei Tage für an, dass sie die Scheiße da kriegen. Du musst noch schafften. Irre. Ich nicht. Ich mache da schon lange nicht mehr mit. Bei mir in der Jugend gab es sowas gar nicht. Da gab es andere Dinge, aber das hast du aber über Jahre dann auch gehabt. Aber so Hypes gab es. Aufnehmen und was nicht alles. Da hast du mal ein Mikrofon geschnappt. Du konntest mal am Radio, konntest mal Hitparade aufnehmen. Da hat jemand dazwischen gequatscht, der Dreck sagt, da musstest du das wieder schnibbeln. Du konntest es ja noch nicht mal. Da hast du einen Kassettenrekorder gehabt. Der lief aber über Jahre. Heute, was ist denn so ein Ding da? MP3-Player. Nach drei Monaten ist der da out. Da hat der nur zwei Gigabyte. Ey, ich brauche aber sechs. Die Scheiße, die du da drauf gelasen hast, die kannst du in einem Jahr nicht hören. Aber man braucht jetzt sechs Gigabyte. Ey, come on. Der Mozart, kommen wir dem dagegen an, Kauf sucht? Ja, einfach nicht kaufen. Einfach nicht kaufen, ja. Klar kommen wir dagegen an. Wer hat es hier im Finger, hast du das Problem nicht mehr. Selbst ihr, natürlich die Hartz IV machen das doch genauso. Das ist doch immer das selbe, immer das gleiche Prinzip. Wie gesagt, man beschwert sich immer über Dinge, ja, da, 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 Aber in Wirklichkeit sind genau wir diejenigen, die dieses forcieren. Ja, ich nicht. Also, wenn mir war das Notwehr. Ja, mit dem Handy, okay, wenn dir das weggenommen wird, du hast keins. Aber ich bin jetzt auch so ein Arschloch. Verstehst du, durch diese scheiß Verträge, die du da hast, kriegst du ja alle zwei Jahre so ein neues Teil da. Dann hast du das hier liegen, das hier liegen, das hier liegen. Ich weiß gar nicht, mach mal, denke ich, scheiße, was mache ich jetzt mit diesen ganzen Geräten? Was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt verkaufen? Der Manuel, der Manuel, der Manuel M aus L, wer macht mit? Also, ich mache mit. Und es machen ganz, ganz viele Leute mit bei diesen ganzen Geschichten. und geil wäre aber, wenn jeder darüber mal ein Video macht, worauf er verzichtet. Das heißt, ganz bewusst mal sagen, so ich, ich trinke von Montags bis Freitags kein Bier oder ich esse von Montags bis Freitags kein Fleisch oder ich laufe eine Woche mal ohne Handy rum, mache das Ding aus und erzähle den Leuten mal, wie das ist. Eine Woche ohne Klingeln. Total geil. So eine Scheiß. Ich meine, das ist natürlich schon eine schwierige Nummer. Wie gesagt, der harte Entzug, das ist schon eine harte Geister. Harte Entzug, Entzug. Aber jetzt alleine schon, wenn er jetzt hingeht, du würdest jetzt wirklich das straight mal durchziehen. Du gehst jetzt einkaufen, deinen täglichen Bedarf kaufen. Du kaufst jetzt ein paar Mörches oder Wurzelgemüse. Du willst jetzt mal eine einfache Sache machen. Ich mache jetzt mal eine Erbsesuppe. Da brauche ich ein paar Kochwürste. Die brauche ich jetzt. Da ist eine Verpackung rum. Die besteht aus Kunststoffplastik, Polyethylen und da ist noch ein bisschen Scheiß dabei. Dann reiße ich jetzt im Laden auf, nehme die Kochwürste und stecke die mir in eine Tasche oder in eine Tüte. Ich nehme so einen Jutebeutel mit, die ich jetzt mit zum Einkaufen nehme. Oder ich nehme eine Schachtel mit, wo ich das reintue. Den Verpackungsscheiß lasse ich jetzt im Laden. Von dem Wurzelgemüse den gleichen Scheiß. Da kaufe ich mir jetzt nicht das zusammengepackte Zeug, sondern ich brauche nur ein bisschen Porn, ein bisschen Sellerie, weil brauche ich noch, ein paar Mörches habe ich ja schon. Na ja, Mörche nehme ich auch noch mit. Zack. Verpackung lasse ich jetzt im Laden. So, da kaufe ich mir die Schälerbsen, tue ich aus der Tüte, kipp die auch noch in meine Tasche. 750 Gramm kriegst du da in die Tasche. Extrem soll es ja nicht werden. Aber ich mache doch extrem. Ich mache das jetzt mal extrem. Und wenn das jetzt alle tun würden, dann würde sich der Laden aber umgucken. Was meinst du, was der für Müll, der ich da liegen hat? Jeden Tag. Den hast du aber nicht zu Hause in deiner Tonne, wo du jeden Tag deine Tonne voll machen musst und einmal in der Woche wird dir Scheiße abgeholt. Und dann kommt wieder die Müllabfuhr und sagt, wir müssen die Preise erhöhen, weil das ist ja immer mehr Müll. Wir wissen nicht, wohin damit. Der Müll ist ja sowieso da. Die holen ja die Kohle bei dir als Privatmann. Die Firma braucht da nicht. Ey, macht das mal. Holt euch die Milch in eine Kanne, nicht in eine Tüte. Füllt die da in den Laden direkt. Du bezahlst sie, füllst sie gleich in deine Kanne ab und sagst dem Kassierer, hier hast du die Tüte. Ich habe da zwar bezahlt, aber das schenke ich dir. Ich lasse das einfach hier stehen. Verstehst du? Ich will nochmal auf die Hände. Genauso funktioniert diese Verweigerung. Du kriegst deine Lebensmittel, aber nur das, was du auch verzehrst. Du frisst kein Plastik und du frisst auch kein Papier. Keiner von uns macht das, außer du hast da irgendwie nicht mal alle auf dem Sender. Dann versuchst du das mal. Aber das gibt einen schaden Stuhlgang. Das schockt überhaupt nicht. So müsst ihr mal anfangen. Und das ist der einfachste Weg, den man machen kann. Da wollen wir nicht reich sein und auch nicht verarmt zu sein. Das kannst du einfach nur tun. Ich wollte nochmal auf die Hände nicht zurückkommen. Und ich würde mal fast davon ausgehen, dass, glaube ich, ich von uns allen fünf, die wir hier im Städt sind, mit Sicherheit das Älteste habe. Ich habe im Moment gar keins. Das ist viel besser. Hast du das damals noch vom Führer zugeteilt bekommen oder hast du das gekauft? Nee, aber mir reicht das. Aber ihr habt schon verstanden, was ich damit meine, oder? Es geht nicht um einzelne Personen, die das jetzt nicht haben, sondern es geht um die Masse, um die Masse, die immer hinter dem neuesten Trend her sind. Meiko, das ist ja auch, wenn du dein Telefon in die Hand nimmst, dann willst du ja auch kommunizieren. Das heißt, du willst am anderen Ende eine Stimme hören. Ja, aber mein Handy ist doch in drei Jahren immer noch genauso gut. In vier Jahren funktioniert das doch immer noch genauso. Ja, natürlich. Ich habe heute schon das Neues gemacht. Warum soll ich das in vier Jahren jetzt wechseln? Das Ding, das funktioniert doch. Nein, da ist die Industrie so clever, die machen die Akkus jetzt so fest in das Handy eingebaut, dass der Wechsel dieses Akkus nach drei Jahren so teuer ist, da kannst du dir besser ein neues Handy kaufen. Also ist man wieder gewillt, ich kaufe mir ein neues Handy. Die Rohstoffe, die aber in solch einem kleinen Scheißding verbaut sind, ihr habt ja keine Ahnung, was da alle drinsteckt. Wie viel Gold da drin ist, wie viel Silber da drin ist, wie viel Silizium. Silizium ist noch Sand, da ist ja Schwasse. Aber seltene Erden, die da drin verbaut sind, die müssen noch und der Rückgewinnungsprozess. Wenn ich mir überlege, dass zu meiner Kindheit, dass es sich vom finanziellen Aspekt her wirklich gelohnt hat, einen Fernseher auch zwei- oder dreimal zu reparieren, ja? Früher konnte man ja noch reparieren. Da hat die Industrie ja ganz clever eingefehlt. Heute werden Platinen getauscht. Heute geht es, ich habe ja mal repariert, so ein Scheiß. Heute wird einfach nur eine Prüfstelle, zack, ach, die Platine am Arsch, die schmeißt du raus, neue rein, fertig. Aber jetzt das, was du da gerade rausgebaut hast, die Platine, der Silberanteil da drauf, die Epoxide, Harze, die da drauf verschmolzen sind, das heißt, der Siliziumschieb, der hergestellt wurde, aber den Prozess der Herstellung, die Entsorgung, die polyaromatischen, die dann entstehen bei dem Verbrennungsprozess. Das ist, ach, ihr habt ja keine Ahnung, wie viel, wie viel Belastung da in die Umwelt nachher wieder geblasen wird für die Entsorgung. Aber ich muss das wechseln. Früher hat man ein Fernsehgerät gehabt mit einer Röhre, ja, da hast du eine Röhre gewechselt. Wenn sie überhaupt mal am Arsch ging, dann hat die auch ewig gedauert. Meistens war das ein Schutzwiderstand, 1,2 oben, der ist ja weggeflogen, neu eingelötet, fertig, lief das Ding wieder. Fertig. Heute kannst du das nicht mehr. Heute tauscht die Platinen, da wird nicht mehr rumgeflogen. Das ist nicht mehr. Das ist aber bei allem so. Da werden bei Küchengeräten irgendwelche Kunststoffzahnräder verbaut, die irgendwann kaputt gehen müssen. Auf irgendwelchen Mixern steht drauf, aber nur 15 Sekunden im Dauerbetrieb benutzen. Alleine die Glühbirne, wir wollen mal gar nicht jetzt auf die Hightech gehen mit dem Mixer. Schaut euch mal diese schwule Glühbirne an. Da ist einfach nur eine Kammer, die ist mit einem Edelgas belegt, damit kein Sauerstoff drin ist und da ist eine Wendel mit Wolfram aufgelegt. Es gibt in New York eine Polizeiwache, da leuchtet seit 100 Jahren die Glühbirne. Die geht nicht kaputt, die geht gar nicht kaputt. Ja gut, die geht aber auch nicht kaputt, weil sie nicht an- und ausgeschaltet werden. Nein, die brennt seit 100 Jahren, brennt die täglich, 24 Stunden. Die geht nicht kaputt. Die Industrie ist anerwachsen worden, die Glühbirne so zu produzieren, dass die nach 2000 Stunden durchknallen. Und dann gibt es ja, deswegen heißt das ja Osram. Wisst ihr, woher der Name kommt? Osram? Das ist dieses Experiment mit den Edelgasen. Habt ihr da schon mal von gehört? Nein. Schutzgas, Helium, Neon, Argon, Krypton, Xenon, Radon. Die achte Hauptgruppe, die da ist. Und wenn ich jetzt nehme Radon und Xenon und ich habe diese Gasfüllung drin, dann passiert nämlich Folgendes. Wenn dieses Wendel aus Wolfram bestehend glüht, 2000, 3000 Grad heiß, dann verdampft auch dieses Wendel mit der Zeit. Das geht in die Gasphase über. Und wenn ich die Glühbirne ausschalte, dann kühlt sich der Innenraum ab und dieses in die Gasphase übergegangene Wolfram als Metall schlägt sich als Spiegel an der Lampe nieder. Das kennt ihr alle, die alten Glühbirnen. Bevor die durchgebrannt sind, haben die so einen komischen Silberspiegel am Kopf gehabt. Das war Wolfram. Und dann hat man dieses Experiment gemacht, weil Edelgase reagieren ja normal nicht. Aber bei der Temperatur, bei 3000 Grad, da kann man dieses Xenon-Gas nämlich nehmen. Da ist egal. Da kann man eben dieses Edelgas dazu benutzen. Da gibt es einen Komplex, der sich dann bildet mit dem Wolfram und dem Xenon. Wenn jetzt die Lampe ausgeschaltet wird, beim Abkühlprozess geht dieses Wolfram wieder zurück ans Wendel, an die Wendel und füllt sich wieder auf. Du hast keinen Verbrauch. Und deswegen ist diese Glühbirne fast an die 100 Jahre haltbar. Nur dann hat die Industrie erkannt, oh, da kann ich ja kein Geld mitverdienen. Das Ding geht ja kaputt. Das würde bedeuten, wenn jetzt die Polizeiwache da in den USA die Glühbirne jeden Morgen ausgeschaltet hätte und ihren Abend anmeinst, und die hätte dann auch so lange gehalten. Ja, natürlich. Natürlich. Das ist ein Beispiel jetzt gewesen. Könnt ihr nachgoogeln. Schaut einfach mal New York, Polizeiwache, ewig während der Glühbirne oder irgendeinen Scheiß mal eingeben. Werdet ihr das sehen? Ich erzähle dir keinen Scheiß. Nein, ich habe nicht. Aber dann hat man diese Glühbirne so gebaut. Und aus der DDR war da noch einer. Der hat diese immerwährende Glühbirne auch im Plan gehabt. Der ist mit dem Flugzeug abgestürzt, als er da ein Patent anmelden wollte in Amerika. Da kommt noch hinzu. Wie gesagt, man kann heute, man kann das schon lange, man kann also diese Glühbirne so bauen, dass die nie durchbrennen. Nie. Nie. Und was macht man? Dann setzt man den Menschen Quecksilberdampflampen in eine Wohnung als Energiesparlampe. Wisst ihr eigentlich, wenn ihr, also in der Chemie ist das so, wenn Quecksilberdämpfe in die Luft kommen, dann muss man mit Mercury-Sorb, muss man dekontaminieren. Das ist ein Quecksilber, das gebunden wird in dem Salz. Ja? Weil Quecksilber ist echt giftig. Und das habt ihr alle zu Hause. Die Idioten, ich will gar nicht, Entschuldigung, ich nehme das Wort zurück, die Menschen, die nicht informiert sind, die kaufen sich da diese 2,5 oder 5 Watt Lampen, die auf Quecksilberdampf basieren, wo Quecksilber drin ist. Und wenn die die anschalten, dann geht Quecksilber in die Dampfphase. Und wenn dann jetzt zum Beispiel die Lampe kaputt geht durch irgendetwas, weil da ein Ball vorfliegt, im Kinderzimmer, wie auch immer, dann hast du deine Bude kontaminiert mit Quecksilber. Zu jeder Lampe, die du kaufst, die billige Stromlampe, müsstest du ein Kit kaufen, das kostet 200 Euro. Nur für diese eine Lampe, um deine Räumlichkeit wieder zu dekontaminieren. Das ist sogar in der EU vorgeschlagen. Irre. Macht aber keiner. Da wird keiner mehr so eine Glühlampe verkaufen, so eine Sparlampe. Dann hat die noch ein Licht, der ist auf 100 Hertz getaktet. So was gehört einfach verboten. So was gehört einfach verboten. Natürlich, aber das haben die forciert. Die haben diese ganzen Glühbirnen abgeschafft, damit wir uns Dinger da in die Bude hängen. Jetzt sind sie ja Gott sei Dank schon ein bisschen auf LED gegangen. Jetzt benutzen sie LED-Lampen, aber selbst auch das, der Herstellungsprozess, dieser Light-Emit-Diod, also die da drin sind, Riesengiftstoff. Warum macht man denn so etwas? Die Glühbirne hat sich doch total bewährt. Die funktioniert einwandfrei. Es gibt ein warmes Licht. Du hast sogar noch eine Temperatur, die du daraus ziehen kannst. Und du hast echt eine angenehme Atmosphäre. Nein, die Menschen müssen unbedingt sich LED-Lampen reinhauen. Jetzt brauchen sie noch die LED-Lampen, damit sie noch eine natürliche Kelvin-Verteilung haben von 2.000 bis 10.000 Kelvin. Ich bin ja schon froh, dass sie runtergegangen sind von ihren Quecksilber-Dampflampen. Weil den Scheiß fressen wir jeden Tag. Weil wenn du das nicht richtig entsorgst, auch wenn du das zu deinem Entsorger bringst, der muss da auch sehr viel Geld für bezahlen. Der schmeißt das in so einen Container, dann geht die Kappe da kaputt und die Scheiße kommt wieder in die Umwelt. Das geht wieder in die Erde, ins Grundwasser und du kriegst das wieder mit deinem Wasser in den Haushalt. Das ist nicht Quatsch, Wusa. Das ist kein Quatsch. Wirklich kein Quatsch, was ich hier erzähle. Also mit dem Silizium-Macher sein. Aber Mensch, guckt mal richtig rüber nach mit eurem Quecksilber, was die uns in den Haushalt geschoben haben. Die haben uns ein Thermometer, da hat man sich in den Arsch schiebt, verboten mit dem Quecksilber, weil das ja giftig ist. Dieses Quecksilber ist sogar noch in einer flüssigen Form. Das tut ja noch nicht mal so viel wie diese Lampe. Weil die Lampe in die Gasphase geht. Quecksilber, Dampflampen benutzt man in der Atomabsorption, in der Chemie. Da machen wir Analytik mit. Die sind scheiße gefährlich. Und die hat jetzt jeder bei sich in der Bude hängen. Ey, come on. Das ist einfach nur eine totale Fehlinformation, die hier läuft und die Leute meinen, die tun was Gutes. Die sparen jetzt Energie. Natürlich, ist klar, die sparen Energie. Der Umwandlungsprozess und der Wiederaufbereitungsprozess, der benutzt mehr, als ihr je gespart habt. Irre. Da redet ja auch heute keiner drüber, über diese Energiesparlampen. Früher, wie alle noch die Leuchtstofffröhung gekauft haben, da haben sie immer gesagt, sei bloß vorsichtig damit. Wenn die kaputt gehen, da ist auch schon giftiges Zeug drin und so. Das war aber immer ein Thema. Aber hier, die fröse Neonlampen. Wer war denn? Was hast du denn da drin? Da hast du Neongas, das wird über eine Starterbatterie, das heißt also, dein Starter, den du hast, da wird ein Ion erzeugt und das Ion geht durch eine Calciumschicht durch. Das ist einfach eine Schicht, dieses weiße Pulver, welches in diesen Lampen aufgetragen ist. Und die Ionen, das heißt also, die Photonen, die jetzt freigesetzt werden, die schießen diese Schicht durch und geben dann den Leuchteffekt und dann gibt es eben die Energie und dann fangen die an zu leuchten. Deswegen Leuchtstoffröhre. Das war eigentlich alles, die tun überhaupt nichts. Aber am besten ist noch die Glühbirne, dieses Wendel, welches drin ist, aus Wolfram, dann hast du noch einen Schutzgas drin, Helium-Argon-Mischung und das Ding hält ewig. Ewig. Ich habe aber auch nicht verstanden, warum sie die Glühbirne eingeschlaupt haben, kann man ja so sagen. Ja, natürlich kann man das nicht verstehen. Da kommen wir wieder in die Verschwörungstheorie. Warum dürfen die Staubsauger nur 750 Watt haben und nicht 1500 Watt? Energie-Spar-Wahn. Energie-Spar-Wahn, ja. Der Diesel muss abgeschafft werden wegen NOx. Nächstes darfst du auch keine Gummisohlen mehr anhaben und darfst du mit dem Fahrrad nicht mehr in die Stadt fahren, weil da hast du dann abgeschafft. Diese ganze Diskussion mit dem Diesel, die finde ich sowieso. Das erste Mal, was von der Harnstoffeinspritzung habe ich im Lkw-Bereich vor 15 Jahren kennengelernt. Ach, sicher geht er mit dem Harnstoffein, klar. Vor 15 Jahren habe ich den ersten Vorführ-Lkw gefahren von Mercedes, wo so ein zusätzlicher Ad-Bluttank dran war. Ja, kann man ja auch machen. Du hast ja eine heiße Phase nach dem Katalysator, oder? Na klar, logisch. Das ist ja der Molyse. Ein Harnstoff ist ja nur N2, H2, NH3. Das ist doch mal nach PKWs, die das verbauen, dieses System. Ja, du hast eine 98-prozentige Reduzierung des NOx-Austritts, weil nämlich NOx umgewandelt wird in Wasser und Stickstoff. Meine Frage ist, das war aber schon vor 15 Jahren bekannt, warum ist das nicht in jedem diesen verbaut? Aber jetzt ist die Frage, Michael, was ist mit dem Stickstoff? Habt ihr euch da auch mal Gedanken drüber gemacht? Man nimmt jetzt zwar NO in Klammern und X, das kann NO2 sein, NO3, wie auch immer, man nimmt dann raus. Aber was ist jetzt mit dem Stickstoff, der explizit erzeugt wird? Der kommt ja auch noch. Wir haben ja schon eine Atmosphäre mit 78, 79 Volumenprozent Stickstoff. Das ist ja das Problem, die Sauerstoffkonzentration nimmt kontinuierlich seit immer schon ab. Ich habe in den 80er Jahren Sauerstoffanalytik betrieben im Labor. Da hatten wir eine Sauerstoffkonzentration von 20,69 Volumenprozent. Die geht immer weiter runter. Bei 14 Volumenprozent sitzen wir hier auf dem Trocknen, wie der Fisch, der kein Wasser mehr hat. Da machen wir nur den Maul auf und kriegen nicht mehr genug zum Atmen. Wenn ihr jetzt aber die Atmosphäre weiter mit dem Stickstoff füllst, immer weiter Stickstoff reinbläst, verdrängt er den Sauerstoff. Dann ist das Nächste, was kommt. Dann wird die nächste Sau durchs Dorf getrieben. Jetzt ist es der NOX-Anteil. Dann kommt der AdBlue, der Harnstoff, der muss ja auch irgendwo produziert werden. Dann stinkt das überall nach Pisse oder was. Dann läufst du durch die Städte, da hast du zwar eine saubere Luft, meins aber riecht überall, als ob einer gegen dein Bein gepisst hätte. Da ist das Nächste, was dann kommt. Wie doof ist das denn alles mittlerweile? Nur weil die Leute in der Stadt wohnen, wo wirklich eine totale Belastung durch Feinstaub entsteht, weil die früher, das kennt der Knacki auch noch, da sind die Kehrmaschinen rumgefahren, da kamen so Sprengwagen, die kannte der noch, oder? Ja. Sprengwagen, die sind durch die Gegend gefahren, die haben die Straßen nass gemacht. Ja. Warum wohl? Weil wir im Ruhrpott hatten wir hier viele Kohlebetriebe und auch Hoach und so weiter. Die haben also riesen Qualm rausgeblasen. Die Dächter waren schwarz. Da haben wir einfach den Dreck von der Straße gewaschen. Der wurde gebunden mit Wasser. Das hat man auch in Stuttgart wieder eingestellt. Das hat wunderbar funktioniert. Nein, wurde wieder eingestellt. Nein, macht man nicht. Und jetzt geht es auf den Diesel. Ey, come on, Leute, werdet wach. So, was machen wir jetzt? 2 Uhr Feierabend oder wollen wir noch verlängern? Ich habe noch Bock zu quatschen, wenn nicht, ich muss einen eigenen Stream aufmachen. Scheiße. Ja gut, wir können ja auch noch mal quatschen. Nein, ist ja egal. Ich wollte auch noch mal kurz, ganz kurz was sagen. Bei uns in Hannover, hier beim Hannomarktgelände, da haben wir ja die Geschwindigkeit von 50 auf 40 runtergesetzt. Ja, da haben wir auf ihre Emissionsmessgeräte und alles stehen. Ja, zwischendurch ist rausgekommen, dass, wenn die PKWs mit 40 kmh langfahren, eine höhere Belastung entsteht, als wenn sie mit 50 fahren. Aber wenn ihr jetzt glaubt, dass sie die Geschwindigkeit wieder auf 50 raufgesetzt haben, Fehlanzeige. Sie haben da Firma Blitzer hingestellt. Ja. Und das auf einer zweispurigen Straße in jeder Richtung. Ihr macht weiter, ich schiebe mir einen kurzen Baguette rein und bin wieder da. Ja, hier auch in dem, was du da sagst, Michael, ist dann so, aber hier, WUSA 96, Sauerstoff wird von Pflanzen produziert. Ja, sicher wird das produziert. Durch die Photosynthese, klar. Aber nicht nur deswegen, das ist ein Abfallprodukt, weil eigentlich produziert die Pflanze Zucker. Du verstehst du, über die Zuckersynthese. Das ist einfach nur, ne, Sauerstoff ist ein Abfallprodukt, aber das geht über die Nachtsynthese. Trotzdem ist das was ganz anderes. Das ist einfach nur Umwandlungsprozess, aber innerhalb eines Prozesses. Was wir aber jetzt tun, ist ein künstliches Produkt zu nehmen wie den Handstoff und wir spalten den über die Thermolyse, über Ammoniakprozesse, binden das NOx und bilden daraus, je nach Temperaturbereich, einen hohen Anteil an Stickstoff und an Wasser. Das kommt da hinten raus. Zusehen. Zu dem anderen Scheiß, der noch da kommt. Verstehst du, das ist was ganz anderes, als das mit dem Sauerstoff, was die Pflanzen da produzieren. Das ist nur ein Abfallprodukt. Das ist einfach die Photosynthese. Ja, CO2 und Sauerstoff, das steht im Verhältnis. Das CO2, welches wir auch ausatmen, das wird wieder durch die Pflanze aufgenommen. Das braucht die für die Photosynthese, um den Zucker zu katalysieren oder umzusetzen. Jetzt kommt wieder der nächste Tag, der hat wieder katalysieren, der hat nichts damit zu tun, ist ja auch ein bisschen spät. Und dann entsteht das Abfallprodukt Sauerstoff. Das wird abgegeben. Und das meint der Mensch jetzt, die Pflanzen produzieren den Sauerstoff für uns zur Atmung. Blödsinn. Das ist absoluter Blödsinn. Zwei Drittel des Sauerstoffs, des Weltbedarfs, wird durch Phytoplankton erzeugt. Ja, in den Nordmeeren. Und zwar immer von drei Monaten im Jahr. Da wird der Sauerstoffbedarf erzeugt, den wir hier benötigen. Und was machen wir? Ja, wir heizen die Meere künstlich auf. Dadurch wird das Phytoplankton immer weiter in die Tiefen geschossen. Und dadurch wird keine Photosynthese mehr gestartet. Und da werden wir daran verrecken. Das ist das Nächste. Aber nicht an dem Stickoxid. Irre. Aber wie gesagt, lest euch mal ein bisschen ein. Nicht in der Wiki. Geht einfach mal quer durchs Netz und mal eine andere Literatur. Und dann schaut euch mal an, wie das mit dem Stickstoff und mit dem Sauerstoff hier richtig funktioniert auf diesem Planeten. Da werdet ihr aber echt große Augen kriegen. Was könnte das denn für einen Grund haben, dass die den Diesel jetzt so verteufeln wollen? Die haben den Diesel nicht verteufelt. Die wollen Deutschland vernichten. Das ist der Grund. Das ist gut. Hast du was von Nissan gehört? Von Renault? Von Peugeot? Hast du nichts gehört? Du hast nur gehört BMW, Audi, Porsche, Mercedes. Wie hörst du? Nichts von Nissan, Renault. So hörst du nichts von. Ich habe bei Nissan nachgefragt. Bei Renault nachgefragt. Da habe ich gesagt, habt ihr da? Nö, wir wissen von nichts. Da haben wir nichts mit zu tun. Da haben die nichts mit zu tun. Ist denen scheißegal. Die lachen sich tot. Nissan hat, ich habe das nachgelesen, Nissan hat da in Japan eine Klage gekriegt, 400.000 Euro oder was mussten die bezahlen, weil die auch so einen Scheiß da gemacht haben mit ihren Softwarekacke da. 400.000 Euro. Fertig. Was zahlen die hier? Milliarden? Der Amerikaner zieht uns hier gerade aus. American first. Und die Deutschen machen alle mit. Die Deutschen sind so bescheuert, ja. Das hat ja schon damals Napoleon erkannt. Gib dem Deutschen da ein Ziel. Du brauchst keinen Krieg gegen den Deutschen führen. Gib dem Grund. Die vernichten sich so was von gut gegeneinander, da brauchst du gar nicht eingreifen. Ist so. So sind wir komischerweise gestrickt. Irre. Total irre. Und wenn du den Leuten das erzählst, kriegen sie große Augen und sagst, was erzählst du da für einen Scheiß? Das stimmt doch alle nicht. Wir müssen doch hier, wir müssen die Welt retten. Ey, habt ihr schon mal auf den sogenannten Globus geguckt, wie groß Deutschland ist oder wie klein? Was meinst du denn, wir schaffen jetzt den Atomstrom ab? Den kaufen wir natürlich jetzt aus Frankreich, weil die an den Grenzen die Dinger gebaut haben. Ja, wir schaffen das alle ab. Wir machen jetzt Windkraftwerke, wir brauchen dreimal das Wattenmeer, um jetzt den Strom zu erzeugen, den wir benötigen. Dreimal das Wattenmeer. Die Dinger musst du irgendwo aufstellen. Natürlich oben im Norden. Da musst du Leitungen legen zum Süden, weil die auch Strom wollen. Da brauchst du Blockkraftwerke, die du dazwischenstellen musst. 2000 Stück. Hast du den Bericht vom Sinnen mal gehört? Ja, den habe ich gesehen. Der hat ja vollkommen weggemacht. Irre. Der hat ja vollkommen weggemacht, oder? Der hat ja vollkommen weggemacht. Da müssen die Leute doch mal hinhören. Der hat ja vor der Industrie gesprochen. Der hat gesagt, was hier läuft, ist ein Wahnsinn. Das funktioniert nicht. Vor allem ist es ja im Prinzip nur Mathematiker. Das ist alles nochmal so hochrechnend. Das funktioniert nicht. Der Wind bläst stetig oben an der Nordsee. Im Süden bläst der weniger. Und die Sonne ist nur tagsüber da. Aber du musst ja auch in der Nacht Strom haben. Deswegen brauchst du Speicherkraftwerke. Das sind so Blockkraftwerke. Die sind riesig groß. Ja, oder dieses Verhältnis. Dass du einen Speicher brauchst, ist ja Wahnsinn. Nur für Deutschland. Und dann stehst du da. Deutschland rettet jetzt die Welt. Die links rum, rechts rum lachen sich tot. Die blasen in der Luft, wie die wollen. Aber der Deutsche fühlt sich jetzt gut. Der hat jetzt die Welt gerettet, weil die Luft sauberer wird. Ey, komm, werdet mal wach da draußen. Werdet mal echt wach. Ja, ich sag mal so, dass man mal andere Energien braucht, ist ja Fakt. Das kann natürlich nur funktionieren, wenn die ganze Welt sich daran beteiligt ist. Nicht nur Deutschland als Vorreiter. Die sollten die Gelder in die kalte Fusion stecken, beziehungsweise in die Kernfusion. Mann, da laufen doch schon Projekte. Die funktioniert ja auch. Wenn ich das Geld, weil ich jetzt in bestimmte Dinge jetzt reingeschossen habe, 30 Milliarden mal in diese Fusionstechnik stecken würde, dann hätte man das Energieproblem ruckzuck gelöst. Du sprichst jetzt von der Geschichte, von dem Prinzip mit der künstlichen Sonne, ne? Natürlich, die Fusion, Wasserstoff zu Helium umwandeln. Energieprozess, das nennt man Massendefekt, so heißt das, EMC-Quadrat, was die vielen Leute ja auch nicht glauben. Das ist ja auch die Existenz, was Einstein da erzählt hat. Ist aber so, das passiert jeden Tag in der Sonne, auch wenn sie nur 5000 Kilometer weg ist und nicht so kalt, wie das ist. Egal, das funktioniert. Wasserstoff zu Helium zu verschmelzen. Und der Defekt, der da passiert, also der Massendefekt, das ist die Energie, die abgestrahlt wird. Und die ist immens groß. Und da ist keine Strahlung vorhanden, du hast nur Energie. Da habe ich kürzlich ein Video zu verlegen, das fand ich sehr interessant. Aber das Problem ist, dass sie das bisher nur ein paar Minuten zum Laufen gekriegt haben. Ja, die sind doch noch in der Versuchsphase. Ein paar Minuten haben sie ja auch niemals geschafft. Das geht in die Sekunden. Das Problem ist eben diese Abschirmung. Du brauchst ein hohes Energiefeld, weil mal eben 6 Millionen Grad oder noch höher abzuschirmen, ist mal nicht so einfach. Das kannst du nicht im Kessel machen oder im Schnellkochtopf. Das funktioniert nur über hochenergetische Systeme, magnetischen Systemen. Da muss man natürlich eine Investition auch tretigen. Man muss Technik bauen. Ey, die haben den CERN gebaut, um Grundlagenforschung zu bauen. Wie teuer das alle war. Nur, dass da Bohrkerne und so weiter aufeinanderschießen, die mit Energie richtig aufeinanderballern, um jetzt rauszufinden, ja, es gibt noch weitere Dimensionen. Super. Da sind wir im nächsten Thema, dass die Spinner hier erzählen, ja, da bauen die Sterntore und da kann man mit den anderen Sachen reißen. Blödsinn. Es geht einfach nur um den Nachweis, Elemente, die nicht vorhanden sind, oder neue Elemente und andere Dimensionen, die wir beschreiben können. Aber das hat mit Toren nichts zu tun. Die sollen einfach mal die Kohle in diese Fusionstechnik stecken. Dann brauchen wir keine Blockkraftwerke mehr, wir brauchen keine Atomkraftwerke mehr, wir brauchen keine Wasserkraftwerke, nichts, keine Windkraft. Wir können die Natur so lassen, wie sie ist. Die Vögel haben wieder ihre Nistplätze, die Natur wird nicht verschandelt, es wird nichts gebuddelt, es läuft. Du kannst sogar noch weiter runterbrechen, du kannst noch in freie Energietechnik gehen, du hast einen Würfel stehen, der ist einmal ein Meter groß, einmal einmal ein Meter, ein Kubik, und der macht 5 kW, maximale Leistung. So ein kleiner Würfel, den kannst du dir überall hinstellen, da brauchst du noch nicht mal gebunden sein an irgendwelche Netze. Du kannst dich da irgendwo in die Einöde setzen und hast Energie ohne Ende. Macht man aber nicht, weil man darüber kein Geld verdient. Und das ist der ganze Deal, der da läuft. Und diese ganze Diskussion, die da läuft, ich könnte da kotzen, auch mit dieser ganzen Horizon-Aktion, wo die da angebohrt haben, diesen Dom, wo das Öl in das Meer geflossen ist. Ja. Techniken, die es gibt, die können dieses Öl umwandeln, umweltschädlich abbauen, richtig abbauen, ohne dass was ausfällt. Was machen die? Die hauen dieses rote Material darauf, dieses, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Da zerklumpft dieses Öl nur in kleine Mikroteilchen und das wird von dem Plankton gefressen. Plankton wird wieder von den Fischen gefressen. Die Fische werden wieder gefangen und kommen bei uns auf den Tisch. Mahlzeit! Ihr fresst eure eigene Scheiße zurzeit. Ja, ist traurig, aber ist so. Wenn ihr da Fisch aus dem Pazifik kauft, habt ihr noch eine verseuchte Situation durch Fukushima. Kauft ihr den aus dem Atlantik, habt ihr die verseuchte Situation durch Golf von Mexico Horizon. Wir fressen also immer unsere eigene Scheiße. Entweder frisst du Öl oder du frisst Radioaktivität. Fertig. Ja, dazu kommt ja noch die Geschichte hier in den 70er Jahren, wo sie da hier irgendwie, ich glaube, 400 Kilometer vor Portugal auch jede Menge Atommüll verklappt haben. Und dann habe ich da mal ein Video zugesehen und gesagt, in den billigsten Fässern. Das war die Forderung unserer Bundesregierung. In den billigsten Fässern. Korrexid, so hieß der Zeug. Ja, hast du recht, Mike. Du hast vollkommen recht. Korrexid, das größte Giftzeug haben sie da eingesetzt. Schweinerei. Eine Riesenschweinerei. Irre, irre. Ja, Sacha, die Menschheit, wie gesagt, man könnte da wirklich alles ändern. Aber ich habe wirklich, also meine Tendenz ist mittlerweile so, Evolution glaube ich ja nicht. Aber ich glaube, der Mensch ist einfach nur entwickelt worden, um künstliche Intelligenz zu schaffen. Weil so wäre der Siliziumkehr nicht zusammengekommen. Wir brauchen den Mensch auf kohlenstoffbasierter Art, das etwas schafft, so eine Art Data, mal als Beispiel hier aus dem Enterprise. Ja, das ist der letzte schon, ja. Der vernichtet sich nicht selber. Der wird gar nicht in all die laufenden Messer auf andere einstechen. Hat der gar keinen Sinn für. Macht der nicht. Der wird auch nicht dem anderen etwas wegnehmen, weil er sagt, worum soll ich das tun? Hat der gar keinen Sinn. Ich glaube wirklich, der Mensch ist so ein Zwischenprodukt, der ist nur geschaffen worden über Jahrmillionen, um eben dieses zu schaffen. Dass der eben das zusammensteckt. Wer hat das nicht, wer hat das gesagt, irgend so ein Philosoph hat gesagt, dass der Mensch, die Menschheit, im Moment wie an so einem Flaschenhals steht, entweder überleben das, oder wir löschen uns wieder komplett aus. Also für die Erde wäre es nicht verkehrt. Also für diesen Planeten Erde wäre es nicht verkehrt, wenn wir mal ein bisschen von der Bildfläche verschwinden würden. Wer weiß, wie oft wir schon an dieser Stufe dieser Evolution standen, so wie wir jetzt im Moment stehen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Atlantis? Keine Ahnung. Wer weiß, wer weiß. Nein, aber ich rede von der Jetzt-Zeit, was da draußen gerade läuft, was uns so suggeriert wird, was toll ist. Das ist richtig Tünnes. Richtig Tünnes. Alleine in dieser Konsumwahn, da waren wir ja eben schon, dann diese Verbraucherinformationen, die da laufen. Wir müssen jetzt so Filter einbauen und so weiter. Ich habe euch gerade erzählt, wo der ganze Dreck daherkommt. Der kommt nicht aus Deutschland. Und der ist auch nicht aus Deutschland produziert, der da rausgepustet wird. Sondern es ist weltweit der Dreck unterwegs. Und wir produzieren den nicht, sondern wir importieren den uns hier auf dem Tisch. Und wir fressen diese Scheiße da gerade. Siehst doch mal, ach, was hier alles so ist. Alzheimer und so weiter. Aluminiumbelastung in dem Schädel. Und das löst Alzheimer aus. Immer mehr Alzheimer-Patienten werden immer jünger. Immer jüngere Leute kriegen Alzheimer. Das kommt doch nicht von ungefähr. Dann die Medikamentensituation, die hier ist. Früher hat man länger im Krankenhaus gelegen. Da wurdest du lange da behandelt. Bist du fertig, warst du kurz nach Hause gehen. Heute, kurze Zeit, kostet Geld. Kriegst deine Medikamente mit nach Hause. Was machst du? Du schluckst das Zeug und gehst kacken. Dann scheißt du das in dein Klo da rein. Dann ziehst du es ab und dann geht das in die Kläranlage. Und die können das gar nicht rausklären. Machen die auch nicht. Und dann kommt das wieder als Frischwasser zu dir zurück auf den Tisch. Mahlzeit. Das geht aber doch nur vor Hormone. Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend. So ist es doch, Marc. Das ist doch das Gleiche. Da richtet man sich jetzt über dieses Fibronil da auf, verstehst du? Das ist jetzt in der Eier. Aber was denn aus dem Wasserhahn zieht, was da für eine Scheiße drin ist. Ich habe mir eine Hausanlage eingebaut in meinem Haus. Also bei mir kommt der Kack nicht. Ich habe ein Quadropole laufen. Was soll ich euch erzählen? Ich habe da eine Aktivierungsanlage. Ich lasse mir den Scheiß nicht auf den Tisch bringen. Haben wir auch gesagt. Ja, aber Hormone, 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 Wasser mit gefiltert. Da ist ja eben der Klowasser mit gefiltert. Mir doch egal. Ja, aber Hormone kriegst du halt auch nicht raus, ne? Doch, die kriege ich raus. Ich kriege die erst gar nicht rein. Die kriege ich nicht raus, sondern ich kriege die geliefert, aber die kriege ich nicht in mein Wasser. Ich habe da eine Anlage mir gebaut. Da hast du keine Ahnung. Da kommen keine Hormone durch. Dann solltest du vielleicht den Klärwerken dieser Welt erklären, wie du das gemeint hast. Die sind garantiert dankbar für die Info. Die wissen das doch, Marc. Aber die machen das nicht, explizit nicht, weil das zu teuer ist. Das ist zu teuer, für den Normalbürger diese Reinigung vorzuführen. Das machen die nicht. Da müssen die den Wasserpreis um den Faktor 20 erhöhen, 30. Und da sind die Leute nicht bereit für, dieses zu bezahlen. Deswegen machen das nicht. Aber sowas ist eh viel zu billig. Die machen das nicht. Man könnte, man macht das aber nicht. Das ist eine finanzielle Situation. Und das ist dieses Scheiß-Geld-System. Ja, ich habe das Geld dafür. Viele können das nicht. Natürlich, viele wissen das erst gar nicht, Frios. Nicht nur, dass die das nicht können, sondern die haben das heute das erste Mal gehört und sagen sich, ist der bescheuer? Was erzählt der denn da für einen Scheiß? Dann googeln sie mal und dann sagen sie, das wusste ich aber gar nicht. Doch, das ist aber mit der Öffnung umgekommen. Dass man weiß, dass man die Antibibi-Pille in jedem Schluck Leitungswasser mit trinkt, oder? Das weiß man eigentlich mittlerweile. Wo du oft genug erzählt. Die meisten wissen das nicht. Die denken, du hast eine UV-Klärung, du hast da die Vorklärbecken, du hast hier, du hast da Wasserschutzgebiete. Wunderbar, das Wasser ist da top. Irre. Ja, dabei waren ja die Wasserwerke selber schon seit geraumer Zeit, dass sie die Hormone nicht aus dem Wasser rausgehen. Also ich, Flashdänzer, nein, ist nicht möglich. Entschuldigung. Nein, aber mit der Wassersituation, das ist ja nur ein Beispiel gewesen. Es geht doch nur um eine kleine Beispielsituation. Alle wollen jetzt mit diesem Fibronil, da wird jetzt die nächste Sau durchs Dorf getrieben, esst keine Eier mehr, da wird alles aus dem Verkehr gezogen. Ey, du musst sieben Eier am Tag fressen. Und wenn du normal getriggert, also normal drauf bist, dann macht dir das noch niemals was. Insulin-Patient ist das noch eine andere Nummer mit diesem GABA, wie ich das vorhin mal erzählt habe. Ist das schon eine ganz andere Schiene. Aber ihr habt noch ganz andere Dinge, die ihr euch jeden Tag da reinfecht, ob es über das Fleisch ist, über die Kartoffel, über das Gemüse oder euer Trinkwasser, wo ihr keine Ahnung von habt. Und keine Sau erzählt euch das. Und ja, mir geht es doch gut. Genau. Kannst du dich doch eh nicht ändern. Ich kann dich auch nicht ändern, aber Mann, mich regt der Mann mal auf. Ich will jetzt auch wieder runterkommen, wie gesagt, aber man muss dann auch mal rausblasen. Was haben wir denn? Wir haben jetzt Hormone im Trinkwasser, wir haben Plastik im Fisch, Antibiotika im Schwein, was gibt es im Rind? Gibt es auch irgendwas? Pestizide im Ei. Ja, genau, Pestizide im Ei hatten wir schon. Danke, Schatz. Was gibt es denn noch? Was gibt es denn in der Kuh? Ach, die ganze... Ja, aber BSC ist doch schon alt. Ist ja klar, die ganze... Haltung von den Viechern, die werden doch nur gepäppelt, damit sie überhaupt überleben, wenn man so weiter reingeschossen wird in den Viechern. Irre. Und so eine Umkehr-Osmoseanlage... Alter, die Menschen werden immer älter, oder? Aber macht das doch mal. Die Umkehr-Osmoseanlage. Je nachdem, wie viel Wasser ihr auch benutzt, ihr müsst die natürlich auch pflegen. Wenn ihr solche Keramikfilter mit vorgeschalteten Kohlefiltern nicht richtig pflegt, dann zeugt ihr euch Lego-Nädeln und so weiter. Dann vergiftet ihr euch eigentlich mehr, als ihr euch schützt. So Dinge kann man nicht mal einfach kaufen, an den Wasserhahn anschließen und jetzt betreiben. So einfach ist das mal nicht, wie hier reingeschrieben wird. Kauft euch die Umkehr-Osmoseanlage. So einfach geht das nicht. Weil du willst das ja permanent haben. Und solche Sachen wie Britfilter, vergess das einfach. Ja, du kannst natürlich machen, du kannst dein Wasser nehmen, gibt auch so Filtersysteme. Aber ihr müsst sehr, sehr wirklich vorsichtig damit umgehen. Wasser ist eine ganz, ganz andere Systematik. Da werden schnell Bakterien und Bacillus und Scheiß drin gebildet. Wenn ihr das in der Sonne nur stellt, ihr achtet nicht auf den Filter oder das Filter und ihr pflegt diese Sache nicht. Also ihr züchtet euch da Sachen vor. Informiert euch über diese Thematik. Wie gesagt, kauft doch nicht irgendeine Scheiße, hängt euch da hin und glaubt, ihr habt jetzt gutes Wasser. Das ist mal gar nicht so einfach. Ja, stehendes Wasser, die sind ja nicht nur da. Lest mal über den Legonellen nach, wie die entstehen, wo die entstehen. Macht dann einfach mal, wo die. Ja, erzähl dir. Da hast du normalerweise in den Wasseranlagen, wenn die auf 50, 60 Grad laufen, also in diesen lauwarmen Systemen. So eine Anlage habe ich hier im Haus gar nicht. Ich habe zum Beispiel solch eine Wasseranlage gar nicht im Haus eingebaut. Mein warmen Wasser wird da ganz anders erzeugt. Das hat mit Legonell überhaupt nichts zu tun. Das wird in dem Moment erzeugt. Aber egal, was soll ich mich darüber auslassen? Nur wie gesagt, es gibt genug Informationen im Netz, könnt ihr euch darüber informieren, lest darüber. Da kann man eine ganze Sendung zwei Stunden drüber machen. Nur über Wasser. Über eine Osmoseanlage. Nicht nur über Wasser. Wasser könnte ich jetzt 24 Stunden quatschen, was mit Wasser ist. Wasser ist großartig. Wasser kann ja. Wasser ist absolut anormal. Also das ist eine Flüssigkeit, die ist sowas von anormal. Deswegen friert sie ja von oben nach unten. Alle anderen Flüssigkeiten auf diesem Planeten frieren von unten nach oben zu. Nur Wasser nicht. Und nur Wasser ist... Ja, das Wasser steigt ja auch. Flüssig. Ja. Das Wasser steigt ja auch hoch. Ich habe die Theorie, dass das Wasser sich so verhält, damit die Klemmen noch nicht Geld verdienen. Weißt du, irgendwie müssen die Rohre ja kaputt gehen. Vergiss es. Ja, okay. Wasser... Ja, okay. Ja, genau. Es ist halt so. Darum gehen die Rohre kaputt. Weil es friert halt und bei minus 4 Grad dann popp. Dann taut es halt wieder und dann hast du kaputt. 4 Grad hat Wasser die größte Dichte. Das friert halt bei 0 Grad. Klar, da hast du... Die Situation hat eben, Wasser fest wird. Aber bei 4 Grad hat Wasser die größte Dichte. Das ist am schwersten. Deswegen fällt es nach unten. Halleluja! Er ist geheilt. Und deswegen ist ja auf diesem Planeten überhaupt erstmal möglich gewesen. Weil der war ja mal früher mal eingefroren. Nur nicht auf dem Grund. Alle anderen Flüssigkeiten frieren ein. Ob das Methan, wie auch immer ist. Da kannst du minus 100 Grad haben. Wasser wird immer noch auf dem Meeresgrund flüssig sein. Weil die größte Dichte nach unten fällt. Und Wasser hat bei 4 Grad eine Dichte von 0,9968. Hast du nicht gesehen. Und alles andere geht wieder hoch. Links wie rechts. Je kälter, desto höher die Dichte. Was ist denn mit Eis 7? Was? Eis 7. Das ist, wenn du Wasserplaneten hast. Ein Planet hat ja, je dichter du in die Mitte gehst, desto höher wird die Dichte. Und Google mal Eis 7. Also das ist quasi, wenn Wasser zu einer Art Feststoff wird, weil der Druck so groß ist. Also es scheint dann, also du musst ja irgendwie dann eine noch höhere Dichte haben als bei mir. Nein, du kommst nicht über 1. Bei Wasser geht nicht, funktioniert nicht. Genau wie Wasserstoff. Wasserstoff und Wasser, das sind zwei Stoffe. Deswegen kannst du Wasserstoff ordentlich speichern. Wasserstoff ist die kleinste Situation und bei der Gasanalytik ist Wasser anormal. Also Wasserstoff ist anormal. Du hast eine ganz andere Gasberechnung in der Gasberechnung über Gase, wie jetzt über CO2, Sauerstoff oder andere Gase, Methane und so. Der Wasserstoff wird anders gerechnet. Der ist anormal. Der verhält sich unter Druckbedingungen anderskonform zu anderen Gasen. Wasserstoff, genau wie Wasser, die Verbindung Wasserstoff und Sauerstoff. Diese Verbindung, das ist eine Brückenbindung. Du hast eine Wasserstoff-Brückenbindung. Deswegen ist Wasser bei 18 Gramm pro Mol flüssig. Stickstoff zum Beispiel als Ammoniak gebunden, NH4 oder NH3, hat eine molare Masse von 17 Gramm pro Mol. Ist aber gasförmig. Wasser hat keine Ahnung, was Molare Masse ist. Gase lassen sich komprimieren, Flüssigkeiten nicht. Das weiß ich. Flüssigkeiten lassen sich auch komprimieren, nur zu einem geringen Teil. Aber darum geht es nicht. Es geht um Wasser. H2O-Moleküle, das hat eine Streckwinkel von 109 Grad. Können wir mal gucken. Sauerstoff, das ist ein großes Molekül und links und rechts ist der Wasserstoff gelagert und der hat eine Streckwinkel von 109 Grad. Und dann gibt es die sogenannte Wasserstoff-Brückenbindung. Das ist eigentlich keine echte Bindung. Wasser verbindet sich nicht mit dem Wasser, sondern die Elektronen tauschen sich aus. Und dadurch gibt es ein großes Geflecht und dadurch gibt es eine große Oberfläche und eine hohe anscheinende Dichte und deswegen wird Wasser flüssig. Und deswegen ist die größte 4 Grad Celsius gegeben. 4 Grad hat die größte Dichte. Da geht die annähernd 1. Größer geht nicht. Größer geht nicht. Und alles, was... So wird Eis 7 geformt, wenn du Eis einem Druck von 30.000 Atmosphären aussetzt. Schon mal irgendwo gehört? 30.000 Mark. 30.000 Atmosphären. Wo haben wir die denn hier? Nein, nicht auf unserem Planeten. Wir reden jetzt... Okay, dann reden wir. Okay, wenn wir da nicht interessieren. Aber das ist gerade ganz gefährlich, Marc, was du da machst. Ich kann nicht auch machen. Das können wir auch machen. Das können wir auch machen. Ich will es ja nur wissen. Du hast ja recht, in einem anderen System bin es in einer ganz anderen Drucksituation, aber da kannst du als Mensch auch nicht leben. Dann ist mir das doch scheißegal, ob da 30 Tonnen auf mich lasten, weil ich da so wenig existent sein kann. Wie sich das Wasser da im Weltraum verhält, ist in einer ganz anderen Situation wie auf diesem Planeten Erde. Okay, gut. Deswegen ist das ein Problem entstanden. Deswegen sind wir ja Wasserwesen, weil eben diese Anomalie besteht. Sonst wird das gar nicht funktionieren. Aber Wasser ist einfach echt göttlich, muss man sagen. Ohne dem wird das hier nicht funktionieren. In der Drucksituation, die wir hier haben, bei allen Atmosphären. Wasser wissen die Wissenschaftler ja auch noch lange nicht alles, ne? Doch, Wasser ist schon ziemlich gut. Was heißt hier von wegen Wasser hätte Gedächtnis und was ist da alles? Ja, komm, das ist weiter was anderes. Wird es auch im esoterischen Bereich oder nicht? Da sind wieder andere Nummern da mit dem Gedächtnis des Wassers, ja. Du kannst Wasser aktivieren und so weiter. Ja, linksdrehendes und rechtsdrehendes und Schaumberger und so. Das Beste, was ich gehört habe, ist, du brauchst eine Wasserflasche mit einem Kristallstein da drin, damit sich das Wasser beruhigt, wenn es aus der Leitung kommt, weil es total aufgeregt ist. Das war das Beste, was ich bisher gehört habe. Wasser, da gibt es Experimente. Gute, schlechte Gedanken. Sollte es mal gucken. Da gibt Emoto, Dr. Emoto. Den gab es. Der ist mal verstorben. Man hat Experimente gemacht in einer tiefgefrorenen Situation bei minus 20 Grad Wasser eingefroren, aus dem Staudamm in China genommen, totales Dreckwasser. Ja, hat man genommen. Minus 20 Grad eingefroren und dann hat man in der Kälte wieder aufgetaut, bei minus 4 Grad mit einem Mikroskop beobachtet und hat Wasser besprochen. Man hat zum Beispiel Liebe gesprochen. Liebe, 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 Liebe. Und bei dem Kristallisationsprozess, der jetzt stattfindet, haben sich wunderschöne Kristalle gebildet. Die sahen wunderherrlich aus. Dann hat man gesagt, Hass, 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 Hass oder Kriech, 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 Kriech. Da haben sich richtige Knubbel gebildet. Da sah Wasser ganz anders aus. Da kam die Information jetzt hin. Wieso kann Wasser dieses umformen? Ist meine Schwingung jetzt in der Lage, diese Moleküle so anzuordnen, dass sie sich in dieser Form ausprägen? Das hat der Dr. Emoto mal entwickelt und auch entdeckt. Das ist in der Tat so gewesen. Da kann man auch nachvollziehen, das Experiment. Warum eben so ist, da könnte man jetzt wieder in die Esoterik sprechen und sagen, meine Gedanken manipulieren den Prozess dieser Kristallisation. Aber wenn es funktioniert, es funktioniert ja auch in der Tat. Warum das funktioniert, weiß ich natürlich nicht, aber es funktioniert in der Tat. Ja, das geht. Ja, aber dann kann ich doch theoretisch meinen Zwölberpack freundlich besprechen und habe dann ein fröhliches Wasser, wenn sie trinken. Ja, zum Beispiel. Ich habe einen Kühlschrank, da ist so eine Wassersystematik drin, die füllt man auf, kennen ja diese amerikanischen Dinger. Ich habe da drauf geschrieben, Liebe, Freundlichkeit, Harmonie, Zettel draufgeklebt. Ja, habe ich auch gemacht, gebe ich ehrlich zu. Ja, aber dann kann ich da auch mit meinen Blumen reden, das ist dasselbe. Das Gleiche. Ich spiele gerne Mozart auf dem Klavier. Meine Pflanzen drumherum wachsen wie gaskrank. Ich kann machen, was ich will. Die gießen oder nicht, die wachsen da. Irre. Irgendwas ist da schon dran an der Schwingung. Da ist irgendetwas dran. Ich warte auf den Tag, wo wirklich 1a bewiesen ist, dass Pflanzen Emotionen haben. Am besten noch eine Seele. Da wird es nämlich eng für die Veganer. Probier es doch einfach aus. Kaufe dir zwei gleiche Pflanzen, schrei die eine immer nur an und sei so einer lieb. Du wirst ja sehen, was passiert. Also bei mir hat es geklappt, ja. Also ihr könnt den Versuch machen. Macht Gehacktes, nehmt Gehacktes in zwei Plastikdosen. Auf der einen Dose schreibst du eben die bösen Worte. Kriech, Hass, ich leck mich doch was weiß ich und auf der anderen Dose schreibst du Liebe, Harmonie, Zufriedenheit und die beiden stell dir in den Kühlschrank. Lass mal stehen oder stellst du draußen hin. Lass sie draußen stehen und dann guckst du mal, welches zuerst schlecht wird. Einfach den Versuch mal machen. Das kann ich nur jedem ans Herz legen. Einfach mal versuchen. Ausprobieren. Nicht labern, nicht schreiben, nicht dagegen sein. Einfach mal versuchen. Kauft euch einen Pfund Mett, kostet Euro oder was, Hälfte, Hälfte ab in die Tonne, zwei Schalen da, Deckel drauf und dann schreibt die Informationen drauf. Stellt die voneinander getrennt hin. Schaut euch die an nach einer Woche, was da passiert. Ich weiß auch, dass Bäume reden können. Das habe ich also wirklich in einem Selbstversuch gemacht. Ich habe es irgendwann im Fernsehen gesehen. Halt mal das Ohr an so einem Baumstamm. Umarm den Baum und halt das Ohr an. Der gluckert von innen und der sagt dir, wie es ihm geht. Es gibt ruhige Bäume, es gibt aufgeregte Bäume, also da, wo viele Hunde langrennen und ständig Fahrräder drüberfahren. Der gluckert tausendmal mehr, der schimpft richtig. Ich weiß, da drinstehen. Ich habe es probiert. Wie gesagt, es gibt so Sachen, viele belächeln dieses. Einfach mal ausprobieren. Einfach machen. Schaumberger hatte auch recht. Ihr dreht falsch. Dieses links gedreht, der habt ihr, ich bin dem total konform. Deswegen hasse ich ja auch die Mikrowelle. Weil alles, was ich in die Mikrowelle schmeiße, wird rechts gedreht. Jedes Lebensmittel, welches ich habe, wird total rechts gedreht und ist nicht mehr als Lebensmittel zu gebrauchen. Er schmeckt immer noch genau wie vorher. Immer noch, sieht noch so toll aus. Ist auch warm. Aber es hat keinen Nährwert mehr. Ja, Jugo Betrugo, wenn du rein willst, ruf mich mal in an. Nummer steht an der Tafel. Oh, ich muss noch pinkeln. Jetzt geht es. Jetzt geht es. Das sage ich. Ja, abgesehen davon, es gibt ja auch Sachen, wenn du die Mikrowelle aufwärmst, die schmecken danach auch nicht mehr. Meine Mutter schafft es auch ohne Mikrowelle Sachen zu kreieren, die nicht schmecken. Gut. Wer hat gesessen? Nichts gegen meine Mama natürlich. Du bist die Beste. Ja, Jugo Betrugo ist los. Mal durch. Mal checken hier. Und ruf nochmal nicht unterdrücken. Die musst du schon anmachen, sonst geht es nicht. Aber dann ist ja im Prinzip gute Gedanken haben eigentlich auch schön für die Selbsthaltung. Wenn es mit Pflanzen geht und mit Wasser, warum nicht mit sich selber? Ach, deswegen hat sich Marc letztens was auf die Stirn geklebt. Jugo Betrugo, einfach weil du einen doofen Namen hast. 30 Abonnenten um den Kanal. ein bisschen wirre Videos und weil ich ganz gerne vorerwiesen möchte, mit wem ich es hier zu tun habe. Deswegen einfach mal. Jugo. Was? Wie macht ihr das? Erstmal ein bisschen erlangt. War es da kacken? Nee, pinkeln. Kacken so schnell. Da geht ja nicht. Im Sitzen oder im Stehen? Bitte? Im Sitzen oder im Stehen? Das Stehpinkel oder? Also euch sage ich mal unter uns Pastorenbrühe. Ich habe im Stehen gepinkelt jetzt. Nein, ich habe gesessen. Natürlich ist es in meinem Haus. Ich bin bescheuert. Ich setze mich immer. Außer ich sehe die Brille jetzt nicht vorhanden. Dann mache ich das natürlich auch nicht. Der Flashdance. Unsere Mikrobrille wechselt immer erst. Erst dreht sie in eine Richtung, beim nächsten Mal benutzen in die andere. Keine Ahnung warum. Wechselspannung. Mal erwischst du das Ding oben und man halt unten und dann kriegt der Motor in eine Drehrichtung. Glücksgrad für Arme. Kann man auch drauf retten. Die Mütze wechselt immer erst, dreht sich in die andere Richtung und am nächsten Mal. Mikrowelle, wie dreht der Teller soll sich immer drehen, sonst hast du ja keinen Sinn. Nein, der Teller dreht aber einmal in die rechte Richtung und dann in die linken Richtung. Ja, das ist doch genau normal. Das hat man Versuche gemacht. Man hat zum Beispiel Ameisen mal durch Mikrowellenfelder geschickt und die Mikrowellen, wenn ich jetzt das Mikrotron da habe, also dieses erzeugende System, welches die Mikrowelle erzeugt, dann ist eine bestimmte Wellenlänge und die strahlt in bestimmte Richtungen. Und da würde deine Speise eigentlich nur an einer bestimmten Stelle heiß werden. Deswegen nimmt man den Teller und lässt den nach links wie nach rechts drehen. Das ist die optimalste Bewegungsform innerhalb einer Mikrowelle. Deswegen macht man das. Ameisen sind zum Beispiel durch die Mikrowelle gelaufen, ohne sich zu schädigen, weil die können da zum Beispiel sehen, wo die Welle kommt. Die laufen um die Welle rum. Die würdest du nie vernichten können. Die Ameise kann durch die Mikrowelle laufen, die wird nie kaputt gehen. Die platzen nicht. Du brauchst keine Sorge an, Pauline. Die gehen nicht kaputt. Die platzen nicht. Es wird ja nur Flüssigkeit erhitzt in Form von Wasser. H2O-Moleküle werden einfach angeregt über die Mikrowelle und fangen an zu schwingen. Und dann ist das Prinzip der Mikrowelle. Das Problem an der Mikrowelle ist, das haben die Russen sogar erkannt. Deswegen haben die die Scheiße ja auch vom Markt genommen, dass von links auf rechts gedreht wird. Wenn du so ein Molekül dir mal anguckst, also so Ratzemate, egal, was da jetzt ist. Du hast jetzt ein Kohlenstoffgerüst und du hast auf der linken Seite wie auf der rechten Seite funktionelle Gruppen hängen. Die werden gewandelt. Die drehen sich um. Und die sind für deinen Körper nicht mehr abbaubar. Du frisst die Scheiße zwar, du wirst auch satt davon. Das schmeckt genau wie vorher. Nur du hast keinen Mehrwert. Das ist absolut weg. Deswegen haben die Russen das vom Markt genommen. Und die Amis haben das aufgepasst und haben das wieder produziert und wieder an den Markt gebracht. Also ich habe bei mir keine Mikrowelle. Also ich kann euch nur empfehlen, schmeißt das scheiß Ding aus der Bude. Benutzt diesen Scheiß da nicht. Macht das über den Herd warm. Ein normaler Kochprozess oder so. Aber nicht die Mikrowelle. Das ist das Schlimmste, was ihr euch antun könnt. Das ist das Schlimmste, als die Eier, die ihr da frisst. Da könnt ihr besser 20 Eier fressen jeden Tag. Bevor ihr einmal eure Suppe oder eine Mikrowelle warm macht. Glaubt es mir. Oder lest es nach. Ihr müsst mir nicht glauben. Lest es alles nach, was ich ihr erzähle. Macht es einfach. Aber die Mikrowelle ist der größte Menschenvernichter, den es je gab. Also das ist totaler Dreck. Da kannst du zu nichts benutzen. Das hat eine Strahlung. Das macht die Lebensmittel kaputt. Das ist alles für den Arsch. Es wird nur heiß. Mehr ist das nicht. Guck mal, guck mal der Kommentar von Mr. End1, Mozart. Mutter meiner Frage, hast du dich mal mit Theosophie? Ne, habe ich nicht. Bei den letzten Streamen da neulich, was hast du dich da angehört, als bist du direkt aus, was? Blavatsky? Kenn ich nicht. Blavatsky ist Geheimlehrer, okay. Ich weiß noch was, Theosophie, muss ich mal googeln. Keine Ahnung, was ist das? Sammelbezeichnung für mystisch, religiös und spekulativ naturphilosophische Denkansätze. Ey, habe ich nicht. Habe ich nie gemacht. Ich komme aus der praktischen Physik, Chemie. Auch nicht aus so einem Sprachsender. Blavatsky war eine russisch-amerikanische Okkultistin. Ja, brauchst du mir auf so eine Nummer da schieben. Habe ich nichts mit zu tun. Absolut nichts. Das, weil ich ihr erzählt, das hat ein Hand und Fuß, das kannst du nachlesen. Macht das, mir ist das doch scheißegal. Benutzt eure Mikrowelle weiter, wenn ihr meint, ihr müsstet euer Essen in zwei Minuten da warm haben, bitte macht es. Ich habe letztens bei den Eltern gesagt, die Scheiße fressen. Ich habe einen leckeren Braten mir da gebaut. Am nächsten Tag, ich setze mich am Tisch, die Mutter sagt, ja, ich habe das schon mal warm gemacht. Ich sage, wie warm? Ja, in der Mikrowelle. Fertig, ne? Kannst du selbst fressen, die Scheiße. Habe ich gesagt, ich mache das nicht. Ich fresse das nicht. Das kommt bei mir nicht rein. Nee, mache ich nicht. Ich koche doch nicht vorher mein leckeres Essen und dann haue ich da in eine Mikrowelle. Da kann ich auch drauf scheißen, drauf pissen. Wer macht denn sowas? Nee, das mache ich nicht. Also macht das, wenn ihr meint, da mit eurer Mikrowelle, werdet damit glücklich. Aber ich kann euch nur ans Herz legen, schmeißt das Ding aus dem Haus. Gebt das in eine Entsorgung, Altmetallschrott, schmeißt das Zeug weg. Schnell ist nicht immer gut. Ach, der Kunz ist wieder da. Ach, du Scheiße. Kunz, bleib einfach da, wo du jetzt bist. Deutschland wird dir ewig dankbar sein. Der muss natürlich gleich wieder einen Videolink raushauen, der Frau Horst. Ja gut, mit den Weichmachern, Flashdänzer, ja mit den Weichmachern ist das schon eine andere Nummer. Das sind Dioctyphthalate, also D-O-P, also über zwei Ethylhexanol hergestellt. Also Dioctyphthalate, das sind die Weichmacher. Die hast du natürlich in jedem Kunststoff, außer der ist hart. Also jeder Kunststoff, der wirklich zerbricht, wenn ich den schon biege, da ist nichts drin. Deswegen nennt man ja Weichmacher, der wird in jedem Kunststoff verarbeitet. Je weicher dein Kunststoff ist, desto höher ist die, also wenn du jetzt einen PVC-Kunststoff hast, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du auch einen Weichmacher drin hast. Also ein Dioctyphthalate. Und das ist natürlich wirklich echt eine krasse Nummer. Aber durch den Erhitzprozess in der Mikrowelle, ob das jetzt mit der Mikrowelle erhitzt oder ob das auch im Herd erhitzt, ist völlig scheißegal. Das ist in dem Fall wirklich egal. Ach, meint ihr ehrlich, wir sollen den Kunz mal reinlassen? Der will doch nicht. Ja, der labert mehr als ich. Wie soll das funktionieren? Wir müssen erst mal fragen. Warte, warte. Kunz soll ich dem Menschen eine Chance geben, oder? Der Markus hat ja eh schon gesagt, er soll die Schnauze haben. Der wird ja in Russland kein schnelles Internet haben. Aber wie gesagt, das sind mal interessante Themen. Da geht ja jeden auch an. Das hat ja auch jeder zu Hause. Alle wollen sich immer gesund ernähren oder wenig Schadstoffe in sich einfügen. Die wissen aber gar nicht, was sie eigentlich damit sich gerade tun. Wenn sie da Fisch kaufen von der Fischtheke da aus dem Pazifik oder aus dem Atlantik oder wie auch immer. Alter Schwede. Ach, der Kunz, der kann schon. Der kann doch auch aus Russland angeblich hier gucken. Dann wird er auch aus Russland auch senden können. Mozart, was hältst du eigentlich von so obskuren Tieren wie die Bigfoot oder Nessio oder sowas? Glaubst du, es gibt noch irgendwelche unentwickten Tiere auf der Welt? Ja. So richtig große. Ja, klar. Doch, ja, sicher. Ja, die Weltmeere, muss man sehen, Michael, die sind doch gar nicht richtig erforscht. In den großen... Ja, die finde ich sowieso super spannend. Also Nessi, muss ich jetzt sagen, da könnte ich mir höchstens vorstellen, dann würde ich mal in dem Seekort nicht irgendwie wirklich so ein Loch ist, wo die da durch kann. Weil, naja, Nessi glaube ich jetzt nicht unbedingt. Weiß ich jetzt nicht. Aber ich denke, es gibt so neue Tierarten, die, na klar, die entdecken ja immer wieder neue Tierarten. Also hier dieser Eis, Eiswind und Jugo-Betrug und so noch einmal. Entweder rufst du hier vorher an, das war mal kurz uns beschnuppern können, wer du bist und ich deine Nummer habe, damit ich auch weiß, wer hier rein möchte. Und ansonsten bleibst du halt draußen, ganz einfach. Aber was ich eben nicht glaube, ist die Evolutionstheorie. Das glaube ich eben nicht. Dass wir uns immer wieder aus anderen Arten entwickelt haben. Das glaube ich nicht. Und ganz kurz danach, halt noch, weiß doch gar nicht, was ich zu sagen habe. Scheint aber nicht viel zu sein, wenn ich auf deinen Kanal gucke, ist das nicht unheimlich viel. Also da wird auch hier nicht viel passieren. Ja, ist auch relativ uninteressant, weil wir haben ja jede Menge hier zu sagen. Ja. Von daher. Ich meine, wenn jetzt mal einer so einen schlauen Spruch reinspringen würde, wo ich jetzt lesen könnte und sage, boah, alter Schwede, das würde mich auch mal interessieren. Aber so ein Kack jetzt, du weißt ja nicht, was ich zu sagen habe. Ne, will ich auch gar nicht wissen. Ehrlich so nicht. Weil du für den Schwachsinn dann nachher erzählst, dann rieche ich mich nachher nur noch auf. Ne, lieber nicht. Ja, heute Abend ist das nicht so dringend. Ne, gibt ja genug Themen, worüber man quatschen kann. Also, ist ja nicht nur Politik, sondern, ne. Wie gesagt, das war jetzt Gesundheitsthemen, wie gesagt, mit Sauerstoff, wir sind über das Wasser gekommen, Kochprozesse, Mikrowelle. Du kannst ja mitmachen, hier steht meine Telefonnummer, anrufen, hier ist mein Telefon, dann wissen wir schon mal, wer du bist, grob, und dann kannst du auch krisse und linken, wo ist denn das Problem? Aber ich bin auch hier nicht dein Punching-Ball, wo du auch einen Knopf drückst und jeder darf hier mitmachen. Stresshormone der getöteten Tiere, ja, keine Ahnung, du. Das ist ein Genie mit Kneiden. Verschränkung von Teilchen, euer Mann. Da sollte man mal eine separate Sendung drüber machen. Ich glaube, wenn der jetzt hier ausholt, dann dauert wir zwei Stunden. Verschränkung von Teilchen, das ist, wenn man zwei Gebäckstücke übereinander legt, oder? Wir haben den, Moin Moin. Moin Moin. Hier ist der Akbalaka. Also ich gucke hier schon seit einer geraumen Zeit zu und ich habe mal eine Frage. Kennt ihr den Herrn Egon Tech? Ich persönlich nicht, persönlich. Nein. Ja. Und die Frage geht auch speziell an den, wie nennt er sich nochmal? Mozart. Äh, Moment. An den Mozart, genau, ja. Ich kenne den nicht, ne? Habe ich noch nie gehört. Er kennt ihn auch nicht, hat er noch nie gehört. Wo? Ja. Beschreib den mal, was macht er? Warum müssen wir den kennen? Das ist ein ehemaliger Wissenschaftler aus dem Osten, der in St. Petersburg in der Akademie der Wissenschaft gearbeitet hat. Und, ähm, der hat seine eigene Homepage, wenn man den mal kurz googeln würde, dann könnte man auch seine Homepage finden. Ja. und, ähm, der hat seit über, seit fast 25 Jahren auch Mittel gegen Krebs und Is und jenes. So. Okay. Ja, und, äh, mit den Sachen aus, wie, wo wir gerade darüber geredet haben, mit der Mikrowelle, etc. Gut, du könntest ja mal den Link gleich in den Chat posten, aber ohne diesen HTT-PWW-Miss davor. In Ordnung. Alles klar, dann haben wir das zusammen. Danke für den Anruf. Alles, jo, bitte. Tschüss. So. Da muss ich auch sagen, die Russen sind da schon weiter als wir. Grabovoy zum Beispiel ist ja auch ein Russe. Über diese Zahlensystematik, das ist auch eine interessante Technik. Grabovoy. Ach so, da gibt es so, so Sachen mit Zahlen. Habt ihr aber vorhin schon mal drauf? Ja, 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 ja. Der Hüller hat letztens da sein Horoskop da gepostet. Eine ganze Zahlenreihe. Wie, wie vertrauenerweckend. Biophysical Anti-Brain Manipulation System Integration. Jetzt sind wir schwierig, ne? Hexagonales koloidales Cluster Wasser gleich Medikament. Babsi Antigravitation. Du heilige, der ist mal richtig durch. So, kann man nicht sagen. Wie gesagt, mit dem hexagonalen Wasser, wie gesagt, man lächelt immer da drüber. Aber ich habe ja vorhin schon gesagt, diese Wasserstoffbrückenbindung bei 18 Gramm pro Mol dürfte das gar nicht flüssig sein. Also Wasser ist wirklich eine wunderbare Flüssigkeit. Vertut euch da mal nicht. Und die Russen sind da wirklich weiter als wir. Wir werden immer alles verschrieben. Also, ne? Wird immer alles so runtergebrochen und, äh, da ist ja ein totaler Blödsinn und so weiter. Also, hey, come on. Ja, es ist nur so, dass ich, ähm, ignoranterweise nicht davon ausgehe, dass ich ein Anti-Gehirn-Manipulationssystem brauche, weil ich schlicht und ergreifend nicht davon ausgehe, dass jemand mein Gehirn manipulieren möchte. Doch, das ist in der Tat aber so, Marc. Ach so. Okay, dann haben sie es gut gemacht. Du bist nicht interessant genug dafür. Vertu dich da nicht. Aber es gibt da Wissenschaftler, die werden tatsächlich über das Gehirn manipuliert durch Bestrahlung und die müssen ihre Bude abschirmen. Die haben dich total in Kupfer eingekleidet. Die schirmen ihre Hütte ab. Du hast keine Ahnung, was die da alle anstellen. Das ist irre. Weil das ist, soll ich da sagen, neue Technik und das will einfach NWO nicht, dass das jetzt so publik wird, dass das jeder zur Verfügung hat. Und dann werden genau die Leute ausgeschaltet und zwar gezielt ausgeschaltet. Entweder werden die irre gemacht, die werden bestrahlt über Mikrowellen oder die werden ganz gezielt ausgeschaltet. Also irre. Ist wirklich so. Mozart macht jetzt eine ganz naive Frage. Und wenn man so über so eine Wiese geht, der Nebel steigt auch. Wir haben aber gar keine 100 Grad. Baupunkte. Meinst du? Nein, einfach nur über eine Wiese gehen. Morgens, also es ist morgens um 6, die Sonne geht auf und der Morgentau und du hast diesen Nebel, den in den Morgentau, der hochsteigt. Wie kommt das? Das ist der Taupunkt. Das ist Verdunstung. Das ist nicht Kochen. Beim Wasser hast du zwei Punkte. Bei 0 Grad hast du einen Punkt und bei 100 Grad hast du einen Punkt. Und bei 0 Grad hast du den sogenannten Trippelpunkt des Wassers. So nennt er sich. Der wird so beschrieben. Du hast bei 0 Grad alle drei Aggregatzustände. Du hast den Flüssigkeitszustand, den festen Zustand und den gasförmigen Zustand. Und das hast du auch genau bei dem Morgentau. Du hast über die Pflanzensystematik hast du natürlich den Verdunstungseffekt. Wenn Wasser verdunstet, nimmt es aus der Energie, also Energie aus der Umgebung auf, damit es verdunsten kann. Beim Kochprozess ist die Energie, die ich zugeführt habe, die Wassermoleküle werden beschleunigt und die springen aus dieser flüssigen Situation raus. Das ist der Dampfprozess. Und das hast du bei deinem Morgentau. Wenn die Sonne jetzt aufgeht, du hast den kalten Boden, du hast deine Grasfläche, du hast eine große Oberfläche, die Sonnenstrahlung kommt jetzt drauf und dann geht es zum Taupunkt. Der Taupunkt ist eben die Null-Grad-Grenze. Da hast du alle drei Situationen vorherrschend. Und du hast auch diesen Nebel. Ja, logisch. Wenn du Wasser kochst, dampfst du ja auch. Wasserdampf sieht man nicht. Das, was du siehst, ist wieder Nebel. Wasserdampf ist unsichtbar. Das wissen die meisten auch nicht. Bei 100 Grad verdampft Wasser. Und du kannst, wenn du Wasser kochst, guck mal über die Wasseroberfläche. Ganz, ganz kurzer Abstand zwischen Wasseroberfläche und Dampf, den du siehst, der ist durchsichtig. Und dieser Bereich, das ist Wasserdampf. Alles darüber ist schon wieder Nebel. Der ist schon wieder runtergekühlt. Da sind wieder Wassertropfen, die entstehen, die sind wieder kälter und die fallen ans Nebel aus. Aber durch die Temperatur, die unterherrscht, werden die nach oben getrieben. Das ist der Nebel. Wasserdampf sieht man nicht. Der ist unsichtbar. Und wenn man jetzt ganz, ganz viel von diesem Nebel produziert und die Luftfeuchtigkeit hoch ist, bleibt der dann einen Augenblick stehen? Ja, der Nebel, das ist die Dampf-Sättigung. Du hast eine Wasserdampf-Sättigung innerhalb eines Systems. Mehr geht nicht. Wenn du Wasserdampf-Sättigung hast, fällt dir das flüssiges Wasser wieder aus. Das hast du an den Scheiben. Das läuft dir an den Scheiben wieder runter. Das ist ja gleich im Prinzip. Kondenswasser. Wollt ihr mich jetzt hier... Wollt ihr mich jetzt echt hier irgendwie auf der... Nein, nein, nein. Das war wirklich noch eine Frage. Nein, das ist mit der maximalen Sättigung halt ganz witzig, weil das ist halt in meinen Augen immer noch... Das sind halt Chemtrails, ne? Also ich bin immer noch der festen Überzeugung. Nein, hör auf damit. Chemtrails sind existent. Die sind in der Tat existent. Was du da oben siehst, als lange Linien, da sind keine Kondensstreifen. Das ist nicht der Wassertau, den du da gerade erklärt hast, nur weil viele Flugzeuge da hin und her fliegen. Das stimmt nicht. Bring die Leute da nicht auf eine falsche Spur. Das stimmt nicht. Das, was da gemessen ist, oben auch in den Luftschichten, da sind schon Leute hochgeflogen, die haben Luftproben auch in den Höhen genommen und die haben eine hohe Strontium-Barium-Aluminium-Konzentration festgestellt. Jetzt kommen wir nicht mit deinen Dampfsituationen, dass das alles eine Verschwörungstheorie ist. Die machen das nicht. Natürlich machen die das. Was die damit bezwecken, keine Ahnung. Ob die uns damit vergiften wollen, das ist eine Theorie. Ob die damit das Klima verändern wollen, ist eine Theorie. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall weiß ich, dass es existent ist. Das ist nicht normal, was da oben am Himmel passiert ist. Ich denke, Strontium und Barium hast du zu geringen Teilen einfach im Kerosin drin und Aluminium wird einfach Abrieb sein von den Getriebe. Blödsinn. Das sind Titankraftwerke. Hör auf, da ist gar kein Aluminium drin. Wo kommt ihr euch? Marc, erkundige dich mal über Triebwerke. Das sind Hochturbinen. Da ist kein Aluminium drin. Bei 240 Grad schmiert ihr die Scheiße ja weg. Ey, come on. Das ist dann beim Pentagon passiert, wenn jetzt das Flugzeug tatsächlich da reingeflogen wäre. Was du auf jeden Fall gefunden hättest, wären diese Titantriebwerke gewesen. Genau wie bei den 9-11. Die Titantriebwerke wären durchgeknallt, aber nicht das Aluminiumflugzeug. Das ist Titanium. Lest mal nach, was die Triebwerke, woraus die bestehen, die Turbinen. Da hat nichts mit Aluminium zu tun. Also das wäre schön. Ich baue mir ein Flugzeug aus Aluminium und mache mal eben da die Turbine an. Super. Ey, come on. Nimm mal eine Silberfolie und nimm mal so einen Brenner aus dem Baumarkt und 800, 900 Grad Brenner. Nimmst du deine Alufolie, holst du mal aus deinem Schrank da unten raus, wo du die Kartoffeln mitmachst und dann hat man die Aluminiumfolie da unter dem Brenner. Guck mal, was mit der Folie passiert. Aber atme da bitte nicht ein. Ja, Erik Müller, den Verdacht habe ich nämlich ehrlich gesagt auch. Du, ich kenne den Typen. Ich habe keine Ahnung. Aber wie gesagt, mit dem Wasser, das ist eine andere Systematik. Ich kenne den Typen nicht. Deswegen habe ich gesagt, ich kenne den nicht. Ob der da sein Wasser verkauft. Wenn einer euch so etwas anbietet, da wäre ich sowieso sehr vorsichtig mit. Egal in welcher Systematik, ob das Silberwasser ist, wie auch immer. Wenn euch da einer für viel Geld verkaufen will, da wäre ich immer vorsichtig. Immer. Und da könnte mir auch jeder irgendwas verkaufen für viel Geld. Da würde ich sagen, ey, Moment mal. Wieso so teuer? Was ist jetzt daran so besonders? Ein Liter Wasser. Obwohl, es gibt auch Leute, die kaufen sich wirklich in der Tat für 500 Euro ein Liter Wasser. Das kommt aus Arabien und das hat so einen Goldstandard. Da ist eine Goldfolie draufgeklebt. Ein Liter Wasser. Die werden im Golfklub hier verkauft. 500 Euro der Liter. Ganz sauberes Wasser. Und die kaufen das. Da ist ein Kollege von mir, der hat sich damit reich gemacht. Er hat sich eine Labelmaschine gekauft. Der hat wirklich in Arabien da holt er das Wasser her. Der verkauft der kistenweise an die Golfclubs. Für 500 Euro den Liter. Ich kaufe nichts aus Saudi-Sat. Ich weiß, dass man da im Supermarkt Kamelpisse kaufen kann. Ja, du kaufst nicht. Aber die Leute da in dem Club kaufen das. Ob du das kaufst, ist dem sowas von scheißegal. Ja, der hat sich jetzt den, was weiß ich, den nächsten Jahr gekauft. Porsche. Ist ihm scheißegal, ob du das da kaufst oder nicht. Die Leute kaufen das. Wie gesagt, ist ein Glaube. Jeder, wir, braucht. Da kann ich nichts zu sagen. Aber Aluminium ist in den Triebwerken auf keinen Fall vorhanden, und daher kommt auch nicht das aus dem Kerosin. Das machen die überhaupt gar nicht. Warum sollen die den Strontium und Barium da einbringen? Viel zu teuer. Blödsinn. Quatsch. Und das kommt doch nicht aus den Triebwerken, sondern das wird hinter den Triebwerken zugespritzt. Da kannst du genau sehen. Der Kondensstreifen entsteht nämlich gar nicht in der Formation. Der entsteht viel früher. Also der Kondensstreifen entsteht später. Das sind ja auch. Du hast eine zweistrahlige Maschine und du hast vier Strahlen auf einmal, die da rauskommen. Komisch. Flugzeuge, die hintereinander herfliegen in der gleichen Höhe. Der eine hat einen Riesenschwall, der andere nix. Komisch. Du hast Bergsehen auf 6.000 Meter Höhe. Hundertfache Berechnung Aluminium, Barium, Strontium. Komisch. Weißt du, ob die in der selben Höhe fliegen? Auch der Julius. Die fliegen in der selben Höhe. Die haben nur Flugvorschriften. Wenn die Nord-Süd fliegen und West-Ost, dann haben die Unterschiede. Aber wenn die Nord-Süd fliegen, fliegen die in einer Höhe. Also ganz kurz an den Julius. Darf ich mal ganz kurz an den Julius? Tja. Also, warum ich Leute entferne? Ja, ganz einfach. Weil du sehr aufdringlich hier rein willst und du bist doch wahrscheinlich Profi. Mach doch einfach deinen eigenen Sender und fang mal klein an. Und hier gibt es ja keinen Mitmachzwang. Also ich muss dich ja hier nicht mitmachen lassen. Ich habe dir jetzt einfach gesagt, du könntest mich hier vorher gerne anrufen, wenn du das nicht kannst. Willst du das mal bleiben? Ganz kurz hier, Helga Schmid aneinander. Du verstehst nicht, dass das überhaupt noch jemand bezweifelt. Ich denke mal, in dem Augenblick, wo du aufhörst, zu zweifeln, kann man dir jeden Scheiß erzählen. Ich sage nicht, dass es die nicht gibt. Ich sage, ich halte es für sehr unwahrscheinlich und mir zieht sich halt der Sinn. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da oben bei minus 50 Grad, dass so ein ziemlich großes Flugzeugtriebwerk eine ganze Menge Nebel macht. Und wenn da am Tag 27.000 Flieger über Europa durchgegangen sind, dann gibt es auch mal ein Schachbrettenmuster. Das kann ich mir vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie es wirklich machen, dass da Chemie ausgesprüht wird. Ist durchaus denkbar. Halte ich aber für sehr unwahrscheinlich. Und man sollte sich immer in gewissen Restzweifel behalten. Sonst bist du nämlich in deiner Blase gefangen und dann wird alles, was du im Internet findest, nur noch dafür sprechen, dass es die auf jeden Fall gibt. Genau. Vollverschörungstheoretiker. Genau, das sagt der Humano-Metorier. So, gib mal Chemdrills ein und Patente beziehungsweise sollst du beim Altnickel auf chemdrill.de gucken. Ist doch logisch. Meinst du, auf chemdrill.de bekommst du die Wahrheit? Da bekommst du die Wahrheit einer Person. Nicht mehr und nicht weniger. Leute, ihr seid da wirklich auf dem Holpfe. Ihr seid jetzt gerade in dieser Zeit. Nein, sind wir nicht. Nein, sind wir nicht. Ich habe auch lange eine Pause. Sind wir nicht. Nein. Also, als rational denkender Mensch, und dafür muss ich kein Chemiker sein, bin ich bei Marc. Und ich denke mal, Pauline ist auch bei uns. Noch einmal. Ich sehe, dass da oben etwas ist. Ich weiß, dass das nicht dahin gehört. Ich weigere mich aber wieder, die komplette Kette bis zum Soros durchzuspinnen, dass die uns hier vergiften wollen. Das ist mir ein bisschen dumm. Darum geht es. Hier geht es um die Art der Vergiftung. Ich weiß nicht, was die damit fabrizieren. Noch einmal. Ich sehe das. Also, ich sehe das. Ich weiß, dass das da nicht hingehört. Aber ich weigere mich hier, an diese Theorie zu glauben, dass die uns hier verblöden wollen. Darum geht es nicht. Fakt ist tatsächlich, der Mensch, wenn er Aluminium in dieser Feinstpartikelform aufnimmt, dann weigt er dazu, unheimlich schnell Alzheimer zu kriegen, weil Aluminium sich über die Blut-Hirn-Schranke im Hirn festsetzt. Und das zerbricht für Napsen. Und dadurch wirst du dement. Das ist ein Fakt. Das ist wissenschaftlich fundiert hinterlegt. Genau. Das ist doch über das Trinkwasser machen. Aber genauso fundiert ist hinterlegt, wenn ich nach oben gucke und einfach sehe, dass da einzelne Streifen sind und keine flächendeckende Berieselung. Kann das nicht sein. Wollten die uns töten, würden sie es breitflächig machen und nicht so einfach einen Strich da oben. Ende der Durchsage. So ist es doch. Nein, so ist es nicht. So ist es wohl. Nein. Es geht um eine Klimasituation. Die haben nicht vor, uns zu vergiften, sondern die wollen tatsächlich diese Sonnenbestrahlung, weil die dem Glauben verfallen sind, dass die Erde sich versetzt. Die wollen über diese Situation reflektieren. Dann ist das ja auch in Ordnung. Aber damit sagst du ja nicht in Ordnung. Aber das ist doch jetzt kein Freimaurer oder ein Soros-Plan. Pass auf, Knacki. Die gehen einfach da. Die sagen, pass auf, welches kleinere Übel nehme ich jetzt in Kauf? Nimm ich in Kauf, dass die Erde sich in den nächsten 100 Jahren so erwärmt, dass hier kein Leben mehr möglich ist? Oder nehme ich in Kauf, dass eben 20%, 25% der schwachen Menschen daran versterben? Das nehmen die einfach in Kauf. Wenn die das auch so publizieren würden, wäre das ja noch eine Sache. Da kann man sich mit abfinden. Aber dieses Vertuschen, zu sagen, nein, das, was ihr da seht, ist völlig normal. Das sind einfach nur Abgassträhle. Das ist eben diese Schweinerei, die dahinter steht. Guckt ihr doch mal in den Staaten. Da laufen Klagen gerade in bestimmten Bundesbezirken, wo wenn solche Schemtrails, sie kommen ja nicht immer vor, sondern es gibt Häufungen. Und dann ist der Krankenhausbereich überfüllt über Asthmatiker. Die kriegen keine Luft mehr. Die Ärzte, die werden irre. Die klagen gerade vor dem Kongress. Da stehen Leute, die sind selbst Piloten. Das sind Ärzte, das sind Physiker, Chemiker. Das sind keine Idioten. Und die bringen fundierte, handfeste Beweise vor diesen Kongressen. Und da wird drüber diskutiert und auch entschieden. Das ist keine blödsinnige Idee. Das ist keine Verschwörungstheorie. Das ist ein Fakt. Die Leute wollen einfach nicht glauben, dass so etwas tatsächlich ist. Das ist Fakt. Ihr seid in eurer Blase. Ihr kommt da einfach nicht raus, weil ihr euch nicht vorstellen könnt, dass solch etwas tatsächlich existent ist. Jetzt guckt da. Ist so. Schaut euch die Berichte an. Die sind existent. Die sind offengelegt. Das ist wirklich so. Das hat mit dem Klimawandel erstmal nichts zu tun. Der ist sowieso Menschen erfunden. Das stimmt sowieso nicht. Aber egal. Trotzdem schießen die uns so eine Scheiße da in den Himmel. Egal, was das kostet. Weil die glauben, die tun etwas Gutes. Ich will denen gar kein Schlechtes dahinter setzen. Ich setze auch nicht den Soros, dass die uns vergiften wollen. Nein, das glaube ich auch nicht. Die Gutes aber tun damit etwas Schlechtes. Wir haben hier eine ganz wichtige Mitteilung von Michael Kunz. Ich versuche das in original russisch weiterzugeben. Die Russen, die gerade zu sehen, lachen sich kaputt über euch. Die können alle Deutsch, die lieben und verstehen Mozart. Gut, alles klar angekommen. Warum sollen die mich nie lieben? Ich liebe die auch. Ich liebe auch Russland. Also, ich bin da gerne. Ich sag mal. So einen harten Akzent hat der. Und der Typ, der Mozart ist aber auch ein schöner Name. Ja, und der Typ, der hier meine Nummer sucht. Ich bin unter jedem meiner Videos, zum Beispiel auch unter diesem, einfach mal schlägt runter scrollen. Schatten ja echt schwer, Geburt zu werden. Ja, wie gesagt, das sind schon echt krude Dinge. Deine Nummer sucht er? Das steht doch hinter dir, oder was? Schwer, das in die Gedanken zu bringen, weil man kann nicht verstehen und dann, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Das würden die doch nicht tun. Doch, genau das tun die. Ich hole mir noch ein paar Konketten. Ja, machen wir. Wie gesagt, das laufen so viele Programme, die da jetzt seit Laufen. Das hat noch niemals nur die Chemtrade. Es gibt noch ganz andere Programme, was sie da machen. Das wird nur nicht publiziert. Auf den Weltmeeren, da laufen Schiffe, die da was, was ich, irgendeinen Wasserdampf hochblasen, damit sie da irgendwelche Reflektionen durchziehen. Ganz krude Sachen, damit sie die Erderwärmung stoppen können. Also, total irre. Ja, das ist ein natürlicher Prozess, der hier gerade läuft. Mal hat man wärmer, mal hat man weniger, mal hat man mehr CO2, weil man hat man weniger CO2. CO2 ist nicht der Klimagift. Klimagift ist Radioaktivität, Strontium, Arrium, Aluminium in der Luft. Das sind Klimagifte, also für dich als Mensch tödlich. Dann gibt es noch ganz andere Systeme, die in den Meeren verklappt werden. Ja, das ist gefährlich. Aber nicht das, was die da erzählen. Hier, es wird wärmer, wir müssen jetzt CO2, wir müssen das runterfahren. Totaler Schwachsinn. Totaler Schwachsinn. Ende der 70er Jahre war da auch hier so ein Ultra-Mega-Mega-Winter, wo ganzen Züge eingeschneit sind, wo die Bundeswehr da irgendwelche... 79 hatten wir Schneecker. Ja, 79, ja. 1986 hat sich ja auch keiner aufgeregt. 21,3 minus. Ihre Winter. Ich hab mir den Arsch so weit von abgefroren, da war sie heute nur noch. Ja, CO2 ist ja, finde ich vor allem deswegen so witzig, wenn ich da richtig informiert bin. Keine Ahnung, das ist ja praktisch, wenn man Chemiker hier hat. Es funktioniert ja wohl genau andersrum. Also wenn ich quasi eine Flasche Selta warm mache, dann geht die Kohlsäure halt schneller raus. Schlicht und ergreifend, weil du mehr CO2 in kaltem Wasser binden kannst als in heißem. Das heißt, das ist doch genau andersrum. In dem Augenblick, wo sich der Planet erhitzt, werden die Meere mehr CO2 ausdunsten, oder nicht? Nein. Also genau andersrum, als Sie gesagt haben. Ja, flüssigkeitsbedingt. Eine Flüssigkeit kann immer mehr aufnehmen, je kälter die ist. Je wärmer eine Flüssigkeit ist, habe ich euch auch gerade erklärt, Wasser, dann ist die Molekularbewegung größer, die schwingen stärker, deswegen drücken die die Moleküle, die da drin sind, auch schneller raus. Und deswegen hat die Petri ja schon mal erklärt, da hat sich ja die Schlauen nach vorgeholt, die mit den Zetteln da rumgerannt sind und haben gesagt, Klima, ihr seid der Leugner. Da hat sie gesagt, was ist denn jetzt der Fakt? Wenn ich jetzt ein warmes Wasser habe und ein kaltes Wasser, wo kann ich denn mehr CO2 drin binden? In dem warmen oder in dem kalten Wasser? Ja, hat die gesagt, ich habe Chemieleistung in meinem Abitur gehabt, das ist warmes Wasser. Ups, habe ich gedacht. Dann hast du deine Prüfung aber leider nicht bestanden. Je wärmer eine Flüssigkeit ist, desto weniger kann ich natürlich Gase aufnehmen, ganz klar. Und desto mehr CO2 wird ausgetrieben. Das heißt also, wenn die Meere wärmer werden, wird auch mehr CO2, welches gebunden ist, im Wasser ausgetrieben. Aber jetzt kommt es ja zu dem Meer. CO2 wird ja nicht nur im Wasser gebunden, sondern durch Schalentiere. Das sind zum Beispiel Krabben und so weiter, die also eine Schale bilden, da ist ein Karbonat, also ein Kalziumkarbonat, CaCO3. Da wird CO2 drin gebunden. Und die fallen zu dem Erdpunkt runter, wenn sie mal tot sind und binden dieses CO2 in ihren Schalen. Das hat mit dem Wasser überhaupt nichts zu tun. Volker, ganz wichtige, wichtige Nachricht aus Russland. Mozart, du erklärst Sachen bei Hubtschülern. Ja gut, mein Gott, das sind Russe, lass ihn doch so schreiben. Ist ja gut. Ich würde auch nur auf die Besonderheiten der Sprache noch mal hinweisen, die sind sehr, die sind sehr, ich finde das immer gefährlich. Es geht ja nicht um Hauptschüler, das ist ja Blödsinn. Nur wenn man mit der Thematik überhaupt nicht vertraut ist, woher soll man denn so etwas wissen? Ich weiß ja auch nichts über, was ich, keine Ahnung, worüber ich nichts weiß. Ja, wenn ich das wüsste, würde ich ja nicht sagen. Nein, aber ist doch wirklich so. Macht euch mal mehr Gedanken darüber, wie die Schalenbindung ist, also bei der Kalziumkarbonatbindung in den Weltmeeren. Welche Tiere Schalenbildungen haben. Genau wie ich vorhin sagte, mit dem Phytoplankton, wo der meiste Sauerstoffanteil hat. Ist nicht nur durch die Urwälder da im Amazonas, die abgeholzt werden. Das sind nicht die Lungen dieser Welt. Da wurde es auch immer erzählt. Ja, natürlich. Da hast du diesen Effekt natürlich genauso. Sauerstoff, CO2-Umwandlung, CO2-Aufnahme, Photosynthese, Zuckerbildung, Sauerstoffabgabe. Aber in den Weltmeeren hast du das wesentlich mehr. Weil du hast viel mehr Wasserflächen als Landflächen. Und du hast viel mehr Wasserflächen als Grünflächen auf diesem Planteil. Also der Sauerstoff wird nicht explizit nur in den tropischen Wäldern erzeugt. Da wird er auch erzeugt. Aber nicht ausschließlich. Da kommt eigentlich die Hythard-Phytoplankton. Darum sollten wir gucken, dass die Meere nicht erwärmt werden. Und das Problem ist dieser Ocean Horizon, die sie da gebohrt haben in dem Salzdom. Der hat nämlich den Golfstrom verschoben. Der Golfstrom wurde abgelenkt. Und wenn der abgelenkt wird, dann haben wir ein wichtiges Problem, weil das Klimasystem der Erde gefährdet ist. Dadurch werden sich die Klimazonen verschieben in den Weltmeeren. Du hast in den Mittelmeer nachher, die wollten ja schon das Mittelmeer abschließen für die Versalzung. Das ist ein Riesenproblem gewesen für das Mittelmeer. Der Atlantik mit dem Golfstrom, das ist ein Klimaprozess. Und ein Riesenproblem ist jetzt entstanden durch diese Ocean Horizon. Das wird auch noch auf uns zukommen. Das fällt uns immer noch auf die Füße. Das wird nur nicht mehr berichtet. Ich habe eine Cousine, die ist in Mexiko, die ist Meeresbiologin, die ist vor Ort, die taucht da. Ihr habt ja keine Ahnung, was auf uns da zurollt. Aber es wird immer dagegen gemacht, immer dagegen geredet. Ja, ihr seid immer die Geilsten, wenn ihr dagegen redet. Mann, warum informiert ihr euch nicht mal richtig? Einfach nicht in Verschwörungsseiten reingehen, wo so ein Schwachsinn mit Esoterik erzählt wird. Der liebe Gott kommt runter und der setzt sich in die Meere und hebt uns hoch. Nein, schaut euch mal, wie die Chemie und die Physik in diesen Weltmeeren miteinander funktioniert. Wie die Artenvielfalt, wie das ist, wer von wem abhängig ist, wer sich mit wem ernährt. Und wie der Golfstrom gelagert ist, damit diese Klimasysteme hier auf der Welt funktionieren. Wie der Fluss dieses Golfstromes ist, wie die Fischwanderung ist, wie die Wale dem hinterher gehen. Wovon alles abhängig ist. Das hat mit dem CO2 Null zu tun. Ja, ich komme ja schon. Das ist hier der Patient, warte mal. Ihr könnt ruhig weitermachen. Ne, wir beworben dann gerade dein Telefon mit dem Reichsadler da drauf. Ja, der Kevin will was von mir. Ich glaube, der ist sowieso keine Sau. So, jetzt habe ich den Kevin hier drin. Moin Kevin. Moin Kevin. 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 Das ist ja mit der Brille aus Ghostbusters, der keine Scheibe drin hatte. Weil er gesagt hat, warum hast du keine Brillengläser drin? Ja, sagt er, wenn ich dann mit den Augen jub, bin ich immer dreckig. Der Kevin. Kevin, bist du da? Kevin. Kevin. Kevin? Kevin? Ja, der ist gut. Nutzt nichts, ne? Aber den hat man schon mal im Chat, diesen, diesen. Ja, der Kevin war schon da. Ich glaube, der war auch schon einmal bei uns in der Sendung drin. Kevin ist, glaube ich, patriotischer, dunkeldeutscher, irgendwie sowas. Keine Ahnung. Das steht ja hier oben da. Kevin Meyer. Ja, keine Ahnung. Sollen wir noch reinlassen? Also, ich hätte jetzt gesagt, wenn, keine Ahnung, wenn ihr das hinkriegt, mehr Daumen rauf wie runter zu machen, dann hauen wir noch eine halbe Stunde hinten dran. Und ansonsten ziehen wir mal langsam in den Stöpsel. Ja, komm, interessantes Thema mal für mich. Jetzt bin ich richtig warm. Ich bin jetzt für alles bereit. Ich wollte gerade sagen, ich bin gerade von den Toten aus erstanden. Ich habe gerade sechs Stunden lang geschwitzt wie ein Tier. Wo kommt denn die Schnellheilung her? Schwitzen. Schwitzen, alles klar. Echt? Wenn ich irgendwas habe, ich kriege dann Fieber, der ganze Organismus wird irgendwie auf 40 Grad hochgeheizt und dann überlebt nichts, was mir Böses wird. Das ist ganz gut. Das habe ich meinen Töchtern zum Glück auch vererbt. Die sind auch nicht lange krank. Im Krankenhaus gibt es dann Fieber senkendes Mittel. Frag mich, warum? Das ist gut, ne? Geil, oder? Naja, aber das hat schon keinen Sinn, so ein Fieber, solange das nicht toll wird. Bei 42,6 konglomeriert er ein Einweis im Blut. Da sollte man schon aufpassen, dass du nicht über 41 kommst. Aber 40 Grad finde ich völlig in Ordnung. Du schwitzt ja den Scheiß aus dem Körper. Darum hat der Körper das ja. Der ist ja nicht beglaubt. Deswegen ist das ja mit den natürlichen Heilungen. Aber das wird nicht überdrückt. Super. Kinder, haut mal einen Daumen rauf hier. Das sind jetzt irgendwie noch 18 Stück, die wir brauchen. Mann. Achso, dann muss ich auch nicht gedrückt. Wollen wir sagen, bei 165, das ist machbar. Das ist ja wohl machbar. Die ganzen Disliker sind da sowieso seit ein paar Stunden schon im Blut. 80, 82. Ja, mal ein interessantes Thema für mich, wo ich warm werden kann. Ja. So weit weg, wie die immer gedacht haben zum Beispiel. Pauline, das war ihr erstes Mal krankfeiern, ne? Das Luder. Die hat ja den Eintag, hat sich ja gekotzt, weil der hat vorher ja so lange wach. Ja, der Mozart kriegt hier gerade noch so ein schwules Angebot. Er sieht nicht. Der Kunst wieder. Ich wäre dafür, neuer Tag, neues Glück. Pauline kommt auch nochmal reinkommen. Dann wäre ich auch voll für. Ja. Nee, ähm, und dann, ihr ging's ja wirklich nicht gut. Und dann wird sie natürlich auch ein bisschen betüdelt. Und dann nächsten Morgen wieder in die Kita. Und sie war eine Stunde da. Und dann kriegen wir einen Anruf, ne? Wir möchten bitte das kranke Kind abholen. Und dann holt Christine sie ab. Und die ist da am Spielen und Malen und Lachen und so. Sag mal, ich denk, du bist so krank. Ja, ich wollte ein bisschen früher abgeholt werden. Eiskalt. Ja, aber du brauchst auch nichts sagen. Reicht, ob ich nur da bist. Du kannst ja weiter im Schiff machen. Ja, das ist auch eine interessante Sache. Klar, aber alleine mit Fukushima muss man überlegen, wenn man sich über die Mikro-Siehwert-Bestrahlung ansieht, die man über die natürliche Strahlung hier jeden Tag bekommt. Ich weiß nicht mehr die genauen Zahlen, aber Fukushima hat dieses ausgelöst, dass in der Umgebung, du hast einen Faktor von 1 zu 1 Million. Die Strahlenbelastung im Jahr, sag ich mal, sind bei 300, 400 Mikro-Siehwert bei den Menschen normal. Das hast du in Fukushima pro Stunde. Wenn du das extrapolierst auf ein Jahr, dann gehst du in die Millionen Mikro-Siehwert, die du da alleine durch Fukushima schon kriegst. Also es ist eine Riesenschweinerei, die da passiert ist. Und das wird jeden Tag noch täglich in den Pazifik geleitet. Die kühlen also mit dem pazifischen Wasser immer noch die Reaktoren, weil die glühen. Die kriegst du ja nicht gestoppt. Das ist ja fertig, das läuft ja weiter. Und dieses Kühlwasser wird immer weiter noch in den Pazifik eingeschleucht. Mit der Strömung kommt es wieder nach Kalifornien. Und wie gesagt, durch die Fischbestände, irgendwann trifft es uns alle. Wir fressen also immer unsere eigene Scheiße. Das ist doch nur gerecht, oder? Kevin, bist du jetzt da? Nein, Radioaktivität kannst du dich nicht dran hören. Kevin. In Tschernobyl gibt es ja auch wieder Wildschweine und Rotwild und sowas. Deswegen, die fressen ja da auch. Leben in der Rotwild. Danke. Das geht immer nach oben. Hallo. Hallo. Ah, der Kevin ist da. Moin. Moin. Du wolltest unbedingt mitmachen. Ja, ich wollte nur mitmachen. Ja, bist du ausgebildeter Chemiker? Wie bitte? Bist du Chemiker? Ah, ja. Ja, gut, dann schicke ich dir den Warte. Der Kevin ist Chemiker. Das ist hundertprozentig gelogen, aber ich lasse ihn trotzdem rein. Die weiblichen Hormone im Bier. Ich weiblich, ist klar. Das ist ja wirklich voll weiblich. Der Spruch ist doch uralt, oder? Woran man das erkennt, dass weibliche Hormone im Bier sind. Fängst du an, du bist Zeug zu sammeln und kannst nicht mehr Auto fahren. Mag, du bist nicht Kevin und Captain. Oder ehr ich mich? Hat einen hübschen Bart, sitzt auf seinem Sofa und ist kaum zu verstehen. Chemie in TRC. Das ist eine gute Frage. Ja, keine Ahnung. Wie hoch sein H2O wohl ist. Also nochmal, der Kevin sitzt auf seinem Sofa, ist kaum zu verstehen. Sollen wir ihn reinlassen, ja oder nein? Drückt mal Plus oder Minus. Wenn er ein Headset hat. Kevin, ist der Chemiker, hat er ja gesagt, oder nicht? Ja, das ist alles. Hauptsache, er darf mitreden. Ja, da können wir mitreden. Anorganisch oder organisch, weiß ich jetzt nicht. Hat er ja nicht gesagt. Aber das machen wir gleich, das klär ich dann gleich mit dem. Das klärst du dann schon mit ihm, gell? Ja, klären wir dann mal unter uns. Ich denke jetzt erstmal, ob Kevin rein soll oder nicht. Dann macht doch Spaß. Kevin, aber haust du also die Brille auf ohne Gläser, weißt du? Das brauche ich hier. Kevin ohne Gläser mit der Brille, dann ist das Augenjuckend, macht die Brillengläser immer so versaut. Wie bei der Ghostbusters, der Neu. Ja, das passt doch gut hier. Der Kevin kommt zu mir zu einiges an Chemie als Chemiker. Aber der nimmt Chemie selber. Achso, der baut halt immer selber dafür sich. Okay. Er ist quasi Teilnehmer. Er ist praktizierender Chemiker sozusagen. Ja, genau. Der Maiko ist weg. Oh. Der Dr. Hofmann, könnt ihr euch vorstellen, als er das Zeug da hergestellt hat, deswegen heißt das ja LSD 25, wusstet ihr, warum die 25 dahinter steht? Weil er 24 Versuche hinter sich hatte? Genau. Der 25 hat gewirkt. Und der Typ hat sich ja nicht Mikrogramm-Bereich da reingetan, was heute auf dem Paperstar unterwegs ist, sondern im Milligramm-Bereich. Könnt ihr euch das? Ja, aber der hat ja Tange hochgeführt, ne? Die Geschichte von so einem ähnlichen Trip, die ist ja wohl... Wenn ich dir jetzt sage, dass ich mir das vorstellen kann, was sagt das denn über mich aus? Der hat ja das letzt an sich ausprobiert. Aber ey, 25, also LSD, als er funktioniert hat im Milligramm-Bereich, alter Schwede, was geht bei dem da ab? Ey, der Tripp, den hätte ich nicht gerne erlebt. Der soll wohl gut mit ihm sein. Rein im Geiste. Aber ansonsten, boah. Ich bin der Meinung, damals, als ich auch noch aktiver Teilnehmer war, haben wir die Geschichte von dem Hofmann. Und er hat das doch damals im Tagebuch niedergeschrieben. Sein erster Trip und so. Er war mit seiner Frau dann noch Fahrrad fahren, einen Tag später und so. Die Natur war so schön. Ich erinnere mich dunkel daran. Jo, drei Tage in seinem Gartenhaus. Der hat in so einem Gewächshaus, hat der ja da gewohnt. Da im Wald irgendwo, ganz weit weg. Das ist vielleicht auch besser so. Ja, sicher. Der hat ja da gebaut, da das Zeug. Aber Alter, der da erlebt hat, unglaublich. Unglaublich. Das möchte ich nicht erleben. Ich habe jetzt im Moment gerade das Problem, ich verstehe Kevin kaum am Telefon. Und ich kann ihn kaum, ich liebe und kann. Ich weiß nicht, ob das von Erfolg gekrönt ist, wenn wir einen Kevin reinlassen. Nee, bringt ja auch nichts. Wie gesagt, bringt ja nichts. Zuhören und da kann er ein bisschen reinschreiben. Wie gesagt, kannst ja Fragen stellen. Ein Thema, was dich interessiert, oder du schreib mal was rein, was mich mal interessiert. Schreib mal was rein, wo ich mal gucken muss, wo ich sage, boh, was ist denn das? Da kannst du direkt sagen. Da sag ich, Knacki, komm, tu den rein. Der ist interessant. Er nimmt auch MDA. MDA, M-D-N oder M-D-A? M-D-A. Gibt es ja auch. Also dieses Ecstasy. Ecstasy, her damit. Da bin ich doch Teilnehmer. Ich glaube, dann bist du aber hier eher, also kein Gesprächspartner, sondern eher Patient oder so. Nee, da wäre ich gut, wenn ich jetzt anfangen würde. Ich würde dich da auf einen falschen Trip bringen. Da trinkt da auch nichts. Naja, schluckt mal dann M-D-A da weiter. Ich würde das auch nicht empfehlen, weil er geht auf die Zirbeldrüse und das haut dir dann dein Luftsempfinden weg. Das heißt also, es gibt welche, die sind 21, 22 Jahre, die sind in der Psyche eingeliefert worden, weil sie zwei Jahre MDA genommen haben. Am Stück, jeden Tag haben die sich den Scheiß da reingezogen. Du hast so bestimmte Hormone da im Schädel, im Gehirn. Das wird gebildet über diese DOP-Systeme. Und, naja, egal, wie das im Gehirn funktioniert, können wir nachlesen. Und dieses MDA, das schüttet so was von Glückshormonen aus, ohne Ende, immer wieder feuert die Düse da wie gaskrank. Und der DOP kann das nicht mehr auffangen. Irgendwann sind sie fertig, die Drüse ist am Arsch und dann gehen die in die Depression. Absolut. Die lernen jeden Tag neue Leute kennen. Die sind zwar nicht dement, aber die sind immer depressiv. Die können keinem mehr in die Augen schauen. Die gucken nur noch auf den Boden, haben nur noch Angstzustände. Also, ich kann euch nur empfehlen, lasst die Pfoten von dieser Scheiße. Immer eine Woche Pause machen, zwischen dem Tritt. Nee, auch diese Pause machen. Nee, 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 gar nicht probieren. Das ist ein chemisches Zeug, also Med-Amphetamin. Hör auf damit. Einmal probiert mir fehlen vier Stunden meines Lebens. Ich weiß, dass ich mit dem Oberkörper auf einem Tresen gehangen habe. Meine Beine haben gezappelt. Ich habe geschwitzt wie eine Sau. Und das war absolut, ja, mir fehlen vier Stunden. Und ich weiß nicht, was ich in den vier Stunden noch gemacht habe. Und das kann ich keinem empfehlen. Herstellungen. Du hast Herstellungsprozesse, die haben da noch unreine Stoffe. Das heißt also, die machen einfach die Reinigungsprozessschritte nicht, weil die wollen Geld verdienen. Das ist mir scheißegal. Ey, wir haben schon drin gefunden, Strich Nien. Wir haben drin gefunden, Rattengift. Wir haben alles Mögliche da drin gefunden, ja. Batterien, Säure, Alet, ja. Alles, ja, Säure, du brauchst ja für den Prozess. Aber die Reinigungsschritte sind nicht gegeben. Und dann verkaufen sie dir, dieses Pep zum Beispiel, rosa Pep, wird dir verkauft. Ey, wenn das feucht ist und dann riecht noch, ey, voll geil, da ist das Beste. Da hast du Aceton drin. Aceton. Da ziehst du dir durch die Nase und haust dir die Schleimhäute total weg. Die Nasenscheidewände werden weggeätzt. Das Gehirn wird weggehält. Alter Schwede. Ich weiß nicht, was die Blagen sich da antun. Und auch Erwachsene, dass die sich so ein Zeug da in die Nase ziehen. Unglaublich. Oder MDMA-Schlupf. Noch schlimmer. Dann hast du da einen Prozess, dann hast du vielleicht dann 10, 20 oder eine halbe Stunde hast du irgendeinen Kick und irgendwann kommst du da ganz komisch drauf. Also hört auf damit. Also ich kenne gar nicht, was du hörst davon. Das ist alles Schrotzzeug, was hergestellt wird. Das wird ganz billig in Polen produziert. Wir haben, naja, egal, Tabletiermaschinen, die da hingefahren werden. Ganz billig wird die Scheiße hergestellt. Kostengünstig. Und dann wird das an den Mann gebracht. Und ihr glaubt, ihr habt da was Tolles. Und wenn du das Ganze übertreibst, dann wirst du mich ja eh weg. Über 90, so hieß der Teil da. Oder MDMA. Also hört auf, lass die Scheiße aus dem Körper. Ja, bin ich auch für. Methyltruftofan ist was ganz anderes. Eine DMT, das ist was ganz anderes. Und das ist auch nicht DMT, sondern das wird im natürlichen Prozess gebildet im Körper. Also das hat mit dem DMA gar nichts zu tun. Das ist was ganz anderes. Hört auf, aber mit diesem Halbwissen da rumzuschmeißen. Oder MDMA, der Medamphetamin, das ist noch gefährlicher. Noch viel gefährlicher. Hört auf damit. Auch nicht versuchen. Gar nicht erst ausprobieren. Geht auch nicht an die anderen Sachen dran, wie Crystal oder Crack oder so etwas. Ey, das kann euch passieren, wenn ihr Crack raucht. Das erste Mal seid ihr sofort süchtig. Das erste Mal rauchen. Wir haben Versuche gemacht in der CT mit Menschen, die Crack süchtig sind. Man hat die Crack-Pfeife rauchen lassen. Die hat man in der CT geschoben und hat das Gehirn untersucht, was jetzt passiert, wenn die sich den Zug von dieser Crack-Pfeife nehmen. Alle Synapsen, alle Synapsen im Schädel sind angesprochen worden. Beim Ziehen. Und da ist der hohe Suchtfaktor gegeben. Wenn dein Gehirn plötzlich in allen Synapsen angerichtet wird, dann hast du ein absolutes Suchtpotenzial. Du kommst von der Scheiße nicht mehr runter. Hört auf damit. Oh klar, das Gehirn will das natürlich wiederhaben. Weil war ja toll und so. Absolut süchtig. Das kann man gar nicht beschreiben. Nichts anderes. Es gibt ja diesen Kick. Hört auf damit. Ich kann euch nur empfehlen. Hört auf damit. Es gibt ganz andere Kicks, aber nicht so eine Scheiße. Ja, was soll ich dazu sagen? Das hat mit Outing nichts zu tun. Ich oute mich hier nicht. Wie gesagt, ich komme aus der chemischen Situation. Ich habe da sehr viele Erfahrungen nicht als Körper gemacht, sondern ich habe da Umgang mit den Leuten gehabt. Und ich habe gesehen, was daraus wird. Die kacken voll ab. Und wenn man sich dann die Chemie dahinter anguckt, dann sagt sie, ach du Scheiße, wie machen die das? Crack, nicht Koks mit Backpulver. Blödsinn. Hört auf damit. Ich will mir auch keine Tipps hier geben, wie man Crack hat. Die Grundsubstanz von Crack ist doch Kokain, oder nicht? Ja, ich höre auf jetzt damit. Ich will das nicht. Ich will mich nicht da reinbringen lassen. Hört auf damit. Hört einfach auf damit. Ist scheiße. Auch selbst Kokain ist scheiße. Alles das, was nicht natürlich wächst, hört auf damit. Kokain wächst zwar natürlich, aber das wird auch wieder ein anderer Prozess. Hört auf einfach damit. Geht weg davon. Hört davon. Alice, wie gesagt, wenn du rein willst, kein Thema. Ich fange das gar nicht an. Sag mal so. Kurz was sagen geht schon los. Nebens nur, wenn du einen hast, der sich ein bisschen auskennt. Warum nicht? Könnte ja mal interessant werden. Ja, das Bullshit ist klar. Das Wissen ist natürlich Bullshit. Du hast da voll den Plan. Du bist da 23 Jahre alt. Du hast jetzt deine 14. Trips genommen. Und du hast da irgendwas mal geschnüffelt. Du hast da geile Feelings gehabt. Und du willst jetzt den Leuten erzählen, was der da erzählt, ist totaler Schwachsinn. Der alte Opa, der hat ja keine Ahnung, was der erzählt. Nee, ist klar. Hast recht. Ich komme damit klar. Ach dann. Ja, ich komme damit klar. Ja. Wie lange denn noch? Guckt doch dir die Leute an. Schaut euch die mal an, wenn die nicht 22 und 25 sind. Guckt euch die mal mit 40. Mit 45 werden sie noch leben. Guckt euch die an. Wie geläutert die sind. Wie die darüber reden. Wie die dann sagen, ey geil. Ja, scheiße, sagen die geil. Also, Ellis, willst du jetzt rein oder nicht? Ich könnte noch ein bisschen rauskommen, damit sie nicht die Leute in die Augen gucken müssen, weil sie Angst kriegen, Angstzustände. Die sind total am Arsch. Hört auf damit. Wie gesagt, geht davon weg. Scheißzeug da. Ellis, rein. Willst du rein? Unglaublich. Ey, unglaublich. Naja, gut. Jeder ist seines Glückes Schmied. Ich kann einfach nur empfehlen, nein, Finger davon weglassen. Einfach weglassen. Es macht Spaß. Ja, kann ich mir vorstellen, aber der Weg ist die Hölle. Der ist echt die Hölle. Und ich weiß nicht, ob ich mir den Spaß gönnen will, wenn ich dafür durch die Hölle gehen muss. Und überall steht der Teufel. Ey, komm, ich würde das nicht machen. Ist halt extrem weit verbreitet, ne? Wenn du guckst, dass du selbst im Bundestag irgendwie einen Zentimeter guckst von den Fliesen kratzen konnten, dann weißt du ungefähr, was los ist. Ja, gut, aber guck dir die doch mal 10 Jahre, 20 Jahre weiter an. Es kommt immer darauf an, wie die Leute das konsumieren und wie viel Schindler die damit treiben. Es gibt auch irgendwelche, keine Ahnung, chinesischen Geschäftsmänner, die funktionieren nur damit. Und die machen das dann auch über Jahrzehnte. Sag mal, ob man es abkann und wie lange man es aushält. Es kommt nicht darauf, wie man das abkann, sondern es kommt darauf an, welche Substanz du benutzt. Die Leute, die du gerade beschrieben hast, die haben das Geld, dass sie sich wirklich super Stoff kaufen können. Heroin, da kannst du mit alt werden. Mit wirklich sauberem Heroin. Das gibt Leute, auch mit Kokain, kannst du irre alt werden. Aber das, was die Jungs sich da kaufen, für ein paar Merkers, ja? Das ist Dreck. Komm on, da ist ein bisschen Kokain auch drin, aber der Rest ist gestreckt. Die Dealer wollen Kohle verdienen, ja? Das ist der Grund für die Kredite. Und deswegen strecken die die Scheiße mit allem möglichen Dreckzeug, was da drin ist. Das merkt ihr nicht sofort. Ihr kriegt euren Kick, wunderbar. Aber ich glaube, da werden auch mir wirklich viele zusprechen. Ihr habt schon mal ein Näschen genommen und dann sagt ihr, boah, das hat gebrannt. Und scheiße, das war anders als so. Was war denn das? Also ich hatte mal eine Nahtoderfahrung. Ich habe mir aus dem Internet mal Koffein bestellt. Koffein irgendwie mit angeblich 99,8 Prozent oder sowas. Das war so eine Riesendose. Davon hieß es 0, oder so. Maximum. Ich habe also einen Teelöffel genommen. Mir ist drei Tage lang die Pumpe gegangen. Und am dritten Tag habe ich einen Krankenwagen rufen lassen. Das erste und einzige Mal in meinem Leben, weil mein Herz wirklich ausgesetzt ist. Die Ärzte haben mich gefragt, was haben sie denn genommen? Ich sage, das Zeug hier aus dem Internet. Ich hatte die Dose bei. Kennen wir nicht, kennen wir nicht. Wollen sie nachher wieder mitnehmen? Ja, mein Freund, nee. Vier Liter Kochsalzlösung durch mich durchgespült. Danach war ich wieder Mensch. Aber der Körper hat nichts aufgenommen. Alles abgestoßen. Keine Ahnung, was das war. Also bloß sein lassen. Das ist ein Scheiß-Experiment. Alles, was mit Ihnen endet. Da könnt ihr euch echt merken. Koffein, Nikotin, Kodein, Heroin, Kokain. Das ist alles heller Kaloide. Hier, wenn ihr da etwas nur zu viel von nehmt, dann geht euer Herz aber sowas von ab. Irgendwann bleibt das einfach stehen. Das ist zu schnell. Ey, hört auf damit. Ey, macht da keine Selbstversuche. Hol doch nicht so eine Scheiße. Genau wie hier diese Dampfer-Geschichte. Ja, was meinst du denn? Wie gefährlich das ist mit dem Nikotin. Wenn du dir so eine Lösung holst. Ihr habt ja auch hier manchmal propagiert. Ja, 36 Milligramm im Liter. Milliliter. Oder ich habe hier, was weiß ich, 70 Milligramm. Und da verdünne ich mir mal eben ein bisschen Glykol bei. Wenn du das aber nicht richtig verdünnst und du ziehst dir das da rein. Was meinst du denn, was da abgeht? So, dann kann ich dir sagen, die wird schlecht. Wenn nicht die nur schlecht wird. Du hast gerade gehört, was da passiert. Die Pumpe hört nicht mehr aus zu verlaufen. Die wird immer schneller. So, der Alice, der kommt rein. Dem schicke ich jetzt eben den Link über seinen YouTube-Kanal. Ich hätte da eine 100 Milligramm-Base stehen. Die kannst du ja mal pur probieren. Ey, will dich nicht erhoffen. Das Zeug ist abschneidend. Du setzt deine Finger. Das ist ja sogar hautgängig. Wenn ihr das ohne Handschuhe da mischt und die habt ja deine Pfoten. Eure Suppe läuft da aus. Verstehst du? Du hast immer den Schmier an den Finger. Das resorbiert durch die Haut. Ja, aber langsam, ne? Ja, aber das resorbiert durch die Haut. Link ist raus. Das ist so wie, wenn du jetzt so Blutgifte nimmst. Wie hießen die? Organic. Das sind so rote Salze. Da denk man an nichts Böses. Aber das geht durch die Haut schneller, als wenn du das oral aufnimmst. Irre. Wie heißt der nochmal? Habe ich mal genau andersrum gelesen. Keine Ahnung. Nein, manche, wir werden oral gar nicht aufgenommen. Also über die Schleimhäute. Aber manches brauchst du nur berühren. Wo man nicht dran denkt. Das ist irre. Der berühmte LSD-Bogen, der in die Disco geschmuggelt wird und der Typ tanzt und fängt an zu schwitzen und auf einmal merkt er, oh scheiße, die LSD-Pappen kleben noch an meinem Körper. Er hat es ja nicht mal gepressen und kommt trotzdem drauf. Wie heißt der nochmal? Nein, ist egal. Ich sag der doch jetzt. Wer noch gerne zum Strecken genommen wird, ist zerstoßenes Glas, weil es schön schwer ist. Super. Ja, da klingt schlimm. Es brennt die Sauer dann. Ja, schlimmes Blei. Da hauen die allen Scheiß mit. Die strecken ja mittlerweile auch alles Mögliche. Der wird ja gestreckt mit Haarspray. Gute Frage. Der Knut ist da. Moin, moin. Schönen guten Tag. Der Knut oder Alice? Eins auf beiden. Alles beides. Gut, Knut. Was geht? Ja, alles top. Warte mal. Hier schrieb... Warte mal, ich muss mal kurz den Stream leise machen hier. Sorry. Nee, ganz auf Pause machen, den Stream. Ja, jetzt ist es soweit. So, was geht ab? Alles klar bei euch, Leute? Guten Abend in die Runde. Du kennst dich mit Drogen aus. Oh, jetzt seid gesammert. Sehr gut, ja. Sehr, sehr gut. Wie alt ist das, wenn ich fragen darf? 38. 38. Ja. Sieht man mir nicht an? Hört man mich an? Und hast du ja nicht gesehen? Ich wollte wissen. Muss man einschätzen. Ja, ich gehe straff auf die 40 zu, aber wenn man mich auf der Straße sieht, man schätzt mich auf 25 ein. Wie kommst du an Drogen? Warum, wieso, deswegen? Das ist mir in Härten passiert. Kennst du Härten? Das ist gleich bei dir um die Ecke. Nach der Wende bin ich da hingezogen. Ich habe hier Frotz und Wasser, er heult, man. Meine Mutti hat mich da hingezwungen. Ich wollte da eigentlich gar nicht hin. Ja, und da bin ich dann an dieser ganz Kacke da geraten. Wie das Leben so spielt halt. Bist du vollabhängig? Nee, gar nicht mehr. Ich habe damit gar nichts mehr zu tun eigentlich. Aber ich habe damit Erfahrung. Sehr gut, der Zucker. Ja, beschreib mal. Was genau soll ich beschreiben? Du hast gute Erfahrungen. Welche Drogen hast du genommen? Sag mal so. Fangen wir erstmal an die Drogen. Erstmal fangen wir bei A an. Amphetamin. Ja, hast du genommen. Alles, ja klar. Standard. Jedes Wochenende. Normale. Das waren Normalitäten. Früher damals. An Härten. Standard. Duller Flames. Nose Station. Und hast du jetzt Löcher im Gehirn? Wer weiß es? Ich habe noch nicht nachgeguckt. Du kannst ja mal drankommen und nachgucken. Ich weiß es nicht. Ja, aber er spricht ja noch ganze Sitze. Dann machst du schon mal. Ja gut, man kann das aber auch messen. Also, es gibt Messtechniken, die können dir schon sagen, was du genommen hast. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das erste Mal LSD, da habe ich richtig Schiss vor gehabt. Und ich habe mir da voll in Hosen gekackt. Alter, das war ein nicht schönes Erlebnis. Ganz ehrlich. Da muss man richtig reif für sein. Das LSD, da muss man wirklich reif für sein. Unter 18-Jährige darf man sowas nicht empfehlen. Muss man wirklich das. Wie, aber du 38 bist dann. Es sollte überhaupt gar niemand irgendetwas zu sich nehmen, der unter 18 ist. Aber du kannst doch nicht sagen, dass ein 18-Jähriger richtig reif ist. Das stimmt nicht mit dir. Nee, habe ich auch nie gesagt. Ich habe meinen ersten Turnhack mit 14, 15 geraucht. Mein erster Papa-Hack mit 15 genommen, Alter. So war Härten, Ghetto. Härten, Mitte, Ghetto. Schön, Mann, das ist fiese, Mann. Könnte jeder vorbeifahren. Also, im Prinzip nur wegbeam. Pause im Kopf. Deswegen nimmt man da Drogen. Nee, das ist einfach Neugier. So einfach im ersten Moment. Ja, im Endeffekt hast du auch recht, das wegbeam, ja, von der Realität, so stimmt schon. Wie bist du denn jetzt angekommen in der Realität? Ja, so mehr oder weniger, ja. Jetzt wohne ich mittlerweile an der Ostsee. Wir sind dann nach dem Westen wieder zum Osten rübergezogen. Da habe ich dann wieder zehn Jahre gewohnt. Jetzt wohnen wir mittlerweile im Westen. Das macht Hoffnung bei den Syrern, die wir auf den Haus gehen. Man muss ja auch mit diesen Drogenklassen unterscheiden. Wie gesagt, deswegen frage ich, A wie Amphetamin. Wenn wir dann zum H kommen, Hanf, also DRC. Das ist ja ein Produkt, welches auch am Baum wächst. Sag ich mal, am Baum wächst natürlich nicht, aber als Pflanze, das wächst irgendwo natürlich. Ja, aber man muss aber auch differenzieren, also ob einer jetzt, sagen wir mal, bis in die Beschaffungskriminalität abrutscht oder ob einer Malochen geht und sich im Prinzip nur seine Pappe da zweimal am Tag kauft oder so weiter. Ja, zweimal am Tag kaufst du dir keine Pappe. Wenn du richtige Ware kriegst, Alter, dann reicht dir eine halbe, zwölf Stunden und dann bist du auf Dauersendung, so weißt du. Und wir hatten auch richtige krasse Junkies da auf unserer Straße in der Umgebung und die meisten sind schon fast tot jetzt mittlerweile. Rest in Peace. Die waren ganz härtliche Menschen. Ganz, ganz härtliche Menschen waren das. Die haben mich zwar erstmal vorne rum abgezogen, aber hinten rum haben sie dem wiedergegeben. Also, weißt du, ganz härtliche Menschen, so die Typen, Alter, so Junkies, so ganz ehrlich. Nicht alle, aber viele davon. Warst du mal so richtig extrem drauf in der Zeit, also mit Beschaffung, mit allem Scheiß? Nee, gar nicht. Nee, so war ich nie so oft. Deswegen, bei uns war immer, also wir waren ja die Nachwuchsgeneration, da gab es immer so eine Hierarchie, so weiß ich nicht, Alter. Die Übel, also, wie soll ich das erklären, so, ich kann das gar nicht in Worte fassen. Also die Übel, die, sag schnell, die Älteren, die waren immer so die Junkies und da haben wir uns immer gesagt, da so wie die sind, wollen wir nie werden. Und so, wir haben gekifft, wir haben uns unsere Teile gefressen, wir sind in der Disco gegangen, haben wir feiert, Alter. Sorry, ich hab ein bisschen kleiner an der Kanne, sorry, wenn ich gerade ein bisschen Lalle. Und dann haben wir gesagt, da wollen wir nie enden, Alter, so. Und die haben die dann zwar nie abgezogen, haben die aber einen 40er wieder hintenrum wiedergegeben, so, wenn sie das hatten, so, weißt du. Wenn sie einen Bruch hier gemacht hatten oder so, ne, Beschaffungskriminalität und so weiter, also, ja, so ging das halt so ab, ne. Aber im Grunde hast du ja nur Glück gehabt, wenn man mal ehrlich ist, ne, wenn der Rest abgekommt. Ja, sozusagen, ja, stimmt schon, hast du recht, vollkommen recht. Erzähl doch mal von deinem miesen LSD-Trip, weil du da so ein Bammel vorhattest. Du hast doch gehört, er hat sich in die Hose geschickt. Ja, das erste Mal, mal, hatte ich richtig Schiss. Ich war noch viel zu jünger, war da 15 oder 16, keine Ahnung. Und da waren wir dann im Bakumatal, kennt ihr das? Oh, nein. Kanaki, müsst ihr das kennen. Das ist in Herden, da. Kopa, Kabakum. Ja, da haben die sich in der Bude gebaut, da so, keine Ahnung. Und dann haben die Wände da geknirscht und alles, Wind und Regen und Unwetter und dann die Eindrücke wurden immer krasser, so, weiß ich nicht, Alter. Der erste LSD-Trip war zum Kotzen, Alter, ganz ehrlich. Sieht man doch auch auf Flash, ne? Ja, richtig zum Kotzen, Alter. War nicht schön. War wirklich nicht schön. Wie ist es heute dann? Hat sich auch keiner geführt bei dem ersten Trip, oder? Nee, gar nicht, Alter. Der Set und Setting war total zum Kotzen, so. Richtig zum Kotzen. Normalerweise ist das ja eigentlich so, dass die Erfahrenen, den Neuanfänger, der nimmt eben nichts, der Neue nimmt und dann führt man den, weil... Genau. Einer muss immer dichter bleiben, damit keiner so fertig bringt. Ja, so Tripsit, da nennt man sowas. Wenn du da gerade fährst und der bringt dich auf andere Ideen, das geht auch um Musik. Genau. Wenn du Krisen aufhörst, da kommst du wirklich in die Teufelsnummer, dann siehst du die Wände aufgehen, da hörst du den Ziegenbock da schreien, dann rennst du da irgendwann quasi, was du da feierst. Das ist eine ganz üble Nummer. Du kannst dich da nicht kontrollieren. Das stimmt, Mozart, muss ich dir echt recht geben. So, da kommt aber noch eine Frage von Helga. Warum gab es dann den zweiten Trip hinterher? Was sind denn... Neugier, das war Neugier. Der erste Trip war scheiße und der Umgang formt den Menschen so halt, wie gesagt. Und dann bist du halt neugierig und wenn Set und Setting stimmt, wenn der... Entschuldigung für meinen Gerübs. Wenn das Umfeld stimmt, dann macht das auch Spaß, Alter. Dann kann das richtig Spaß machen. Dann macht das aber wirklich extrem Spaß. Und dann... Ja, wie gesagt, ne... Du hast übrigens deinen eigenen Heter schon mitgebracht. Ja, Test. Ja. Das ist mir doch egal. Ich hab den Chat gerade nicht offen. Das ist mir doch egal, was die da schreiben. So ist mir vorkommend... Also halten wir doch mal eben fest. Wir sind uns darüber einig, dass Drogen immer allerhand kaputt machen können, dass es nicht schlau ist, welche zu nehmen. Und wenn ihr das denn schon unbedingt machen müsst, dann sorgt dafür, dass alles rundherum stimmt. Wir hatten halt damals, das ist ja auch wieder über zehn Jahre her, wir hatten halt die glückliche Situation, dass wir halt Chemiestudenten kannten mit einem eigenen Labor im Keller. Das Zeug war sauber, das war gut und von uns ist keiner hängen geblieben. Die sind alle lebendig rausgekommen, haben mittlerweile alle Frau, Kind und Haus, also das ist alles gut soweit. Aber das ist nicht normal. Ganz viele bleiben backen. Ne, das ist ganz komplett falsch, was du gerade sagst. Sorry, wenn ich dir jetzt ein Wort gefallen bin. Du bist dran, Marc. Was ist komplett falsch? Er ist mal Marc dran. Ich... Er wollte gerade was sagen, glaube ich. Er lässt dir das Wort, er lässt dir das Wort, Kevin. Achso, okay. Es bleibt erstmal gar keiner drauf backen. Ein von tausend Leuten bleibt vielleicht eventuell so, haben, ne, schieben miesen Filme, aber die Horrortrips, die gehören dazu. So, und einer von tausend hat eventuell einen Horrortrip, aber das ist so... Und auf der Rille bleiben, so, das ist auch so ein Mythos, so. Das ist totaler Bullshit, Mann, Alter. Ich meine nicht im Kopf hängen bleiben, sondern man muss auch irgendwann mal einsehen, wann der Spaß vorbei ist, weißt du? Du kannst nicht dein Leben... Ja, genau. Hab ich auch irgendwann einiges. Du musst irgendwann damit durch sein, das meine ich. Ja, genau, da hast du vollkommen recht, aber wenn du wirklich auf Rille bleiben solltest, das ist ein Mythos, so, weißt du? Da gibt's Studien drüber, kannst dir Christian Rätsch angucken, etc., so. Für Dove mal die Zwischenfrage, was heißt auf Rille bleiben? Er hängt gleich wieder raus. Du brauchst aus dem Trip, also, dass dein Gehirn quasi... Du gehst in eine Klapseanhaltung, oder? Nein, das ist ganz einfach, das ist einfach Chemie. Du hast ein LSD, Lysax-Syre-Diethylamid, und du hast ein Dimethyl-Trift-DMT zum Beispiel, das wurde gerade beschrieben, wurde im Chat, das ist ein ureigener Stoff, der wird im Körper gebildet. Du hast also eine Synthese in deinem Körper, du hast eine chemische Fabrik in deinem Körper. Jetzt führst du deinem Körper einen externen Stoff zu, in der Form des LSDs, also Lysax-Syre-Diethylamid, der Körper nimmt den auf, und jetzt werden die Sinne verschoben. Du kannst zum Beispiel eine Farbe schmecken, ja? Du kannst die Musik sehen, die Sinne werden verschoben, du fühlst dich plötzlich ganz anders. Es gibt so Yellow Sunshines, die bringen nur leichte Farberhellungen, da siehst du Farben plötzlich ganz intensiv, ganz intensiv. Dann gibt's die Dom-Trips, da sind so kleine Kügelchen, ja, die ziehst du dir dann rein, da bist du aber auf einer ganz anderen Nummer, das ist eine andere Konzentration. Immer der gleiche Stoff. Wenn du jetzt in deiner Synthese, in deinem Schädel den Stoff aufgenommen hast und dein Körper empfindet den als gut, dann kann dir nach Jahren passieren, dass du Flashbacks kriegst. Die sogenannten Flashbacks ist die Fabrik in deinem Körper, die jetzt dieses Tryptophan nimmt, mit dem DMT in Verbindung bringt und produziert diesen Stoff, den du mal geschluckt hast. Und dann kommst du, du stehst an einer Ampel im Auto, die Ampel wird rot, die springt aus Grün und das ist der Effekt, bumm, und dann bist du auf dem Trip. Und das ist dieses sogenannte Hängenbleiben, das sind diese Flashbacks, die du kriegst immer wieder. Du kommst da nie mehr raus. Das kann nicht einem vom Tausend passieren, das kann einem jedem passieren. Vielleicht wissen noch nicht mal die Leute, dass denen das passiert. Und das ist immer das, wovor ich warne. Geht aus der Chemie raus. Die Filings sind explizit geil, kann ich mir gut vorstellen. Also eigentlich nicht, weil ich Hit ja nicht nehme. Aber durch, ich bin da schon ein bisschen länger auf der Welt und ich kenne da auch schon ein bisschen was von. Ich habe nicht genommen, aber ich weiß, wie diese Situation bei Menschen sich auswirkt. Bei manchen macht das gar nichts. Da sage ich immer, die haben auch vorher nichts in der Birne gehabt, da kann auch nichts kaputt gehen. Das ist immer mein Trip. Je mehr es ist, je mehr Ängste du da vorher schiebst oder je mehr Gedanken du machst, je mehr kommst du auch auf den Horrortrip. Genau so sieht es aus. Das ist eine ganz, ganz gefährliche Nummer, die ihr da betreibt. Also dieses Verherrlichen. Wer Schiss hat, wer Schiss hat, sollte die Finger davon weglassen. Alle sollten die Finger davon lassen. Nee, nicht alle. Doch, alle. Die Droge sucht dich selber. Wer, 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 also die Droge sucht dich, so kann man es eigentlich sagen. Ja, aber man ist ehrlich, es gibt Schöneres. Es gibt wirklich Schöneres, als dass man mit dem Leben... Ja, es gibt auch Hässlicheres, so, ne? Ich weiß nicht, diese Verherrlichung, ich mag das nicht. Also ich, ich stehe da... Es hat mit Verherrlichen nichts zu tun, so. Jeder, der möchte, sollte machen. Wer nicht, wer Schiss davor hat, sollte die Finger davon lassen. So einfach ist die Geschichte. Hast du denn mal so richtig so Scheißerfahrungen, was weiß ich, irgendwie für ein Zwanni so eine Pille gekauft und dann voll abgestürzt oder so Mist? Noch nie, noch nie, noch nie. Noch nie, wirklich noch nie. Das ist jetzt wieder Verherrlichung, ja. Jetzt kommt der Mozart wieder, Oma Ecke hier so. Aber ich hab noch nie eine Scheißerfahrung mit Drogen gehabt, noch nie. Ich hab mir eine gekifft und hab mir gekotzt, so, weißt du, weil ich zu viel Alkohol vorhersen habe oder irgendwas. Außer dein Horror-Trip, wenn ich dich richtig verstanden habe. Hä, was? Noch mal noch von vorne. Der eine Horror-Trip auf LSD am Anfang macht. Du sagtest, du hast noch nie eine negative Erfahrung gemacht. Ach so, ja, okay. Das war ein bisschen creepy, so, weil das war neu. Ich war 15, 16 war ich da. So, dann haben die Zelte da gewackelt, die, ne, alles hier raschelt wegen Wind und Strom. Und da hab ich auch gedacht, Alter, wo bist du hier gelandet, so, weißt du? Aber es gibt keine Horror-Trips eigentlich normalerweise. Und wenn Horror-Trips hast, das gehört dazu, Alter, so. Weiß ich nicht. Aber es ist eine Schlimme, so. Man muss sich das nicht so vorstellen, so, dass du jetzt irgendwie denkst, Alter, du stürzt dich jetzt von der Brücke oder hast du nicht gesehen? Das ist total Bullshit, Mann. Nein, das ist kein Bullshit. Hör auf zu erzählen. Doch, also für mich ist das Bullshit, so, was ich erfahren habe. Und ich komme außer Szene, wirklich außer Szene. Es gibt genug Menschen, die sich wirklich schon von den Balkonen gestürzt haben. Ja, gibt es. Das ist einer unter tausend. Einer unter tausend. So was gibt es auf jeden Fall. Es gibt auf jeden Fall einer unter tausend. Stürzt sich vom Balkon, klar, keine Frage. Ich nehme mir gerade so vor, sie zählt so. Deswegen habe ich dir das ja gerade gesagt. Das heißt, es kommt noch die Führung an. Wenn du in der falschen Gruppe unterwegs bist und du bist auf deinem Trip. Ja, genau, Set und Setting, darauf kommt es halt an, ne? Set und Setting. Wenn der Typ oder die Typin, wenn der nicht erkennt, dass du jetzt gerade da mit dem Teufel dann einen Vertrag schließt, wo die Wände da aufliegen, zeig dir jetzt mal. Du willst, ich zeig dir jetzt mal wieder. Ja, ja, ja. Ich weiß, worauf du ihn ausfällst. Genau, das wirst du hören. Aber das passiert bei einer unter tausend, Mozart, ohne. Aber er sagt ja auch, ja. Ja, und dann kriegt einer einen Flash, Alter, und keiner hat den Arsch in der Hose in Krankenwagen zu rufen und so eine Späße. Wir haben es doch alles hier live in Berlin, Alter, jedes Wochenende, die Jüngste in den Koma saufen. Was denn, Mann? Ja, mach mal die Tür zu, bitte. Aber andersrum, wenn er sagt, er hat da keine schlechten Erfahrungen mit, wollen wir einfach mal glauben. Warum soll er lügen? Man macht ja heute einen Feldversuch in Münster. Man macht jetzt einen Feldversuch mit THC. Es werden 100 Menschen ausgesucht. Die kriegen jetzt jede Woche zwei Gramm THC, haschisch. Man macht einen Feldversuch. Man will wissen, ob das sich auf die Psyche auswirkt. Und es wurde schon in den 90er-Jahren ausprobiert und man hat festgestellt, am Endzufälle Gramm, wenn man sich im EEG angeschlossen hat, die Hirnströme gemessen hat. Man hat sich mit Dauerkiffern unterhalten. Du hast ein ganz normales Thema mit denen besprochen. Zum Beispiel, du liest jetzt ein Buch. So, da sitzt jetzt einer neben dir und es wird dunkel. Du kannst eigentlich gar nicht mehr lesen. Du kannst jetzt das Buch gar nicht mehr sehen, welche Buchstaben da stehen. Dann fragt der gegenüber dich, hör mal, verstehst du das, was du da liest? Dann antwortet er dir, ist doch egal, hauptsache ich lese es. Die Antwort kommt, weil der nicht verstanden hat, dass der, jene, die ich gefragt hat, verstehst du, was da liest, sondern der sagt einem, der siehst du, was da steht. Das hat er verstanden. Und daraufhin antwortet er, ist doch egal, hauptsache ich lese es. Der hat die Frage gar nicht gekriegt. Das war so ein Feldversuch. Dann hat man festgestellt, dass die Leute, die auf THC sind, die sind so immer so eine kleine Nuance neben der Gehirnfunktion wie ein Normalo. Und das war schon mal der erste Test. Und was man jetzt noch weiter festgestellt hat, ist, dass im Alter nach dem hohen THC-Gebrauch über Jahrzehnt zum Beispiel, wenn du 20, 30 Jahre THC zu dir genommen hast, dann kann er dem Alter Psychosen auslösen. Die Leute rutschen dann in den Burnout, die drehen am Rad, wie auch immer. Da muss ich dir recht geben. Das ist so. Da muss ich dir recht geben. Depressiv. Das stimmt echt. Und es ist noch auf die Lunge. Da ist dann das Nächste. Und das kommt ja nicht. Auf die Lunge geht es überhaupt nicht. Ich wollte es noch rausholen, meinen Satz noch zu Ende bringen. Weil ich werde dafür, dass Cannabis freigegeben wird. Ich bin dafür. Weil die Streckaktionen, das ist das, was die Leute kaputt machen. Die strecken nicht mit Kunststoff, mit Bricks. Die strecken nicht mit Bleistaub. Die strecken nicht mit Schoten von einer Erbse. Die strecken nicht mit Haarspray. Nur damit das ein bisschen schwerer wird. Damit sie für ein paar Gramm mehr verkaufen. Für die scheiß 5, 6, 8 Euro. Und du gehst hin. Das Schlimmste ist noch, wenn sie eine Zuckerlösung nehmen, die flüssig machen und über diese Batz die Zuckerlösung streuen. Wir haben da Untersuchungen von geführt. Geht doch nichts über eine karamellisierte Lunge. Ja, hör auf. Wenn du das auch damit magst, dann ist kein Spaß mehr. Wenn du das ruhig heiß machst und du rauchst über eine Purpfeife und nicht über einen Bon mit Wasserfüllung, dann geht diese karamellisierte Zuckerlösung auf deine Lungensysteme. Und das wird dann wieder kalt auf der Lunge. Und du bist voll am Arsch. Sofort. Du spuckst Blutkasten und hast schwerste Lungenschädigungen. Hör auf damit. Ja, vor allem geht es ja in Holland und in Amerika. Da wäre ich für. Sauberes Zeug verkaufen, dann habe ich nichts dagegen. Jeder soll seine Droge genießen. Ich trinke meinen Alkohol. Die anderen sollen sich kiffen. Auch immer jeder. Genau. Ich will dieses nicht verherrlichen. Wirklich nicht verherrlichen. Das hat mit Verherrlichung gar nichts zu tun, Alter. Aber den Leuten das zu verbieten, dass sie sich auf dem Schwarzmarkt den Scheiß besorgen. Von irgendwelchen Assis, Alter, die mit Blei strecken. Also dann gehen die Leute rein, weil ins Krankenhaus, wie in Dresden passiert ist und so weiter und so fort. Weißt du? Also keine Ahnung. Das ist ja genauso wie mit dem Antrax. Das heißt also Milzbrand. Das wird ja geschmuggelt in Därmen von Viechern, von Fliegen und so einer Kacke. Und da kommt das Milzbrand her. Dann verkaufen sie die Straßenware, den Heroinstoff und die Jungen spritzen sich das und plötzlich haben sie Milzbrand. Das ist heftig. Voll heftig. Und das meine ich. Deswegen alles wird von meiner Warte aus, soll jegliche Form der Droge freigegeben werden. Eben, eben. Das ist mir scheiße. Alles soll freigegeben werden. Eine Einstellung, Mozart. Und eine Apotheke zu kaufen. Sauberes Zeug. Ja, du musst das kaufen können über einen kontrollierten Anbau. In der Apotheke. Du gehst hin, du zeigst deinen Ausweis. Ich bin über 18 Jahre alt. Ich hätte gerne 1 Gramm Heroin. Dann zahle ich meine 20 Euro oder 5 Euro. Keine Ahnung, was das kostet. Und dann kaufe ich mir den Stoff. Das ist dann auch Heroin. In der Konzentration zwischen 20 und 22 Prozent. Und nicht höher. Sonst bist du tot. Kokain in der Konzentration nie unter 80 Prozent. Immer größer als 80, 85, 90 Prozent Kokain. Nichts anderes. THC in der Konzentration zwischen 6 und 9 Prozent. Und nicht höher. Geht nicht auf die... Machen wir eine Frage an Mozart. Machen wir eine Frage an Mozart. Kennst du Junkies? Richtige Heroin-Junkies? Ja, die kenne ich. Kennst du die? Ich kenne die. Okay. Kennst du auch, was der Arzt denen rät? Also... Was der Arzt denen rät? Ich weiß, wie die davon runterkommen können. Aber was der Arzt dem geraten hat, der ist ja nie zum Arzt. Ja, die sagen... Jeder Arzt sagt dir, Alter, als Junkie, dass du den Scheiß... Also du sollst einfach Heroin weiternehmen. Und nicht Methadon-Programm benutzen. Du weißt, ne? Ja, auf mit Methadon. Ja, das ist der größte Schwachsinn, Alter. Das klammert sich so in dich. Hast du schon mal mit dem richtigen Junkie geredet? Das ist der Hammer, Alter. Also dieses Methadon-Programm ist der letzte Vollscheiß, Alter. Wie sagst du? Das ist heftig, Alter. Ja, das habe ich auch gehört, Marco. Das Methadon bei Krebs-Patienten auf jeden Fall Linderung der Schmerzen. Die sollen einfach den Kiff freigeben, das ist gut. Die sollen diese Scheiße da alle freigeben. Erstmal haben wir damit weniger zu tun. Wir haben weniger zu tun. Und das muss jeder selbst entscheiden. Wenn einer volljährig ist, dann muss er sich selbst entscheiden dürfen. Nehme ich mir jetzt einen Hammer aus dem Baumarkt und haue mir den so lange vor die Birne, bis ich tot bin. Oder lasse ich jetzt. Also Heroin freigeben, Kokain freigeben, THC freigeben. Alles freigeben. Ja, genau. Ab 18 natürlich erst. Muss man dazu sagen. Und der Reiz ist verboten, indem die verloren. War ja früher, in den 19, 10er Jahren war es ja. Ja, Kokain, Heroin konntest du ja so kaufen. Coca-Cola, der Name ist ja... Eben. Das gab es ja schon. Die Jungs sind auch nicht alle dran gestorben. Verstehen Sie? Früher gab es sogar Haschisch-Zigaretten im Supermarkt. In der Apotheke meine ich natürlich, nicht im Supermarkt. In der Apotheke gegen Asthma. Ist ja auch. Es ist bewiesen, dass Asthma gelindert wird durch Hanf oder THC, wie auch immer. Also ein sehr gutes Medikament. Zum Beispiel Krebspatienten, die Magenkrebs haben, die nicht mehr essen können. Gib dem mal so ein Tütchen dazu rauchen. Was meinst du denn, mit welchem Genuss die danach essen? Die haben wieder Lebensfalle. Ja, Mann. Also die kriegen voll Verlustflash. Man kann nicht mal Augen sehen. Also das ist gefährlich, das ist gefährlich. Also nicht als schlimm an. Sag mal so. Aber wie gesagt, diese synthetischen Drogen, MDMA, MDA und. Aber bei den, also ich kann euch mal, wenn ihr euch über Drogen informieren wollt, kann ich euch einen sehr guten Kanal empfehlen. Der nennt sich DEA, der nennt sich DEA, boah, Alter, ich hab voll den Kühlschrank im Mund. Drug Education Agency, DEA, so. Da könnt ihr euch einen Bericht, der Typ hat das studiert, der Typ, ne? Also Markus Berger, könnt ihr mal eingeben, so. Dann könnt ihr euch mal ein bisschen rumgooglen, so. Was weiß der Geier. Und der macht richtig gute Videos über diese Thematik. Und da könnt ihr euch mal ein bisschen informieren über Drogen, so. Weil Safer Use steht immer an erster Stelle. Wie gesagt, meine Frau ist Anästhesistin. Ich höre ja, ich rede ja auch mit dir. Ich bin ja nicht der Typ, der mit meiner... Was hältst du denn von Open Mind, von dem Typen? Der Typ ist einfach nur peinlich, Alter. Der ist krank, ne? Ja, das ist einfach nur peinlich, der Typ. Ganz ehrlich, ja. Also Open Mind ist einfach so ein durchgeknallter Vogel, der einfach alles frisst und dann... Man, wenn er da rumspringt auf seinen Pappenwaren, Alter, und dann hier so Tripaufnahmen macht, irgendwo den kannst du voll in eine Tonne kloppen, Alter. Ihhh. Da musst du einen großen Bogen drum, ganz großen Bogen drum machen. Bitte. Ja. Ich finde den auch extrem, muss ich ehrlich sagen. Ich verstehe auch YouTube nicht, dass du so einen Scheiß hier durchgehen lässt. Ja, ganz ehrlich, ey. Wirklich. Stillschweigen. Peinliches. Aber ist wirklich echt so, Mann. Ohne Witz. Der Typ ist einfach nur oberpeinlich, Mann. Geht gar nicht. Auf keine Kuh haut der Typ. Ja, müsst ihr mal suchen bei YouTube. Nennt sich Open Mind. Den Typen müsst ihr euch mal angucken. Das ist so eine Art Tanzverbot für Drogen. Genau. Mit so einer Luftpumpe? Haut er sich das Zeug mit so einer Luftpumpe immer rein irgendwie? Nee, der macht nur so einen Scheiß. Der nimmt die Leute auf seine Trips mit. Und der hat wirklich total Irreszeug. Und ich verstehe dann, wie gesagt, so irgendwie... Bei einem habe ich neulich gemeldet. Da hattest du nichts gemacht. Und da bin ich auch auf so einem Live-Ding da. Irgendwie der wohnt in der WG. Und der hat sich mit so einer kleinen Fahrradpumpe da irgendwas immer in die Nase gehauen. Und hat dann irgendwie da rumgeschrien. Und das habe ich auch gemeldet bei YouTube. Der gefährdet sich selbst und andere. Ah. Da haben die beiden Lauers gerade Pause, wa? Aber man kann zum Beispiel, wenn man jetzt psychedelische Drogen nimmt, dann müsst ihr mal auf den Kanal Hyperraum gehen. Hyperraum. Hyperraum. So. Kühlschrank aus dem Mond. Hyperraum. Wie kommt ihr denn da hin? Da gibt es einfach bei der YouTube-Suche ein. Hyperraum. Nee, Hyperraum. Und der macht gute Videos. Und ja, man muss jeder für sich selber wissen, was er macht und was nicht. Aber wenn du jetzt, sagen wir mal, so heranwachst, 16, 17, 18, würdest du echt sagen, ey, komm, ehrlich, lohnt sich der wie ich? Ich weiß es nicht, Alter. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich kann es dir nicht sagen. Ich sage mal so. Irgendwie lohnt es sich das schon. Klar, logisch. Aber irgendwie auch wieder nicht so. Also das ist jeden selbst überlassen so. Das ist wichtig so. Das Mindset muss stimmen so. Also das Mindset muss stimmen. Wie würdest du denken, wenn du Kinder hättest und die gehen den Weg? Ja, meine Kinder würde ich so weit natürlich erst ab 18 erlauben. Und man kann natürlich sagen, hier, guck mal hier, mit 18, du bist jetzt 18 hier, komm, friss mal eine Pappe, so weißt du, kann man alles machen so. Aber muss man nicht machen so. Aber kann man machen. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Alles, was der liebe Gott wegwachsen lässt, also so THC, da lässt er wachsen. Glaubst du an Gott oder wie? Ich sage, da ist so ein Spruch, den man sagt, alles, was so der liebe Gott wachsen lässt. Okay, ja, alles klar. Pfeil lässt er wachsen, THC. Alles klar. MDMA lässt er nicht wachsen. Kommt nicht vor. Der lässt auch keinen LSD. Ja, genau, genau, genau. Was sich in der Natur wächst, kommt nicht vor in der Natur. Kann jetzt nicht die Pflicht sein für dich, sage ich mal. Es gibt auch Pilze. Es gibt auch Pilze, Mozart. Ja, die Psilocybin-Pilze, Frauenhut genannt. Genau, Psilocybin. Genau, genau, genau. Den ganzen Scheiß kenne ich auch. Und da kommt ja vielleicht leicht, wir sind noch nicht bei P, wir sind erst bei H. Okay, dann fangen wir auch bei A an. A, B, C, D, H, B, D, H. Okay, dann sind wir bei A. B, D, 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 D. Das ist übrigens anders. Also, wenn ich ja wieder sympathisch finde, der Donald, der Donald, der Donald, sorry. Ich sage, der Donald, der ist ja eigentlich ziemlich gut durchgeknallt, ne? Der hat den Brot angelegt. Ja, der kifft. Er ist ein Kiffer. Ja, Kiffen ist nicht schlimm, ey. Ich habe mit 15 angefangen zu kiffen, Alter. Ich meine ja auch Kiffen zum Beispiel jetzt. Hält jung. Therapie, nee, mit THC. Zum Beispiel, du hast Krebspatienten oder so. Das gibt auch eine gute Heilungschance, auch mit dem THC. Jetzt kommt das aber auf den, wie benutze ich dieses? Rauche ich das oder backe dieses in Buttern? Genau. Du kannst ja nicht einfach nur Fett dabei haben, sonst nützt du das. Du kannst ja nicht einfach nur essen, das bringt dir nichts. Du musst das immer mit dem Fett in Verbindung bringen. Aber nee, das wäre jetzt in einem offenen Chat, das können wir mal vielleicht im Internet machen. Dasselbe wie beim Bier. Du kannst halt auch nüchtern saufen, dann bist du dran. Das knack ich auch wieder recht. Nein, aber ich habe, wie du schon hörst, ich kenne mich damit schon ein bisschen aus. Ich bin mit 15 Jahren Pinnikrohung verseucht, Alter. Aber bei Heroin war immer die Grenze, so. Ich glaube, weil ich habe schon viele Leute darauf abstürzen sehen und Heroin geht gar nicht. Wie man Heroin nimmt, du kannst halt über ein Blech rauchen. Du kannst also Heroin auf dem Alustrum weggeschieben. Dann kotzt du dir den Arsch raus. Das ist das Erste, was du machst. Danach kannst du ja ziehen ohne Ende. Aber erst mal kotzt du dich kaputt. Wenn du das nicht machst, bist du... Wenn du gutes Zeug hast, kotzt du dich kaputt, ja. Stimmt. Dann kotzt du dann normal. Völlig normal. Deswegen Heroinsüchtige, die haben auch nie ein paar Magenprobleme. Nie. Eben, eben. Weil Heroin umkleidet nämlich den Magen und die brauchen auch nicht fressen. Die kriegen auch keine Geschwüre, nichts. Kein Problem. Den Magen haben die nie. Jetzt gibt es ja auch die Unterschiede, Heroin rauchen oder Heroin spritzen. Das ist ein ganz, ganz krasser Unterschied. Und die meisten Junkies, die sich sonst... Gibt mal bei YouTube ein, Schore Stein Papier. So. Das ist eine geile Doku. Die rennt fünf Tage lang, Alter. Non-stop. So. Das sind immer so kleine Mini-Clips. Und... Die haben die schon damit verloren. Wie gesagt, top. Übertrieben und weg waren sie. Die merken das gar nicht. Beim Abschießen kippen die wieder weg. Innerhalb einer Stunde bleibt dein Herz stehen, ja? Ja. Genau, Alter. Und die wenigsten, und die wenigsten, die wenigsten, wenn ich hätte unterbrechen darf, mal ganz kurz Mozart. Die wenigsten sind die Spritzer, so weißt du. Wenn Junkies, die spritzen sich Koks in die Arme, Alter. Ja. Und dann ziehen die Spritzen auf. Wie gesagt, Schore Stein Papier, guck dir das mal an, Alter. Wenn du mal Zeit hast. Du wisst ja, wie die die Leute da auf dem Tisch liegen hat. Die wissen gar nicht, wie die die spritzen sollen. Du musst erst mal zu Wort kommen. Die sind so am Arsch. Die wissen gar nicht, wo die dich hinspritzen müssen, ja? Das Schlimme noch daran. Obiate den Leuten da spritzen. Die kriegen die gar nicht in die richtige Mokose. Obiate sind ja immer so, die betäuben dich ja. Da kannst du immer spritzen, so. Nein, du hast ja keine Ahnung. Wenn der krön ist, dann ist der voll auf Entzucht. Also jetzt ist Marc dran, würde ich mal sagen, oder? Ja. Du hast keine Ahnung. Was die machen immer ähnt, wie die da am Rad drehen. Weil die sind dann auch immer so was von Gall of Deepy Dolor und was in der alle zu spritzen gibt im Krankenhaus. Da gibt es ja was. Lass mal Marc jetzt zu Wort kommen, bitte. Ich finde es halt interessant, dass wegen der Geschichte mit Gott, das ausgerechnet der Chemiker, das sagt. Ich sehe das eher anders. Also wirklich komplett anders. Ich sehe das so, dass Pflanzen nicht unsere Freunde sind. Und Pflanzen bauen Stoffe auf, die Fristbeine töten sollen. Und wir konsumieren diese dann als Drogen. Das kann nicht richtig sein. Da lobe ich mir doch wieder, die Fortschritte in der Chemie, dass wir genau wissen, welcher Wirkstoff wie funktioniert bei uns, den können wir dann quasi extrahieren und so nutzen, wie wir das für richtig halten. Das ist doch viel besser als irgendwelche tausend Gifte. Tabak ist das beste Beispiel. Du willst eigentlich nur das Nikotin und den Monooxidase, schlägt mich tot, Herr Hämmer hier da. Aber gleichzeitig analysierst du irgendwie 800 andere Gifte. Das ist doch nicht... Okay, Mozart zuerst. Das ist doch was anderes, Marc. Was du jetzt erzählt hast, ist ja Blödsinn. Das war wirklich jetzt Blödsinn. Diese Monooxidase, die du gerade beschrieben hast. Ja, klar, durch den In. Habe ich dir doch gerade gesagt. Koffein, Teein, Kokain, Heroin, wie auch immer die alle heißen. Alles Alkaloide. Also Alkaloide. Aber der Verbrennungsprozess, der jetzt über diese Pflanze stattfindet. Du hast ja auch noch einen Grünstoff drin, Chlorophyll und den ganzen Scheiß. Wenn du bei einer niederen Temperatur unter 800 Grad diese Stoffe da verbrennst, geht es über den pyrolytischen Effekt. Und dann kriegst du polyaromatische Kohlenwasserstoffe, die sich dann bilden, PHKs. Die atmest du ein. Die gehen in dein Fettgewebe und die lagern sich dort an. Da hat mir ja schon mal einer, da hat man mittags mal so ein Chat mit dem Knacki, da hat der mich am nächsten Tag hier auseinanderpflücken wollen. Er erzählt mir da von Schwachsinn und so, Pyrolyse ist ja ganz anders. Ist mir scheißegal, was er da gelesen hat in seiner Wiki. Das Zeug geht ins Fettgewebe. Du zerschießt also von organisches Molekül, zerschießt du in kleine Stücke, in diesen polyaromatischen Kohlenwasserstoff. Und der ist fettgängig und der geht in dein Fettgewebe. Der lagert sich dort an. Das kann passieren, dass er nach 10 Jahren zum Krebs wird. Das kann auch passieren, dass er nach 30 Jahren zum Krebs wird. Das kann auch passieren, dass du vorher vom Auto überfahren wirst. Und das wird nicht mehr so schnell ankommen. Darum geht es. Wenn du jetzt diesen Stoff rauchst, du führst ihn über die Lunge ein, die Resorption über die Lungenbläschen. Das ist das Schlimmste, was du dir antun kannst. Ob das THC ist, ob das Nikotin ist oder ob das was weiß ich ist. Du kannst auch einen Rhododondonstrauch da anstecken. Den kannst du auch reinatmen. Aber Mozart, da muss ich es verweißern. Das scheiß Zeug da an. Und das ist das. Ja, das verteilt scheiß Zeug. Nee, von dem Zeug, was jetzt Pflanzenmaterial mitbringt. Nicht der Wirkstoff THC. Achso, okay, alles klar. Das ist ja nur das Geringste, was noch da drin ist. Wenn ich das rauche. Du kannst das ja auch anders zu dir nehmen. Du kannst ja auch Kekse machen. Ja, genau, genau. Das ist natürlich, der Kick ist ein anderer. Wenn ich jetzt THC nehme und ich rauche den, dann habe ich einen expliziten Kick. Der kommt innerhalb kurzer Zeit. Dann gibt es eine Spitze und dann baut es sich ab. Du kannst dieses kombinieren. Du kannst zum Beispiel dir einen Bong bauen oder du kannst dir einen Joint bauen. und du kannst dir Kekse backen. Und beides zur gleichen Zeit. Du raust dir den Kekse. Bei diesem Keksebacken muss ich nochmal kurz reingrätschen. Man kann nicht einfach Gras nehmen und sich das einfach in der Kekse machen. Man muss das, wie nennt sich das? Ich mache hier keine Vorschläge. Nein, ich mache hier keine Rezepte. Ich kenne ja. Man muss das erstmal wirksam machen, weil einfach fressen ist nicht so. Du sagst das jetzt bitte jetzt nicht. Okay, alles klar. Danke. Dann erzähl weiter. Wenn du Schwierigkeiten kriegst, das wäre jetzt. Wir sind in Deutschland. Wir sind hier nicht in deinem Raum. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ist ja egal. Aber wie gesagt, komm dir mal darauf an, wie man das zu sich nimmt, ob das jetzt schädigend ist oder führend ist für deinen Metabolismus. Das heißt also, gut für dich. Das ist gut für dich, der THC selbst. Aber die Reststoffe, die noch dranhängen, die sind schädigend, wenn du die rauchst, Marc. Und das meine ich damit. Jetzt gibt es natürlich auch Stoffe wie Atropine, wenn du jetzt die Engelstrompete nimmst oder was weiß ich, Nachtschatten, du würdest dich nicht unbedingt reinfegen. DMT, Alter. Ja, sicher. Der Fliegenpilz geht dir aufs Herz. Natürlich meinen die Leute, die kippen davon um. Das ist eine andere Nummer. Knollenblätterpilz ist absolut nicht. Der Frauenhut. Zylokilpilz. Da kommst du auf die Nummer drauf. Da gehst du nicht mehr in den Knall und bestellst dir ein Bier. Dann lacht sich nicht mehr. Auf jeden Fall nicht mehr. Jeder Streit, der da ist, du meinst, du bist im Kino. Verstehst du? Das ist etwas anderes. Die Wirkung, okay. Im Kino im besten Sinne des Wortes, ja. Stimmt. Das nimmt man länger an. Was nimmt man da? Und wo ist er her? Was ist das? Verstehst du? Ist das auch nicht? Genau. Das ist eine ganz heiße Nummer. Aber wer sich dafür interessiert, für Orale, sag schnell, für Orale, also Zuführung von Hanf, der muss Dekarboxylieren eingeben bei YouTube oder bei Google, wie auch immer. So, Mozart, du hast wieder das Wort. Wie gesagt, gibt da keine Hinweise. Wie gesagt, das möchte ich jetzt unbedingt nicht. Ja. ich finde es schon wichtig, dass man das auch dazu sagt, wenn man schon davon redet. Ja, aber wenn man so Rezepte jetzt hier rausgibt, ist das nicht unbedingt so. Nee, es gibt ja gar kein Rezept. Ich habe einfach nur einen Begriff gesagt, und wer sich dafür interessiert, der wird dann so. Das muss man rausbrechen. Das ist ja auch schon viel. Dann muss man Fett haben. nicht Wasserlöslich, sondern Fettlöslich. Das Zeug ist absolut nur Fettlöslich. Ob das eine Milch ist oder Butter nimmst oder wie auch immer. Wenn du jetzt einen Keks backst, dann tust du ja viel. Genau. Ich kann mich da mal gut erzählen. Aber hier keine Backtipps jetzt. Hier keine Rezepte. Nein, die kennen sich damit bestimmt auch aus. Nein, aber wie gesagt, jetzt ist er wieder leise. Oh, jetzt ist er leise. Wir hatten den leise. Wir haben bei uns da im Amt echt Aktionen gehabt, wie du schon erzählst, im norddeutschen Raum, wo die Leute sich reihenweise vergiftet haben, weil das Ding dann da gestreckt war mit Blei. Ja, genau. Das war in Dresden damals. Das war in Dresden damals. Riesennummer. Bis wir die Typen da gefunden haben, die das Zeug da vertickt haben. Die wussten ja gar nicht, was zu tun. Oder mit dem Antrax. Das war echt heftig. Voll heftig. Auch Heroin. Geschmuggelte Ware. Wir haben extra Labore abgesperrt. Die wurden unter Quarantäne gestellt, wenn da Zeug reinkam. Du konntest ja nicht da dran. Das ist Milzbrand. Und da kriegen wir ja auch dann mit. Das macht Spaß, wenn du das hast. Und du hast so einen schwarzen Fleck da am Körper. Das ist schon heftig, Mann. Voll heftig. Die wissen ja gar nicht, was zu tun. Das wird immer so. Ja, scheiße, kein Problem. Hör auf damit. Solche Leute gehören in eine Gummizelle, von meiner Meinung nach. Was ist mit diesen chemischen Drogen, dieses Badesalz und dieser Mist? Ach, gar nicht. Da kannst du besser einen Baumackenhammer kaufen. Da kannst du dich mit umbringen, Alter. Das ist ja voll so. Wie macht der Badesalz? Das sind ja diese... Ich bin jetzt eine ganze Weile im Norden, hab da meine Kumpel wieder besucht in Berlin und die haben sich so eine Scheiße da reingeknallt. Da haben die mir auch gesagt, Alter, du kannst dich damit umbringen, Alter. Du musst aufpassen. das ist richtig krank, so eine Scheiße. Diese Drogen, Alter, da musst du richtig aufpassen mit. Finger weg. Badesalz sind in meinen Augen einfach nur ein Symptom, schlicht und ergreifend. Deswegen, wenn alles andere verboten ist. War eh noch verboten. Da hast du vollkommen recht, weil das eben verboten ist. Alles andere hat man eben diese Schiene gefunden. Das ist ein legales Produkt. Das wird als Riechsalz oder wie auch als Badesalzzusatz, also als Badezusatz verkauft. Und das kann man aber auch dann in die Tüte da tun. Total bekloppt. Total bescheuert. Ja, richtig bescheuert. Lebensmüde. Lebensmüde ist das einfach nicht. Das hast du ja überall im Internet zu kaufen. Geil finde ich so die Warnhinweise, wie du es auf keinen Fall konsumieren sollst. Das ist ganz niedlich, damit du weißt, auf welche Art und Weise du es konsumieren sollst. Finger weg davon, Digga. Ohne Witz. Finger weg davon. Richtig dumm. Das Gleiche ist immer, wenn die Leute mit dem Hasch so rauchen über den Bon, dann erzählen sie, boah, ich habe mir einen Eisbon gebaut. Super geil. Verstehst du? Da lache ich immer, wenn mir einer so weit erzählt hat. Und ich habe nun ein Video in der Technozene Kontakt und so weiter gehabt. Ich bin jetzt schon ein bisschen älter, aber war früher. Da habe ich immer gelacht. Ich sage, wisst ihr, was er da tut? Ja, war das super geil, wenn über den Eisbon das geraucht ist? Da sage ich, das ist eine Kühlfalle. Genau, das ist eine Kühlfalle. Das geht nur der Kühlung. Das ist ein THC aus und das fällt euch im Wasser raus. Was ihr noch da einatmet, ist der Reststoff von dem grünen Material. Das ist also am besten immer der kurze Weg beim THC. Genau, genau. Der lange Weg. Je länger ihr kühlt, desto weniger THC kommt in den Körper und je mehr Gießstoff abmet ihr ein. Also im Prinzip die Brühe zum Backen nehmen. Ja, genau. Ja, wie gesagt, es geht immer darum, Leute... Etwa Makros auf Klo bis gleich, ne? Es wird so viel Blödsinn da erzählt. Wenn du abgekühlt, dann merkst du, da brennt ja nicht so auf der Lunge und was zu da erzählen. Aber in Wirklichkeit benutzen wir dieses im Labor als Kühlfalle, um den Stoff auszufällen, um den zu analysieren. Wenn jetzt hinten noch aus dem Auspuff was rauskämen, dann könnte ich dieses Jahr gar nicht analysieren. Verstehst du das? Also, das, was du da einatmest, ist alles Mögliche, aber nicht THC. Ganz, ganz geringer Anteil, eventuell, je nachdem, wie du die Kühlung da anstellst. Aber je kälter das Wasser ist, je kälter die Systematik, wo du das durchrauchst, desto weniger hast du von dem Material in deinem Körper und desto mehr Giftstoffe rauchst du über das Pflanzmaterial ein. Und da vergiften die Leute sich mit. Die wissen das nur nicht. Irre. Total irre. Also, am besten kocht das Wasser aus und Wasser kocher nehmen. Ja, die stören da Mark und Wein drauf. Ich meine, gut, ich habe versucht, immer die aufzuklären und sage, ey, was ihr da erzählt, ist totaler Schwachsinn. Macht es besser anders, besser nicht, aber ist egal, wie ihr das macht, aber das, was ihr da macht, da kann ich mir auch besser den Hammer geben. Kekse backen vor so hin. Muss keiner von husten genug übrig bleiben, hat die Oma noch Spaß beim Kaffee klatschen. Jawohl. Jawohl. Die Bleche nicht vertauschen, ja. Auf der Weihnachtsfeier, ja. Ja, im Grunde, im Grunde können wir Schlusswort raushauen. Vier Uhr. Mir reicht es genau. Du schwächelst. Ach, volles Programm. Ich hätte gar keinen Bock heute Abend. Ey, wenn der Mark nicht angerufen hätte, hätte ich jetzt schon wieder verbindt. Das ist keine flache Erde, oder? Scheiße, Junge. Morgen wollte ich verbindt haben, also heute Abend. Da kommt doch, mit dir will doch keiner sagen. Ja, wie will keiner zanken? Das ist ja das Schlimme. Scheiße. Was heißt zanken? Wenn du mehr weißt, dann gibt es ja nichts zu zanken. Dann kann man Fragen stellen, die einen interessieren und wenn du nett bist, gibst du die richtige Antwort. Und wenn ich was anderes gehört habe, dann sage ich dir das. Ich wollte ja die schlache Erde hier haben. Weißt du, diese ganzen richtig Hochstudierten, die da mit Kryostaten arbeiten und Toni Mahoney. Ja, mit Kryostaten, ja. So die richtigen Profis. Oder Freitagabend. Ja. Die Nummer hast du gefressen, oder? Mit dem Kryostaten gucken, das Mondlicht kühlt. Das war das Beste, ja. Da bin ich fast gestorben. Wo war das? Bei dem Frank Stoner und in der Show. Der hatte die auch mal da. Dieser Frank Stoner und wie hieß der? Amok Alex. Die beiden. Amok Alex. Dann hatten sie mal, der die Frau da hatte, wo die geglaubt hat, es gibt vier Sonnen auf der Welt und das hat sie mal versucht, ihrer Mutter zu erklären und erst hat sie gesagt, das stimmt alle nicht und nachher hat sie das geglaubt und jetzt glaubt sie auch wieder. Und der war da mit dem mit dem Kryostaten. Das Mondlicht, das kälter ist, im Schatten oder wärmer als jetzt nicht im Schatten, soll er jetzt mit dem Kryostaten überprüfen. Und da bin ich bald aus der Hose gesprochen. Ich habe gedacht, was hat er denn da vor? So, ich sage schon mal Tschüss, war nett mit euch, 150 Mann nach dem Durchgehalten bis morgens um vier. Alex Stoner und hier Amok-Dings, hast du nicht gesehen? Wie heißen die Typen da? Alex Stoner, oder? Frank Stoner, oder? Frank Stoner und alle Amok-Ding. Voll die Opfer, oder? Die Mama, der erzählt hat, muss ich auch sagen. Wollt ihr noch Tschüss sagen oder soll ich einfach abknipsen? Ja, ist klar. Ja, ja, dann wünsche ich euch noch ein angenehmer. Gehabt euch wohl. Wir sehen uns. Hau rein, Mark, hau rein. Mozart, mein bester Junge. Ihr könnt ja, wenn ihr wollt, noch weiterquatschen, aber ich bin raus. Ich hau mich jetzt echt auf die Matte. Machen wir auch Schleien jetzt. Zeck. Auf die Matte.